Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren großartigen kleinen Demo-Ereignis hier beim Schocktober. Ich habe mir nämlich diese Spiele runtergeladen, Unusual Findings, und das ist eine Demo, die war auf irgendeinem Indie-Special, wurde die angeboten, angepreist, und da habe ich mir die Demo runtergeladen, habe es gestern kurz angespielt und fand eigentlich den Anfang schon ganz interessant, also warum eigentlich nicht mit euch eine Runde spielen als Rauschmeißer. Vincent Falco, was habe ich dir gesagt? Aber Dad! Was habe ich dir gesagt? Das... ich bin grounded. Genau, und das bedeutet keine TV, keine Radio und keine Videobeschreibung. Das ist so unfair. Ich muss kurz gucken, weil ich vergessen habe, wie das Spiel heißt. Unusual Findings. Moment. So, zack, zack. Zack. Ich bereue nichts. Ich fühle mich ein bisschen an Bob's Burger erinnert, ich weiß auch nicht warum. Ich bin ein bisschen ein kleiner Kind mehr. Wie glaubst du, Mrs. Johnson fühlst du über sie explodiert? Intrigiert durch die explodiert werden von Sodium explodiert? Hahaha DAAAAAAAAD Niemand schlägt Röcke in mein Fenster. Hätte ich es, ist es Nick oder Tony. Eh, wahrscheinlich Nick. Ich sollte die Fenster öffnen, um zu sehen, was passiert ist. Es ist schon ganz cool, es soll natürlich wieder diesen Trend der 80er aufgreifen. Sieht man ja auch an seinen Klamotten, aber auch an der Musik. Und wir spielen das mal kurz an. Kurze Frage, Dark Side Detective kenne ich, habe es aber noch nicht gespielt. Ist das denn wirklich auch gruselig? Ist das denn was, was man hier im Schoktober auch spielen kann? Ich schreibe es mir mal, ich habe es nur mehrfach auf meiner Liste gehabt. Ich habe auch mir schon die Version gekauft und es gab, glaube ich, auch mal bei Epic eine. Aber ich weiß halt nicht, ist das wirklich gruselig? Gut, das ist das hier vielleicht jetzt auch nicht. Aber hier, das kennt ja noch keiner. Dadurch kann es ja keiner sagen. Okay, wenn es nicht gruselig, sondern witzig ist, dann würde ich es beim nächsten Mal spielen. Nächsten Monat. Ja, ja, ich weiß. Hey, Vinny, Vinny. Shhh, schau mal, Nick. Ich bin gründet. Okay, Little Miss Fortune habe ich mir jetzt mal gemerkt. Ich glaube, jeder hat über unsere, äh, Experimente neben Mrs. Johnsons Garden gehört. Dann, was machst du hier? Bist du verrückt? Das letzte, was Tony braucht, um einen Signal-Deskrankler zu machen, kam in der Mail. Wir werden Pay-Per-View-Kabel für frei bekommen. Wir müssen nach Tonys Haus kommen. Das ist natürlich ganz klar Stranger Things oder Goonies, ne, also dieses Feeling. Nackte Mädchen auf TV. Das sind vier Worte, Nick. Aber... Was ist das hier eigentlich? Warum ist hier so ein roter Punkt auf dem Mond? Ich muss es kurz sein, okay? Da-da-da-daaaaaah. Hey. Was? Are you sure Tony made a single discrambler? Yes, yeah, of course. Probably. Maybe. The point is, there is a big chance of seeing uncensored adult movies tonight, and you shouldn't miss it! Isn't Tony grounded too? Yes, but his grandmother's death is a doornail. Remember the time we hit a llama in Tony's basement? She never found it. Yeah, I guess she won't notice us either. Can you help me get out? Yeah, sure, jump. I'll catch you. You said that to Eddie Martinez and he broke a leg. That's different. Eddie Martinez is fat. He's not my friend and his parents don't know mine. Forget it. I'm not gonna jump. Das sind die 80er. Da gab's noch kein Fettshaming. Hört ihr denn? Seid ihr zufrieden mit der Musik? Soll ich sie lauter machen? Und nein, ich spiele Resident Evil 4 nicht weiter, weil irgendwann kommt ja das Remake und das werde ich dann spielen. Ich hab's ja eine Weile angespielt und das reicht auch. Es geht 20 Stunden, das kann ich nicht machen. Da hab ich einfach zu wenig Zeit. Ein paar Leute haben sich auch schon beschwert wegen zu viel Resident Evil. Kann ich auch verstehen. Also ich versuch die Waage zu halten. Aber es gibt halt sehr viele Resident Evil Teile. Das sind halt nun mal die Paradeführer des Survival Horror Genres. Ist jemand da drin? Die Kost ist klar. Du bist sicher, um zu fliegen. Perfekt! Es ist Südpläne am Abend. Was erwartet ihr? Jeder schläft oder TV schaut. Kannst du die Schocktober öffnen? Willst du die Zip-Line benutzen? Ist das nicht so riskierig? Ich meine, du kannst fallen, dein Vater wird dich alle krippelt finden. Dann wird er meine Eltern kenne, und ich will das nicht passieren. Du feige Sau. Oh, was ist falsch, Nick? Chicken? Niemand kenne mich Chicken. Dann prübe es und öffne die Schocktäne. Okay, aber nicht immer kenne mich Chicken wieder. Notiert. Mann, ey, ich hatte auch mal ein Bandana, Alter. Ich hatte in den 80ern auch ein fucking Bandana, weil das das Allerkrasseste ist. Gib mir nur einen Moment. Okay, aber schnell! So, ich mach die Musik ein bisschen lauter, ihr wolltet unbedingt so. Und wie gesagt, ich weiß nicht genau, was das für ein Spiel ist, aber ich finde, es hat diesen guten Stranger Things Look, Look and Feel, den ich mir gerne angucken würde. Wenn Brian Broken Arms Tusken versucht hat das letzte Jahr, er erneut seinen Namen. Seitdem ist er noch nicht mit uns mit uns. Hey, da ist der Schloss für meine Schocktäne. Ich habe es hier, weil meine Freundin allergisch an diese Blumen ist. Jetzt, dass ich es laut sagen habe, Mann, ich kenne mich sehr verankert. Aber ich bin fast positiv, dass sie meine Dinge benutzt, wenn ich rauskomme. Ja, dann können wir doch den Schrank jetzt aufmachen. Die Tür ist los. Ich erinnere mich nicht, wo ich... Du, Depp, du. Rad. Was ist das? Was ist ein Roboto Battle Station? Ich weiß, dass das nur ein Pulli ist. Aber als ich ein kleiner Kind war, habe ich mir gedacht, dass das eine Battle Station namens Roboto war. Ich schreibe Mr. Roboto mit einem Marker. Kurz was. Nee, ich habe Generation Zero überhaupt nicht ignoriert, liebe Menschen. Aber ich habe das sogar mal gekauft. Und dann haben mir alle gesagt, das ist zu schwer und zu kompliziert und zu langatmig. Und dann habe ich es nie angefasst. Aber Generation Zero habe ich hier. Wenn das gut ist, kann ich das auch mir gerne mal angucken. Hm, okay. Hm, wahrscheinlich die Dinger. Adventure-Profi Simon K., mein Freund. Von deinen Kinder-Rätseln habe ich als Baby geträumt. Ich werde so ein guter Rapper. Ich würde sie alle dissen. Alle, die keine Rapper sind. Entwickler. Und andere Nerds. Mach's gut, Wannimieb. Und komm gerne wieder. Ich mag, dass es Synchro hat. Und ich mag, dass die Mucke halt auch so jetzt... Dass es so diesen 80er-Style hat. Finde ich gut. Gut von Dead or Alive und Thomas Ferrero. So lustig, wenn der seine Mutter küsst, schenkt er ihr, Ferrero, Küsschen. Jedes Mal. Der klassische Irre, der eigentlich längst schon damit rechnet. Okay, man weiß absolut schon alles. Gibt eine geheimen Militärbasis. Ein Penner, der mehr weiß, als man denkt. Hier ist ein Poster zu Dark Crystal im Kino. Nerd Shop. Das waren die 80er, meine Freunde. Da, der ist vom KGB. Ha! Man weiß halt wirklich sofort alles. Oh, sie leben. Das ist sicher, dass es funktioniert wird. Sehr schön dafür. Warum braucht es nicht die Antenne, wenn wir versuchen, um Kabel zu holen? Ich installiere einen Transmitter auf der Kabel-Bokse auf der Straße. Damit gibt es keine große, obviere Werte, die Richtung zu diesem Haus. Und, glaub ich mir, dieses Ding hat viel mehr Kraft, als wir brauchen, um freiwillig zu holen. Du hast immer diese Pony-Bedsheets? Ja, der Pony-Kartoon hat seine Momente. Und meine Großmutter denkt, dass die Pony-Bedsheets cool sind. Und die Frage ist jetzt, Was passiert? Rufen Sie Aliens? Öffnen Sie ein Tor zu einem Multiversum? Erzeugen Sie einen Strahl, der Leichen wieder lebendig macht? Oder kriegen Sie wirklich Pornos? Und masturbieren dann zu dritt? Zum ersten Mal. Ey, das bin ja ich. Da passt ja auch diese Masturbationsgeschichte gut. Aber ich... Booty... Mit Booty kannte ich in dem Alter noch nicht. Aber das bin halt einfach ich. Alles nur Alien-TV. Das ist falsch. Das Ding ist auf jeden Fall. Auf der Plus-Side. Wir können Chinesische Filme sehen. Was war das denn? Das war nicht ein Schuss. Ich glaube, das war ein Film. Was meinst du? Es könnte sein möglich, dass wir eine Art Distress von einem Spaceship, die in den Greenwoods geredet wurde. Ich bin nicht sicher. Was, wenn es nur die weirste Überraschung war? Dann wofür wir uns warten? Das war nicht weit von hier. Lass uns herausfinden. Aber was über die Kabel-Girls? Wenn das ein Alien-Spaceship wäre, könnten wir die ersten Menschen sein, die Menschen von einem anderen Planeten zu treffen. Oder willst du Teil der menschliche Geschichte sein? Aber die Mädchen... Ich bin ziemlich sicher, dass wir Teil der menschliche Geschichte werden, Wir werden mehr Mädchen bekommen, als wenn wir zu Hause bleiben. Du hast nicht mehr. Lass uns gehen. Wir müssen nahe sein. Wir müssen zu Hause sein. Wir müssen zu Hause sein. Was steht da? Altes Messing, Messerschieber, Messerschieberventil. Ja, okay, aber dann kommen wir da. Trinkebach? Ja, okay. Halbverbrannter Baum. Achso, seh ich jetzt erst. Natürlich. Ich dachte schon, der Nerd traut sich nicht, weil er Angst hat vor Wasser. Danke, Loki, Vienna. Kann ich denn mit denen auch ständig reden? Nein, leider nicht. Schade. Schau, die Bösen sind bewegt. Hallo? Herr Extraterrestriale, ist das du? Wir haben deine Transmission gesehen. Wir kommen in Frieden. Aber drei. Wir müssen einen Poster machen. Wir brauchen nur noch Mond. Wegen Erwachsene. Schade. Schade. Schau. 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 Ich habe drei Kinder. Und ein witziger Job. Schau. Schau. Ich sah es in einem Dokumentarium. Ein Honebadger hat das mit einem Grupp von Leinen und er hat es geflogen. Das sind nicht Leine. Wir sind nicht Honebadger und das ist nicht ein Dokumentarium. Das war das Geräusch aus Krieg der Welten. Aber das Geräusch hat mich noch mehr geflogen. Wenn das ein Aliein war, Aliein sind sehr laut. Wir sollten uns weg von hier rauskommen, bevor die Wolken verändern. Was machst du hier? Das ist kein Zeitpunkt, um die Wälder zu besuchen, Kinder. Das war nicht. Das war nicht. Ja. Wir sehen uns einige von ihnen da. Du bist Glück, dass sie dich nicht attackieren. Du besser nach Hause gehst. Wenn du es schnellst. Ich werde nicht sagen, dass du deine Eltern darüber erzählen. Herr, ja, Herr. Wir gehen. Warte. Du kennst, was dieses Blügel ist? Es war so, als wir hier sind. Du hast gesehen oder hörst, was anderes ungewaltig heute Abend? Nein. Nein. Was sagt mir, dass du nicht ehrlich bist mit mir. Wer weiß, dass du... Was zur Hölle? Ruhig! Lass uns in die Bäume gehen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der Polizist einfach so direkt aufgespießt wird. Und er hatte ja hier dieses... Diese drei Symbole. Äh, fau die Besucher. Äh, fau die Besucher. Und er wird zu töten, bevor die Polizei herausfinden, was passiert. Welche Tipps auf wie wir das tun werden? Ich dachte mir, um ein Trapp. Ein Trapp. Keiner kann ein Trapp. Ich denke, es wäre besser, wenn wir ihn mit einem starken Net. Er scheint zu haben, also, in meiner Meinung nach, ein Net wäre die mehr effektive Option. Wir können einen großen Barsch und es mit Leib. Wer glaubst du dich? Willi E. Coyote? Weil deine Net-Idea ist so viel besser. Bitte erinnere mich, was versuchen wir wieder zu fangen? Ein Alien oder ein Schark? Herr Präsident, bitte! Es gibt keine Möglichkeit, zu zu diskutieren. Schau. Wir wissen nichts über dieses Alien. Außer, dass es alles gängig ist und wie ein Stab-Leib. Vielleicht sollten wir eine Blende nehmen. Jetzt, kümmern wir alle unsere Barschen. Wir können zusammen eine größere Trapp, die alle drei Ideen benutzen. Der Barsch. 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 Erb. Wer hat sie Talking Badetiapult chair und gewonnen? Chis. Der Barsch. Wir sind keine Beschreibung. Natürlich die Außerirdische hier, das ist kein Außerirdischer von außen, sondern aus dieser Station und da macht er Rabatz. Außerdem gibt es eine Map, in der man sich irgendwie verschiedene Locations hin und her reisen kann. Es gibt einen Bank Bus, in dem der Nerd aus Versehen einsteigt und dann müssen wir das Video verhindern. Außerdem gibt es einen großen dunklen Tunnel und es gibt sogar ein Wettprügeln mit einem Punker. Okay, und natürlich eine Spielehalle, aber das ist ja irgendwie selbsterklärend. Ja, und damit haben wir jetzt einmal alles, das ganze Spiel mehr oder weniger erklärt und jetzt wissen wir auch, der in der Mitte, der kann nicht tanzen. Und die anderen beiden tanzen ihm ordentlich einen weg, sind deutlich besser, werden häufiger angetanzt und der in der Mitte wird sich noch wundern, dass irgendwann die Links und Rechts wachsen über sich hinaus und er bleibt so klein und auch wird dann immer uncooler. Aber so ergeht es jedem, der in der Highschool piekt, guckt mich nicht an. Ich wurde gemobbt in der Schule, ich bin das nicht. Aber ich finde, ich fühle mit allen dreien, es ist eine sehr schöne Geschichte. Epic Lama, okay. Ich habe es ja schon auf meiner Wunschliste, keine Sorge. Aber damit sind wir jetzt, was dieses Spiel angeht, tatsächlich schon am Ende. Das ist ja krass. Ha! Unusual Findings. Guckt es euch gerne mal an. Kann ich das jetzt schon kaufen? Krass, ich kann es einfach kaufen. Seit 12. Oktober raus. Ich dachte eigentlich, das Spiel ist noch gar nicht rausgekommen. So, jetzt bin ich kurz versucht, mir das einfach zu holen. Kauf es, kauf es, kauf es, kauf es. Ja, okay. Ich kaufe es, okay. Unusual Findings. Für mich selbst kaufen. Kaufen. Vielleicht können wir es dann auch gleich nochmal spielen. Ich werde es mal gucken, wie lang es zu installieren ist. Oh, 1 GB nur. Easy. Also ich muss sagen, das hat mir sehr gefallen. Sehr gefallen. Ich hoffe, euch gefällt jetzt kurz die Werbepause. Ich mache kurz nochmal an. Dann spielen wir hier nochmal, ja, eine gute Stunde oder so. Wir haben eine halbe jetzt gemacht. Wir spielen dann nochmal rein. Natürlich müssen wir dann den Kram nochmal anspielen. Aber das geht ja jetzt schnell. Ich weiß ja, was zu machen ist. Gute Produkte gehören unterstützt. Genau so. Okay, wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. Bis dann. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so zum Sitzen. Ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Ist der Stuhl, ich zum Sitzen darf! Der Röchel in der Schule machen fern der Hand. Ich habe das jetzt schon eine Million mal gehört und finde es immer noch geil. Übrigens, keine Sorge, demnächst kommt eine 10-Stunden-Version aller Songs auf meinem YouTube-Kanal. Und ich habe die Songs ja von Chicken Wing Joe abgekauft. Und werde die deswegen demnächst, er hilft mir da ein bisschen dabei, auch bei Spotify hochstellen. Und dann kommen auch zukünftige Songs direkt auf Spotify und so. Warum nicht? Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Mix an Songs. Und ich höre es wirklich immer, ich höre diese Quotes einfach so gern. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe immer noch nicht jeden Einzelnen rausgekriegt, wo die her sind. Also bei manchen, manche habe ich ja selbst rausgesucht, andere wiederum hat Chicken Wing Joe rausgesucht. Und da weiß ich teilweise immer noch nicht genau, was es ist. Mann ist der Stuhl glatt. Das ist, glaube ich, auch Helge Schneider. Ich glaube, dass der auch, da rutscht er diesen Stuhl runter und sagt das danach in irgendeiner Interview-Situation. Aber vielleicht auch nicht. Naja, danke Moirin77 und alle anderen, die jetzt mit mir Unusual Findings spielen. Einen Stranger Things Spiele-Klon, sagen wir mal. Und ich beeile mich jetzt ein bisschen. Ihr habt ja eben auch, wenn ihr das als Video seht, haben wir ja schon die Demo angespielt. Deswegen werde ich jetzt nicht alle Gespräche führen, sondern werde einfach nur schnell durch das Spiel, bis wir an der Stelle sind, wo wir weiterspielen können. Danke auch Tu-Hahn. Okay. Wie gesagt, ich, ne, keine Sorge. Ihr habt das ja eben schon gesehen. Das werde ich jetzt nicht immer so machen. Die Ede-Strategie. Ja, ja, habe ich doch alles schon. Also, die Demo hat mir echt gut gefallen. Mich ärgert nur, dass ich so kurz war. Obwohl, es hat ja scheinbar funktioniert. Also, es hat mich ja dazu getrieben, das Spiel direkt zu kaufen. Also, hat sie ja eigentlich ihren Zweck erfüllt. 20 Euro übrigens kostet das Spiel, wenn ihr wollt. Ich muss sagen, es hat was. Ich würde es auf jeden Fall gerne weiterspielen. Oh, jetzt ist der Pixel nicht mehr weg. Hier seht ihr, der war nur in der Demo. Ich denke, jeder hat über unsere, äh, Experimente näher. So, ich, schnell wegklicken. So. Ähm, okay, hier ist der Schlüssel. Ja, jetzt gehe ich an den Schrank. Die Tür ist... Was? So. Zum Glück bin ich so schlank. Ich heiße eigentlich Frank. Na ja, ich nehme mit, was geht. Dank. So. Moment. Moment. Dachte, er hat sich das jetzt rausgeholt. Hä? The window of the treehouse is closed. I should ask Nick to open it or else I'll end up crashing through the window. Hä? Was hat er gesagt? Ah, okay, ich muss hier erst mit Nick reden. I can't... I can't... What? Yeah, sure. Yeah, that's... Fuck. Uh, okay. 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 So, das können wir wahrscheinlich nicht abbrechen, aber das ist auch okay. Das hören wir uns gerne nochmal an. Ist ja ganz schön. Schnell nochmal den Text ergänzen, dass wir ja jetzt das ganze Spiel spielen. Ich freue mich drauf. Oktober rausgekommen, deswegen passt hier natürlich der Pumpkin Patch ganz gut. Und ich finde auch, ja, also mir macht dieser Oktober und diese Oktober-Geschichten, machen mir irgendwie total Bock. Ich bin aus irgendeinem Grund so ein echter Halloween-Fan. Also, ich weiß auch nicht warum, aber es ist so... Ja, so, es hängt nicht an irgendwelchen anderen Sachen dran jetzt, wie Ostern oder wie Weihnachten oder wie der Geburtstag oder wie, weiß ich nicht, der Tag der Deutschen in Einheit, sondern, nee, ist einfach Halloween, vergleich dich blöd, du hast einen Monat lang Zeit, es gibt ein, zwei Tage, da ist es besonders wichtig, aber insgesamt viel Spaß. Ich habe gerade auch Halloween-Kills gesehen, finde es aber auch nur, nur meh. Dafür würde ich euch gerne Wolfgang M. Schmidts Podcast empfehlen. Der Film-Podcast heißt ja einfach nur so. Auf jeden Fall erzählt er da über, auch über Halloween-Kills und hat, er sagt exakt dieselben klugen Sachen, die ich auch sagen würde, wenn ich sie wüsste. So, Tony wird jetzt hier mal... Okay, ich muss es wohl angucken. It's working. What the hell is that? F***. What? But what am you? Ich glaube, ich muss die Streamer-Musik auch nochmal einstellen. Mann, ich will doch einfach nur rüber. Also wir haben ja gesehen eben in der Demo schon, dass eines der Aliens böse ist und ein anderes haben sie dann aber wiederum wie E.T. vor den Söldnern, Soldaten geschützt. Also scheint es da mehrere auch Varianten zu geben, dass der Aliens mit unterschiedlichen Motivationen... So, komm jetzt. Schnell, schnell. Wir haben es gleich. Wir sind gleich wieder an der Stelle. What are you doing here? This is no time to visit the woods, kids. Didn't you know the area's full of wolves? Yeah. We just saw some of them over there. You were lucky they didn't attack you. You better get home. Wenn Sie es schnell machen, dann werde ich Ihren Eltern nicht sagen. Herr, ja, Herr! Los geht's! Wait! Sie wissen, was dieses Blu-Liquid ist? Es war so, als wir hier sind. Sie sehen oder hören, was anderes ungewöhnlicher heute Abend? Nein. Sie sagen, dass Sie nicht ehrlich sind mit mir. Sie wissen, dass Sie... Was zur Hölle? Ruh! Lass uns ins Bett gehen. Okay. Hier ist die Situation. Es ist ein kaltes Alie in der Stadt. Und wir sind die einzige, die darüber wissen. Okay, wir wollen also diese drei fallen und müssen zu einer Person, die uns eh noch was schuldet. Winnie? Ich glaube, es war Winnie. Beim Graben helfen. Vielleicht hat er einen Bagger. Vielleicht hat die Familie ein Bagger-Unternehmen. Die Tür öffnen, wird es ziemlich klar, dass ich... Und ich bin ziemlich sicher, dass... Aber es ist ein kaltes Alie in der Stadt! Das ist kein valide Argument. Das ist natürlich nur ein paar Blöcke weit. Ja, Mann. Hier wohnen die Gangster. Siehst du das? Einschusslöcher. Vielleicht war ich es auch mit dem Schraubenzieher. Aber ich werde erzählen, es sind Einschusslöcher. Hier wohnt der Stier. Und er ist wahnsinnig cool, denn er wohnt in einem... Wohnwagen, der eigentlich nicht mehr zum Fahren genutzt werden kann. Also ein Container. Ich glaube, du kannst das Bagger mit den Horns nehmen. Ich glaube, du kannst das Bagger mit den Horns nehmen. Hi, Bull! Hey Kinder, du spielst noch mehr Video-Games? Ich habe einen neuen. Wir brauchen deine Hilfe! Es ist ein kaltes Kreatur aus dem Outer-Space. Holy shit, was? Ein kaltes Alie? Das klingt gefährlich! Digga, du hast eine verprügelte Leiche in deinem Klo angekettet. Wolltest du uns helfen? So viel, wie ich eine Hand mit dem Raum mit dem Raum schlafen möchte. Ich bin wirklich beschäftigt. Du spielst Video-Games. Oh ja, diese Dinge können wirklich addiktiv sein. Und glaub mir, ich weiß, was du mit addiktiven Scheiß verbringst. Also, wolltest du uns helfen? Nein, ich kann wirklich nicht. Siehst du den Mann dort? Ja. Also, er hat etwas gebrochen. Er hat einen von meinen Klienten gebrochen. Mein Klienten will es zurück. Ich muss ihn sprechen. Kannst du das später machen? Er kann nicht nachvollziehen. Nein. Das ist einer von diesen Klienten, die du nicht willst. Aber es gibt ein Kreatur aus dem Outer-Space, hier! In South Plains! Glaubst du mir, Kindo? Wenn sie denken, dass ich sie doppelt crossen, dann kommen sie für mich. Auch wenn die ganze Kaste der Galaxie-Wars über die Stadt gewinnen. Okay. Interessant für den Typ. Also, offensichtlich ist der Stier auf jeden Fall mit einem Horn im Knast schon. Ja. Ja. Okay, wir haben es verstanden. Du bist ultra krass. Bad Exposition. Also Bad Ass Exposition. Danke an Cain, Nex und Waste Dino. Ich hoffe, ihr wastet nicht eure Zeit hier bei mir. Und es ist kein Fehler. Das sind die Namen. Ich hör schon auf. Was ist dieser Mann, der handkappt in der Baffin? Das hat er doch gerade erzählt! Was mein Klienten will. Ja. Ich habe meine schlechte Routine übergebracht. Aber was konnte ich tun? Es war kein guter Thug. Ich denke, das ist der Vorteil von alleine zu arbeiten. Was hat dieser Mann zu stehlen? Was habe ich dir immer gesagt? Dass jemand jemanden etwas einfacher ist, wenn jemand jemanden nicht weiß, dass er zu stehlen wird? Ja. Aber was noch? Je weniger wir wissen über deine Worte, desto besser für uns. Das ist wohl korrekt. Welches Spiel spielst du? Was ist das? Wenn du das Spiel gewinnen, wenn du das Spiel gewinnen kannst, kannst du ein Buch mit einem Code an den Entwicklerinnen zu den Spielern? Und du kannst du ein Goldenen Kräunen gewinnen! A real solid Goldenen Kräunen! Was ist das? Ja. Ja. Das ist das Spiel, das Spiel inspiriert in realen Leben. Kann ich das Spiel versuchen? Ja, bitte. Nur, das Spiel ist wirklich unfair. Eine Medusa! Eine Medusa! Eine Medusa! Eine Medusa! Die Medusa! mit einer bösen falle mann du verlierst war es wo ich habe nur meinen namen eingegeben muss ich das denn spielen also er will ja eigentlich von ihm die infos das spiel ist ja gar nicht relevant ich kann dir wie zu kämpfen ja aber ich würde trotzdem noch mal gerne mit dem reden jetzt ich habe noch fragen kannst du uns helfen dass er ihn zu jagen ja aber der ist die türen hier können wir helfen uns zu holen du hast mich so viel ich weiß aber jetzt warte einen Moment du brauchst mich zu holen das ist ein guter guter die eigentlich ja okay jetzt weiß ich halt nicht kommen wir spielen das spiel noch einmal ich mache es noch einmal ich mache es noch einmal okay komm das finde ich sehr schön wenn man so meta gaming betreibt wenn in dem spiel noch weitere spiele sind das ist einfach schön weil hier auch die 80er natürlich dadurch wunderbar erklärt werden okay was für eine schreckliche nacht um verflucht zu werden all your base are belong to us du verlierst jetzt muss ich aber gerade gucken ist das jetzt immer dasselbe verlauf kann ja gar nicht kämpfen okay man erst mal die vierte die zwei hatten wir schon da probieren jetzt natürlich die drei die drei ja okay also zwei jetzt jetzt werden wir gleich die theorie testen also zwei und drei hatten wir also muss es jetzt die eins sein oder wieder die vier soll ich dann nochmal die vier wählen soll ich dann nochmal die vier wählen die ihr habt absolut recht wenn man auf die vier klickt wird im close-up eine sechs draus hier also vier vier ja gut dann probiere ich jetzt natürlich nochmal die vier ja okay ich probiere es noch einmal aus mit einer anderen rotation also vier 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 drei vier vier drei zu vier vier drei 2 Okay, einmal, noch ein letztes Mal, ein allerletztes Mal Das ist doch letztlich, weil ich glaube nämlich, dass man das nicht machen muss Soll ich nochmal die 3 einfach dann probieren, ich weiß es nicht Okay, dann probiere ich nochmal die 3, einfach nur, weil es mit der Ferie ja auch so geklappt hat Ja, okay, komm, Schweinespiel Sir, bist du okay? Wache! Keine Arbeit, er ist aus Schlage geschlagenen Mann Geht alles nicht, ne? Haben wir irgendwas? Ne, nix im Rucksack The Killstarters Okay, gehen die jagen oder machen die, ja, hier Resident Evil Cosplay Ich soll das durchspielen? Für den fucking Code? Mann ey Na gut, okay Mann, hat er viele Waffen Also, wir merken uns 4, 4, 3 Ja, und was dann, das wissen wir nicht 4, 4, 3 So Zwei Haben wir zwei schon? Alter Also, wir haben die 3 probiert, die 2 probiert, es bleibt noch die 1 und die 4 Aber ihr habt recht, ne? Ihr habt völlig recht, weil da war eben wirklich aus der 4 wurde eine 6 Beim ersten Also, 4 und dann ist eine 6 Aber das ist beim zweiten, glaube ich, auch so 4, 6, 4, 6 Ich schreibe das mal so mit Dann haben wir die 3 gewählt Und die 3 bleibt aber die 3 Okay So, jetzt probieren wir Die 1 hatten wir noch nicht Die 2 und 3 hatten wir schon, ne? Also entweder die 4 oder die 1 Oh Mann Du hast dein magisches Eidhorn entdeckt Okay Geil Hallo, junger Mann Ich bin Irrtum Das Rätseleinhorn Du willst also den Code wissen, um meine Krone zu bekommen, Fremder? Ich werde dir ein Rätsel geben, Fremder Wenn du es richtig beantwortest, gäbe ich dir den Code, den du suchst Nenne den Notfall rückwärts L-L-A-F-Ton 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 Was über Emerging It Weil er sagt Die Emergenz Rückwärts Was über Stranger Er sagt das viel Und ich bin sicher Die Logik des Spiels Sucks Naja, das sind gute Gedanken Aber ich glaube, der smarteste ist in dem Fall leider der Nils Ähm, er ist halt fiktiv, ne? Und deswegen nehme ich L-L-A-F-Ton Ach, jetzt fange ich wieder da an Ich denke, die korrekte Antwort ist, was über ein Neu- Was über Stranger? Falsche Antwort Ja, aber jetzt ist wirklich dumm Dann ist es ja wirklich nur Stranger Aber was hat das denn Was hat das denn jetzt damit zu tun Mit dem Rätsel-Irrtum Das Rätsel-Einhorn Du willst also den Code wissen Werde dir ein Rätsel geben Richtig, gerne beantwortet Nenne den Notfall rückwärts Ich denke, die korrekte Antwort ist Was über Ja, falsche Antwort Bin so enttäuscht, dass ich dich töte Ja, aber dann stimmen doch alle nicht Das Spiel ist einfach nicht fair Das ist wirklich jetzt komisch Ich starte ja an der Stelle Also habe ich bis dahin ja richtig gemacht Ja Ich denke, die korrekte Antwort ist Y-X-N-E-G-R-E-M-E Because it's emergency backwards What about Emerging it Because he says The emergency backwards What about Stranger He says that a lot And I'm sure the logic of this game sucks Okay, erstmal Danke an Patrick G2788 Ja, natürlich J-Or Gerne Ihr habt recht Habe ich meine Facecam mal woanders hin gepackt Weil die ein bisschen im Weg war Aber jetzt seht ihr halt auch Dass da von den Bewegungsmöglichkeiten Antwortmöglichkeiten Alle drei schon benutzt wurden Jetzt bin ich verwirrt Ja, ich finde auch Ihr sagt gerade Ich soll es auf Englisch eintippen Würde ich natürlich machen Wenn es die Möglichkeit gäbe Aber ich kann hier nur auswählen Ich habe das Gefühl Hier kann man jetzt gar nicht weitermachen An der Stelle Ich kann hier ja auch nichts eintippen Ich denke, die richtige Antwort Was über Emerging it Because Was über Stranger Er sagt das oft Antwort suchen Falsche Antwort Also alle drei sind falsch Ich würde lieber nicht Das Es gibt Es gibt Ein paar Ziele Von ein paar Tage Es sieht so aus Es hat nur zwei Tage Es ist trotzdem gut Geh'in Geh' ein Ziele Nein, danke Ja, danke Du kannst sie da Ich werde sie für die Praktise mit Monika Ich bin sicher Es wäre besser Wenn du ein reales Ziel Geh' 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 Ja, hat er recht Da ist Monika Der Buhl's favorite Schockgun Along with all kinds of rifles, weapons and ammo No, you don't want to touch that weapons are not for kids But there's an alien killing people outside I don't care what's going on You're just going to end up injuring yourself or putting your friends in danger At best you'll be easy targets Kids and weapons don't mix well You're smart guys, stay away from guns Ich muss kurz Den Streamer-Modus Ah, der ist ja schon aktiviert Es soll wohl trotzdem immer noch einen geben Spielweise kann ich nicht mehr einstellen Achso, doch, das Okay Ja, okay, gut Wir sind fertig hiermit Ja, ähm Ähm, danke für die Tipps auf jeden Fall Erwachsenen Comics These comics are awesome Full of violence, swearing and nudity Yeah, nudity I'm starting to see a pattern Hey kiddo, leave that be At least let me finish one before you steal it At this point I can barely follow the plot But I've never taken any of your comics I'm not talking about you I mean him Hey, I'll bring him back No thanks I don't want him back You can at least ask next time Stealing stuff will get you into a lot of trouble Believe me, I know what I'm talking about Can I have this one? Nope Still gotta read the ending I wanna know if the Xi-Syborg takes over the mutant coyote world Kann ich auch nicht nehmen Entschuldigung Anime, Mangas Ähm, und Gewehrständer Darf ich auch nicht benutzen Schade, ich würde jetzt echt gerne hier wissen, was ich machen muss Aber es soll wohl noch nicht sein Ich muss irgendeine andere Antwortmöglichkeit bekommen Für dieses Rätselding Let's see what we got Bingo Three things that are not completely garbage A Jumpy Joe toy A Chipmunks cassette And a number five wrench Jumpy Joe and the Chipmunks tape are clearly garbage Okay Ich werde die Chipmunks Aber ich werde Jumpy Joe halten Es ist Vintage Hat man das wirklich schon gesagt Damals Vintage Ähm, aber auf jeden Fall Weiß ich jetzt Was ist das Eine von diesen Sprungspiralen Oder wie die heißen Ich weiß nicht mehr genau Wie die eigentlich heißen Ähm, ja Vielen Dank auch für den Tippliga Lieber Dom Corleons Hast du schon Mortuary Assistant gespielt? Hab ich Hab ich tatsächlich schon gespielt Und zwar auf meinem Kanal auch Äh, die Demo Und danach dann auch das Spiel Ich glaube ich hab sogar durchgespielt Zumindest Hab ich, äh, irgendwann aufgehört Äh, an der Stelle Wo ich dachte Das ist jetzt das Ende Hm Das ist also unsere kleine Welt Ja, schade Ich kann halt nicht viel Hier stehen sie auch Sehe ich jetzt gerade Ich würde sagen Wir gehen erst mal zur Polizei Das ist doch irgendwie Und da ist auch die Bärenfalle Das ist doch schon mal Das naheliegendste Haben die den Bär gefangen? Da liegt ein toter Bär Habt ihr, dass der Alien ihn töte? Nein Nur Buckshot Da sind ein paar Diminutive Entry Wounds Der Alien Die Alien Bezüge Die Evisceration mit Claws Great Someone Gave den Alien A Shotgun Okay Hey, das ist Evidenz Lass das, wo es ist Diese Bärtrappe ist alt Und in wirklich Es gibt übrigens keine deutsche Synchro Es gibt nur eine Englische Und noch eine andere Aber keine deutsche Die Tränen Die Tränen Ich glaube Sie können uns nicht glauben Es ist Zeit für deine Spiele. Wir haben bereits genug Probleme mit Unscrupulousen Hunters. Ja, wir haben. Ist einer von deinen Rangers... missing? Nein. Warum fragen Sie? Someone attack einen Ranger in den Greenwoods! Wir sehen ihn! Das ist etwas ernstes, Kinder. When hat alles passiert? Ich weiß nicht, ein paar Minuten vor? Gut. Ich wusste, dass du mit uns beschäftigst. Wir sind die nur zwei Rangers im Nachtschiff, richtig, Jack? Ja, du bist richtig. Du musst uns glauben. Der Ranger, den wir gesehen haben, war blonder und kalt. Es gibt keine kaltige Rangers in den Südplänen. Kannst du zumindest die Zentralstation telefonieren und fragst, ob jemand zu Chuck Greenwoods schickt wurde? Hm, okay. Samantha? Ja, Troy. War jemand heute Abend zu Greenwoods? Nein, Troy. Hat etwas passiert? Nein, nur ein paar Kinder versuchen, mich zu pranken. Guten Abend, Samantha. Guten Abend, Troy. Bist du jetzt glücklich? Ah, die Synchro ist richtig gut. Wir sahen etwas weicheres in den Wald. Du solltest nicht alleine in den Wald, in diesem Zeitpunkt des Jahres, in der Mitte der Nacht. Unless du willst Wolf-Feder sein. Und du willst nicht Wolf-Feder sein. Aber wir sahen eine große Kreatur. Ein Bär? Nein, es war mehr als ein Alien. Ich hoffe, dass du uns einen Prank spielst. Otherwise, die Telefon ist dein Gehirn. Ja, ihr habt auch recht. Der Typ im Wald war eher ein Polizist. Das habe ich mich schon gefragt. Aber sie sind darauf ja direkt eingestiegen. Ähm, also es gibt Ranger und Polizisten. Okay. Danke auch Herr Papier. Aber es kann immer noch sein, dass das eigentlich ein Polizist, ein verkleideter Soldat oder sowas war, der das Alien gesucht hat. Ähm, naja, wer weiß das schon. Ich guck mir alles mal an, aber... Wahrscheinlich kann ich hier nicht viel mitmachen. Oh, es ist die Pinnacle der Technologie. Jamm-Free, keine Vibrations, 2-Color-Ribbon. Hast du... gehört von Computern? Ha! Computern? Das ist Flim Flam. Die Telefonatoren sind schnell, Reliabel, schnell, nicht konsumieren Elektrik. Und nachdem, dass deine Printer fertig fertig ist, eine einzelne Reihe, ich bereits habe meine Texte zu dem Postmann. Aber... Computern? Geh es, Kind. Die Telefonatoren wird niemals die Telefonatoren. Äh, I doubt it. Okay, mehr ist hier nicht die Karte, könnte man sich nochmal angucken. Es ist eine Karte der Stadt und der umgekehrten Flügel. Jetzt, dass ich es denke... Dieser ist viel besser, als der, den wir in der Triehausen haben. Mentalnotation. Steh die Karte aus der Rangerstation. Oder... eine Kopie. Er ist auf jeden Fall der kleine Kriminelle, der immer Ärger will. Er ist auf jeden Fall der Smartere, der Angst vor allem hat. und ich bin irgendwo mittendrin. Okay... Vinny, Tony, das sind natürlich meine beiden... Äh, ich bin Vinny und Tony ist einer der anderen. Und die Ranger haben wir gerade, die Einkaufsstraße, Nicks. Straße Nick ist natürlich auch einer, der wohnt offensichtlich in der Shantytown. Ähm, hier sind die beiden Reichen. Mittelständler. Und hier ist offensichtlich Nick. Ganz offensichtlich lieber eher... Ja. Oh, was ist hier? Lover's Lane. Die muss es natürlich auch geben. Ähm, ich würde mal sagen Lover's Lane. Wir gehen hier einfach mal jeden Ort ab. Ja, schade. 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 Die wäre vielleicht echt gut gewesen. Das ist ein rotes Konvertikel. Cool. Es ist ein 1985 Cadillac Eldorado. Meine Schöne neue Freundin hat ein Auto, genau wie das. Das Zeichen wurde vandalisiert. Ich glaube, niemand will wissen, dass die nächste Straße nach links führt zu Darkestville. Was ist das? Darkestville. Es ist ein rotes Konvertikel. Cool. Es ist ein 1985 Cadillac Eldorado. Ich weiß, ich weiß. Okay, Lover's Lane war jetzt nicht so hilfreich. Da springt jemand, ähm, Hula Hoop? Äh, ne, wie heißt das? Ähm, Seilspringen. Da macht jemand Seilspringen. Mechanical Parts. Was ist das hier? Oh, Gott. Ich denke, jemand hat eine riesige Nacht, um die Wörter zu verstehen, die Wörter Lubrikant und Öl. Du denkst, dass jemand... Oh. Ah. Oh mein Gott, das ist verrückt. Ich nehme es trotzdem mit. Natürlich. Ja. Ich glaube, hier wird jemand wiederbelebt. Ich glaube, die... Das ist... Da wird sehr viel Druck ausgeübt, wenn man so eine Wiederbelebungsversuche startet. Ich glaube, da wird einfach jemand... Da ist ein Notfall. Jemand wird wiederbelebt. Oder vielleicht knetet jemand auch seinen Brotteig. Sehr inbrünstlich. Hm, okay. Hm, okay. Okay, immerhin verlassen wir den Raum mit einem Item mehr. Aha. Ich fand immer Scarecrow sehr gefährlich. Du weißt, was mehr gefährlich ist, als Scarecrow? Lass mich das sagen. Eine Kreatur aus dem Outer Space. Nein. Eine kreative Kreatur aus dem Outer Space. Touché. Vielleicht ist er auch Etienne, denn er kann ja offensichtlich Französisch. Dieses Pumpkin ist großartig. Denkst du, dass es mit dem Alien ist? Nein. Es ist nur ein großes Pumpkin, das ist alles. Na gut. Ah, der weiße Earl hat bestimmt irgendwas mitbekommen. Es ist Earl. Er läuft diese Farbe. Er liebt hunting und Fischung. Wie viel. Hi, Earl. Hi, Kinder. Wirklich, nicht zu draußen, oder? Ja, irgendwie. Also. Also. What the hell are you doing on my property? We saw something in the woods and thought it may have headed this way. Hunting, huh? Look. I have no problem with you guys shooting around. Please be careful where you aim. I don't want to lose more cattle to gun accidents. You don't have any livestock left. Oh. Yeah. It's true. I had to calibrate my new rifle last week. Well. At least don't shoot the pumpkins. Is that a fishing net? Is that a fishing net? Yeah. But it's clean. Almost no fish stink on it. Can you lend us your fishing net? No. I'm using it. Besides. What do you want it for? To catch something with it? Let me think about it. No. I'm too comfy. Can you loan us some weapons? No. There are two things that a man should never let another person take from him. His weapon and his wife. That order of priority. I mean, if someone took your wife, it could be painful. But at least you can't shoot you in the face with her. Can't argue with that logic. How is the farm going? Not much to do on the farm at this time of year. So it's kind of boring. Don't you have any hobbies? I like hunting. But I've already reached my quota. There's not much left to hunt around here. Don't you like anything else other than shooting innocent animals? Yeah. I also like fishing them. I usually fish at the farm stream. When the water level has been really low lately. There's nothing really worth fishing for when it's like that. Ha. Also, wir haben das ja schon gefragt. Ich will nur kurz nochmal... Have you used... We were kids in my farm out of nowhere. No. I mean... Have you seen any weird looking animals? Oh yeah. I saw a duck wearing a shoe. Can you believe it? What the hell was he doing with a shoe? It looks so goofy. It made me laugh so hard. Where did it go? To duck your heaven. Or to my fridge. If you don't believe in God. Oh. Goodbye. See ya. Ja schade, wir kriegen auch diese Hängematte, dieses Fischernetz. Erstmal nicht. Penetrieröl. Ah, ah. Earl's Truck. Es ist alt und russisch. Aber es hat den Job gemacht. Ich frage mich, wie alt es ist. Um... 30 Jahre alt. Das ist ein Chevrolet-Kameo. 1956. 1956. Ah, gutes Jahr. Die Horror-Klassiken für den Planeten. Die Kreaturen gehen zwischen uns. und die Invasion der Körper-Schnattern. Die waren alle das Jahr. Okay, der kennt seine Horror-Filme. Ja, leider. Ich meine, ich kann mal versuchen, ob ich da irgendwas mitmachen kann. Aber das wäre ja bescheuert, wenn ich den einfach sein... Sein Auto kaputt machen könnte, ne? Hey, ich will eigentlich nur dran vorbeigehen und gucken. Ja, es geht noch weiter. Ne, hier geht's nicht weiter. Aber warum sollte ich auch dem Mann irgendwie sein... Sein Auto kaputt machen? Das wäre ja Quatsch. Der ist ja ein sehr sympathischer Dude. Dem ist doch egal, ob wir rum... Ballern. Solange er mitballern darf. Äh, ja. Ich, ähm... Können mir ihn irgendwann vorstellen, dass er uns auch noch hilft. Wenn man mal so weit kommt. Dass alle Bescheid wissen über das Alien. Seine Höhle hat nicht Leute in seinem Haus. Und er hat viele Verschäden, die sich irgendwo umbauen lassen. und gucken noch mal. Vielleicht ist er ja noch da. Also nicht das Alien, sondern die Leiche. Krass. Nee, die ist einfach weg. Vielleicht hat der Alien das gemacht? Nein, Vinny war richtig. Hm, nee. Oh, was ist das? Ach, das gibt einen Tipp oder was? Nee, das gibt nur die... Das zeigt einem nur, mit was man interagieren kann. Okay, ja. Das ist ja gar nicht so dumm. Kann man ruhig manchmal klicken? Ach ja, stimmt, da war ja was. Das Messerschiebeventil. Eingerostet. Aber zum Glück habe ich ja die Gleitcreme. Ja, das ist zu rostig. Wir brauchen etwas, um es zu lüben. Ja, vielleicht ist es... Vielleicht hat er was in den Dünnschissen, ne? Den braun. Wenn es kotet, dann können wir es töten. Ähm, ja, mach da mal. Danke, Apfel, Schnitzel, Tofu. Bitte erinnere mich dran, dich nie zu bestellen. Beim Asiaten. So, da ist wohl auf der Farm jetzt kein Wasser mehr da. Hm, hm, hm. Das wird nichts mehr mit dem Angeln. Hat sich ausgeangelt. Ausgeangelt. The vegetation is really dense here. I can't find anything in this bush. Ach, da könnte man ja jetzt so viel sagen, ey. Äh, 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 äh. Es sind nicht mehr die 70er. Ich spare mir die Sprüche. Was hast du, ein Beklüchter? Außerdem konnte Buschi im Irak ja auch nichts finden. So, das waren die zwei Gags, die ich machen darf. Alles anderes leider. Außerhalb der roten Linie. Ah ja, jetzt kann ich das Netz holen, ihr habt recht. Das ist eine gute Idee, da wäre ich aber auch alleine drauf gekommen. Hä, ich dachte, du hast nichts mehr. Ach, Moment. Ich verstehe, wir haben eben nicht das Wasser abgedreht, sondern wir haben dafür gesorgt, dass es sich an seiner Stelle mehr staut. Und deswegen kann er wieder angeln. Okay, es sieht aus, als hätten wir zumindest eines der Rätsel jetzt gelöst. Jetzt müssen wir nur noch in der, bei den, hier, bei diesen komischen, nicht ganz Polizisten, die Bärenfalle holen. Ja, Moment. Ja, das hilft mir ja jetzt gar nicht. Und keiner von euch kann das? Nicht mehr hier der Knödeltyp? Der kennt doch bestimmt alle Knotenvarianten. Mann, okay, ich brauche hier irgendwie sowas wie ein Messer. Shit. Ah, okay, ihr habt recht, das Haus ist frei, aber ich glaube nicht, dass man rein kann. Das würde ich mir nicht trauen. Sage ich doch. This stream passes through all the farms in the area. I guess you need a lot of water to grow good pumpkins. I was wondering, do you think the alien came here looking for our planet's water? I don't think so. Water is pretty common in the universe. I think he is here by accident. Then why is he killing people? Accident. I don't know. Maybe he's really bad at managing anxiety. It's a red car. It's a 1986 Audi 5000 CS Turbo Quattro. The engine's turbocharged and intercooled five in line. Got an ironblock and aluminum head and both Bosch K.E. Jetronic Fuel Injection. Nobody cares. Aber das wird Niels Auto auf jeden Fall. Das wird der Rode Baron. 20, 40 Jahre später, wenn er ihn endlich kauft. Genau dasselbe Ding. Okay, locked. The door. I want to see this one. I heard it's a live action movie with no human actors at all. And it's full of weird creatures. I like the concept. And the special effects are supposed to be amazing. Ja, das stimmt. Da ist, äh, ist das Poltergeist? Ja, es muss Poltergeist sein. Ah. Moment, Moment, Moment. Mann! Warum hab ich das weggeklickt? It's a movie about Vampires. I don't know, why they bother making these anymore. How come they tried to compete with the Masterpiece, that is 30s Dracula? I'm not sure. I would give this movie a chance. Your nostalgia for a past you never even lived through, could make you miss the Masterpieces of the present. Yeah, you could regret that in the future. Ja, das ist sehr deep. Ich wüsste jetzt gerne, ist das Fright Night, ne? Hätte ich jetzt auch gedacht. Aber diese, das sieht aus wie Fright Night, aber Vampire ist doch eigentlich Lost Boys. Und er kommt ja sogar aus den 80ern, Lost Boys. Also, ja, könnte sein. Komm, erzähl mir was zu Autos. It's a blue car. It's a Ford Escort 1985 Model. In this model, the previous 1.6 liter engine was replaced with a 1.9 liter GT engine. What? Ich liebe Autos. Ich beurte mich nicht, dass ich mich in die Pläne zu beurteilen bin. Ich bin nicht, dass ich die Pläne zu beurteilen bin. Hahaha! Hallo, Janette! Hallo, Leute! Oh, das ist du. Uh, Nick, oder? Ich habe bereits gesagt, wir haben diese Art von der Pläne zu verkaufen. Oh, well... Ja, ich weiß. So, are you trying to buy adult magazines from the comic book store? Das ist keine Ahnung von dir. Okay... Are you going to buy something? No, ich meine... Maybe. Dann, wie kann ich dir helfen? Ich habe schon gesehen, dass ihr etwas Ungewöhnlich ist? Ja... Ja, etwas hat sich an der TV ein paar Minuten ein bisschen vorgelegt. Ich kann nicht sehen, die 50-50. Ich meine, look! Es ist nur das steigen Test Signal darunter. Was glauben Sie, Leute? Was ist das Werk der Alien? Ich glaube nicht so. Die S&PTE-Color Bars sind bei der TV-SATA-Berät. Ist gut nie jetzt! Können wir Sie später? Nein! Wenn Sie etwas kaufen, Sie müssen es jetzt bezahlen. Wir haben keine Geld mit uns. Wenn Sie keine Geld haben, vielleicht Sie haben etwas, Sie wollen in der Emerald Trading Club. Wie funktioniert der Trading Club? Es ist ziemlich einfach. Wenn Sie ein Comic, ein Buch oder ein Video Game Cartridge haben, Sie können es für etwas anderes, von der Emerald Trading Club Box. Of course, Ihre Sachen muss in guter Weise sein. Keep in mind, dass dieses Service ist nur für regular Kunden, die Teil der Emerald Club sind, oder, wenn Sie bei einer unserer Partner-Kartner Programme. So, wir können es, nicht? Wir kommen hier oft! Natürlich! Wenn Sie Ihre Emerald Club ID haben, oder die Idee eines Kundenprogramms mit einer unserer Partner-Kartnern haben. Ich wusste, dass es nach der »Of course!« »Wie sind Ihre Partner?« Mark Worland, Toy Camp, Ponies & Co, die Laser Llama Arcade, der Booze & Boobs Club, und letztendlich die nationalen Double-barreled Shotgun-Katholic-Association. Das sind alles Verbindungen, die auf die Leute passen, die wir schon getroffen haben. Welcher Comic würdest du uns empfehlen? »Ich liebe uns!« »Ich liebe, Rocko vs. zu Alien« »Idnabr Sadness« »Mit ist eine erforderung.« »Mit ist sicher?« »Nusten Sie sicher?« »Mit ist « schlecht». »Nusten Sie exatamente diese Nase« »Mit ist richtig gut, »Mit ist wichtig, 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 »Mit ist wichtig« »Mit ist wichtig, War das auch nicht? Ja! Oh, und der Plottwist im Endeffekt! Du wirst es lieben, wenn du einen Softspot für emotionalen Momenten hast. See you later! Der Spiderman? Aber wer ist das? Der graue Dödel? Diese Store hat viel Merch. Ich erinnere mich, wenn es nur Comics war. Spiderman? Green Lantern? Joker? Das ist schon lustig, wie man trotz diesem Reduzierten eigentlich viel erkennt. Das hier weiß ich nicht. River Raid oder 1942? Vielleicht Pitfall? Pitfall könnte sein. Pac-Man? Das ist schon lustig. Deswegen bin ich auch so gut in Name the Game. The Game with Name Games. Guckt euch das mal an, wie ich da meistens... äh, mein... wie ich behaupte. Sagen wir es mal so. Most of the comics here are good reading material. But the killing Jape? The amazing arachno dude? What were they thinking? Did you just badmouth the killing Jape? You're right. I take it back. Death of Super Sam is still dumb though. No way that's gonna stick. Man weiß nicht. Äh, meinen sie die Originale? Oder halt diese verballhornten... I... I... Drödel-Dödel-Versionen, die sie hier nennen. Äh, das auf jeden Fall erkennt man natürlich, ne? Killing Joke und so und Death of Superman. So many games to play. When I grow up, I gotta have a shelf like this. There are so many Galaxy War Toys. There is no way you could collect all of them. I... If you start now, you'll eventually collect them all. Yeah, it's not like they'll keep making them forever, right? Ja, hättest du die mal alle gekauft, kannst du schön gut weiterverkaufen. TIE Fighter, okay, genug davon gesehen. Ja, ihr habt schon recht, das ist derselbe wie der, nur der ist halt kleiner und digger. Da hätten sie sich aber auch noch mal einen weiteren ausdenken können. Also bitte, jetzt habt ihr alle Uniken, bis auf den einen. Das ist doch lame. Ja, schade. Hier ist nicht, äh, nicht die erwartete Hilfe gekommen. Ah, dieses Film ist wirklich episch. Es betrifft homage zu so vielen alten Klassiken. Ich denke, das ist, warum es so gut ist. Nein, Killing Joke ist nicht overrated, Colonel Hogan. Das ist ein guter, ist ein gutes Comic. Ich mag das. Kevin Smith ist auch... Ja, aber... Das ist aber nicht Kommandos, der ist Barbarian hier. Conan. Okay, dann reden wir doch jetzt mal mit dem. Der ist auf jeden Fall suspekt. Er hat einen mobilen Telefon. Wow! Dieser Mann muss aufgeladen werden. Oder... er hat ihn verholt. Er sieht schuldig, aber das ist nicht eine valide Reise, jemanden zu spüren. Ich finde, um das noch kurz zu sagen mit Kevin Smith, ich finde den Comic besser als den Film. Also, das ist klar, aber... Der Comic ist super, finde ich. Der hat ihm im Grunde gesagt, dass du gut aussiehst. Das ist ein Fünfer. Wir haben diesen Hydrogen ein paar Mal in der Vergangenheit geöffnet. Sechs Mal. Das letzte Mal hat uns wirklich Probleme gemacht. Wie zum Beispiel mit dem passenden Schraubenschlüssel. Das hat keine Nummer 5-Bolze. Was machst du? Keine Kinder zu erlauben. Geh verloren! Okay. Das ist so krass, ne? Für mich ist er nicht. Nerd Shop. Eine Bar. Und anderer Kram, wo wir nicht reinkommen. Jetzt können wir noch zur New Frontier-Ecke gehen. Was ist hier? Brücke. Oh, die Brücke. Gucken wir uns auch nochmal an. Das ist echt schade, ne? Ich habe hier bei Earls Farm echt schon was rausgekriegt. Aber ich muss wahrscheinlich hier nochmal bei einem von diesen drei Dingern die Shanties. Hier vielleicht muss ich ein Messer finden. Ich habe einen Eddy Raid verpasst. Ach, das ist aber nett. Vor 6 Minuten! Liebe Eddies! Das ist so lustig. Wenn ich liebe Eddies sage, ist das wie Cyberpunk. Kohle. Ja, aber liebe Eddies, wir spielen hier gerade eine Art Stranger Things als Spiel. Ein Alien ist mehr oder weniger auf der Erde und hat schon vor unseren Augen einen gemetzelt. Mehr wissen wir nicht. Jetzt versuchen wir diverse Waffen zu finden, um es zu captchern, um es zu gefangen zu nehmen. Und zwar ein Fischernetz, was wir da auch schon gefunden haben, als Hängematte zweitverwertet wird an der Farm. Und eine Bärenfalle, die wiederum auf der Polizeistation neben dem Bären liegt, den sie da gerade gefangen haben. Allerdings will die mir natürlich keiner geben. Und das dritte war ein Loch. Und dazu muss ich so einen Typen bei seinem Problem helfen. Und dann entsteht für mich ganz natürlich ein Loch. Tja. Karl! Karl! He seems busy sorting his tools. Hello! Hey, kiddos! What do you need? Have you seen anything unusual tonight? Oh, I know what you mean! That's your star was freaking huge! I was so distracted by that almost cracked the van. You saw it too, right? Yeah, we saw it. Did you notice anything unusual afterwards? Temperature dropping, radio malfunctioning, compass going crazy? No. Why the hell would I carry a compass? Clerks 3 ist da? Echt, Colonel Hogan? Okay, 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 okay. Ich guck's mir an. Ich mag diesen Kevin-Smith-Hate genauso wenig, wie ich den Kevin-Smith-Hype früher mochte. Aber ich finde, der ist ein guter Typ. Ich guck mir seine Sachen gerne an. Es ist halt schade, dass er sich irgendwie seinen Ruf so ruiniert hat, dass der auch nichts Gutes mehr machen darf. Aber der ist ein super Autor. Ähm, aber ja, Clerks 3 würde ich mir noch angucken. Aber ich muss sagen, der zweite war schon echt auf... Der war schon echt auch zu derbe und auch ein bisschen zu dumm. Mal gucken. Also ich finde, der erste und Mallrats sind immer noch super. Dogma ist einer der besten Filme aller Zeiten. Aber, ähm, Clerks 3... Ich guck ihn mir an. Wenn du geweint hast, Colonel, dann guck ich ihn mir an. Ist die Brücke broken? Unter Untertitelung. Es ist nicht das gleiche als broken. Aber... Ich gucke dir das Idiot Andrew noch ein paar Minuten. Ich bin sicher, dass er es wird. Können Sie den Brücke? Ist es eine Emergency? Ist eine Invasion? Ist eine Alien Invasion? Hm, nein. Wenn eine Alien Invasion ist, ich glaube, der Brücke wird die neue Inter-Galatik-Administration gewechselt. Sie sind ziemlich beschäftigt. Ist es eine Möglichkeit, wir können helfen? Ja. Siehst du den Kinney-Galat da? Ja. Das ist André. Kannst du bitte sagen, dass er den Kabel ist? Er ist colorblind. Okay. André? Ich habe ein paar Kinder zu finden, den Kabel zu finden. Das grüne Kabel zu finden. Bitte, nicht auf diese Zeit. Tschüss. Tschüss, Kinder. Es gibt drei von uns, aber er ist ein Junge. Hallo, Herr. Hey, Kinder. Du da bist. Ich rede jetzt erst mal wieder mit allen. Hast du heute noch etwas ungewöhnlich gesehen? Du da bist. Du bist ein ganzes Schiff. Du bist denn? Ich mache dir ein bisschen. Dich. Du bist ein paar Brücke. Du bist ein paar Brücke. Das ist ein paar Brücke. Ich weiß. Ich weiß. Du bist ein paar Brücke. und Unterweiten. Ich würde sagen, es ist ziemlich easy zu verstehen für jemanden von einem jüngeren Alter. Es ist nicht wie, ich weiß nicht, boole an Algebra. Oder Mädchen. Können wir dir helfen mit etwas? Nicht in diesem Moment. Ich denke, ich habe alles unter Kontrolle. Alles ist gut. Gut und dandy. Du hast keine Ahnung, wie du startest. Nein, keine Ahnung. Der Mann hier hat mir gesagt, dass ich das Kabel auf dem du brauchst. Oh, ja. Ich zeige ihm das Falsche, oder? Ja, ich zeige das Falsche. Well, das ist etwas Neues. Du hast ein Auto da oben, um mir die Wälder zu passen. Warum reden die nicht miteinander? Wie so ein Ehepaar, was kein Bock hat aufeinander. Aber so kriege ich den Schraubenschlüssel. Hallo. Hey, Mädchen. Was brauchst du? Andre hat mir gesagt, dass ich dich für den Wälder gefragt habe. Okay, gib mir einen Moment. Hier geht's. Andre, ich schreibe dir den Wälder, den du gefragt hast. Jetzt gebe ich ihm den Falschen. Jetzt gebe ich ihm den Falschen. Okay, lass uns sehen. Haha, es ist auf jeden Fall nicht besser geworden. Hey, es ist etwas lustiges passiert mit dem Bruch. Es ist ein kurzer Circuit. Du solltest es kontrollieren, bevor alles Feuer fährt. Du wirst zu viel wissen. Was sagt mir, du hast etwas zu tun. Es war alles meine Falsche. Ich habe ihm den Falschen falsch gemacht. Tony und Nick haben nichts zu tun. Es war nicht meine Falsche. Es war nicht meine Falsche. Wenn es jemanden's fault ist, es ist meine. Ich habe nicht die Falsche. Du warst nur zu helfen. Du warst nur zu helfen. Anyway. Es ist wirklich gut, zu sehen, dass du die Verantwortung für deine Aktionen hast. Und nicht versucht zu. Carl, bist du da? Ja, was passiert? Was passiert? Ich denke, dass sie Feuer fangen. Kannst du dir helfen? Oh mein Gott! Ich will von den beiden einen Podcast hören. Ich will die ganze Zeit nur, wie sie über irgendwas streiten. Was machst du? Hast du versucht, den Bruch anbauen? Es ist nicht meine Falsche. Diese Dinge sind zu kompliziert. Wie in der Hölle hast du das Feuer mit nur den Wren? Manchmal denke ich, dass du ein Gremlin in den Skagen bist. Gib mir etwas Raum. Ach herrlich, Leute. PrimeHunterTV, danke für dein Abo zum siebten Monat bereits. Kann ich hier noch irgendwas klauen? Ich habe ja schon den Schraubenschlüssel. Das muss ja reichen. Das ist die Stadt Willkommen. Mit einem message, das nur die Rivalität zwischen uns und North Forest. Die Verkunft zwischen South Plains und North Forest dates von der very founding of these towns. Aber warum all the hate? Apparently, they both declared themselves the friendliest town on earth at the same time. Really? Das all? Well, that escalated into a very serious vendetta and a series of killings that decimated both towns' populations. So that's how it all started. Indeed. I'd like to tell you more about our town history, but in the 19th century, the official records were vandalized and all the pages were changed to North Forest rules, jerks! The cable is secured with a plastic security seal. I can't take it off. Those things are designed to be almost impossible to break with your bare hands. Don't try using your teeth. My cousin lost two trying to cut one of those. You broke it. We fix it. Okay. Also, das hat... Oh, vielleicht... Komm, wir machen nochmal den Van auf. I can't do that with the owner around. Besides, I don't know how to drive. I do. Should I state that being chased by the police would not help us capture the alien? I don't know how to drive. I don't know how to drive. Das war eine gute Idee, aber leider haben die Entwickler nicht so smart sich das zusammengereimt wie ich. Hier kann ich das Ding auch nicht benutzen. Das sind die Häuser. Da gehe ich gleich hin. Ist da irgendwas am Wohnwagen? Nicht, dass ich wüsste, ne? Hier hilft uns leider der Schraubenschlüssel auch nicht. Vielleicht bei der Lovers Lane. Vielleicht können wir damit noch einen der Autoreifen oder so irgendwie. Also wenn wir den Scheinwerfer anmachen, wird der hier sicher abhauen. Denn da hat er gar keinen Bock drauf. Innerhalb des Lichtes sein Kuitus zu vollziehen. Es sei denn, er ist Darsteller. Aber nicht in den 80ern. Es ist nur ein Paar. Obwohl, wenn wir in einem Horror-Movie wären, würde der Alien jetzt aufhauen und sie töten. Ja, und... Warte einen Moment. Das ist Brandon, meinem neuen Freund. Er schützt auf sie? Und mit Sophia Lombardo? Ich wusste, dass er ein Scheinwerfer war! Was müssen wir tun? Nichts. Ich werde ihn ausreden. Ich will, sie das mit ihren eigenen Augen sehen. Warte. Okay, wir gucken mal bei Nick vorbei. Kek... Kekke? Ich kann nur einen schlechtere Hedge sehen. Diesen kinder Schraub ist wirklich tief. Buxer Sempervirens. Normalerweise wie Buxwood. Der Hedge ist zu tief, um etwas zu finden, ohne zu wissen, wo du sie schauen solltest. Hm, okay. Oh, ja, komm. Erstmal hören wir uns alle Infos zum Käfer an. Auch ich weiß, dass das ein Beetle ist. Schade, dass er in wirklich schlechten Form ist. Es ist ein Schade. Dieses Auto ist ein Klassiker. Nein, Vinny. Du kannst Dinge aus meinem Haus stehlen. Nick ist hier. Sie ist immer beschäftigt. Er hat drei Brüder und eine Freundin. Das ist ein guter Weg. Ich wollte sie nicht angrapschen. Ich wollte mit ihr reden. Hallo! Ich versuche hier zu sprechen. Nein, ein Freund von meinem Bruder. Ja. Nein, derjenige wie ein Lizard. Nein, derjenige wie ein Lizard. Hey! Ich bin noch hier. Ich bin auf dem Telefon. Ich dachte, ich war derjenige wie ein Lizard. Wir haben gerade gesehen, Wir haben gerade einen Branden verletzt auf dich mit Sofia Lombardo. Hör auf. Das ist wahr. Wir haben gerade ihn gesehen. Wir haben gerade ihn gesehen. Nick, ich weiß, dass du nicht möchtest, aber du solltest nicht so sein. Aber das ist die Wahrheit. Du wirst sehen, dass Brandon ein guter Mann ist. Du solltest ihm eine Chance geben. Er ist auf dich. Er ist auf dich. Sorry, ich glaube nicht. Die Stimme ist auch geil. Man kann den Kaugummi im hinteren Nacken kann man richtig hören. Kevin sitzt nur da und will einfach nur nicht allein sein. Wer mit ihr sprecht? Niemand von deinem Business. Es ist Rebecca Waterson, oder? Sag ihr, ich sage Hi. Mein Bruder sagt Hi. Nein, Nick. Sie fragt mich, dass du, sie zuhören. Ich habe keinen Freund, der neben ihrem Haus wohnt. Welcher Freund? Willy Wilson? Das ist das peinste Name ever. Okay, also das Snitchen hat nicht funktioniert. Das ist Kevin, der kleinste von den Guerreros. Er mag Anarchie für seine Zeit sehr viel. Hallo. Hi, Leute. Warum sitzt du da einfach? Wartet auf meine Zeit, um das Telefon zu nutzen. This week's rotation, to use the phone, is Mom, Diane, Dad, Nick, Diane, Billy, Tom, Diane, 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 and me. So I'm next in line. Why so many Diannes? Is that not unfair? It used to be just Diane. Believe me, it's much better now. Why do you want to use the telephone? I want to enjoy the delights of spontaneous comedy. What does he mean? He wants to make some prank calls. He takes this so seriously. He'll spend hours calling the same number. Who are you planning to call? Today, it's the morgue, the funeral home, and the cemetery. This week has been all about dark humor. Yeah, it's starting to get old. If you have a number, I'm open to suggestions. Have you seen anything unusual tonight? The hamster was already dead when I arrived. What? Nothing! Goodbye! Bye, guys! It's Nick's family. In the picture, Nick's with his brothers, Billy, Tom and Kevin, his sister Diane, his mom and his dad, who's sporting a totally convincing blonde toupee. Can I use your phone? No, it's my turn after Bill's. And his turn is after Tom's, whose turn is after Dad's. We might be able to use the phone tomorrow around 5. Might. Okay, gut, gut, gut. Das hier ist eindeutig so ein, ja, so ein Plastik-Weihnachtsbaum. It's a pink Christmas tree. Why would you have a pink Christmas tree? It was cheaper. Plus, Christmas trees are a pagan tradition. If you're going to piss off God, you may as well save some money in the process. He's right, surprisingly. Da ist natürlich einer der Brüder drauf. Das habe ich genauso auch erwartet. Tja, so ist das mit vielen Kindern. Keiner hat Bock. Okay, also wir können hier leider nicht viel machen und sie glaubt uns, diese eine geile Geschichte, die eine geile Geschichte, die wir parat haben. Ist er blind? Nein, er schaut seine Ben-Hur-VHS-Tapes. Wenn er in dieser Mood ist, kann er nichts anderes fokussieren. Achso, Nick hat Hausarrest. Okay, also, ist ja lustig. Ähm, ja, okay, hier war jetzt leider nix. Nix. Ja. Aber, vielleicht wieder im Mülleimer. Da habe ich bisher die besten Sachen gefunden. Danke, lasse Mac fly. Wenn wir etwas rausziehen, ist es nicht sinnvoll. Ja, haben wir reingepasst? Krass. Aber... Es ist Nick's Trashcan. Lass mal gucken. Hey, stopp dich durch meinen Trash. Nicht wahr, dass ein Mann's Trash ist ein privater Haus? Also, wir müssen hier nochmal ohne ihn hin. Ah, hier ist Robert. Der weiß sicher mehr. Hallo. Hallo. Sind Sie Gobel? Nein. Die Stimme. Das ist genau, was ein Goblin gesagt hat. Den finde ich sehr gut. Ey, die Stimmen haben sie hier echt gut gemacht. Also, genau, genau so, so am Grenzbereich. Ich bin ja. Sie sehen, etwas Ungewöhnlicher heute Abend? Lass mich versuchen, mich zu erinnern. Oh, ja. Ich erinnere mich, dass ich eine Fähre gesehen habe, heute Abend gesehen habe. Eine große Fähre Mechanical Killer? Fairey Are you on something guard there wasn't no mechanical killer fair it was just a regular fairy What did it look like Where did you see it You were flying around in the nice sky and then yes somewhere around here I was looking for until you goblins showed up the goblins You have discovered us we are goblins Those are leprechauns The ones with the pot of gold those are leprechauns yeah, we don't even have a credit card Gold I don't know we can tell you to burn stuff or you can help us to complete deeds for a big magical reward Know how your magical rewards work I'm not gonna help you goblins Y'all trying to cheat me Are you drunk Let me think about it Maybe Yeah, 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 I'm drunk You know anything about the message on the wall Yeah, it was mr. Morrison used to be a nice guy used to make some real good pasta He didn't hit a left over was always a delight then what happened? I don't know I don't know one day he became a nut job And believe me my standard for defining the same person are extremely low Suddenly he believed in all kind of crazy conspiracy than weird mumbo-jumbo Oh It is sad to see a man that can't differentiate between reality and fantasy Why are you mad? Is he still your pot of gold? No, I'm just curious Oh man ey And that's what he would never have to do so well You do something other than drinking in the street? Well, I collect pony trading cards Isn't that thing like super lame? No, and it's not cool to bully someone because he likes something you don't Exactly You are a very smart and kind goblin Besides The pony trading cards are not for me I sell them to the girls at the school exit And with that money, I'll go to the Boe's and Boe's Club It's a great club You will never get what that place is all about I have an idea You defend me I like you smart goblin Take this With that, you get some free drinks at Boe's and Boe's Club Then I don't get free boobs No, you need a platinum card for that Okay, also super interessant Wie erwartet Good bad little goblins Kann mir der Kollege auf jeden Fall ein bisschen helfen Er hat also zum einen diese Pony-Geschichte Ihr erinnert euch vielleicht Vielleicht nicht die Eddies Die sind vor einer halben Stunde ja erst gekommen Aber wir suchen auch Eine Zugangskarte für einen Tauschclub Unseres örtlichen Comic-Ladens Und dafür Gibt's verschiedene Varianten, wie man den bekommen kann Einer davon ist Karte von diesem Boe's and Breast Laden zu haben Und eine andere hat irgendwas mit Ponys zu tun Also Irgendwie ist da eine Verbindung Ähm Okay, danke an Erko Danke für dein Abo Auch schon sechs Monate dabei Äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast Den Button zu drücken Ich hörte, er hat sein Haus, oder? Er ging in Bananen Ich glaube, er ist in einem Krankenhospital oder so Als es die in den USA noch gab Ja Als man sie nicht einfach alle nach Florida geschickt hat Okay Ähm, ja Jetzt haben wir aber Nick, haben wir Tony, gehen wir gleich Winnie waren wir schon Wir dürfen ja bei uns gar nicht hin Also gehen wir auch nochmal Hier Also ich hab das Gefühl, dass wir nah dran sind An des Rätsels Lösung Zumindest Was eine von den vielen Rätseln angeht Aber es fehlt noch irgendwie was Ein Item Ein Wissen fehlt noch Was bringt mir diese Clubkarte? Na okay Um ehrlich zu sein Sollten wir erst Genau Äh, Tony Heben wir uns auf Und wir gehen dann erstmal hier Wohin mal Wo war das nochmal? War das hier, ne? Zur Bar Und gucken, ob wir mit dieser Karte irgendwas machen können Wir können ja sagen Wir sind 25 Zeigen die Karte Das müsste klappen So schade, dass das mit dem Feuerhüt dran ist Ich kann's kaum glauben Das hat nicht Was machst du? Keine Kinder Ach Das Spiel, dass wir zu den Boos und Boob Club Daher Das wird nicht so viel helfen Ach, weil das eine andere Bar ist, ne? Old Joe Spa Boos und Boob Au, warte Ich hab ne Idee Vielleicht können wir jetzt in diesem Nerdladen einkaufen Der ist doch hier auch Ähm, da werden gerade gute Serien gesucht In meinem Chat Auf jeden Fall Umbrella Academy ist super The Boys ist Mua, Sahne Da kannst du dich reinlegen Wie in so einen guten Auflauf Äh, Rick and Morty Muss jeder Mensch auf der Welt eigentlich gucken Ähm Ja, das muss reichen Welcome to the Emerald Trading Club, Sir Do you have any comic, book or a video game cartridge you want to trade? Maybe Um ehrlich zu sein Nein Kann ich hier nicht irgendwas davon klauen? I'd have to pay for them And they're expensive Okay, ne Äh, okay Wir können jetzt tauschen Jetzt müssen wir einen Weg finden zu tauschen Wer könnte denn Ich weiß, ich weiß, ich weiß Wer könnte denn Videospiele zu Hause haben? Eigentlich nur er hier, ne? Ähm Also gehen wir mal bei ihm vorbei Und vielleicht Können wir ihm ein paar Videospiele abklauen Äh, abzocken Abschwatzen Oh, ist das furchtbar Oh, ist das furchtbar Oh, das ist wichtig Oben Die können wir gebrauchen Oben bei dem Lovers-Gedönse Wo der Scheinwerfer ist, glaube ich Oh, ist das furchtbar Hallo Hallo Hey, äh Ich habe dich vorhin Du bist das Kind neben der Tür, richtig? Du живst mit der Äh, mit der Mit der alten Deathlady Ja, sie ist meine Grandmother Her Name ist Ophelia Mein Name ist Tony Und nein, ich bin nicht besuchen Ich live mit ihr Cool Well, das war ein paar Informationen So, äh Mein Name ist Gary Wilson Du kannst mich Gary Ich arbeite in der Videogame Industrie Meine Frau ist Victoria Wilson Ich live mit ihr Und sie wird Möge mich Wenn ich nicht diese Weihnachtsfeier heute Nacht Ich sehe, dass du hast ein Problem da Ja, ich habe ein Problem mit diesem Kabel Und jetzt ich kann den plug mit dem Ich denke, ich brauche ein Kord Hast du genug Kabel da? Ich bin Believe mich every time ich versuche zu entangeln das es einfach wird schlimmer Das ist wie ein Kabel Vanaconda Kabel Have you seen something unusual tonight other than this extremely complicated mess No, not really am I missing something no, not really But if you happen to see an alien creature, please tell us I'll be sure to let you know What video games have you made? Oh Well, I've made many games. The last game I was involved with was maze quest the stone world There's real life treasure for the players brave enough to beat it That game is extremely unfair and the clues it gives are insufficient to correctly solve a puzzle No, 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 you will realize there are subtle clues in the comics toys and cereals and how to beat the game Do you know how expensive the comics toys and cereals are? Yep, that's why we made the game that way I heard the game is impossible You want to know how to beat it? Let's make a deal You bring me an extension cord and I'll tell you how to solve the unicorn riddle Can you tell us how to find the unicorn too? No, I wasn't involved in that part of the game But it can't be that hard Das ist interessant, jetzt habe ich gleich mehrere Varianten Also wir haben diese rote Lampe vielleicht für diesen Lover Squirrel, für diesen Scheinwerfer Und das knutschende Pärchen, die können wir damit vielleicht verscheuchen, ich weiß es nicht Dann haben wir jetzt eben den Entwickler des Videospiels, bei dem wir im Wohnwagen auch schon hingen Da ist genau nämlich das ein Problem, dieses Einhorn, das Rätsel lässt sich irgendwie nicht lösen Außerdem, irgendwas war noch Wenn wir vielleicht ein Spiel von ihm kriegen oder wenn wir das Spiel von dem Wohnwagen Fuzzi am Ende bekommen Dann können wir es eintauschen Das heißt, wir machen Video-Games ist so lustig, wie es so aussieht Ja, machen Video-Games ist großartig, du magst du kodieren? Nein Du magst du kodieren? Nein Du magst du kodieren? Du magst du kodieren? Nein Dann Du magst du kodieren so viel Das kam jetzt aber wirklich über die Meta-Ebene von den Entwicklern Und genau das dritte war ja das Verlängerungskabel, das ist ja bei den Bauarbeitern Dafür brauche ich allerdings irgendeine Art von Messer oder Schere, die ich auch gebrauchen könnte für die Hängematte Also habe ich halt leider nicht Hm Ja, okay Hier muss doch irgendwo vielleicht auch ein Videospiel noch sein Es ist Tony's Computer Er hat einige ziemlich cool-Games Es ist ein Commodore 64c Es hat eine ganze 64 Kilobyte von RAM All the memory anyone would ever need on a computer I wish I had one of these at home I would be playing all day long I heard there are really good graphic adventures for personal computers They're like a movie But a video game Nah, graphic adventures are lame I like racing games This is no time to play with the computer You always come up with the lousiest excuses to keep us from playing with this thing I think preventing an alien invasion is a pretty good excuse Ja, okay This is a great movie Did I tell you that it's based on the 60s short story 8 o'clock in the morning? Nee, das wusste ich auch nicht You already told me that Many, many times I liked the aliens costumes I turn it on Nee Kannst du den Computer nicht ausmachen? Ah nee, okay Dann will er spielen Ähm, was ist hier? I have no idea what this is What is it? I've explained what this does At least a half dozen times We're not going through it again Can we use it? No Okay, na gut Ah, da hab ich ein Spiel May I have it? Yeah, sure But I have to warn you My cousin gave it to me because it's broken Supposedly when you turn it on The screen just goes blue or white I guess he wanted me to repair it But I don't have anywhere to test it Ich hab doch ne Konsole Great idea If the alien comes from space Chances are he's been exposed to all kinds of radiation We should be able to detect him with this Him or his spaceship His ship, his pet, his socks Anything that came from space Should have higher rad levels than normal And set off the Gager-Counter The faster and louder it beeps The closer you are to the radioactive source Heh, rad levels Ach, er ist so booty Ähm, ja okay Jetzt haben wir sehr, sehr viele neue Sachen entdeckt Die wir wahrscheinlich jetzt auch gleich mal benutzen Ich will aber vorher noch mal gucken Ich denke, deine Grandma ist ein Soap-Opera Oh ja, sie mag Malcolm Crest Malcolm Crest's socks Du solltest sie erzählen, sie zu Maria Maria und die Marias Du hast Soap-Operas? Nein Nein, meine Mutter macht es Okay, Moment Äh, wo gehen wir zuerst hin? Erstmal hier hoch zur Lover's Lane Mr. Lover, Lover Ohm Und dann werden wir unter anderem das NES-Modul probieren Und Ich dachte mir, mit dem Geigerzähler in den Wald gehen Könnte doch auch was bringen Okay, ich kann ihn aber auch nicht mehr ausstellen, oder? Dann muss das ja so sein Ja, ja, aber es würde ja eigentlich jetzt bedeuten, dass man es hier immer wärmer macht Und dann wird ihnen heiß Und dann, ja, dann machen sie eigentlich genau das, was ich nicht will Dann ziehen sie sich aus Oh, die... Oh, das ist interessant Davon ne Scheibe Mann, ich brauche aber was Scharfes Nichts davon hilft mir hier, glaube ich Und man, das macht mich echt fertig, dass ich hier keine... Dass ich das zerbrochene Glas nicht nehmen kann Ich brauche doch nur was zum Schneiden Ah, da wird weiter der Presslufthammer Ausprobiert If this van's rocking Don't come knocking Ja, jetzt haben wir hier zwar ein Rätsel angelöst, aber nicht wirklich was gemacht Dann gehen wir jetzt zum nächsten offenen Moment Und zwar hier bei unserer Tauschbörse Haben wir hier jetzt... Oh, warte, warte Nein, 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 nein Bevor wir das abgeben Gehen wir erst nochmal in meine Bude Ich darf zwar, weil ich ja eigentlich gar nicht draußen sein darf Wie jedes Kind in den 80ern nie draußen sein durfte, scheinbar Also in Filmen Ich will eigentlich genau, ich würde gerne... Machen wir gleich Wir sind im Baumhaus, okay Das ist wie die Tadis Einfach viel, viel größer drinnen als draußen Und dann gehe ich in meine Wohnung und gucke mir das schnell an Das ist so, wie es scheint Okay, hier ist auch noch die Karte Lover Slain Hier ist der Stier Hier oben ist die Armee Okay, okay, sehr interessant So Diane ist so bad And so smart And so hot Why couldn't we find an Alien like her? Ich reminde mich, dass sie ein evil Alien-Military Scientist With intent to enslave mankind Ich lasse sie es mit mir Beutekiste Okay Okay The only thing left in here is my broken Polaroid camera It's not broken anymore I fixed it Well, kinda You can only take pictures and ambiances that are mainly illuminated by infrared lights But it's better than nothing Where are the rest of the things we usually store here? Oh yeah, I took some stuff home I hope you don't mind You even took my extra pair of glasses Yeah Did you know that if you point him at the right angle on a sunny day, you can burn ants? Das ist so lustig auch, weil das viel über ihn aussagt Er ist ja der, der in der Shanty Shantytown lebt Der viele Brüder hat Die Eltern sind arm Er hat nix Deswegen klaut er die ganze Zeit Bei allen Leuten Er klaut dem einen seine Erwachsenen Comics Er klaut hier alles aus der Beutekiste Äh Das ist schon irgendwie cool gemacht, find ich Also, find ich schon So Ich will aber nicht zur Straße Mann, ich will doch einfach nur nach Hause Aber man kommt hier nicht über das Fenster zurück Okay Shit Ja, vielleicht kann ich ja doch über die Haustür Ja, okay, kennen wir schon Ja, schade, weil da ist ja das NES Ich würde es gerne ausprobieren Andererseits, dann nehme ich das einfach zum Tauschen So, machen wir das Wir machen noch mal ein paar Minuten weiter Weil ein, zwei Rätsel will ich schon noch lösen Aber wir entwickeln uns doch hier so langsam nach vorne In diesem Doch, äh Ich finde sehr gelungenen Retro Pixel Adventure Was Nicht so schwer ist Und das machen wir natürlich auch gleich noch Die Polaroid Kamera ist ja klar Wo wir die brauchen Wollt ihr dein Spiel in der Trading Club Ja Es ist ein tolles Spiel Well Erstens Wir müssen sehen, ob es funktioniert Reinpusten Alles wird einem hier sehr schwer gemacht Ich werde mein Spiel behalten Auch wenn es nicht funktioniert Okay Hm Vielleicht brauchen wir es für irgendwas anderes Ähm, okay Jetzt gehen wir zu der Lover's Lane Ach Äh, ich wünsche es gäbe einen schnellen Button Für die Karte Weil das irgendwie hier Ihr seht es ja Teilweise ein bisschen doof ist Sich hier zu manövrieren Aber Naja Ich kann das ab Das halte ich aus So Jetzt machen wir das Mich ärgert es immer noch mit dieser blöden Glasscheibe Weil damit könnte ich ja sonst So easy mit diesem Splitter Mir das Verlängerungskabel holen Und schon werden ein paar Rätsel Angelöst Es kann nur Bilder von Objekten Die sind grundsätzlich Illuminatet Und es ist nur ein Film In der Kamera Also Ich mache es besser Okay Damit ich ans Telefon kann Mal sehen, ob das mit Infrared Licht funktioniert Wie du sagst Perfect I told you But Why do you want that picture? I thought that Nick was the pervert Don't be an idiot Now we have proof that Brandon is secretly dating Sofia Lombardo Who the hell is Sofia Lombardo? You don't know her? She's the cheerleading captain No No idea who she is Es passt auch sehr gut Dass der Nerd halt einfach Alles weiß Über jeden Dreck Aber nicht Über soziale Wichtige Dinge Die in dieser Zeit Für ihr Alter Wahrscheinlich wichtig sind Zu wissen Was sind die sozialen Zirkel? Okay Moment Wir haben das Ding Also wollen wir zu Nick Es scheint zu laufen Leute Oh Spannend Look what we got here What do we got here? Yeah What did we get? I don't know A spear? It has a weird shine to it This definitely came from outer space Do you think it's linked to the alien? I don't know It has some kind of button here I wonder what would happen If I pressed it Quick hide Das ist doch fake Der hat doch hier Stöckelschuhe anhohe Und das ist doch alles fake Das ist doch kein echtes Alien Andererseits Hat es jemanden umgebracht Was auch das ist Er schaut es Okay Okay Jetzt haben wir einen Weg Um die Aliens zu bemerken Nur nicht das Button wiederum Bis wir unsere Trappe haben Okay Sehr gut Also es wird hier langsam Mal weiter Wir kommen immer weiter Und offensichtlich vermisst er Seine Clownsnase Und deswegen Wenn man die drückt Auch schön Dass bei Nick wiederum Selbst der Vater Kein Interesse daran hat Und gar nicht weiß Wo Nick ist Das passt alles so gut Zu diesem Klischee Aber sie haben es echt Schön umgesetzt So Jetzt zeige ich dir Das verdammte Foto Glaubst du mir jetzt Ich lüge nicht Alter Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet Hier hat hier jeder Eine Waffe in der Gutsu USA Wow Ihre sister Is about to Commit a murder Aren't we Supposed to Do something About that Ah She won't kill him She's done this before Twice Oh Is anyone In your family Not a potential Psychopath Am I the only one Thinking about the missed Opportunity of having a Firearm with us While looking for a Killer Alien To be honest No Oh das ist der dumme Kevin dran Aber das ist ja okay Wir brauchen für ihn ja Ein neues Opfer Zum Terrorisieren Das heißt wir brauchen Eine Telefonnummer Haben wir aber nicht Vielleicht hier Ja da ist Deswegen das einzige Wo eine Telefonnummer Drauf sein könnte Oh Vielleicht müssen wir Diese Das Videospiel Ähm Wenn wir das gelöst haben Da muss man ja anrufen Vielleicht müssen wir Kevin auf sie hetzen Was du kannst sie nicht Du kannst auf Kevin Kein Top Gun spielen Okay wir können also Das Alien rufen Wir haben Willst du vielleicht den haben Also sehr interessant Wir haben ein Rätsel So ein bisschen gelöst Aber eben nicht ganz Wir wissen auch Wo viele Sachen zu holen sind Aber nicht Wie wir sie kriegen Es ist einfach noch Nicht hundertprozentig Fertig hier Dem Bruder Das Sprung Ding geben Ha Habe ich gerade versucht Genau Aber zwei Zwei Idioten Derselbe Gedanke Okay Wir brauchen immer noch Ein Verlängerungskabel Ich gucke jetzt Erstmal was bei der Lovers Lane ist Das Auto Das Auto müsste jetzt ja Weg sein Ja Aber leider kann ich Immer noch nichts Ich dachte wenn das Auto Weg ist kriege ich Vielleicht hier noch Irgendein Kram Vielleicht liegt hier Irgendwas Aber nee Nix liegt hier Da kann man auch Nix machen Ja Ich kann mit Jumpy Joe hier nicht Spielen Denn da drin Spielt ja schon Jemand Jumpy Joe Okay ganz kurz Jetzt haben wir bestimmt Noch irgendwo die Möglichkeit Hier brauchen wir Ein Messer Um die Um die Das Fischnetz Abzuschneiden Hier kommen wir Nicht in die Bar rein Und wir können Aber auch nicht Tauschen Weil das Spiel Kaputt ist Hier brauchen wir Das Verlängerungskabel Was wir leider Noch nicht haben Was sich hier Befindet bei der Brücke Aber dafür bräuchten wir Was um die Plastik Das Plastik Abzuschneiden Vielleicht könnte man Noch mal Man könnte natürlich Hier probieren Auch noch mal Das Ding zu drücken Ich will nicht Ein Körneralien Haben wir vielleicht Noch irgendwas Zu reden Ja der Spielentwickler Der hilft mir Ja nur Gute Idee Klar mit dem Spielentwickler Der kann mir Den Trick Verraten Wie man an Dem Einhorn Vorbeikommt Aber Dazu will er Halt Dass ich Ihm Ein Verlängerungskabel Hole Und das Ist auf der Brücke Und das Kriege ich Nicht Weil es Festgemacht Ist Mit Kurz mal Was dann Was da Quasi gesagt wird Können Sie es uns Nein Ich will nicht Ein paar Kinder Einen Illegals Trapp Das ist In fact Evidenz In einem Sehr Komplikierten Fall Ich glaube Wenn wir Wir asken Uns eine Schotgun Die Antwort wäre Nein Genau Ich sagte Ich hab dir gesagt Derjenige mit den Schlafen war ein Smart Ein Ja Okay Aber guter Tipp gerade aus dem Chat Der wäre ich Vielleicht auch Noch drauf gekommen Aber das Ist tatsächlich Ausnahmsweise Deine Idee Gewesen Colonel Hogan Dass der Entwickler Das Spiel Fixen Kann Ja Also Wahrscheinlich Pustet er Wirklich Nur rein Ich wette Er pustet Nur rein Weil Das ist Die Lösung Aber Mal Gucken Er hat Ja Auch Keine Hände Ich kann Top Cruise Das wäre So gut gewesen Alter Nielsen Die Nielser Sind Da Ja Ihr seid Gerade gekommen Mitten In Ein Rätsel Ich Versuche Mit Diesen Drei Kids Gegen Alien Zu Kämpfen Braucht Dafür Drei Verschiedene Waffen Hab Auch Viele Schon Befunden Muss Sie Aber Erst Noch An Mich Nehmen In Besitz Nehmen Und Das Ist Gar Nicht So Ein F Hier Ist Ein Spiel Entwickler Der Mir Bei einem Helfen Kann Was Ich Gerade Spiele Leider Will Der Aber Verlängerungskabel Das Kann Ich Nicht Bekommen Weil Ich Keine Schere Hab Also So Ist Der Stand Bisher Es Gibt Aber Noch Andere Infos Aber Aber Hier Sind Wir Glaub Ich Durch Hier Ist Auch Nichts Mehr Drinnen In Der Müll Kiste Ja Ist Auch Ein guter Punkt Eigentlich Könnte Ich Auch Mal Zu Dem Typ Gehen Der Spielt Und Das Ist Der Stier Und Der Stier Wohnt Hier Natürlich Leute Die Den Ganztag Trinken Busen Hefte Lesen Und Kriminelle Verwickelt Sind Der Wohnt Natürlich In Wohnwagen Ganz Klassisch Hier Ist Ein Geschlagener Mann Seine Aufgabe Die Er Hat Er Muss Raus Kriegen Und Ist Egal Lange Geschichte Er Hat Was Geklaut Und Wenn Wir Ihm Helfen Ihm Hier Irgendwie Alles Zu Entlocken Dann Bekommen Wir Am Ende Ein Loch Okay Vielleicht So 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 Ein Kack So Ganz kurz Alien Jagen Ne Bei all dem Haben wir Schon Gelabert Welches Spiel Spielst du Hatten wir Auch schon Ich dachte Man kann ihn Vielleicht Jetzt Neu Befragen Oder So Haben wir Irgendwas Um den Typen Zu Befreien Ne Auch Nicht Ne Ne Okay Warte Mal Vielleicht Will Der Ja Aber Das Bringt Die Brauche Ich Aber Du hast Ja Kein Auto Okay Das hilft Auch Nicht Aber Ich Gucke Mir Mal Alles An Jumpy Joe Ist Ein Vintage Toil Sehr Popular In Die 30 Jumpy Joe Ist Just A Spring With Eyes On It Hello Jumpy Joe How Are You Today It Just A Spring It Is Some Kind Of Artifact Or Beacon That Is Linked To The Alien We Should Use It As Bait It Has Some Weird Marks Around It But I Can Read Them Oh I Heard That If You Blow Into A Broken Cartridge It Might Start Working Again Yeah Most Of The Times There's Just Some Dust Inside The Cartridge Sounds Like A Good Way To Corro The Connection To Me Then Mach Es Doch Oh I Heard That Yeah Most Dann kann ich das nicht bemerken. Ich will das nicht umgebracht. Es ist eine Art Schraube. Es ist Slethra al Mifolia, langsam als Sweetpepperbush. Was? Wie wissen Sie das? Sind Sie jetzt auch ein Botany-Nerd? Nein. Meine Großmutter ist in Karten. Der Tag sagt, wenn du mit dem Bullen schraubst, dann kriegst du die Hörer. Was haben Sie für Sie? 26 von ihnen. Ich bin jetzt offen. Ich gehe noch mal zu dem einzigen neuen Raum, den ich noch nicht angeguckt habe. Nämlich hier diese offensichtliche geheime Forschungsstation von irgendeiner Regierung, hoffentlich unserer. Der Waste-Container ist suspicions, nicht sogar eine Bananapel. Und ein willkommenes Sign. Ich dachte immer, die Sicherheit in diesem Ort war ein bisschen exageriert. Du solltest die neue Frontier-North-Forest-Fazilie Es hat viel mehr Sicherheit in diesem Ort. Es gibt zwei Orte. North Forest ist der andere Ort. Ich dachte, man kann rein oder so. Rein steigen. Hi! Hallo! Hast du heute noch etwas ungewöhnlich gesehen? Wie was? Wie ein Alien. Ha 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 ha! Don't be silly kids! Aliens. So wie der reagiert, weiß er auf jeden Fall Bescheid. Take this. Here's the Rangers-Nummer. Bears are very dangerous creatures. Ich habe eine Nummer! Für Kevin! Telefon Kevin! Und dann kann ich die Bärenfalle holen. Hmm. Ich bin sicher, es war nur deine Erinnerung. Wo hast du gesagt, dass du das gesehen hast? In den Greenen Woods. Nähe der Hauptentranz. Okay. Ich denke, deine Erinnerung in den Creepen Schäden kann, manchmal, trinkt deine Erinnerung. Ich empfehle, dass du zurück nach deinem Haus. Es ist ziemlich late. Und nicht nach den Erinnerungen in der Nacht. Es ist full von Bears und Wolfen. Was ist diese Facilität all about? Telekommunikations. Someone hat mir gesagt, dass einige der größte Wissenschaftler von überall auf der Welt arbeiten hier. Developen, was wird die Zukunft der Kommunikation sein. Ich habe gehört, dass sie so klein machen, dass sie in deinem Haus können. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Ich habe gesehen, die Telekommunikationen. Sie sind nicht in deinem Haus. Das ist großartig. Das ist großartig. Sicherheit hier ist keine Schmerz. Es gibt keine Kinder zu ermöglichen. Auch ich kann nicht die Facilität entkommen. Und ich habe hier schon drei Monate gearbeitet. seit drei Monaten steht ja nur davor. Das ist auch hart. Das ist großartig. Hast du von industriell Espionage gehört? Nein. Es ist eine Firma, die Spie in einer anderen Firma zu bekommen, um zu ihren Zeichen und Technologien zu bekommen. Genau. Und? Neue Frontier ist alles über Technologie. Ich habe gehört, dass die Sowjets besonders interessiert sind, ihre Hande auf den Neuen Frontier Prototypen. Wie paranoid. Eher nicht. Die sind noch beschäftigt, ihre 64er Panzer rüberzuschicken. Die haben noch genug alten Shit. So, warum ist... Okay, das haben wir alles schon gehört. Es ist schon seit zwei Stunden spät. Wir werden jetzt das Richtige tun. Wir gehen zu Nick, bei dem wir überraschend viel Zeit verbringen und gucken, ob wir die Nummer benutzen können. Das wäre natürlich geil. Damit würden wir, glaube ich, ein Rätsel schon mal lösen und das zweite schließt direkt daran an. Ja, ein guter Tipp von Gamers Art NES Cartridge Sprechblase zum Reinpusten. Ja, das Ding ist, es gibt halt keine... Es gibt da keine... Es ist eine sehr gute Idee, aber es gibt keine Option dafür, wenn du weißt, was ich meine. Also, man kann ihn halt nicht... Man kann das nicht quasi mit diesem Menü angucken. So, ich kann nur das machen. Oh. Ich habe das gehört, wenn du in eine... Ja. Die meisten von den Zeiten klingt wie ein guter Weg, zu korreten. Was ich nicht verstehe, ist, warum... Warum ich das, äh, nicht einfach irgendwie machen... Wahrscheinlich muss ich es an den Föhn ranhalten oder an irgendwas gebläse oder so, aber das ist eigentlich Quatsch. Ich kann ja einfach reinblasen. Oh, die Rangers. Aber ein guter Tipp. Ich habe sie nie gehört. Es könnte wirklich sehr überraschend sein, dass sie etwas Neues in meinem... Repertoire haben. Hahaha. Das ist so ein Kevin, ey. Kann man ihm auch zuhören dabei? Hallo. Hi, guys. Oh, du hast mir das Rangers-Nummer gegeben. Ich denke, es könnte ein gutes Material sein. Okay. Goodbye. Bye, guys. Kevin ist super. Ich mag Kevin sehr. Er hat einfach richtig Bock auf... Bullshit. So. Ihm werde ich irgendwann auch nochmal helfen. Der hier ist offensichtlich nicht verrückt geworden, sondern weiß Bescheid. So, Moment. Äh... Jetzt muss ich mein Gehirn anschmeißen. Moment, wo war das nochmal? Ach, da. Okay. Ich wollte irgendwas machen. Ich... Sag's mir nicht! Ich habe das Modul, damit ging's nicht. Ich habe die Nummer Ranger. Haha. Danke, Gehirn. Du bist halt doch... Auf dich ist doch Verlass. Hier. Jetzt ist er nämlich am Telefonieren. Sieht so, Kevin hat diesen Mann beschäftigt. Okay. Der perfekte Krieg. Shut up! Das ging sehr schnell gut. Jetzt habe ich... eins von den drei... elementaren... ähm... Items, die ich... für die Falle brauche. Das zweite ist ein Loch. Damit muss ich das Rätsel im Wohnwagen lösen, wo ich noch Probleme mit habe. Dafür brauche ich erstmal ein Verlängerungskabel unter anderem. Und dann... das zweite ist diese Hängematte, die ich nicht abkriege. Und das macht mich... rasend. Ja, natürlich wird das nicht gehen. Aber... Das hat nicht Nummer 6-Bot. Ich kann nicht darüber sprechen. Es ist ein Müll. Das ist ein Müll. Hey, da gibt's noch ein Pumpkin und die... Vogelscheuche. Ich dachte, hier kann man vielleicht irgendwo noch was aufmachen oder so. Hey, da gibt's noch was im Trunk. Einiges... ...Powder in einem Bag. Es ist Fertilizer. Äh... Wie Scheiße? Nein, nicht dieser Art Fertilizer. Cool. Dann haben wir jetzt Fertilizer bekommen. Ja, es ist wirklich so. Twatberry schreibt's. Da liegen Scherben bei der Lover's Lane, die bestimmt sehr scharf sind. Exakt das habe ich mir auch schon gedacht. Aber man kann sie nicht nehmen. Vielleicht muss ich sie mit was anderes nehmen. Dünger. Die... Wirklich... Ich habe nur Quatsch, den ich nicht brauche. Ähm... Es ist ziemlich zu groß, um zu gehen. Das ist ja Quatsch, ne? Die brauchen ja keinen Dünger. Der ist schon groß genug. Das kann nicht... Okay, na gut. Ähm... Wir gehen weiter und... Aber so langsam kommen wir immer ein Stück näher. Wo könnten wir jetzt hin? Ich geh nochmal zur Brücke und guck mir das nochmal mit dem Kabel an. Vielleicht ist die Lösung irgendwo da. Das Kabel ist für den Van mit einem Plastik-Sicherheitsseal. Ne, das brauche ich gar nicht versuchen. So verzweifelt will ich nicht sein, dass ich versuche, alle Items damit zu benutzen. Ich weiß ja, dass es irgendwie was zum Schneiden sein muss. Irgendwas, womit ich Plastik durchbekomme. Oh, hier sind meine absoluten Lieblingscharaktere. Wenn ihr jetzt erst dazugekommen seid, bitte hört euch einfach mal kurz an, wie geil die sind. Ich liebe es. Hallo! Hallo Kinder! Das ist einfach wahnsinnig geil, oder? Auch schön, dass das Ding einfach nur Brückending heißt. Ähm... Okay, hier kann man aber nichts mehr machen. Und das zeigt uns, dass wir auf die andere Seite noch kommen, denn wir haben im Trailer auf jeden Fall auch die Spielhalle gesehen. Und da ist ja nochmal eine weitere Forschungsstation von denen, die hier diesen kleinen Bereich sich im Norden gesichert haben, wo sie uns nicht reinlassen hier. Okay, ich könnte noch einmal im Wald kurz gucken, ob hier ist mir das Alien begegnet, ob ich nicht eventuell mit dem Geigerzähler was höre oder so. Aber ne, sieht nicht so aus. Die Flüssigkeit alleine hilft mir auch nicht. Kann man da vielleicht was düngen? Das habe ich mir irgendwie auch gedacht, ja. Shit! Das kann doch gar nicht so schwer sein. Ja, und ich habe ein... Ich kann nichts in diesem Buss finden. Ähm... Also, kurz eine Erklärung. Wir haben diesen Schraubenschlüssel extra ausgetauscht. Und leider können wir nichts mit dem machen. Der ist wichtig, weil sonst hätten wir ihn ja nicht extra uns geholt, aber wir wissen einfach nicht was. Ja, das ist vielleicht richtig. Ähm, ich werde mal kurz nochmal an diesem... Weil ich habe das Videospiel. Ich kann es nicht von dem Entwickler reparieren lassen. Also muss es doch irgendwie hier mit dem ganzen Kram funktionieren. Vielleicht kann man irgendwo eins austauschen. Vielleicht liegt hier irgendwo eins rum. Und ich muss es nur... Mann, ich will da hinlaufen. Das ist so, alles ist voller Items. Ah, da ist nichts mehr. Okay. Kann ich die denn... Okay, man kann die auch so kombinieren. Ich will einmal kurz gucken. Okay, also das ist es nicht. So. Kann ich die irgendwie reinpusten lassen? Ne, Tom Cruise, die Tauschclubbox. Die Kurbel im Wald habe ich schon benutzt, ja. Und wenn ich das hier reinwerfe... Okay, dasselbe Problem. Just give him a minute. If the game... I'll keep my game even... Jetzt habe ich wirklich keine Ideen mehr. Ich kann das Spiel nicht lösen. Erst wenn ich das Spiel, glaube ich, gelöst habe, kriege ich das Loch. Das hängt, glaube ich, alles zusammen. Und erst wenn ich hier was zum Schneiden habe, kann ich hier die Falle quasi holen. Gibt es denn keine Werkstatt in der Stadt? Ne, leider nicht. Hier nicht. Hier ist meine Straße. Hier gibt es nur das Baumhaus. Ist da noch irgendwas drin? Ne, da ist nichts mehr. Und zu mir kann ich komischerweise nicht, weil mein Vater halt nicht will, dass ich rausgehe. Und ich bin aber draußen, also kann ich nicht mehr rein. Und hier war... Was war denn bei Toni an seiner Wohnung? Moment. Da waren wir, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Wir waren überall schon. Dann gehen wir doch nochmal zu Toni und gucken nochmal, was da links war, ob man da auch rein kann. Den Getränkegutschein, welcher... Ne, ne, also ganz kurz, dieser Getränkegutschein, der ist wichtig, ähm, um diesen Tauschclub mitmachen zu können. Es ist ein ziemlich fancy Karte, für ein Ort, der so cheap klingt. Wo ist denn dieser Karte? Über 20 Minuten von hier, oder so habe ich gehört. Hey Gary! Was soll ich machen? Reinpusten! Okay! Mach das doch schnell! Du hast ja eh die Hände frei, äh, nicht frei. Und nur den Mund. Will keiner. Okay. Stimmt, bei ihm im Zimmer, ja, da waren wir ja auch. Okay, wir brauchen irgendetwas... Schau... Oh, was ist echt... Auch noch kaputt. Natürlich! Es ist. Es braucht einen Sprung, um zu arbeiten. Es kann nicht, wie es ist. Okay. Dieses Ding ist gefährlich. Ich fühle mich nicht sehr, dass es sich umgebracht hat. Wir brauchen es, um den Alien zu holen. Du kannst auf das Spiel blasen, wenn es in der Konsole im Spiel steckt? Wirklich? Lodirator? Okay. Klingt... Weird, aber wir versuchen es nochmal. Hier ist ja auch nichts mehr. Ich wollte nur einmal nochmal gucken. Ne. Dann versuchen wir das nochmal. Ähm, das wäre aber komisch, aber es kann natürlich gut sein. Das wäre die eine Sache. Ne, leider, lieber Drops, äh, diese Lichterkette, äh, braucht ein Verlängerungskabel. Wir versuchen das noch einmal. Kannst du das Spiel nicht dem geben, der deine Kamera repariert hat? Ja, eigentlich ist die ja gar nicht repariert worden. Äh, aber ja, stimmt schon natürlich. Er hier wäre eigentlich der Smarteste dafür. Okay, wir stecken das jetzt noch einmal rein. Aber so funktioniert das mit dem Reinpusten doch gar nicht. Das muss man doch vorher machen. Wollt ihr, du... Ja! Okay, so. Und jetzt... Ich glaube, das ist es aber. Und jetzt kann ich nämlich hier rein... Alter, da steht sogar Blase. Hey! Hey! Now it works! Great! Want to trade it on the trading club? Hmm... Okay. Cool! Pick anything from the box. I just traded a Rad game for the Boy Scouts guide to essential knots. Maximal dummer Tausch, mein Freund. Aber hier jetzt genau das Richtige. Aber eigentlich würde ich dir jetzt auf die Fresse hauen. Weil du einfach gerade ein super tolles Spiel für ein saudummes Buch hergegeben hast. Und ich mag Bücher. Aber das ist ja wohl ein Witz. Aber gut, weil die brauche ich. Hierfür. Nein, Rocky, du bist nicht unsichtbar. Aber es kann sein, dass ich es überlesen habe. Ich habe vor allen Dingen die ganze Zeit an was anderes gedacht. Ich dachte, ich brauche ein Messer. Aber ich muss nur lernen, die Knoten zu lösen. Den Knoten im Gehirn als erstes. Okay. Also das geht hier. Und hier. Und... Knoten. Knoten. Sie waren die Hauptsache. Knoten. Das war das große Fisch. Das war Earl's Husten. Das läuft. Äh, ich bin ganz happy eigentlich, wie wir hier gerade so durchkommen. Ich habe es ja erst vor zwei Stunden oder so ungefähr angefangen. Und schon sind wir ein ganzes Stück weiter. Da ist das verdammte Kabel. Es liegt... Es hängt extra so verführerisch. Hängt es vor mir. Und wartet nur darauf. Manem 89. Du hast da nichts dazu zu sagen, Nerd? Hallo. Hallo, Kinder. Es ist... Es ist... Ja, das kennen wir ja schon. Also reden brauchen wir mit denen nicht mehr. Oh, glaubt ihr wirklich, man braucht hier noch den richtigen Schraubenschlüssel jetzt? Das hat... Nummer 6-Boltz. Was umso lustiger ist... Das hat... Das hat... Das hat nicht... Ne... Das Kabel ist für den Van mit einer Plastik-Security-Seite. Das hat keine... Will der die? Aha, was so ein dirty Ort ist. Das ist ein dirty, dirty Ort. Okay, aber ein letztes Mal? Vielleicht war es ja ein Programmfehler. Der will auch nicht mit uns reden. Hallo? Geh verloren, Morons! Ich bin jetzt gerade beschäftigt. Du siehst nicht, dass du so beschäftigst. Ich bin. Nein, du bist nicht. Du bist nur schmutzig. Oh, schau mal. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Mann! Mein Rätsel wäre kein Rätsel, wenn du entweder die Flasche oder die Scherben nehmen würdest. Ne, bringt alles nichts ause. Warum auch? Was für eine dumme Idee. Kann ich das wieder eintauschen? John Charles Knott hängte sich selbst. Wenn du das erinnernst, aber du kannst es nicht erinnern, dass du es nicht erinnern kannst. Es ist ein Renault Master 1980. Sie wurden mit dem 2,5 Liter Fiat-Sofim-Diesel-Engine. Du erinnerst, dass du es nicht erinnern kannst. Das braucht keinen Geist-Knoten. Also das bringt nichts. Ich probiere es hier hinten nochmal. Und ihr könnt mir gerne mit einer Idee helfen. Ich brauche ja jetzt nicht die komplette Lösung. Ich hänge nur jetzt schon seit über einer Stunde an diesem Rätsel. Und ich brauche meiner Ansicht nach einfach was, um diesen Plastik-Scheiß abzuschneiden. Danke am Major. Danke, danke, danke. Hoffentlich hast du einen guten Tipp für mich irgendwann. Der Kasten braucht eher einen Feuerlöscher, ja. Leute sagen, ich soll nochmal zu dem Mann bei der Bar. Okay, gerne. Aber da waren wir auch schon häufiger. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas... Andererseits die Geschichte mit dem Modul war ja auch knifflig. Was war hier nochmal? Kann der irgendwas? Redet der irgendwas? Nee, der hat keinen Bock und keine Zeit, ne? Okay. Ich kann ihm auch nicht die Fluppe aus... Nee, haben wir ja schon. Nee, nichts von dem Kram macht irgendwie... ...wirklich Sinn. Okay, eine Idee noch, die auch gut ist. Ich glaube, das Knotenbuch hat sich auserzählt. Aber ich würde es trotzdem nochmal probieren. Und zwar hier. Aber ihr seht ja, er braucht ja eigentlich diese Verlängerung. Aber man kann... Vielleicht kann man ihm erst helfen. Also, vielleicht muss man erst... ...diese Entknotung machen. Geil, das geht! Na, immerhin wissen wir es jetzt. Würdest du eine Hand mit dem? Nein, danke. Ich habe es gekürzt. Ich brauche nur mehr Länge. Ich brauche... Ich brauche nur mehr Länge. Ich brauche, das zu entknoten. Es wird nur noch schlimmer. Hm, 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 hm. Goodbye, goodbye. Ja, ich glaube, ich gebe jetzt auf. Weil ich weiß wirklich überhaupt nicht mehr, was man jetzt noch machen kann. Bringt ja nichts jetzt hier rumzuraten. Und ich will noch einen Podcast zu Metro aufnehmen, das ich heute durchgespielt habe. Und für meinen GameMon Podcast gerne verewigen würde, solange ich noch Erinnerungen daran habe. Ähm... Ja, dann sagt mir doch mal, dann höre ich jetzt hier auf. Ich werde das aber mir nochmal angucken. Wahrscheinlich werde ich mir die Lösung irgendwo erholen. Oder werde einfach mal wahllos rumprobieren, bis ich es dann finde. Da müsst ihr nicht stundenlang dann dabei sitzen. Aber ich würde durchaus, äh, das nochmal spielen. Weil ich habe es mir gekauft und es macht mir total Bock. Es ist sehr, ähm, sehr sympathisch irgendwie in der ganzen Machart. Und die Rätsel sind auch cool. Man hängt manchmal. Aber das will man ja bei solchen Spielen eigentlich auch. Tipp, denke mal über die Farbe vom Drehmomentschlüssel nach. Ich weiß, was du meinst. Du meinst grün. Hier ist aber sonst nichts, was mit einem grünen Schraubenschlüssel zu bedienen ist. Ich glaube, ich könnte mich da nichts erinnern. Oder war da gerade was? Nee. War hier gerade was? Ich habe den auch, glaube ich, schon überall probiert. Ich meine, warum ist er grün? Das alleine verstehe ich nicht. Wofür könnte grün stehen? Hm. Vielleicht ein grünes Auto? Okay, wir machen gerade nochmal. Weil es stehen eine Menge Autos rum. Rotes Auto, blaues Auto. Dann steht bei dem, äh, im ärmeren Gebiet steht auch noch ein grauer Käfer. Ein, ähm, ja, grau ist der, glaube ich, tatsächlich. Hm, okay. Hier ist nichts mehr. Ist hier irgendwas grünes? Nee. Dann ist hier irgendwas grünes? Komm, wir machen einmal, einmal alles durch. Hier kann ich leider nicht lang. What? Bin ich hier noch nie lang gelaufen? Was ist denn hier los? Natriumkarbonat. Ja, aber, okay, offensichtlich waren wir verantwortlich für diese Explosion. Oh, no. Es hat uns in viele Probleme gemacht. Wir müssen diese Kraft destruktive Kraft erweitern, wenn wir wollen, um eine künstlerische Kreatur aus dem Raum zu schützen. Außerdem, es war nicht das Sodiumkarbonat, das die Mrs. Johnsons Kleine zerbaut. Ich meine, es war in Part, aber die Bombe kraftete viel Arbeit und Ingedienungen. Es ist jetzt ziemlich inert. Geh, mach es. Ich habe genug Spiele gespielt, ich weiß, dass die beiden zusammengehören. Halt echt. Ist das explosiv? Nein. Ich meine, ich glaube, es ist ein Schmerzsatz. Es ist ein Sport, um die Leute zu wenden. Ich habe diese zwei chemische Komponenten gemessen. Es muss gut sein, für etwas. Du hast nur Schmerzsatz. Diese sind für die Leute zu wenden. Okay. Den Typ an der Bar kann man damit hauen. Glaube ich nicht. Aber das ist ja interessant. Aus irgendeinem Grund bin ich nie rechts gegangen an der Stelle. Das ist ja interessant. Okay, hier geht's zurück. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant, okay. Ich würde lieber weg von Mrs. Johnsons' Haus halten. Zumindest bis sie uns vergisst. Okay. Ja, ja, ja. Mir kommt nach dem Blick in den Chat eine Idee. Da wäre ich aber auch drauf gekommen. Weil es ist ja irgendwie logisch. Wo ist jemand bewusstlos? Hier. Okay. Der Plot thickens. Er ist wunderschön. Er ist wunderschön. Was ist das? Es ist nicht magisch. Smellend Salzs release Ammonia Gas, das trugieren eine inhalation reflekt durch die mucous membranes der Nose und Lungs. Fähne kann es durch die Exzessez Parasympathetic und Vagal Aktivität, das schlugt das Herz und die Perfusion des Gehirns reduziert. Der Sympathetic Irritant-Effekt ist explodiert, um diese Vagal Parasympathetic-Effekte zu verabschieden und dadurch die Fähne zu verabschieden. Cool. Hallo? Ich will nicht sprechen. Ich will ihn nicht schlagen. Ich will ihn nicht schlagen. Der Mann ist wunderschön. Hi, Bo. Hi, Kinder. Hey, der Typ da oben wunderschön! Awesome. Willst du ihn nicht sprechen? Nein. Wir müssen dieses Spiel erst zu verabschieden. Wirklich? Es ist nicht dein Job, zu... Wir können nicht dieses Spiel gewinnen. Ja, das Problem ist wirklich, dass... Es bleibt immer... Wirklich, ich komme immer wieder zu dem dämlichen Kabel zurück. Wo einfach, ähm... Wo ich einfach nicht rankomme. Okay, wir wollten noch mal kurz gucken wegen grünen Autos. Hier war... Gar kein Auto. War der Van hier? Ist doch kein grüner Van gewesen, oder? Na, wir gucken mal. Wenn das so wär, wär das natürlich krass. Er ist tatsächlich grün. Das hat aber eine Menge Sex im Van. Ja, okay. Das bringt leider nix. Aha. Und das macht mich so fertig. Dann pack doch nicht so zerbrochenes Glas hin, verdammt noch mal. Da auch nicht. Es ist knackig. Es scheint, als wäre jemand, die Botteln von seinem Auto zu schrauben. Ich hab ja schon mehrfach gelesen, du musst den Typ an der Bar hauen. Ich hab keine Ahnung, was du damit meinst, weil es gibt keinen Hau-Button oder so. Also... Ich kann mit ihm reden. Na, okay. Ich kann... Ja, okay. Ich kann die Faust benutzen, aber das wird doch nicht klappen. Ja, das hätte mich jetzt auch sehr irritiert. Er hat einen mobilen Telefon. Wow. Dieser Mann muss aufgeladen werden. Oder... er hat ihn verloren. Das ist so traurig. Kann ich eigentlich die Sachen kombinieren, hier? Die beiden Fallendinger? Nee, okay. Hm... Ja... Shit. Ich nehme mal an, man kann das Ding nicht tauschen, das Buch, aber man kann's ja mal versuchen. Kann ich mein Spiel zurück bekommen? Äh... Nein. Ich mag es. Ich behalte es für mich. Kann ich vielleicht weitertauschen? May I get my... Shit. Gnasen. Ja, okay. Vielleicht hören wir jetzt einfach auf. Ihr seid alle mega brutal. Ihr wollt alle durch diesen Typen an der Bar verprügeln. Warum eigentlich? Was macht er denn? Er hat ein Handy dabei und... und raucht. Hydranten habe ich alle schon probiert. Okay, wir hören jetzt glaube ich einfach auf. Ich komme hier nicht weiter. Ich habe zwar immer wieder so einen kleinen Erfolg. Was war das für ne... War der grün? Würde eigentlich passen, dass er grün ist, aber ich glaube nicht. Ne, ist blau. Ah, okay. Also, ich habe keine Ahnung, was dieser Schraubenschlüssel soll. Vielleicht brauche ich ihn auch im Moment noch gar nicht. Vielleicht ist das alles was für später. Im Wald war auch nichts. Hier waren wir. Hier waren wir. Hier waren wir eben erst. Hier waren wir natürlich auch. Hier waren wir auch. Hier waren wir auch. Hier waren wir auch. Wobei... Hier... Ah, da ist nur der Graue. Na gut. Vielleicht ist das Ding... War es mal grün. Man kann es ja mal ausprobieren. Also spätestens jetzt... Fällt mir nichts mehr ein. Ich kann nur eine schlechtes Hände sehen. Buxer Sempervirus. Er hat leider auch nichts Neues mehr für uns. Und Morrison geht natürlich... Macht nicht auf. Wir können nicht in den Haus Mr. Morrison. Ich habe versucht. Aber alles ist verabschiedet. Er war wirklich paranoid. Ja scheiße ne. Die richtigen Leute... Die dann aber... Das nicht machen. Was sie eigentlich machen sollten. Nämlich da fucking einbrechen. Und alles mitnehmen. Ihr braucht es doch für einen guten Zweck. Leute. Ja okay. Jetzt habe ich wirklich alles einmal gesehen. Also es will ja auch einfach nichts passieren hier. Was mir noch hilft. Okay. Gut. Dann machen wir jetzt hier mit dieser wunderschönen Oberweltkarte einfach erstmal... Rede einfach eine Weile mit dem rechten Ranger. Okay. Leute. Es ist die letzte Sache die ich noch probiere. Aber es geht nicht. Es ist ähm wirklich... Irgendwas hier ist... Ist komisch. Es ist als hättet ihr eine andere Lösung als ich. Also als hättet ihr die Möglichkeit... Irgendwo nach zu gucken. Und... Wollt dass ich was mache. Was aber scheinbar nicht geht. Schlage? Warum? Hallo. Hallo Kinder. Ja. Willst du mir keinen Raum geben? Sorry. Wir brauchen keinen Reaktion. Ja deswegen. Die sagen uns mehr oder weniger. Immer dasselbe. Da geht nichts. Warum soll ich den hauen? Hallo. Willst du mir keinen Raum geben? Sorry. Nee, nee, nee. Das hier hilft nicht. Egal wem ich das gebe. Das... Das... Ich glaube das liegt auch daran, dass der eine war grün, der andere war rot oder so. Deswegen war das so eine rot-grün. Der hat doch... Der hat doch eine Farbenblindheit und deswegen konnte ich ihm den falschen geben. Ach mit dem Ranger. Oh man, ihr seid so richtig. Ihr seid so smart. Ist ja nicht der... Ist der falsche, ne? Ich höre jetzt wirklich gar nicht auf. Aber ich will das immer, immer noch eine Sache ausprobieren. Es ist Jack, der Ranger. Er klippt seine Nähle. Jack, der Ranger. Ich mache etwas kreatives Gedanken. Ich sehe... Was spricht er? Ich habe keine Ahnung. Die... Die Schreibmaschine ist grün. Das hat nicht... Hallo. Hi Kinder. Ich versuche zu schreiben, mein Novel zu schreiben. Geht mit dem Ranger Troy da. Aber er hat was zu schneiden. Scheiße, ihr habt recht. Oh man, gleich geht's, Leute. Ich gleich geht's. Oh man, gleich geht's, Leute. Ich versuche dich mit deinem Schreiben. Ich habe Probleme mit ein paar Ideen. Ich habe Probleme mit ein paar Ideen. Ich sage mir, ob du eine gute Folgen für diese Situation hast. Der Protagonist findet einen mysteriösen tallen Mann, der einen Mann zu töten. Ein Piano mit einer Bombe verabschiedet, fällt auf den Protagonist's Kopf. Ein Rattlesnake beitzt ihn. Eine Frau föhnt, nach einem wilden Löwen zu sehen. Und sie schreien aus Schäden, um sie zu wachen. Der Protagonist und seine Freunde sind von einem Gruppen von Hyänen. Meine Fresse. Was für ein furchtbares Buch. Was für ein mysteriösen tallen Mann. Ja? Was ist, wenn der Protagonist und seine Freunde einen Schraub machen, um ihn zu lösen? Ja, eine große Schraub, damit er nicht zu lösen. Dann können sie ihm viele verschiedene Fragen stellen. Wie, warum hat er den Autor? Oder warum hat er auf diesem Planeten? Was bist du? Er ist von diesem Planeten. In fact, Plottwist, he is going to be the long lost father of the Protagonist. But now he is part of the Empire and is into some dark cult. That sounds suspiciously close to the Plottwist of the second galaxy wars movie. Pfff, nonsense. Ähm, noch weiterhelfen. Tell me if you have any good follow-up for this situation. Ja, ja. About the piano thing. Great idea for the end of the first chapter, isn't it? Well, it sounds like the end of the story to me. Unless this happens in a dream, does this happen in a dream? No. Then I don't see how he could survive. And the rattlesnake part just makes the scene unnecessarily complicated. You have no idea. Okay, I will help. Tell me the Protagonist. About the fainted woman. Her name is Susan. If they run out of smelling salts, why don't they just buy more? They are in the middle of the african savannah. Where the hell are they gonna find sodium carbonite and ammonium chloride in the middle of the african savannah? A plane crash? An old missionary expedition? A sorcerer gave it to him. I'm not convinced by any of those ideas. May we... The pro- How the pro- About the group of hyenas. Five angry hyenas confront the protagonist and his two best friends. What if the protagonist and his friends scare off the hyenas by charging against the pack? Hey, that's not bad. And it makes sense. I heard that honey badgers do that to lions. Yeah, exactly. I'm not convinced. They are not honey badgers and hyenas are not lions. Shut up, I like it. I'm going to start writing about it right away. And you, you deserve a prize. But, uh, what can I give you? A weapon? No. You know what? Take my nail clipper. I hope I don't need it for a long time. That's disgusting. Now, if you'll excuse me, I have a lot to write about. Oh my god. Geil. Geil. Geil, Leute. Endlich. Ich glaub's ja kaum. Um... Hör auf, davon zu erzählen. Also, das ist ein Problem. Dieses Steuern. Sorgt immer dafür, dass man irgendwelche Items sich anguckt, die man gar nicht angucken will. Ja, man. Es ist so weit. Ja, Sir. Es wäre so weit. Es wäre so weit... Na, das macht Sinn. Es war ein Knail-Knail. Nein, das war ein Knail-Plaß. Nein, Herr. Jetzt erklär mir, wie das mit dem scheiß Einhorn geht. Was ist die Logik von der Unikorn? Es gab dieses Spiel ja wirklich, ne? Dieses Puzzle macht keinen Sinn. Und sogar die Mathematik ist falsch. Ja, ich habe das Spiel versucht. Ja, bitte. Das Spiel ist wirklich unfair. Ich denke, die richtige Antwort ist, was ist das über Stranger? Ja, das macht keinen Sinn. Aber according to Mr. Wilson, ist es 115. Und er hat das Spiel gemacht. Du hast die Prinzessin gerettet und bist der Kräune würdig. Jetzt kannst du die Maze Quest Hotline anrufen. Gib ihnen das Passwort. 1, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1. Bei der Option, ich habe das Spiel gewonnen. Notiert. Okay, können wir jetzt bitte endlich das Loch graben? Ich bin doch schon fast durch mit dem Rätsel. Hoi, Bül! Ihr seidgt. Hoi, Mädels. Hey, der daplatz Over there醒l! Super! Erst mal, Mädels, warte 찍en mir nell' her chwil fliegen. Monica und ich müssen diesen als Mitle mit diesem hombre in reneweduper. Drei Augen. Unter drei Augen. Snake Plissken. Denkst du, der Bulle ihn zu töten? Ich glaube nicht. Es ist nicht sein Stil. Er wird nicht in kaltem Blut. Bist du sicher? Ja, fast positiv. Okay, Kinder. Ich habe die Information, die ich für mich hatte. Kannst du uns mit dem Alien-Tagel helfen? Na, sorry. Ich habe viel Arbeit zu machen. Ich habe die Leute, einen riesigen Schrauben, einen Schrauben, und es zu... woanders. Kannst du uns zumindest sagen, wo du den Schrauben solltest? Ja. Es könnte wichtig sein, in unsere Schrauben. Hmm. Okay. Aber ich muss dich hier warten, über 30 Minuten. Dann geht es nach dem Green Wood. Du findest einen großen Schrauben dort. Aber nach dem, wir sind einfach. Okay. Perfekt. Wir haben einen Deal. Klar. Cool. Was favoriert er dir? Oh, das. Ich habe ihm die Nummer für einen guten Pizza-Place gegeben. Er hat das wirklich aufgeregt. Das ist so. Locked. Locked. Okay. Wir sollen 30 Minuten warten. Aber wir müssen ja nicht wirklich 30 Minuten warten. Nein. Falsch. Gut, dass wir nochmal woanders hingegangen sind. Das waren jetzt die 30 Minuten. Und jetzt machen wir unsere Falle. Und dann können wir dem Alien einen Gefallen tun. Nämlich ihn zur Rechenschaft ziehen. Da ist das Loch. Okay. Geil, Leute. Jetzt läuft's. Hä? Moment. Da fehlt ja noch was. Ne. Achja. Nö. Das Loch. Doch. Okay. Jetzt geht's los, Leute. Wer wird da hochklappen? Gib mir einen Moment. Ich werde das in kein Zeitraum setzen. Jetzt geht's los, Leute. Ich bin so gespannt, was jetzt passiert. Egal was passiert, das ist die letzte Aktion, die wir machen. Das Spiel wird noch weiter gehen, aber wir müssen das jetzt aufpassen. Wir machen hier jetzt Schluss. Es ist ja auch schon 2 Uhr. Aber das ist ein geiler Moment, um aufzuhören. Ich hoffe, jetzt passiert was. Mit dieser Kugel können wir das Alien anlocken. Okay. Ich hoffe, das bekommt das Kreaturen's Aktion. Nicht vergessen, es zuerst aktivieren. Hier geht's. Jetzt, schau. Schau. Jetzt, schau die Dreh. Wir haben ihn. Ich bin so. 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 Ich bin weg. Das war engang. Er sieht uns, und er sprach mit uns. Er versucht uns zu kommunizieren. Wir haben diese dumme Trappe zusammengebracht für nichts! Für nichts! Wir haben Gott weiß wie viel Zeit gesetzt, um diese Trappe zu machen, für nichts! Oh, warte, lass mich mich verraten. Es war nicht für nichts. Jetzt ist der Künstler Künstler noch stärker! Wir wissen nicht das. Ich denke, er ist richtig. Hm... Apparently that sphere was one of his eyes. And it appears to have been a necessary component to activate his laser beam. We gave him a laser gun! This couldn't get any worse! What the hell? That wasn't far away from here. Let's go see what's going on. Are you nuts? If you are right. And we gave that creature a weapon. If someone is in danger because of something we did, then it's our responsibility. We should go see what's going on. And try to stop that thing. Vogue, yes. I hate when you are right. Let's go. Ah, jetzt rächt es sich. Uh. Oh. We must look for survivors. Three seconds to complete lockdown. What? Yeah, toll. Lockdown completed. This facility is sealed. Please remain calm. The rescue team is on its way. Damn, I knew something bad was gonna happen. What would Rocco do in a situation like this? You are not Rocco. We are not part of the Special Forces. We can't even legally buy beer. But we can steal it. I mean, we have stolen beer from Fred's shop a couple of times. That's a great point. You see, we are not men yet. So, when we approach the men's world, we come with our own creative solutions. And that's how we're going to get away from here. What? What? A beer and a backpack, when Fred was distracted, wasn't exactly the definition of ingenuity. Oh, shut up. You're missing the point. Help! Did you hear that? There are still people here. And it seems like they're in trouble. You might be of help. Let's go. Hey! Oh, thank God! Human! Yes! Help me out! Can you open that door? We can try! Can you open the door from the room you're in? No! Did you already try pressing all the switches there? Ah, give me a minute. The door is still closed. Yes, and the lights are out. Are there more survivors? I don't know. Do you know where we can find a fire extinguisher? No, I have no idea. Do you know where we can find a card to open the door? At the reception. All ID cards are there. Give us a minute. Hurry! And now it's open. What a mess. I can't open it with my bare hands. It's screwed to the wall. Oh. Is zwar nicht der richtige, aber ich probier's trotzdem. Ah, ha, 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 ha! Ich benutze den Schraubendreher. Stufe Nummer 6. Ba, ba, da, da, da. Oh. Okay. Alter. Sind wir hier voll in irgendeinem Labor gelandet. This door was heavily... The chalkboard reads native substance and has a series of elements pointing to it. That SI stands for silicone. CA for calcium. S for sulfur. And... C12H22011. What the hell is that? Sucrose. And that is? Regular sugar. There are some research notes. The subject is... Native substance and its applications. ... Wieder. More of this weird blue liquid. You... Wenn es so ist, hat er schon viel geblieben. Es wird immer später und ich komme einfach nicht mehr dazu. 2.15 Uhr schon. Ich will ja eigentlich noch, wie gesagt, meinen Podcast aufnehmen. Vielleicht werde ich dann auch dazu eine Folge aufnehmen. Oder ich hebe mir das nochmal auf. Auf jeden Fall werde ich mich mit diesem Spiel noch weiter befassen. Ich finde das richtig gut. Gefällt mir sehr gut. Das heißt, Unusual Findings. Eine Hommage an Stranger Things. Und damit auch an die 80er. Und damit dann auch an Adventures aus dieser Zeit. So, also das Spiel meiner Ansicht nach riecht gut. Kann man sehr, sehr empfehlen. Ich finde es ganz toll. Ich finde es ganz toll, dass ihr so lange hier wart. Mein Podcast heißt GameMon. Spiel wird durchgespielt, keine Sorge. Und ihr könnt gerne auch morgen wieder dabei sein, wenn ich es weiterspiele oder wartet, bis ich auf YouTube bin. Das Video kommt dann natürlich auch da komplett. Und jetzt schicke ich euch rüber. Macht's gut. Habt einen schönen Nacht. Bis dann. So, da habe ich sie weggeschickt zu Peter Boomer. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal, also jetzt gleich im Anschluss, einfach auch dabei seid. Für euch ist es im Anschluss. Ich spiele es morgen. Das ist ein geiler Titel. Der macht richtig Bock. Der macht Laune. Der ist irgendwie genau das, was ich mir ja wünscht habe, als ich mir die Demo geholt habe. Und ich bin happy, weil ich auch heute ganz spontan wirklich diese Demo gestartet habe. Und jetzt, zwei, drei Stunden später, bin ich mitten in so einem sehr spannenden Adventure. Das ist einfach geil manchmal. Man sollte wirklich manchmal einfach spielen, eine Chance geben. Man sollte sich die Demos angucken, die es immer zu verschiedenen Locations, zu verschiedenen Events, im Konsens immer meistens viele gute gibt. Da habe ich mir immer drei, vier, fünf runtergeladen. Viele fragen ja immer, wo kommen die Sachen her, die du spielst? Meistens eben hole ich mir diese Demos, spiele die Demos an. Da hat man meistens schon ein grobes Gefühl, wenn die nicht mal eine Demo spannend hinkriegen, dann ist das kein gutes Spiel. Aber hier war schon ganz schnell klar, okay, das ist interessant. Und dann, zum Glück, war auch noch mehr als nur die ersten zehn Minuten der Demo interessant. Und deswegen sind wir jetzt hier und haben ein neues Thema. Ich freue mich drauf, hier bei diesem Schocktober euch coolen Shit bieten zu können, den ihr vielleicht noch nicht kennt. Jetzt aber biete ich euch was, was ihr schon kennt, nämlich die Bitte darum, Daumen hoch. Achso, wir sind ja gar nicht am Ende von dem Video, ist egal. Trotzdem für euch, Daumen jetzt gerne schon mal hoch, gerne mal einen Kommentar abgeben. Gerne mal die Bömmel anbommeln, die ist das Abo-Modell von heute. Die Bömmel ist quasi die Abo von heute. Kommentare, da gibt es immer wieder gerne diese Info. Sieben Wörter mindestens, damit das was bringt. Also nur tolles Video, ist natürlich geil, hilft aber leider dem Algorithmus nicht, weil dann jemand denkt, da ist wieder nur so ein scheiß Bot unterwegs. Insofern, wenn ihr was schreibt, schreibt bitte ein bisschen mehr als sieben Wörter. Das reicht völlig aus. Und dann, ja, gerne, sobald ein Video rauskam, das hilft auch nochmal der Bewertung, falls ihr wollt, dass dieses Video ein bisschen bekannter wird, damit das Spiel, was dahinter steht, auch ein bisschen bekannter wird. Das wäre cool. Ich sage jetzt Tschüss und wünsche euch einfach nur noch einen guten Abend und viel Spaß mit dem Rest, der hier kommt. Wo ist der Ausknopf? Da. Bis dann. Tschüss. Usual Findings, das ich gestern angefangen habe, jetzt spiele ich es weiter. Es ist ein Mix aus Retro Pixel Adventure und der Story von Stranger Things natürlich nicht, aber so ein bisschen schon. Und sieht ja auch ein bisschen ähnlich aus. Hier werden die 80er noch ordentlich zelebriert. und damit dann auch alles, was mit diesen Tropes einhergeht, nämlich zum Beispiel auch natürlich, dass die Regierung irgendwelche geheimen Experimente wahrscheinlich mit Aliens plant. Und wir sind da irgendwie reingeworfen worden, reingemixt worden. Das Spiel ist sehr schön gemacht, finde ich. Es macht mir eine große Freude und ich habe auch direkt Bock bekommen, das weiterzuspielen, habe es nach der Demo gekauft und spiele jetzt mit euch einfach weiter. Moin AskGear99, dann erkläre ich doch dir schnell mal, falls du gestern nicht dabei warst, was hier eigentlich passiert. Wir spielen eine Gruppe Kindern, Jugendlicher, die natürlich sehr an drei bekannte Figuren aus der Popkultur erinnern. Da wären zum einen ich und dann haben wir da Budi und dann zwecks anderer Vergleichsmöglichkeiten haben wir hier Nils und alle drei, ja, kennen wir natürlich von der Idee her. Es sind halt junge Leute, die wollen Ärger, die wollen Trouble, aber sie leben in den 80ern, wo Trouble noch was anderes bedeutet als heute. Und sie haben herausgefunden, dass in einem örtlichen Gebäude der Regierung, dass da ein Alien ist, das wohl ausgebrochen ist und jetzt aber wieder zurückgekommen ist, nachdem wir fälschlicherweise diesem Alien ein Auge verliehen haben, mit dem er Laserstrahlen schießen kann. Also man ist auch ein bisschen mit Schuld an allem und mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Grüße an alle, Prayer80, schön, dass du hier bist, schön, dass ihr alle hier seid. Letztes Mal haben wir hier aufgehört. Mal kurz gucken. Wir können mal ein bisschen lauter machen. Vielleicht ist es auch nicht laut genug. Ich habe extra die... Ich habe gerade eben ein kleines Problem gehabt, mit meinen Daten. Jetzt ist aber gerade wieder alles okay. Eben gerade war kurz die Verbindung weg. Ich hoffe, dass ihr jetzt wieder da seid. Grüße auch an RigglesDC und Smatchmo. Ja, okay. Wir haben hier, wie gesagt, gerade ein Rätsel gelöst. Wir haben gerade erst angefangen, uns in diesem Geheimlabor umzugucken. Haben auch schon eine Person gefunden, die wir befreien können. Allerdings gucken wir uns vorher erst mal alles an. Obwohl, sieht gar nicht so aus, als wäre da viel los. Wieder mehr von diesem wehrten blauen Liquid. Glaubst du, das ist Alien-Blood? Wenn es ist, hat er seitdem viel bledet. Ja, um kurz meine Forschung zu Ende zu führen. Ich glaube, es sind, wie gesagt, Russen oder Ukrainer auf jeden Fall, habe ich nicht rausfinden können, wo die eigentlich herkommen. Weil ich bin teilweise echt beeindruckt von der deutschen Übersetzung, wie das einfach so funktioniert. Das ist echt gut gelaufen, die Lokalisation. Da hat der Publisher auf jeden Fall gute Arbeit gemacht, meiner Ansicht nach. Ich mag auch die englischen Stimmen. Deswegen dachte ich eigentlich, das muss ein englischstämmiges Entwicklerstudio sein, weil die Stimmen so gut lokalisiert sind, dass ich mir immer denke, naja, wenn das jetzt, wie zum Beispiel ganz viele Kommentare auch und Videos und alles vermuten lassen, dass das so aus dem russischen Bereich kommt, dann ist oft die Synchron nicht so gut. Ähm, aber das ist wirklich Wahnsinn. Also ich bin, wenn irgendjemand genau weiß, wo die herkommen, haut's mal raus. Ansonsten gehen wir jetzt hier diese Frau retten, indem wir in dieses Laboratorium hinein, ähm, schleichen. Und jetzt kommen auch dummerweise schon die ersten Rätsel. Also, kaputte Maschinen, verschlossene Türen. Ich kann es nicht verändern. Nicht einen einzigen Inch. Danke, Phillymeister93, Simon hat heute die erste Folge von deinem Podcast im Auto gehört. War richtig nice und direkt 5 Sterne gegeben. Danke! 5 Sterne ist das Allergeilste, was ihr machen könnt, um mir zu helfen. Ähm, und was auch noch gut ist, ist einfach die aktuellen Folgen hören. Ich habe gerade heute die Folge 11, habe ich gestern Abend noch aufgenommen und veröffentlicht, ist heute schon oben. Ähm, das hier ist eine, ähm, quasi, ich lese es mir einmal nochmal durch, aber das, ähm, ist quasi für das Rätsel links relevant. Das Schalkbord schreibt, native Substance, und hat eine Reihe von Elementen, die an sie bemerkt sind. Das SI steht für Silikon, CA für Kalsium, S für Sulphur, und... C12H22011. Okay, das sind also, wie gesagt, die Ingredienzien hier für diesen, für dieses seltsame Gerät. Äh, ich habe keine Ahnung, was man hier machen kann. Wir müssen das entsprechend einstellen, aber wir haben ja nur nicht mal Zucker. Warum muss ich das eigentlich machen und nicht der Smartass, der alles immer weiß und kann? Warum muss ich das mixen? Und was ist das hier? Ein regularer, empty Sprayer. Ich habe das Gefühl, dass man dafür jetzt noch den Zucker, das Zuckerwasser irgendwann braucht. Native Substanz und ihre Anwendung. Mischt man native Substanzen mit verschiedenen lokalen Elementen, so erhält man Lösungen mit den unterschiedlichsten Eigenschaften. 2 mal 2 CA plus 1... Ich kann das nicht mal richtig lesen. 1 bis 5 HG. Toller Dünger. 1 SI plus 2 CA plus 1 S plus AU hat desinfizierende Eigenschaften. Dann ein potentes Bio-Bytes-Mittel, ein aktiver Feuerlöscher. Das ist eigentlich das, was ich haben will. I CA plus 3 bis 5, was heißt das? 3 Strich S. Einmal Calcium und dreimal S. Jetzt müsste ich nur nochmal wissen, ähm, von, von ihm hier, äh, äh, von ihm hier meine ich, was nochmal S bedeutet. Komm, wir gucken einmal nochmal kurz. S-I ist Silizium. S für Schwefel, okay. S steht für Schwefel, das ist wichtig. Okay, gucken wir doch noch einmal. Aktiver Feuerlöscher, dreimal Schwefel und einmal CA. Moment, war hier noch mehr? Ah, das ist ja lustig. Da sind noch mehr Seiten. Drei Seiten, okay, wir lesen mal kurz durch. Wir kommen da langsam rein. Ihr könnt sehr gerne schon mal gucken, ob ihr mir helfen könnt. Gravitationsfelder mit genügend Ladung können einige verstärkte Metalle zum Schweben bringen und ein elektromagnetisches Feld erzeugen, das als Schild verweldet werden kann. Das elektromagnetische Feld kann jedoch schnell und einfach deaktiviert werden, je nachdem welches verstärkte Metall zur Erzeugung des Feldes verwendet wird. Zum Beispiel kann flüssiger Wasserstoff verwendet werden, um ein mit Gold verstärktes elektromagnetisches Feld zu deaktivieren. Natrium-Bicarbonat kann verwendet werden, um ein elektromagnetisches Feld auf Aluminiumbasis zu deaktivieren. Oder Natrium-Chlorid kann verwendet werden, um ein zinkverstärktes elektromagnetisches Feld zu deaktivieren. Mentale Notiz. Peter fragen, welche anderen Metalle er verstärken könnte. Verbessere die Leistung einer Laserpistole. Nach den Forschungen von Dr. Kraus kann eine Laserpistole stark verstärkt werden, indem man einen Rubin anstelle eines Kaff-Edelsteins in das Batteriefach einsetzt. Das ist ja krass. Okay, das sind echt super viele Infos jetzt. Die muss man wahrscheinlich alle in Rätsel verwenden. Der Labormischer funktioniert nicht richtig. Das ist wichtig für mich. Ich habe versucht, den Mischer zu reinigen und es hat nicht geklappt. Ich habe versucht, die Batterie zu wechseln und es hat nicht geklappt. Dann haben wir es mit verstärktem Zink versucht, um ihn aufzuladen und wieder nichts. Ich denke, wir sollten Deuterium in den Regler geben und sehen, was passiert. Nebenanmerkung, ich habe ihn repariert. Es war nur eine tote Kakerlake in den Motorkontakten. Das ist voller Ungeziefer. Sag mal, wie viele von den Dingern gibt es mir? Die Jungs im botanischen Labor machen einige seltsame Dinge mit der Vegetation. Die einheimischen Pflanzen reagieren sehr stark auf die Kombination einiger unserer Produkte. Wenn Felix nicht versucht hat, mich zu täuschen, ist es möglich, eine einheimische Pflanze in Sekundenschnelle zu entwickeln und wachsen zu lassen, indem man Samen mit Substanz F, Substanz X und irgendeinem öligen Zusatzstoff mischt. Je mehr Substanz X man hinzufügt, desto größer wächst sie. Ich kann nicht glauben, dass sie ihnen Substanz X geben, um mit Gemüse zu experimentieren. Dabei ist es so teuer und schwer zu produzieren. Warum arbeiten immer andere Leute mit dem? Immer andere Leute mit dem? Sie haben mir meine Gehaltsstellung verweigert. Ich hoffe, dass sie den Super Warper bald fertigstellen, damit wir alle nach Hause gehen können und diesen primitiven Planeten und die Strider vergessen können. Also offensichtlich sind das ja keine Menschen, die das hier machen. Oder es sind Wesen, die so tun, als wären sie Menschen. Aber ganz sicher redet man so nicht von seinem Planeten, wenn das der eigene ist. Interessant. Also wir brauchen aber immer noch den aktiven Feuerlöscher. Also CA und dreimal Sulfationit. Keine Ahnung, wie es heißt. So, wir gucken mal. Calciumhebel. Ah, okay. Siliziumhebel. Das Problem ist nur, dass hier auch gar kein Behälter ist. Ich gucke mir einmal alles an, damit ich die Bezeichnungen habe. Wie heißt der Podcast denn eigentlich? Game Mon. M-O-N. Danke, Firefox One. Invalid Operation. Container Slot empty. Ah, okay. Das ist der Mischhebel und der Entsorgungshebel. Lass uns das mal probieren. Invalid Operation. Container Slot empty. Das wissen wir ja. Haben wir einen Container? Den vielleicht? Ja. Okay. So. Schwefel, Silizium. Oh Mann ey, es tut mir leid, aber ich muss echt nochmal nachgucken. Also. CA und Schwefel. Also dreimal Schwefel, aber was ist CA nochmal? CA ist Calcium? Kann ja eigentlich nur das sein, ne? So, jetzt dreimal Schwefel. So, jetzt dreimal Schwefel. Okay. Okay. Native Substance Mixing with Local Ingredients. Container Cleaned. Filling Container with New Formula. Prozess complete. You can now withdraw your Container. Okay. Now the sprayer is full of this thing. Danke für diese Hilfe, Muscari Blue zur chemischen Einordnung, falls nicht bekannt. Natrium-Chlorid ist Kochsalz und Natrium-Bicarbonat kennt man als Backsoda. Ja, kenne ich alles so vom Namen her. Cool. Jetzt habe ich einen Sprayer full of that thing. Okay, hier kann ich ja nicht weiter. Wir wollen ja eigentlich der Dame oben helfen, die ja vom Feuer eingeschlossen ist. Deswegen haben wir das Ding gemacht. Und so werden wir es auch versuchen zu benutzen. Ja, es ist nicht, es hat nicht so funktioniert, wie ich es mir erwünscht hatte. Ähm. Okay, wir müssen nochmal gerade gucken. Ich habe wahrscheinlich irgendwas falsch, aber so viele Hebel sind ja hier nicht. Vielleicht habe ich auch Entsorgungshebel. Vielleicht habe ich irgendwie, dass ich da noch Zucker wirklich reinfragen. Ich muss gerade noch mal gucken. Maul. Also Silikon und Schwefel. Silikon und Schwefel. Silikon und Schwefel. Okay, ähm. Ich gucke nochmal nach. Ich habe da irgendwas bei dem Silikon wahrscheinlich falsch gemacht. Nee. C-A. Ich dachte die ganze Zeit S-I. Einmal C-A. Was habe ich denn dann falsch gemacht? Das S-I steht für Silikon. Calcium. Ich dachte das erste ist schon Calcium. Und. Okay, einmal nochmal ganz kurz. S für Schwefel. Habe ich vielleicht Schwefel mit Silizium verwechselt auf dieser Liste? Gerade mal gucken. Das heißt doch dreimal S, oder? Drei Strich S. Einmal Calcium. Und dreimal. Calcium, einmal Silizium. Nee, Schwefel. Natürlich. Ich gucke noch ein letztes Mal. Das S-I steht für Schwefel. Also da mache ich es noch einmal in der Vermutung. Ich habe es vielleicht falsch gemacht. Achso, Silizium, nicht Silikon. Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Habe ich mich daran vielleicht. Oh ja, das könnte sein. Nee, Schwefel. Was ich will ist Calcium und Schwefel. Calciumhebel habe ich gerade benutzt, oder? Okay, dann machen wir jetzt nochmal den Schwefelhebel. Schwebel. Sagen wir ja, wir schweben dazu. Danke, Texas Gerste. Ja, ihr könnt mir auf jeden Fall gerne mal helfen. Das ist schon eine kniffligere Geschichte hier. Irgendwas mache ich grundlegend falsch. Okay. Danke auch Ocean Katie. Jetzt gerade abonniert. Für 10 Monate. Mit den Spezialen mit lokalen Ingredienern. Genau, wir haben den Schwefelhebel, haben wir umgelegt. Container cleaned. Container with new formula. Prozess complete. You can now withdraw your container. Okay. Now the sprayer. Ich würde gerne mit ihm reden, weil er ist einfach der Wissenschaftler in der Gruppe. Und er ist, äh, meiner ist eigentlich nur der Dödel. Doofmann-Dödel. Und wenn das jetzt nicht hilft, weiß ich auch nicht. Na endlich. Da habe ich irgendwas vermixst vorher. Hey, das Ding ist großartig, um den Feuer zu stoppen. Gut. Können wir Ihnen jetzt helfen? Vielleicht soll ich das hier nochmal benutzen? Ach, das war's schon. Ah, ich brauche aber die Karte dafür. Dann rede ich doch nochmal mit ihr. Hey! Öffne die Tür. Wir sind auf. Das Ding ist, da war nix. Da sind nur die ganzen alten Computer. Hallo, Computer. Aber keinerlei. Keinerlei Karten oder in irgendeiner Form irgendwas, was ich benutzen kann. Hier ist auch nur das. Ich gucke ab und zu, gucke ich nochmal immer hier auf die... Klicke ich auf das UFO und dann erkenne ich recht schnell das hier. Ah, das ist ein Holzschrank. Ja, vielen Holzdank. Ich kotze fett ab. Reiß die Scheiße doch einfach runter. Genau, Maniac Menschen trifft Stranger Things. Das gefällt mir so gut, dass ich das vielleicht einfach übernehmen werde. Das werde ich jetzt einfach mal nehmen. Maniac für meinen Twitch-Stream. Maniac. Das stimmt nämlich. So ist es halt wirklich. Ähm. So, und dazu noch Budi, Nils und Mon retten die 80er. Hihihi. Weil meiner Ansicht nach sehen die aus wie wir. Ich habe es entschieden. So wird es geschehen. Okay, wir brauchen also hierfür einen Schlüssel. Vielleicht kann denn gleich die werte Lady mir zumindest helfen zu sagen, wo ich einen finden könnte. Hier habe ich ja schon eine Arbeit gemacht, aber das hilft mir sonst auch nicht weiter. Jetzt hier vielleicht der Kaffeeautomat. Das ist wunderschön. Es gibt keinen Platz, um Geld in diese Kaffee-Vendung-Maschine zu setzen. Das ist, warum es frei ist Kaffee. Einige Unternehmen tun das. Das macht Sinn. Spend ein paar Cent an Kaffee, um ein paar extra Dollar zu verdienen und Produktivität zu haben. Jeder gewinnt. Ja, zu schlecht, dass diese keine Kraft hat. Ich dachte, ich habe die Kraft gerade angeaktiviert. Achso. Vielleicht muss ich den noch irgendwo anschalten mit einem weiteren Hebel. Jetzt funktioniert das Ding richtig. Das ist nicht so, dass ich den Kaffee treibend machen kann. Das funktioniert nicht. Es hat keine Kraft. Tasse. Also vielleicht ist das sogar alles passend. Ich weiß nur nicht, wenn ich hier denke, ob ich überhaupt einen Kaffee kriege oder ob es hier nicht vielleicht doch um was anderes geht. Also wir gehen nochmal hier durch und suchen. Wir reden auch nochmal mit ihr, aber wir suchen vor allen Dingen hier wirklich eine Möglichkeit, diesen Schrank aufzukriegen. Vielleicht muss ich erst noch hier weiter. Gucken wir gleich mal. So, Feuerlöscher, Karte, mehr Überlebende, versucht Schalter zu drücken, Tür von dem Raum öffnen. Ich mache nochmal das, weil sie hat nämlich den Strom vorhin ausgestellt. Vielleicht muss sie ihn jetzt. Ist vielleicht sogar ganz gut, weil das Kabel hätte ich nur anschließen können ohne Strom. Ich bin ein Genie. Exzidentially genius. Ich habe nämlich den Strom ausmachen lassen. Hab dann völlig davon unbeeindruckt hier das Kabel verwendet. Und das hätte wahrscheinlich nicht geklappt, wenn der Strom angewiesen wäre, weil jetzt ist der Kaffee im Automat an. Geil, Simon. Hast du mal wieder Glück gehabt? Danke, Raphsons. Das war's. 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 Dann war's. Sie schreckt in der Mathe. Du und ich, wir müssen uns sprechen, nachdem wir dieses Ort wegkommen. Insofern, stopp, als ob du alles weißt. Kann aber auch sein, dass wir das gar nicht mehr brauchen und jetzt diese andere Geschichte mit dem Zucker bauen müssen. Gucken wir einmal noch mal kurz. Das ist Zucker, ne? Sucrose. 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 So, was will ich denn hier jetzt machen? Ein Bio-Bytes-Mittel, Schmiermittel, Ca-Blut. Wo ist denn hier der Zuckerkram? Ähm, steht der hier auch? Ne. Also warte mal, was mach ich denn jetzt mit dem Zucker? Ich will ja eigentlich nur dieses, ich will ja nur dieses Ding aufkriegen. Ich will nur diese kleine Schublade aufkriegen. Da würde ich das einzige, was da was bringt, ist vielleicht hier dieses potentes Bio-Bytes-Mittel. Da ist ja auch Zucker dabei, sehe ich gerade. Einmal Zucker, einmal, also SI und S. Okay, machen wir das mal. Einmal SI, einmal S und Zucker. Ähm, okay. 1-Unit-Sulphur added. 1-Unit-Sulphur added. Digga, hast du ihm nicht zugehört? Okay. Ah ja. Okay, so. Okay, Mr. Heisenberg, 88, schön, dass du da bist. Wir werden jetzt hoffentlich diesen Holzschrank damit abbeizen. Das sieht gut aus. Ha, Alter! Hebt dir das gut auf, das werden wir... War gut, während es dauerte. Ist vorbei. Aber ich hätte es gerne, ähm, gerne gehabt. Gerne weiter behalten. Das wirkt wie eine sehr nützliche Geschichte in einem Adventure. Okay, jetzt sind wir aber schon relativ gut dabei. Jetzt können wir endlich hier die Tür aufmachen. Aber mal gucken, ob sie es überhaupt verdient hat, die Frau. Oh, ich meine, ist hier nicht einer von den Bösen? Sollte man das annehmen? Ah, das Alien ist der Strider. Okay. 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 Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Sie sind keine Resilteam und sie sind nicht Menschen. Wir müssen weg. Jetzt komm mit mir, wenn du leben willst. Keine Sorge, Woosa, du hast nicht viel verpasst. Ich bin ja erst 20 Minuten dabei. Ich bin ja erst 20 Minuten dabei. Das ist zu weird und ich bin sehr aus Kontrollen. Schau nicht an mich. Mein Plan für heute war, nackte Mädchen auf TV zu sehen. Der Elevator ist fast hier. Sie haben bereits das Gebäude entstanden. Ja, weil ihr auch so lange rumsteht. Hurry, hurry, hurry! If you come any closer, I'll blow this building away! What are you doing? Buying some time. You hear me? We have planted explosives all over this building! Do you think they bought that? I don't know. Surrender immediately! Uh, they did not. Take the elevator. I'll try to hold them off. Are you nuts? Where are your weapons? You can't hold shit! If you do that, you are most likely going to die. Whoa! What the hell? Get in quick! Das ist besagter Strider, der uns jetzt hilft, der uns... Wir haben ihm sein Auge wiedergegeben. Wir wollten ihn eigentlich gefangen nehmen, aber er hat sich alles anders entwickelt. Danke, Booza! Danke, Booza! Booza! What the hell is that? An Alien. And it's not the only one, right? No, he's not. You know more about this aliens thing than us. We should be asking the questions. What are they if they aren't humans? I think they're some kind of humanoid alien. At this point, I can believe anything. They look pretty normal to me. They bleed blue. Also, did you see any of those guys without a hat or helmet? They're not humans. The upper part of their head is full of scales. Besides, the technology they're using is definitively not of this world. What is this place? This is a research facility. They seem to be experimenting with different elements combined with some weird substances they already had. Besides research here, they craft supplies for the North Forest facility. There, they're making some kind of ultimate weapon. I'm not sure what it is, but it's something bad and big. Good. Das brauchen wir heute. Bei diesem Shocktober. Grüße auch an Iron Flow. Der eiserne Flow. Er nervt dich endlos und du kannst nichts dagegen machen, denn er hat eine Rüstung an. Ja, danke, dass du hier bist. Why are we being chased by them? We're inside an ultra secret facility. These guys are plotting something big. Something way too big for them to run the risk of letting us get out alive. What were you doing in the facility? I'm a reporter. At first I thought they were just covering for an illegal substances factory, so I infiltrated them. Then I thought it was an undercover military operation. Then I realized this was much bigger than I thought. You know anything about the tall creature? No. The only thing I can tell is that he doesn't like the people from New Frontier. What the hell? This is awkward. Hehehehe. Oh, you're going to get some team. Okay, this is the point of no return. We are far past that point already. What is he doing? I think he's trying to communicate. Hi, my name is Vinny. You are? I'm guessing he don't give a shit about your name. He wants us to repair that thing. Oh, now I understand. This place is connected to the New Frontier North Forest facility through this subway. I think he wants us to help him get there. Isn't the North Forest facility full of those guys that are trying to kill us? Yeah. That's why we should leave the train before reaching its final station. But don't worry. I recall there was an emergency exit halfway. I'm not fully convinced, but it's a better plan than just sitting here and waiting for them to catch us. Now let me see why this thing isn't working. I see. You made a mess here. I think I could fix some of the damage. Can you lend me a hand over here? Sure. What you got in your pockets? Maybe I could use something. I have this. I would need those. Okay. By the way, what's your name? Linda. And you are? I'm Benny. And they are Nick and Tony. And he is? We have no idea. They refer to him as a Strider. He doesn't like that name. What about Ralph? It's an acronym for Robot Alien Lifeform. You can't name it Ralph. It's a pretty regular name for a killer alien. What about Killer Destructor? Or Laser Doom? Those names are lame. Ralph sounds good to me. You see? He likes it. Okay, enough with the naming. We have other things to worry about. I can keep working on this thing, but there are some things I need you to help me with to leave this place. Like what? First of all, I need the keys to this thing. Or it's not gonna work. Also, the battery is too damaged. I need a replacement battery. It doesn't have to be the exact same kind of battery, but at least one with decent voltage. And last but not least, we must validate our departure in the central computer. You know this place better than us. Is that doable? I guess. Besides, we don't have any other escape options, do we? Take this. What is it? It's a map of this facility. It will make it easier for you to navigate this place. It's huge. Cool. Aren't you coming with us? No. I have to keep working on this mess. But don't worry. I'm sure you're gonna do a great job. Aren't you afraid to be left alone with Rolf? No. He seems to be a good guy. You see? Okay. I can't take the map from there. How big is this place that you need a map? If this map is right, the tunnel crosses the river and connects Southplains with North Forest. Yeah. Yeah. That's the two places in which everything plays out. It's a classic key card that reads Conjonner. Let's type R+. 05, 06, 19. Conjonner. Is your name Conjonner? Okay. Here can't do anything. It's full of buttons and lights. It's not that complicated. You see this button starts the engine. And with this you go forward. This must be the lights. And this must be... I have no idea what this one does. Let's not touch it then. It needs the key to work. So don't worry. Okay. I wonder where this thing comes from. Not around here. It's a safe bet. Hello. Do you understand us? He said yes! You don't understand us, do you? He doesn't understand us. Or he is replying very vaguely to our questions. Where are you from? Where are you from? What a weird name for a planet. Pip pip pup! I think it's a bad idea trying to use a language we don't understand. We could be insulting his mother. If he has one. Wait here. We will be back soon. Okay. Krass. Dass es so groß ist, dass meine eigene Karte hat, habe ich jetzt nicht erwartet. Also, wir haben ja den Bahnhof. Zur Baustelle, Arrestzellen, Computerraum, Konferenzraum, Botaniklabor, Biolabor, Serverraum, Geologiestation und Speisesaal. Holla, die Schwanzfee. Ich gehe mal auf Biolabor. Das ist krass, weil das letzte Areal war ja noch kleiner sogar. Und da haben wir auch sehr, sehr lange uns quasi hin und her gesucht. Das kann also schon eine ganze Weile dauern. Diese Gas-Cylinders sind leer. Und wahrscheinlich haben sie Potassium-Sulfide. Warum wollen sie Potassium-Sulfide? Ich weiß nicht. Und ich habe keine Ahnung, wie man aus dem Gas kann. Was ist das denn? Danke Gott, es ist tot. Es scheint, dass sie hier eine Autopse gemacht haben. Ich mag diese Dinge nicht. Kann man da reingreifen? Ich bin nicht sicher, ob es wunderschön ist. Es sieht aus, dass es quasi tot ist. Aber trotzdem. Es sieht zu groß und zu schrecklich. Kein Weg, es mit unseren kleinen Händen zu öffnen. Das hat keine Nummer... Natürlich nicht. Kurz mal den Computer nochmal anchecken. Das ist das, was ich probiere. Das ist das, was ich probiere. Das ist das, was ich probiere. Okay. Und da gibt es 49 Reasons, warum man immer mehr als ein Hellmite per Kage geben soll. Ist es eine Kür für ein Hellmite-Venom? Diese Dinge sind sehr venom? Wahrscheinlich. Kannst du die Dokumente abzielen? Ich versuche es, aber sie fragen, dass sie ein 20 Charakter langes Passwort haben. Vergiss es. Lass es probieren. Ich habe keine Ahnung, was ich sah. Aber es multipliert. Ich liebe dieses Ort. Super spannend. Dieses Chart repräsentiert alle Teilen der Anatomie. Sie sind als Hellmites. Und wahrscheinlich ist das der Mutation-B22. Ja, geil. Da ist ja sogar eine. Oh, das ist ein Hellmite. Fokuss. Ich habe es schlimmer gesehen. Hast du noch einen nackten Molrat gesehen? Nein. Aber ich schaue mich an ein Monster aus dem Outer Space, das sieht jetzt viel zu hostile. Das braucht keinen Geistkopf. Man kommt irgendwie rein über diesen Luftschacht. Oder es kann vielleicht sogar entkommen. Ähm. 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 Ja, das auch noch. Ja, ähm. Lieber C1Y. Äh. Ich habe gestern schon Metro durchgespielt. Und auch schon direkt einen Podcast dazu gemacht. GameMon Folge 11. Ich will es mir angucken. Nein, 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 nein. Die Eier angucken. Sind diese Aliens reproduziert? Ich bin kein Experte. Aber ich gehe mit Ja. 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 Okay, hier geht es nicht weiter. Immerhin. Jetzt wissen wir halt, was hier passiert. Obwohl, eigentlich wissen wir nicht, was passiert. Aber wir wissen doch durchaus, äh. Wo sich die Höllenmilben befinden. Jetzt gehen wir einmal alle Räume durch. Ganz easy. Vom Biolabor zum Serverraum. Oh shit. Ob man... Ja, weiß ich nicht. Na, ich geh mal hin. Hallo. Ich werde nicht überrechnen. Jesus Christ. Schraube deine Weapons. Wir werden dich nicht verhören. Ich bin nicht so dumm. Ich werde nicht über das fallen. Okay, das ist ja schon. Ich bin nicht... Okay, das ist ja schon. Was ist dieses Ort? Ich versuche mich nicht zu distracten. Du wirst sehr gut wissen, was diese Operation geht. Schraube Monster. Bitte, stopp' uns an uns. Kannst du mich für eine Böse nehmen? Ja. Seine Fahre tut. Geh näher, damit ich dir besser fahre. Tschüss. Du wirst alle sterben. Du wirst aus dem Zeitraum gehen. Bis nach diesem... Oktober. Habe ich schon viel von gehört, ja. Oder gesehen auch. Schreibe ich mir noch mal auf, dass ich das nicht vergesse. Aber es ist halt einfach irgendwie so viel immer, was man spielen kann, dass es einfach manchmal dauert, bis man dazu kommt. Okay, wir kommen jetzt hier nicht zu ihm. Man könnte jetzt natürlich versuchen, ihn mit irgendwas zu überzeugen. Es ist nicht so, dass du über diese Sicherheitsidee interessierst. Danke, Geronimus Röderus, äh, für deine, äh, für deinen Sub. Ok, ne, hier können wir, glaube ich, noch nichts machen. Aber hier, Sesamölflasche. Ne. Ne. Er schießt auf uns! Er muss denken, wir sind auch arm. Das macht Sinn. Es ist besser, wenn er nicht weißt, dass wir nicht. Was? Okay, den Raum müssen wir uns merken. Jetzt gehen wir zum Geologie-Labor. Das Ding ist groß. Warum brauchen sie diese Monstrosity? Ich habe keine Ahnung, wie diese Alien-Technologie funktioniert, oder was sie hier machen. Es scheint, dass du diesen Magnet nicht elektrischen solltest. Oder so etwas wie das. Kann man da irgendwas mit dem Schraubenschlüssel machen? Naja, gut. Ich bin mir sicher, dass wir den noch brauchen, aber vielleicht später erst. Der Lock braucht ein alphanumerisches Passwort, um zu öffnen. Die Möglichkeiten sind endless. Ich fühle mich, ich bin in Frankensteins Lab. Es ist zu groß, um ihn zu kümmern. Sie sind kaputt. Es gibt keinen Weg, dass ich das öffnen kann. Na gut, wenn du mir ein Lockpick-Set bekommst. Ey, da steht doch einer! Aber es bestimmt nur ein... Das ist keine Person drin, das ist nur die Rüstung. Wir können das ja alles nicht aufmachen. Okay. Ärgerlich. Schraubenschlüssel, mit Padlocken. Padlocken? Wenn ich nur mein Lockpick-Set hatte. Vielleicht. Moment. Was sagt er nochmal? Ein Schraubenschlüssel? Du hast ein Lockpick-Set? Vielleicht. Es ist eine Flasche, voller etwas Liquid. Es ist ein sehr korrosives Acid. Wie kennst du das? Es sagt es auf dem Label. Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel. Einen Schritt näher und ich versuche dich! Ich brauche diesen ganzen Schraubenschlüssel. Wir kommen in der Liebe! Nein, du nicht! Du hast fast alle in dieser Ausbildung töten. Das war nicht wir. Das war... das... das große Alien. Wir sind alle zusammen. Ich bin nicht dumm. Ja. Was ist das? Ich glaube, wir alle sagen, das ist nicht eine valide Option. Na, du sollst dich töten, wenn du kannst. Du sollst dich töten, wenn du kannst. Lass deine Weapons, da ist kein Platz zu gehen. Nein! Der Kalver kann hier jeden Moment sein. Du sollst dich töten! Entschuldigung, das ist vorbei. Nein! Warum nicht du kommst und versuchst mich auf? Was bist du? Chicken? Das ist die größte Worte im Buch. Ja, wir sind nicht so sicher. Was ist dieser Ort? Du sollst mich interrogieren? Warum willst du wissen? Nein! Du wirst bald tot sein. Auf Wiedersehen! Verdammt! Ich habe mich verloren! Nein! Sie hat einen riesigen Laserblatt in der Mitte. Aber was hat euch die Kaffeemaschine denn getan? Sie ist ein guter Freund! Diese Kaffeemaschine ist aus Ordnung. Oh. Es ist eine Kaffeemaschine. Nein, es ist nicht. Schau, es steht auf dem Label. Chau's Puffs. Chau's? Es ist nicht cheese. Es ist einer dieser schweigen Namen sie benutzen. Wie Ruffles. Schau, sie sehen genau wie Cheese Puffs. Schau, sie sehen. Es ist eine Kaffeemaschine. Ich glaube, Sie werden nicht nachher Kaffeemaschine finden. Ich werde das nicht tun. Ich werde das tun. Es ist nicht. Sie sagen es auf dem Label. Sie sehen wie Cheese Puffs. Sie riechen wie Cheese Puffs, und sie schmeißen wie Cheese Puffs. Ich dachte, es ist der Taste of Cheese. Oh mein Gott, das schmeißen wie Scheiße! Sind Sie okay? Das ist das sauerste... Das sauerste, was ich nie versucht habe! Okay, jetzt wissen wir, wie Chas schmeckt. Wenn Sie sich fühlen, dass Sie ein Zombie geworden sind, oder dass ein Monster aus Ihrem Kopf kommen wollen, lass uns wissen. Der Müllkopf ist voll von Trash. Und es beginnt zu schmieren. Aber es ist nicht der erste Mülleimer, den wir hier durchsuchen. Oh, eine Packung Chas Balls. Es ist nur... viel Trash. Was ist das gelbe Ding da oben? Das ist ein Bananapiel. Wir sollten es nehmen und nutzen es, um jemanden zu schmieren. Ich glaube nicht, das ist eine gute Idee. Der Trash von hier riecht. Das ist zu schmutzig. Ich wähle für jetzt. Ich wähle für jetzt auch. Du wirst es später vergleichen. Das glaube ich auch. Warum kann man hier so wahnsinnig viel sich angucken? Was will ich denn mit fünf Stühlen? Oh, der Schleim ist aber nicht normal. Der Schleim ist gut. Es ist gut, dass du mit deinen fellowen Alien-Palsen mit einem schweren Tag auf der Erde zu arbeiten. Es ist alles knackig mit dem grünen Schleim. Es ist besser, wenn wir das nicht bemerken. Aber natürlich nehme ich den Salzstreuer. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Salz, Lemons und eine gute Tequila. Und wir können Tequila-Schläge vorbereiten. Wie könnte das überhaupt in unserer Situation sein? Ich weiß nicht. Dinge werden so verrückt heute Abend, dass ich mich nicht überrascht wäre, wenn wir in eine mexikanische Party gehen müssen, um hier rauszukommen. Okay, ein Evakuierungsplan, der für uns natürlich sehr relevant ist. According zu diesem. Die einzige Exit hier sind... ... der Elevator, der gebrochen ist. Oder... ... der Train, der nicht funktioniert. Danke Gott, es gibt kein Feuer. Nein, nur eine kleine Alien-Armee, die versucht, uns hier zu kommen und uns zu töten. Wir sind so verabschiedet. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Steht leider nicht, was da... ... was dahinter ist. Diese Tür hat keinen Karteleiter. Die Tür ist lockt. Alle Türen hier sind immer... ... verschlossen. Das ist... ... Nummer eins. Oh! Eine Hand? An der Decke? Warum ist da eine Hand auf dem Knochen? Verdammt! Das Laserblast ist stark! Dieser Mann hat sicherlich eine schreckliche Tod. Das ist witzig. Das ist das erste totes Körper, das wir gesehen haben. Was meinst du? Ralph attackt und killt so viele von diesen Leute, wie er konnte. Er zerstörte alles in seinem Weg. Doch so weit haben wir nur blühe Liquid geklärt. Nicht ein einziges Körper. Nicht sogar ein einziges Stück Flaschen. Except für diesen Mann hier. Vielleicht hat er seinen Selbstdestruct-Mechanismus verloren. Denkst du, dass die anderen Leute ein Selbstdestruct-Mechanismus hatten? Er hat ihn oder hat ihn? Und er ist auch aus dem Outer Space. Das ist eine interessante Theorie. Da macht er aber einen guten Punkt. Weil wir haben sehr viel Blut gesehen, aber keinerlei Leichen. Das ist schon ungewöhnlich. So, wir gucken erstmal, warum da eine Hand an der Decke ist. Ich kann es nicht erreichen. Nein. Kann ich hier noch weiter? Nein. Okay. Ich nehme ein. Wir nehmen nicht die Beine in die Hand. Auch wenn wir schnell wegrennen müssten. Doch! Du hast ihm in den Schritt gefasst. Das haben wir alle gesehen. Okay, wir können hier nicht viel machen. Also, lassen wir es erstmal sein. Und fangen hier weiter an. Aha. Ein Ofenhandschuh. Ich hoffe, niemand von der Schule sieht, mich dieses Blut zu tragen. Lass uns auf diesem Ort auszutreten. Dann können wir uns über die Eidioe schauen. Ja. Dieser Handschuh kommt mir wie gerufen. Was haben wir noch? Ganz viel. Oh. Mikrowelle. Äh... Schublade? Blast! Die Schublade sind empty. Warum dann überhaupt eine anklickbar machen? Die Kabinette ist lockt mit einem kleinen, aber resistenten Lock. Hm, okay. Mit dem richtigen Schlüssel würde ich da durchkommen. Ähm... Einen pinken Blumen-Themen-Themen-Mitt. Es sieht ziemlich dumm aus. Aber wir haben noch ein anderes Blumen-Motiv, nämlich an dem Hawaii-Hemd. Was hinter dem einen, ähm, hinter der verschlossenen Tür ist. Vielleicht kann man damit irgendwas später machen. Ach so, hab ich ja schon. Ach so, hab ich ja schon. Einer, der es in 1860 kreiert hat? Ich hatte keine Idee, Tony. Ich schaffte Killer-Aliens und lerne. Was für Nacht! Dieses, ähm, X-Subjekt, oh, hier sieht man's ja auch, wird ja dazu benutzt, äh, haben wir ja auf diesem, ähm, in dem hier auf den Notizen gelernt, ähm, um Dinge schneller, krasser wachsen zu lassen. Man sieht's ja hier bei dem Natrium-Karbonat ist das nicht, Natrium-Bikarbonat ist das nicht einfach Salz, äh, egal. Aber auf jeden Fall, man kann das, äh, kombinieren mit... Ah. Da. Äh, auch nicht. Da. Substanz X, je mehr, desto größer wächst sie. Sekundenschnelle... Ja, okay, also eigentlich ist das schon alles, was man wissen muss. Das Whiteboard hat einige unintelligte Formulen auf dem. Ich würde eher sagen, es ist ein Blueboard. Vielleicht ist es ein Alien-Language. Vielleicht wurde es von einem Doktor geschrieben. Ich habe mich einfach geblieben. Ja, das Whiteboard ist nicht zu benutzen. Ähm... Blast! Die Schrauben sind leer. Dann macht sie doch nicht anklickbar. Ihr macht mich fertig. Hier ist auch noch ein bisschen was von dem, von der Substanz X. Kann ich denn irgendwie was mitnehmen? Sieht nicht so aus. Ja. Und ich nehme an, Salz reinschütten ist auch eine dumme Idee. Oh, Pepper. Du hast es gerade schon erzählt. Du hast es gerade schon erzählt. Okay, das ist jetzt mal ein großer Salat. Ob man das auch mit anderen Gewächsen machen kann? Hier ist halt einfach gar nichts. Hier ist halt einfach absolut gar nichts. Nichts kann ich benutzen, obwohl ich weiß, ich brauche diesen Erlenmeierkolben oder die darin enthaltene Flüssigkeit. Und hier diese Geschichten da oben auch. Kann ich hier im Moment nicht viel machen. Oh, danke, Raspur1. Du hast das einzige gemacht, was man machen kann, nämlich abonnieren. Das hast du richtig gemacht. Du hast den Knopf gefunden. Und auch danke, iGotcha85 für das verschenkte Abo. Das hast du auch ganz gut gemacht. Das heißt wahrscheinlich, geht die Treppe und das hilft deiner Herzgesundheit. Das ist mal ein Monitor. Das ist ein großer Monitor. Ich wäre so glücklich, die TV auf dieser Größe auf dem Bild. Da hast du den Salat. Ja, ein bisschen spät, aber gutes Zitat. Lass uns mal probieren. Lass uns mal probieren. Lass uns mal probieren. Das funktioniert nicht. Ich weiß, Genie. Wir müssen das richtige Nummer benutzen. Lass uns mal probieren. Die Türen sind geschlossen. Dieser Tisch ist geil. So ein richtig schöner Putin-Tisch, ne? Maximale Länge. Warte ist jetzt gerade hier Verschwörungstheorie. Das ist ja interessant. Wir können ihn aber leider nicht mitnehmen. Aber die Information ist ja schon sehr interessant. Was ist das denn? Ein Lüftungsschacht. Aha. Ich kann es nicht erreichen. Es ist ein Schacht in der Wand. Schacht. Aha. Okay. Wir waren jetzt hier. Jetzt gehen wir nochmal zum Computerraum. Wir haben nur noch zwei Räume. Drei Räume. Hallo? Central Computer Online. How may I help you? We need you to validate the next train departure. Action denied. Security Protocol 304 initiated. Could you please validate the next train departure? Action denied. Security Protocol 304 initiated. What if it's super important? Super important is not a valid reason to override Protocol 304. Wir könnten ihm damit drohen, einfach das Kabel rauszuziehen. What is the Security Protocol 304? The facility's security has been compromised. No one can leave the facility until the situation has been normalized. The situation has been normalized. Please stop Security Protocol 304. Negative. You do not have the credentials to stop Protocol 304. We should reset this computer. Negative. You don't have the credentials to initiate the reset process. What if we unplug and replug the power cable? Dot. 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 Negative. The central computer memory is saved in an external server. What if we turn off the external server? Dot. 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 Protocol 304 activated information. Denied. What is this facility? Protocol 304 activated information. Denied. Is there any command we could use? The command trivia is available to relieve stress during Protocol 304. Trivia? Did you know that Yuri Gagarin was the first man to travel to space? Trivia. Yuri Gagarin's Vostok 1 flight took place on April 12 in 1961. Das ist ja wie eine Computerversion von dem Nerd hier. Trivia! Yuri Gagarin was born on the 9th of March 1934. Do you know any trivia that doesn't involve Yuri Gagarin? Processing. No. Goodbye. Have a great day. Oh man ey. Okay, wir resetten einfach mal. I'm not sure. This thing is sparking. Oh come on, how bad can it be? Do you remember the battle we made at junior high with lemon, zinc, copper and a cable? Yes. Do you remember it gave you a little shock and you said the sensation was really annoying? Yes. Well, this is probably 20.000 times stronger. I don't like how that sounds. Then don't touch it with your bare hands. Should I try this? No. Oven gloves are heat resistant. Not electricity resistant. You should use something coated in some kind of non conductive material. Sure. Endlich kann ich mal was mitnehmen. Also wir müssen irgendwie einen Weg finden, hier diesen Computer zu resetten. Hier ist auch noch eine komische Maschine. Das ist ein Radio, oder? Ich bin nicht sicher, was ich da schaue. Ich glaube, das ist eine alien Technologie. Es ist nur ein altes Radio. Oh, ich verstehe. Sie machte die Tür auf und hatte nichts an außer dem Radio. Das ist eine meiner Lieblingssätze. Ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Detektiv-Film das Ganze kam, aber das ist eine meiner absoluten Lieblingssätze. Das ist ein vieles Material. Keine Angst, ich kann es mitnehmen. Nein, es ist eine schlechte Idee. Wenn wir fahren müssen, das wird uns schlafen. Schlafen wir uns an. Ein vieles Bild über das, was elektromagnetische Forschung aussieht. Das Laser muss schlafen. Substanz X. Hier sind manchmal, genau, Serverraum. Da sind die bewaffneten Wachen, die uns auf den Sack gehen, die wir erst wegbekommen müssen. Waren wir denn im Speisesaal? Ja, da waren wir. Genau, da ist ja hier diese Käse-Dinger. Und hier komme ich nicht rein, weil die Tür nicht aufgeht. Vielleicht passiert das später dann. Oh, Arrest-Helden. Das klingt sehr interessant. Es ist ein schlafen Locker. Es sieht genau wie die, die wir in der Schule haben. Dann können wir es mit einer Karte und etwas Druck öffnen. Gib mir einen Moment, ich öffne es. Nicht schlecht. Was ein Verzweiflung. Es ist leer. Nicht leer. Schau, ich habe einen kleinen Schlüssel gefunden. Ein kleiner Schlüssel kann zu großen Sachen führen. Das Ding öffnet die Karte. Es funktioniert nicht. Hallo? Das ist so gut. Das ist so schön meta. Ja. 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 Dann kann ich mich Prisoner Castillo. Warum bist du in prison? Viele Dinge. Aber... Mainly für... Insurrection... Kidnapping... Thiebbing... Sabotage... Und... Murder... Oh! Und... Und... Schrauben... Und... Schrauben... 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 Ich ähm... Und... Schrauben... Schrauben... Danke. Ich brauche die Hand, die an der Decke hängt, oder? Eindeutig, die Hand, die an der Decke hängt. Warum sollten wir dir vertrauen? Das werde ich dir doch nicht sagen. Hast du etwas, was du uns zu helfen kannst, um dich aus der Decke hängt? Ich könnte dir das Knife geben, die ich für die Gäste habe, aber ich besser nicht. Du bist mit diesem verrückten Strider, und er ist definitiv versuchen, zu verabschieden diesen Ort von non-native Spezimens zu verabschieden. Wir werden ihm nicht sagen, dass es dein ist. Wir können sogar nicht mit ihm kommunizieren. Ich weiß, sie einfach schreien und schreien. Aber das Gefühl der Schmerz auf diese Dinge ist wirklich gut. Wenn er etwas schmerzt, was mit mir in Kontakt war, mit mir ist, wird wahrscheinlich erinnern, dass er die Survivoren hat. Und er kommt für meine Kopf. Das ist nicht wahr. Ein paar Stunden vorhin, wir sind von ihm, und er konnte uns nicht finden. Ja, und wir waren nur hinter ein paar Bäume. Wirklich? Das ist witzig. Aber dann wieder, Sie sind witzig und schreien. Wer weiß, was kind von verrückten Glanz du hast, um zu verabschieden einen Strider zu verabschieden. Ich kann Ihnen sagen, für mich und mein Kind zumindest, wenn sie unseren Sinn bekommen, dann können sie uns wirklich schnell verabschieden. Er ist also kein Ländermann. Er will uns nichts leihen. Schade. Wir haben aber noch zwei Themen. Hast du keine Informationen, die hilfreich sein können? Könntest du mehr spezifisch sein? Lass mich denken. Komm schon, Junge. Wie werden wir uns überraschieren, wenn du gar nicht wissen, was du sagst? Was sind sie, Kinder? Na ja, wir sind Kinder. Oh, ich dachte, dass ich auf einem Planeten von Hörigen. Wirklich? Ja. Was machst du mit einem Strider? Es ist eine lange Geschichte. Du hast irgendwelche Infos? Ich denke. Der Hauptelevator hat einen secreten Kompartment in der Mitte. Jetzt ist es total verabschiedet. Hm. Kannst du in der Lava? Nein. Selbst wenn wir die Temperatur und die Toxigkeit verabschieden, Lava ist zu tief in der Lava. Kannst du in der Lava? Natürlich kann ich nicht. Aber du bist Aliens. Wer weiß, welche verrückte Dinge du kannst. Du bist nicht sehr hilfreich. Was für dieses Stück von Informationen? Der Kode eines der Locker in der Lava ist latinbubber200. Das ist ein schreckliches Passwort. Aber ein wertvolles Stück von Informationen? Great. Jetzt, helf mich hier raus. Okay. Das war wirklich sehr, sehr hilfreich. Ähm. Was haben wir denn noch? Warum bist du im Gefängnis, wenn wir mich im Austausch für den Zugsschlüssel rauslassen? About letting you out in exchange for the train key. Yes. Nein, lieber Bonsai. Gregor hat keinen Twitch-Kanal. Der hat aber dafür einen gut laufenden YouTube-Kanal, wo er auch manchmal live streamt. Er hat, glaube ich, nicht so Bock auf das Twitch-Game. Aber ihm geht es ja auch sehr, sehr gut bei YouTube. Also, warum sollte er sich da irgendwie wechseln? Das macht... Das wäre ja wahnsinnig dumm, von der einen Plattform einfach auf die anderen zu wechseln. Das wäre ja eine der dümmsten Sachen, die man machen kann. Warum sollte man das tun? Ähm. Oh. Ich muss kurz aufs Klo. Sorry. Ich merke gerade schon... Ich muss die ganze Zeit pinkeln. Ähm. Wir machen mal ganz kurz. Ich bleib nicht so lange weg. Ähm. Naja. Ich hole mir noch ein Cappuccino. Machen wir mal drei Minuten draus. Ähm. Tut mir leid. Ein paar von euch hatten nämlich gerade schon Werbung. Aber dafür gibt es jetzt den Werbesong, den neuen. Und wünsche ich euch dabei viel Spaß. Und dann geht es hier weiter mit einem sehr, sehr interessanten Mix aus... Ja. Aus Retro-Adventure, Pixel-Grafik und Stranger-Things-Setting, könnte man sagen. Viel Spaß damit. Wir sehen uns gleich. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Stuhl? Ja. Was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawoll! Oh, so zum Sitzen. Nee. Das ist ja Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawoll! Ich darf Stuhl nicht zum Sitzen da! Dü, dü. Da sind wir zurück. Das ist ja Stuhl. Ähm. Die Situation hier, in der wir uns gerade befinden, die ist auch sehr Stuhl. Wir haben immerhin einen gefunden, der uns ein bisschen helfen kann. Der hat uns einen Tipp gegeben für eines der Spindel. Aber da gehen wir später hin. Jetzt wollen wir erst noch mal gucken, ob wir mit ihm weiter reden können. Das haben wir... Hast du irgendwas, das du uns leiden kannst, haben wir gemacht? Äh, Informationen haben wir auch schon gemacht. Okay, dann haben wir nichts. So. Ja, es tut mir leid, lieber Flow-Markt, dass du jetzt gerade doppelt Werbung bekommen hast. Ich musste aber dringend noch mal auf die Toilette. Okay, so. Wir fragen uns weiter durch. Wir fragen uns, was du? Woher sind wir? Nicht hier, natürlich. Ich bin in Karnapia, eine schöne Stadt. Die Wetter ist nicht so gut, aber die Goldferren da sind sehr leid. Aber welchen Planeten? Wenn ich sagen, Planet Morello, das macht euch etwas Unterschied? Nicht erwähnen, dass ich die Magischen Wunderschöne des Universums für euch. Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin nicht sicher, wo ich bin. All I know is that I'm far away from home. And that I'm in prison and I want to get out. Da wollen wir dir helfen. Aber sag doch nochmal, was du über die Strider weißt. What do you know about Striders? That they are big and mean. If they get your scent, they can track you down. They are hard to kill. And they don't like us. Why? Because we don't like them either. Goodbye. See you later. Also irgendwelche Aliens haben an anderen Aliens auf der Erde geforscht. Warum weiß man natürlich alles nicht. Hierfür brauche ich die eine Hand, die holen wir uns gleich. Problem erkannt. Hand gebannt. Wenn ich sie habe. Die hängt noch an der Decke. Gehen wir nochmal kurz zur Baustelle. Es ist der eine Raum. Sie waren immer noch auf der Erde. Ja. Sie sahen die Steine. Das ist ein perfektes Platz, um zu sprechen. Was meinst du? Ich weiß nicht. In anderen Bereichen? Ich fühle mich, dass wir monitoriert wurden. Ich glaube nicht, dass sie Zeit hatten, um Mikrofone und Kameras hier zu setzen. Und es hat sogar einen Platz, um zu chillen. Ein ganz gemütlicher Platz zum Abhängen. Es ist ein etwas futuristischer Jackhammer. Dieses Ding ist wirklich schwer, um mich zu manipulieren. Ich wusste, dass ich angefangen hätte, zu arbeiten. Das wäre so geil, wenn wir den mitnehmen könnten. Weil der wäre echt sinnvoll. Könnten wir sicherlich einsetzen. Okay. Dann lass mal quatschen. So. Ja? So, was? Any plan to escape? I think Lindas Plan makes sense. It's the best option we have right now. We can't take the elevator. There is no other escape route. And we can't get out by walking along the railroad. The lava's heat is going to kill us. About the train. Any idea where to get the train key? That guy in the cell has it. We should help him out. I don't like him. What if he's lying? I think he's being honest. He is a criminal. The bull is a criminal, and he's cool. That's different. The bull is our criminal. Yeah. And he likes video games. All grown up, who like video games are cool. Even if you don't like the prisoner from outer space, he's our only choice so far. The Willis are here. The Florentinis. Hello and welcome, dear people. We play a mix of Maniac Mansion and Stranger Things. It has exactly the vibe. You're right. We're in an underground station. Kurze Erklärung. Es gibt Aliens, die diese Station angreifen. Es gibt einen Alien, derselben Ethnier, der gefangen genommen ist, der uns aber helfen will, zu entkommen. Es gibt eine Wissenschaftlerin, die eigentlich eine Journalistin ist, die versucht hat rauszukriegen, was da passiert. Die wartet auf der Zugstation darauf, dass wir alles regeln. Und dann gibt es einen sogenannten Strider. Das sind so große Alien Roboter, nehme ich mal an. Und die kämpfen wiederum gegen die anderen Aliens. Und die sind freundlich. Davon kennen wir aber nur einen. Und mit dem hat auch das ganze Spiel angefangen. Und jetzt sind wir eben schon ein Stück weiter. Aber ihr habt zwar was verpasst, aber ihr kommt trotzdem locker easy rein. Ich hoffe, das gefällt euch. Wir brauchen also einen Zugschlüssel, eine Batterie. Wir müssen ganz viele Sachen machen. Wir haben hier ein riesiges Areal. Wir kämpfen uns gleich durch. Und da sind auch noch einige Wachen, an denen wir auch nicht vorbeikommen. Any idea, wo wir eine neue Batterie bekommen können? Ja, in einem Hardware-Store. Das ist nicht lustig. Vielleicht können wir hier eine Batterie finden. Oder wir können unsere eigene Batterie machen. Das machen wir. Wir machen unsere eigene. Any idea, wie wir die Möglichkeit haben, den Train zu nutzen? Wir sollten die Computer-Memorie reseten. Wie es gerade ist, wird es uns nicht rauslassen. Was denkst du an diesem Ort? Es ist ein riesiges, kaltes, wackes Laboratorium. Ich mag es. Was denkst du, was sie hier hier machen? Ich habe keine Ahnung. Ralf ist das Alien, das uns hilft. Wir nennen ihn so. Können wir ihn bitte stoppen, Ralf? Warum? Ich mag es. Weil Ralf ist schade. Ralf ist gut mit mir. Was, wenn wir ihn Robot-Wolf nennen? Nein. Können wir ihn nicht aus dem Hauptpunkt des Hauptpunktes? Können wir ihn nicht aus dem Hauptpunkt des Hauptpunktes? Warum glaubst du, es hilft uns? Ich denke, er braucht unsere Hilfe. Und er denkt wahrscheinlich, wir haben ihn schon geholfen, als wir ihm sein verletztes Augen gegeben haben. Nichts. Diese Maschine hat eine Art von... Ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht. Oh. Das? Das sollte Liquid-Rubber sein. Es ist grundsätzlich für Rufung. Seit wann kennst du über Rufung? Ich habe letztes Sommer meinen Onkel Lorenzo mit solchen Sachen geholfen. Ich habe den Ofen am Schuh. Ihr werdet jetzt, wenn ihr frisch reingekommen seid, nicht verstehen, warum ich das mache. Aber das wird gleich sich alles, äh, zeigen. Jetzt habe ich den Ofen-Kopf-Club gekocht mit Rufung. Natürlich, Mann. Natürlich, Mann. Okay. Jetzt haben wir den Computer gesetzt. Hast du versucht, es wieder auf und auf zu schalten? Ich bin nicht sicher. Das Ding ist schmerzend. Oh, komm mal! Wie schlecht kann es sein? Du erinnerst die Batterie? Du erinnerst das? Ja. Okay. Hallo. Zentrum für Kita online. Kommt diese Woche? Ich verstehe, dass du versucht, das zentralische Computer-Systeme zu resetten, indem du das Terminal pluggen und das Terminal pluggen. Diese Aktion sollte nicht funktionieren. Bitte desist. Könntest du bitte die nächste Trennepartung validieren? Aktion verhindert. Sicherheitsprotokoll 304 initiiert. Was, wenn es super wichtig ist? Super wichtig ist nicht eine valide Reise, um die Protokoll 3... Ja, okay, okay, okay. Ähm, wir können leider noch mal gucken. Ein Befehl... Die Trennepartung ist möglich, um den Stress zu reduzieren, während der Protokoll 304... Trennepartung? Wir können hier mit dem Kabel noch was machen. Ne, aber das hat irgendwie was wichtiges damit zu tun. Äh, sonst könnte man das jetzt nicht hier vorher noch benutzen. Äh, während man's wieder reinsteckt, bevor man's wieder reinsteckt. Ähm, Hell hat dir gesagt, es gibt einen Server, auf dem er speichert. Ihr habt recht, der Serverraum. Aber hier ist leider der Soldat. Oh, da kann ich gar nicht viel machen. Der lässt mich nämlich nicht durch. Danke, mein Hanf! Aha! Jetzt also dein Hanf, ne? Dein Hanf, alles ist dein Hanf! Teilen! Paff, paff, gew! So, hier müssen wir später zum Bahnhof. Wir haben den Schlüssel, also probieren wir mal beim Speisesaal, ob der nicht da funktioniert. Ansonsten haben wir noch Schließfächer. Okay, Moment. Konferenzraum, Botanik, Labor, Geologiestation, Speisesaal, Serverraum, Biolabor. Wo waren die Lockers? Ah, die waren hier, glaub ich. Ne, auch nicht. Das sind die Arrestzellen. Hier sitzt das andere Alien, das uns helfen wird irgendwann. Äh, wo könnten denn Botanik Labor? Ne, auch nicht. Da ist hier eine Substanz, die wir später brauchen, um irgendwas wachsen zu lassen. Biolabor. Wir gucken einfach alles durch. Ja, da sind welche. Und hier ist auch ein weiteres lustiges Wesen. Äh, ich zeig's euch kurz mal, liebe Florentinis. Da kommen wir später auch noch hin. Es wäre natürlich kein Stranger Things Labor. wenn hier nicht auch irgendwelche gefährlichen Wesen für Experimente abhängen würden. Moment. Wat? Ach komm, ernsthaft? Das gibt's doch nicht. Ja, ihr habt recht, das heißt Puff, Puff, Pass, ne? Ja, ich selbst bin doch absolut unwissend, was diese Drogen angeht. Ja, das wurde doch schon erklärt wegen denen hier, wegen den, äh, Höhlenmilben. Ja, scheiße. Jetzt muss ich, jetzt bin ich, äh, kurz überfragt, wofür könnte der Schlüssel sein? Okay, wir gucken mal, Arrestzellen haben wir durch, Computerraum war nix. Konferenzraum. Das ist der große Fernseher, den man aber nicht anmachen kann. Oh, Schubladen. Die Drogen sind lockt. Das ist es nämlich. Nee, du Scheißkerl! Okay, nee, das hat nicht geklappt. Da ist auch noch wieder Lüftungsschacht, aber das wird sicherlich auch nicht funktionieren. Der Schlüssel wird da nichts öffnen. Danke übrigens, die Fans, für zehn Monate Support. Vielen, vielen Dank. Guck mal, gucken, ist ja noch irgendwas verschlossen. Die Schubladen gehen auf, leer, und die gehen auch auf und sind leer. Los! Ja, wie ihr seht, haben wir Kämpfe stattgefunden, äh, das waren die, oder war einer der Strider, der dann richtig aufgeräumt hat, nachdem wir ihm sein Auge wiedergegeben haben. Wir wussten natürlich überhaupt nicht, was hier theoretisch alles passieren kann, äh, wenn wir ihm dieses rote Ding wiedergeben, ähm, wir wollten ihn ja eigentlich gefangen nehmen. Das ist so weird, dass das nicht aufgeht. Die Tür ist lockt. Ich kann es nicht erreichen. Ja. Hätte man die Hand an die Wand gepackt, statt an die Decke. Den Kabel? Den Kabel? Aber das Kabel wird nicht helfen. Der Glasschrank hat ein Schlüsselloch im Biolabor. Oh, du hast recht, stimmt. Das Biolabor. Da, Botanik? Biolabor! Da ist es ja. Ne. Das ist nicht das Bio... Ne, ne, ich glaub, du meinst was anderes. Aber ich weiß, dass du, äh, richtig leakst mit der Idee. Wobei hier ist auch... Aber das ist nicht... Aber ich weiß, was du meinst. Genau. Das ist eins der Labore. Das hier wird nicht klappen. Das Kabel... Ich will es trotzdem machen. Als würde ich da aufmachen wollen. Ja, ein riesiger Haufen Aliens. Scheiße. Okay, äh, und zwar ist es dann, glaub ich... Es ist, glaub ich, ein Botaniklabor. Ja. Da ist nämlich auch ein kleines Schloss. Cool. Das war das Kabel des Kabel. Und ich hab ein Passwort. Latin Lava 200. Genau. Das hab ich von... Dem Gefangenen bekommen. Allerdings weiß ich überhaupt nicht... Äh, wo ich das benutzen könnte. Okay, das ist jetzt die Substanz X, oder? Ne, F. Ich hab keine Idee, was Substanz F ist. Ich hoffe, es ist kein Virus. Überlegen, wo könnte man jetzt... Das Passwort benutzen. Wahrscheinlich ist es für den Serverraum, oder so. Wo ich nicht reinkomm, weil, wie gesagt, die Wache davor steht. Gucken wir nochmal hier. Oh, hier wären auch noch einige Sachen gewesen. Da! Das ist es, glaub ich, schon. Weil wir wollen... Aus irgendeinem Grund wollen wir diesen Schal, oder... Hawaii-Hemd, oder was es ist. Das heißt also, es gehört jemandem privat. Und das bedeutet... Das ist auf jeden Fall das richtige Passwort für so'n Schloss. Mal versuchen... Latin-Lover-200. Okay. Nein! Cool. Das ist, was sie wollen, dass ihr sagt. Seid doch mal ehrlich! Seid doch mal ehrlich! Seid doch mal ehrlich! Seid doch mal ehrlich! Die Chips von dem... Von dem... Äh, hier... Ähm... Von dem Gates... In dem... In dem Covid... Impfstoff... Das kommt doch alles von Aliens. Kannst du mir doch nicht erzählen. So, ähm... Jetzt haben wir hier den Schal. Okay. Warum nicht? Ja. Hey! Lass den Schal, wo es ist! Nein! Ich würde es lieber behalten, Herr Latin-Lover-200. Das ist ja interessant. Also... Jetzt wissen wir auch, dass er... Latin-Lover-200 ist. Einen Schritt näher und ich versuche dich. Zurendere! Das ist vorbei! Never! Warum kommst du nicht und versuchst mich aus? Wo bist du? Dich? Das ist die älte Tante im Buch. Ja, wir sind nicht so insekuriert. Lass deine Waffen fallen, du kannst nicht entkommen. Haben wir probiert. Wir kommen in Frieden, haben wir probiert. Was das für ein Ort, äh... Bringt der Leibe alles nix. Kann ich... Ich probier einfach noch mal. Jetzt weiß ich, dass der Schal irgendwie wichtig ist für ihn. Vielleicht kann ich ja irgendwas damit machen. Der Schal ist aus Silke. Es riecht wie Zinnamen. Ich würde es lieber nicht. Nein, danke. Nein, danke. Ich würde... Ich mach das jetzt mal ganz blöd, weil ich mir nicht sicher bin, ob man da nicht irgendwas kombinieren muss. Nee, aber war klar. Dieser liebste Schalke wird nicht von viel Hilfe da sein. Sie sind kaputt. Es gibt keinen Weg, dass ich das öffnen kann. Na, wenn du mir ein Lockpick-Set bekommst. Wie immer bei diesem Spiel. Man kriegt sehr schnell Lösungen. Macht dann einen Schritt weiter und hängt direkt beim nächsten Schritt. Ich meine, so ist es halt bei Adventures. Aber es macht einen auch wahnsinnig. Weil ich habe so eine komplette Winterausrüstung jetzt. Aber ich kann nichts damit anfangen. Was ist hiermit? Nee, ne? Das mit dem Kabel wird nicht helfen. Wir haben Salz. Salz. Geigerzähler. Das Kabel. Substanz für den Salz. Okay, wir gucken mal gerade Substanz F. Wir gucken nochmal in unseren Notizen, ob das nicht hier irgendwo auch erwähnt wird. Ah, Moment, hier war was. Hier, F. Silizium oder Silikon oder irgendwas mit Schwefel. Plus F. Ca, Blut. Wird irgendwann vielleicht wichtig. Nee, und hier steht... Ah, hier war was mit Zimt. Nee, Zink. Entschuldigung. Zimt. Ähm, Substanz X. Ja, das ist die andere, die in dem großen Kolben vor sich hinschwappt. Nee, okay. Jetzt haben wir ein bisschen was, aber auch nicht alles. Es ist halt doof, dass ich die Leute hier, diese beiden Soldaten nicht wegbekomme. Und hier ist Sesamöl, das hätte ich halt auch gerne. Verdammt! Er schießt uns! Es ist besser, wenn er es nicht weiß. 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 Wir gehen mal zurück und gehen noch einmal noch mal kurz eine kleine Fragerunde. Vielleicht hilft das ja. Wir können das mit unseren Beerenhänden nicht hin. Hallo! Das hilft alles nicht. Woher bist du denn? Was ein witziger Name für einen Planeten. Warte hier. Wir werden bald wieder zurück. Sie tut immer so, als würde sie voll viel arbeiten. Aber ich wüsste nicht, was. Das braucht eine neue Batterie, um zu arbeiten, oder? Ja. Es braucht immer noch ein paar Fixen, hier und da. Aber mein Vater war eine Mechanistik. Ich kann das handle. Linda? Ja? Ja, ich glaube, wir reden mal ein bisschen mit ihr über die ganzen Sachen. Ja. Einmal über alles reden. Ist es noch eine andere Erkaufsroute? Danke, Dreamfairer. 666. Nein, nicht wirklich. Unless du den Suizid als eine Form eines Erkaufs. Natürlich nicht. Gut. Dann sind wir auf der gleichen Seite. Wie hast du diesen Ort infiltraten? Der Prozess war lang. Ja. Aber das heißt, Fake-IDs. Poor-Human-Resource-Management. Und Glück. Kannst du uns etwas geben, das du nicht benutzt hast, um den Tren zu fixieren? Lass mich mal schauen. Nein. Ich habe nichts für das. Bist du sicher? Äh, wenn du ein Paar Gläser benutzt hast, um den Tren zu fixieren? Ja. Wir brauchen Gläser, um den Tren zu fixieren? Nein. Ach, er hat ja auch schon eine Brille. Äh. Äh. Kannst du uns auf die Dinge, die wir brauchen, um dieses Ding zu gehen? Jetzt wird es nochmal wichtig. Klar. Um dieses Ding zu gehen, brauchen wir neue Batterien. Die Klai des Tren. Und... um unsere Entfernung in dieser Facilitäts-Main-Computer. Das, äh, wussten wir alle schon. Alles ist... ... zur Hälfte schon gelöst. Warum denkst du, Ralph ist glaubwürdig? Ich bin nicht sicher. Aber zumindest versucht er nicht, um uns zu töten. Und er ist der einzige, der hier umgebracht hat. Haben wir noch andere Optionen? Ne. Ich werde zurück. Okay. Ich gehe nochmal hier nach links, äh, weil ich gucken will, ob hier vielleicht irgendwo noch ein Item war. Wir sind ja am Anfang so rausgekommen und waren uns halt nicht sicher, ähm, was jetzt passiert. Als nächstes haben wir uns umgeguckt. Jetzt haben wir ein bisschen wieder Informationen gesammelt. Jetzt kann man sich auch nochmal in den ersten Gebäuden, hier in den ersten Räumen angucken. Aber... Ne, ich finde hier ist jetzt nichts gewesen. Außer Spesen. Hm. Man, ich würde so gerne mit denen mehr reden, dass die einem mal irgendwie einen Tipp geben können. Seidenschal, der nach Zimt riecht. Gummi, Ofen, Handschuhe, Kabel, Salz, Geigerzähler, Bücher, Notizen und einen Ausweis. Nichts davon hilft. Dieser Presslufthammer, da weiß ich auch nicht, was man mit dem machen soll. Vielleicht könnte man einfach mal auf die Suche nach dem Kabel gehen und gucken, was man mit dem Kabel so machen kann. Substanz F scheint nicht zu sein. Ich weiß. Ah, warum eigentlich nicht die Spitzhacke nehmen? Ich bin kein Warrior-Klasse. Ich kann nicht diese Waffe nehmen. Ja, die anderen wahrscheinlich auch nicht, ne? Du musst wirklich stark sein sein, um einen Pekkax wie dieser in Solid Stone zu lassen. Hm. Ja. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr gerne ein bisschen helfen. Ihr müsst ja nicht mir alles spoilern, aber da das Spiel relativ neu ist. Sie haben eine Art Hexagonal-Rubber-Road gebaut. Ich sollte nicht vergessen, dass sie Aliens sind. Es ist okay. Die meisten der Dinge, die ich hier sehe, machen mir nicht viel Sinn. Ich habe keine Ahnung, was Substanz ist. Ich habe keine Ahnung, was Substanz ist. Kabel... Es hat wunderschöne Pläne in jedem Ende. Okay, es ist also nicht einfach nur das Netzwerkkabel. Wahrscheinlich brauche ich das später für den Serverraum, aber da komme ich ja noch nicht rein. Die Skarfe ist aus Silke. Es riecht wie Zinne. Und das stimmt, jetzt kommt es mir, ne? Kann der Roboter nicht eine Fährte aufnehmen? Ja, wir haben ja gerade erst erfahren, dass der Roboter ein sehr gutes Geruchsempfinden hat. Und dieser Schal ist von einem der Bösewichte, der uns den Weg blockiert. Und wenn wir das ihm zeigen... Ja! Geil, Mann! Du bist super smart! Okay, wir haben einen Hound. Sehr gut! Ab jetzt wissen wir also, wie wir solche Leute loswerden können. Äh... Der war in dem Geologie-Labor. Ha! Man sieht schon hier so die Flecken. Alter! Es hat einfach mal nichts mehr übrig. Das ist, was von dem alienen Soldaten ist. Wo ist seine Waffe? Keine Waffe. Keine Waffe. Keine Waffe. Keine Waffe. Nur dieses blaues Blut. Lasst uns das. Das ist ein sehr kerosives Acid. Der Container sieht sehr schmerzt. Und es hat sogar noch ein Lid. Wenn das Ding spielst, während du walkst, dann bist du wahrscheinlich verletzt oder tot. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, um das Ding spielst. Aber was ist, wenn ich sehr vorsichtig bin? Es kann nicht so schlecht sein. Es ist enthalten von Glas. Es ist immer sehr kerosend. Du kannst nicht alles wissen. Ah! Schau! Siehst du? Ich habe es. Und nichts passiert. Siehst du? Es ist hier gut enthalten. Es braucht kein Lid. Oh! Nun... Es war kerosiver. Ein Lufterfrischer fürs Auto. So. Moment, da war doch gerade irgendein wichtiger... Genetischer Verstärker. Chemischer Verstärker. Kaliumsulfid. Das brauchen wir. Für einen großen Mix später. Ich werde mir diese Sachen natürlich gleich noch angucken. Ja, Mann! Die Zeit des Schraubenschlüssels! Cool! Jetzt können wir rein! Haben wir das? Es könnte unser Ticket aus hier sein. Du leidst den Weg dann! Diese Metallpyramide ist in einem bestimmten Magnetischen Feld. Es hat eine Inskription in sie. Es schreibt, Enhanced Bronze 32. Diese Metallpyramide schreibt, in einem bestimmten Magnetischen Feld. Es hat eine Inskription in sie. Es schreibt, Enhanced Zinc 03. N-Zinc. Und zwar kann man das, glaube ich, hier gebrauchen. Irgendwo hier. Zinc, Zinc. All diese Infos sind relativ wichtig, wenn man sie lesen kann. Hier. Oh! Verstärkten Zinc. Um ihn aufzuleihen, wieder nichts. Ich habe versucht, die Batterie zu wechseln. Moment! Ich habe versucht, den Mischer zu. Die Labor-Mischer-Batterie-Reiniger. Verstärkte Zinc. Um ihn aufzuladen. Verstärkter Zinc. Also könnten wir davon ausgehen, dass Verstärkte Zinc wie eine Batterie funktioniert. Zumindest dachten das die anderen. Kann ich das auch nehmen? Diese Metallpyramide hat in einem bestimmten Magnetischen Feld. Es hat eine Inskription in sie. Es schreibt, Enhanced Gold 23. Ja, das sollten wir allein schon aus Forschungsgründen mitnehmen. Das hier auch nicht? Und vielleicht die Bronze? Keine Chance auf die Bronze. Na gut, können wir hier noch weiter nach rechts? Nee, dann gehen wir erstmal rein. Okay, es wird immer weirder. Ach, jetzt sind wir hier, genau, in der Kantine. Hier ist offensichtlich ein riesiger Kohl. Bin ich da jetzt? Ach nee, Substanz F, das ist die falsche. Aber vielleicht kann ich hier ja trotzdem drauf machen. Ein Chefrobot. Oder etwas wie das. Ich glaube, er ist nicht mit Ralph. Es sieht mehr als ein Robotrobot, als ein lebenden Robot. Es ist auf den Boden. Seine Welt ist die Kuchen. Na gut, okay, reden. Hallo? Die Tiftronik 2000 salutes Sie. Bitte antwortet Ihre Autorisationkode, um zu gehen. Oh, shit, habe ich natürlich nicht. Klaatu Barata Nictu? Klaatu Barata Nictu? Invalid Autorisationkode. Gib ihm Salz. Na gut, wenn ihr sagt. Das braucht nicht Salz. Nicht Salz. Nicht Salz. So, oh, Kupfer. Na, okay. Natürlich. Okay, das geht nicht auf. Die Säure haben wir auch nicht mehr. All das hier bringt uns nicht viel. Kupfer ist ein wirklich schlechtes Metall, um einen Spoon zu machen. Da ist es ein excellente Konduktor der Hektur. Nein, danke. Nein, nein, danke. Hitze. Nein, 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 nein. Ich, nein, nein. Das muss man manchmal einfach machen. Ich denke, es ist locket, aber Ja, ich kann es von hier öffnen. Es funktioniert nicht. Es hat einen riesigen Laserblatt im Mittag. Riesiger Laserschuss in der Mitte. Okay, notiert. Hm, hier. Kupferlöffel. Aber Wärmeleiter. Also, wir brauchen übrigens diese Hand für einen Handscanner. Für was sonst? Hütter das mit einer Spoon wird nichts lösen. Es ist eine Kopferlöffel, nicht eine magische Wände. Ey, du versuchst es aber auch nicht. Ja, ich komme nicht ran. Lüfterfrischer. Nichts davon kann man wahrscheinlich benutzen. Ich würde halt gerne irgendwas ranwerfen, was die Hand löst. Irgendwie muss ich dieses Blut wegkriegen. Ich glaube, dass das an dem Blut klebt. Oh, das ist eigentlich ein guter Punkt. Mann, ihr seid so smart heute schon wieder. Hast du versucht, einen der Stühle zu bewegen? Deswegen kann man die alle angucken, ne? Aber es würde mich sehr wundern, wenn jetzt einer von diesen Stühlen gehen würde. Aber ihr habt schon recht. Es sind schon recht viele. Kann ja gut sein. Vielleicht aber auch nicht. Ja, okay. Es ist fixt. War eine gute Idee. War eine wirklich gute Idee. Hat aber nichts gebracht. Tisch auch nicht. Ja, das ist also leider nicht das Richtigste. Rätselslösung. Oh. Aber den Mülleimer? Ja, okay. Das ist ein Bananapier. Wir sollten es nehmen und... Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das ist zu stark. Aber du bist... Das ist der selbe Dialog wie vorhin. Das geht nicht. Hm. Okay. Wir haben also diesen Wärmeleiter, das Kupfer. Irgendwas kann man ja damit machen. Hier sind die Arrestzellen. Hier brauchen wir die Hand. Hier ist wie gesagt auch der Kollege. Aber der hat jetzt auch nichts Neues zu sagen, nehme ich mal an. Hallo. Hi, Leute. Any good news from the outside world? Nein. Aber wir sind schon ein ganzes Stück weiter gekommen als... Vor zwei Stunden, als wir angefangen haben. Wir haben es wirklich nicht viel gemacht. Was denn? Was sagt ihr? Hat er nicht gesehen? Leider etwas mischen, was das Blut auflöst. Doch, das habe ich vorhin schon gesehen. Und ich glaube, das könnte auch eine der Lösungen sein. Denn es gibt eins dieser Gespräche. Einen der Texte. Wo es auch um Blut geht. Aber da steht einfach nur Blut. Und man weiß halt nicht so recht, okay, was ist das? Was ist damit gemeint? Kann man hier wieder reden? Kann man irgendwie wieder quatschen? Nee. Ich kann es euch gerne mal zeigen. Moment. Hier. Nee, Moment. Was war jetzt nochmal? Da. Da. Ca-Blut. Und Substanz F haben wir. Und einmal... Ähm... Sulfur? Nee, ne? Also Schwefel. Einmal Schwefel und einmal irgendwas SI haben wir auch. Haben wir aber nicht hier. Das ist also voll dumm. Und ich weiß auch nicht, was Ca-Blut heißt. Ähm... Könnte ja alles sein, ne? Das wird auch noch wichtig. Gravitationsfelder können verstärmen. Metalle zum Schweben. Ein elektromagnetisches Feldschild. Das... Darum geht es nämlich. Weil hier ist ja auch irgendwo dieser große Magnet. Mit dem müssen wir auch noch was machen. Mit dem müssen wir auch noch was machen. Das ist ja auch ein Loch. 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 Wir machen das gleich noch mit den... Ähm... Wir... Wir... Machen das gleich noch mit diesen schwebenden Dinger. Ich will nicht mehr. Ich will keine Röcke, die auf mich fallen, okay? Ich will keine Hilfe von einem Papierklip und ein Stück Bubblegum. Herr MacGyver ist cool und alles, aber... Das ist ein TV-Show. Glaub mir, das ist nutzlos. Das ist nur pläne Schwebende. Well, ich sah in dem... Das riecht halt nach dem, der es benutzt hat. Und vielleicht ist es die eine Wache, die mich noch nervt. Natürlich. Das hat Potenzial. Es hat ein paar Matchen left. Aber ich sehe Potenzial hier. Ich... Nein. Aber ich komme nicht mehr drauf. Das war irgendeine von diesen Kombinationen. Naja. Aber wir kommen gleich dahinter. Okay, wir haben ein weiteres Item. Geil. Was ist hier noch? Oh, da ist aber nichts. Ein Stream von kohlen Luft kommt von dem auch. War das nicht auch für irgendwas wichtig? Ich dachte, man kann es vielleicht damit aktivieren. Luft-Erfrischer? Ja, stimmt. Irgendwas war mit Luft. Da geht es jetzt hier um die Pflanzen. Das haben wir auch schon mitgekriegt. Substanz... Oh, Moment. Indem man Samen mit Substanz F, Substanz X und irgendeinem öligen Zusatzstoff mischt. Eine einheimische Pflanze in Sekundenschnelle zu entwickeln und wachsen zu lassen. Also F, X und irgendein Öl. Wir haben F, haben wir X, wissen wir, wo es liegt und Öl. Kann sein. Aber wir haben jetzt genug, um mindestens ein Rätsel anzulösen, glaube ich. Und zwar, Moment. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ne, ne, ich finde es noch. Wir wollen Arrestzeln nicht, Computerraum auch nicht. Was war nochmal hier? Der Fernseher. Da haben wir aber auch... Ach ja, genau, da ist hier. Genau, ne, ähm, da ist das Ding, was wir nicht aufkriegen, die Schublade. Da hätte ich jetzt die ätzende Säure mal gebraucht. Okay, ne. Stimmt, Öl ist bei der Wache, ne. Ihr habt recht, hier beim Serverraum, hier ist das Öl. Kann man aber nicht nehmen. Oh, verdammt! Er schießt an uns! Keine Ahnung! Er muss denken, das macht Sinn. Er denkt eben, wir werden auch... Oh! Es ist ein bisschen Lippen, die auf dem Grunde spielten. Bei der Schmutz und Farbe, das muss Motorräder sein. Motorräder benutzt. Warum denkst du, dass sie es benutzen? Um ein Motorräder zu verbreiten, wahrscheinlich. Oder vielleicht wollten sie eine große Barbecue machen und es als Feuerstatter machen. Was weiß ich, dass sie Alie sind. Jetzt sprechen wir! Hier geht's. Der Plan ist, wie folgt. Wir starten ein Feuer hier. Da links ist hinweg auf den Öl und die Stunggas-Barrell. Die Stunggas-Barrell wird verbreiten. Dann wird der Stunggas-Barrell explodieren und die Wache wird tot sein. Wir werden das Feuer auf dem Feuer und die Stunggas-Barrell nicht verbreiten. Okay? Das klingt wie ein Plan. Das war kein Betäugungsgas. Danke, Kenny291. Was, was ist passiert? Die Stunggas-Barrell müssen die Stunggas-Barrell nicht verbreiten, die sie in diesem Ort nutzen müssen. Und wahrscheinlich brauchen sie viel. So, sind hier irgendwo vielleicht noch Hände? Mob-Stil. Den werde ich mobsen. Und stehlen. Stielen. So. Server-Raum. Okay. Wie schaue ich das Ding aus? Lass mich das für dich machen. Geil. Central Computer online. Wie kann ich dir helfen? Geil. Können Sie bitte die nächste Trennepartung verbreiten? Processing. Train departure. Accepted. Yes! Well done. It was all thanks to the combination of our efforts. Your knowledge of servers and electronics. You're out of the box thinking. And Nick. Nick war auch dabei. Hey, nobody is going to say anything good about my skills. Well, you can talk naturally to girls you like. I guess that requires skills. Come on. Everyone can talk to girls. Uh, no. Vinny acts pretty stupid when he talks to Samantha Silverman. And when I see a girl I like, I just freeze. I don't act stupid when I talk to Samantha Silverman. You look stupid when you freeze. You do act stupid when you talk to Samantha Silverman. I'm the one who can talk to the girls he likes. So I should judge that. And I can do much more than just talk to girls. I know about cars. And I'm all like the badass leader of the group. You are not the leader of the group. And we talk about that later. We have a train to catch. Hello. You have your computer online. How may I help you? Was hast du denn noch? What is this facility? Information missing. Server connection lost. Please report this inconvenience to the technical department for further assistance. Trivia. Information missing. Sir. Goodbye. Have a great day. You have a great day. Okay, jetzt haben wir eins schon mal gelöst. Wir haben die Genehmigung des Zuges. Jetzt brauchen wir noch hier den Dude aus der Arrestzelle. Und der, für den brauchen wir die Hand. Die leider immer noch hier am Speisesaal hängt. Oh. Ach, jetzt machst du dich aber echt ganz schön wichtig. Okay, das ist es nicht. Eine Hand wäre nicht schlecht, die ich jetzt an den Mobstiel stecken kann. Okay, das wird nichts mehr. Ähm, dann gehen wir da erst mal weg. Ja, jemand hat da noch eine gute Idee, wobei ich nicht weiß, ob die wirklich klappt. Man kann es mal probieren. Und zwar... Das ist halt das Problem, ne? War eine gute Idee, die abzuschrauben, weil man kann die ja alle anklicken. Warum? Aber ich glaube nicht, dass man jetzt alle durchgehen muss. Aber wahrscheinlich hat keiner von denen den passenden die passende Größe. Nee. Nee, das wird nichts. Aber ist eine wirklich äh, Golide, äh, Golide. Gute, solide Idee. Aber hier irgendwas Sinnvolles auch noch nicht. Ach, warte mal, da war doch eine Nummer, oder? Wo war noch mal, wo wurde noch mal diese Nummer gesagt? Shit. Die wurde nämlich von dem Computer gesagt. Ähm, ärgerlich. 4 to 4? Wisst ihr die wirklich noch? Weil jetzt hätte ich nämlich ansonsten den Computer noch mal angemacht. Äh, und den Server angemacht. Dann würde ich noch mal alles, ähm... und wir probieren's mal. Let's give it a try. Ja! Ihr seid so krass. Wie, wie könnt ihr euch daran erinnern? Well, I see you've learned to use some of our communication devices. Who is that guy? I'm Admiral Rembrandt, Commander of the 34th Fleet. And I order you to desist in this futile attack on our people. What is this place? This is a research facility. We are people of science. Why do you have so many armed guards, then? We need to protect ourselves. And after tonight's events, it's obvious we needed more weapons. Are you an alien? What kind of question is that? Yes or no? Well, yes, but we're here purely for research purposes. Where are you from? Your people haven't mastered interstellar travel. Any reference to my planet will make no sense for you. But, to put it in simple terms, we come from far, far away. We will only surrender if you hear our demands. I'm not sure if you're in a position to bargain. Nonetheless, what are your demands? We want to get out of here in one piece. Yeah, sure. I can guarantee you that. No tricks. Not even one trick. Just surrender. Open the elevator door so my men can secure the area and escort you back to the surface. We can't do that at the moment. Then I can't assure your safety. We will only... We will only... I know. I'll try again. We want you to come... Oh, that. Yeah, we're informing the local authorities as we speak. They should be here any minute. Now, open the elevator door so my men can secure the area and escort you back to the surface. We'd prefer to wait until the police arrive. I'm not sure if you're in a... The following people are to be released from their captors. In Northern Ireland the seven members of the new Provo Front. In Canada the five imprisoned leaders of Liberty de Quebec. In Sri Lanka the nine members of the Asian Dawn Movement. Asian Dawn Movement? Über die stand mal was in Time Magazine. Yippie-Ki-Yay! Okay. We are not attacking anyone. We were just escaping being shot. The 22 soldiers that were killed in that facility don't think the same. We didn't do it. It was Rolf. Excuse me? The tall robot alien? Oh, yes, the Strider. I don't know how you managed to bring one of his kind to this planet, but it was a clever idea. What do you know about the Strider? That they are dangerous, but they can be stopped with enough firepower. So believe me, when my troops manage to get down there, your team will be terminated. But we are not a team. How is that? So, you're not coming with the Strider to sabotage our operation? No. We're here by accident. Interesting. Who else knows you're here? Keiner, no? Keiner. Oh, shit. Hab ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Oh, my God. Quite a few of the toxins on our planet. Mental note. Do you use never kill your gas grenade on this planet? Du hast versucht, uns mit Gas zu töten. Nein, aber du kannst nicht die Beziehung weg. Die Tür ist ein Stück weit. Öl reinmache und die Geschichte F. Jetzt bin ich gespannt. Wat? Aber war das denn nicht gerade? War das nicht? Aber F? Substanz F, Substanz X und der ölige Zusatzstoff. Was ich wahrscheinlich bräuchte, wäre irgendwelche... Ja, okay. Ich brauche halt auch irgendwelche Samen. Aber es sind ja Jugendliche. Also ich meine, das sollte ja nicht so lange dauern. Die sind doch noch frisch. Was ist hier? Es ist halt wirklich immer noch eine Mikrowelle. Okay, wir löschen, wir mischen mal. Das war ja auch nicht wirklich die Idee. Aber gut, ich werde es mal nicht hinterfragen. Vielleicht muss ich das da rausnehmen? Rauslöffeln? Das mit einem... Scheiße. Ich bin so nah am Rätsel. Vielleicht muss ich mir was von dem Kohl holen irgendwie. Oh, kann man vielleicht den Löffel... Darf man nicht... Kupfer darf man nicht in eine Mikrowelle, oder? Was könnte ich denn in diese Mikrowelle packen? Ich fühle mich ein wenig destruktiv heute. Nee, auch nicht, okay. Das Ding brauche ich auch nicht mehr. Ich habe eine... Okay. Also das war schon richtig, aber nicht hundertprozentig richtig. Da fehlt noch was. Diese Flasche hat... Substanz X. etwas Öl. Und... Substanz F. Kann ich den jetzt nicht nehmen? Es ist zu schwer, um sich herum zu tragen. Okay. Der einzige Ort, wo ich was zum Essen finde... ist ja der Speisesaal. Mit dem riesigen... Kohl. Nee. Kann man nicht die Bulette klauen? Nee, scheinbar nicht. Ach ja, hier ist ja Kohl. Nimm doch mal was von. Ich weiß! Und deswegen sollst du ja nur ein kleines Stück da abmachen. Hitting that with a... That stick doesn't... It reads... Lavatry. Lavatry Car Air Freshener. Ja, dann probieren wir mal den Air Freshener. Aber ich brauche ja immer noch irgendwas Gemüseartiges. Okay. Okay, das ist auch falsch. Aber... War ne gute Versuch. Aber ich mein... Weißt ja, ihr könnt ja einfach den riesigen Salat nehmen. Ist ja nicht so, als ob ihr nicht Zeug... überall isst. Aber ich glaube, ich brauche sowas wie... Samen tatsächlich. Echte, richtige... Samen. Geologie-Labor... Ja, könnte sein. Ne, nix davon ist. Ja, ich weiß. Das ist hier nochmal, wovor wird gewarnt? Ne. Irgendwofür ist das doch wichtig. Ne, nix davon ist irgendwie sinnvoll. Aber... Wer weiß am Ende schon, äh, was hier eigentlich woraufs ankommt. Ach ja, hier waren ja auch noch die Sachen. Genau, hier konnte man das doch benutzen. Aber bei welchem? Ich glaube, es war... Gold? Das... Vielleicht stimmt's auch nicht, aber man kann's probieren. Das... Hatte das Gefühl, man könnte es irgendwie benutzen. Das... Okay, vielleicht... Letzte Chance mit dem Salz. Das... 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 Ja. Nu es! Das... 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 Zink... Das... 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 Das ist die Batterie, glaub' ich, ja. Ah. Moment, stand das hier drauf? Ja, 4, 2, 4. Okay, ja. Ne, den Rest brauche ich nicht. Also wir haben jetzt glaube ich etwas, was als Batterie fungiert. Ich nehme an, man muss das vorher aber nochmal neu aufladen. Vielleicht hier. Sicher? Ah, okay. Aber wir kommen so langsam, peu a peu, kommen wir immer weiter. Ich könnte mal versuchen, ob ich das Metall ihr gebe. Vielleicht weiß sie ja Bescheid und sieht, dass das eine Batterie sein kann. Zug-Sperre, Zug-Bedienfeld. Komm, wir reden mal mit ihr. Wir haben ja schon ein paar Sachen erledigt. Linda? Ja? Sie hat nix, ne? Gläser. Nein. Sind Sie sicher? Äh, unless du... Äh. Ich werde... Okay. Also ich denke, dass wir das Zink für was anderes brauchen, aber ich will es trotzdem nochmal probieren. Also immerhin ist grün. Vielleicht hilft der irgendwie. Ah, ihr sagt's auch gerade. Zink und, ähm, Kupfer in einer Säure, wie zum Beispiel Zitrone lässt Strom fließen. Ich erinnere mich an diese Experimente früher und sowas in der Art. Nur, ähm, ja gut, wir haben halt all diese Sachen nicht, ey. Ja, das ergibt keinen Sinn, ne? Put in this metal Put in this metal Ja, klar. Ja, das ist nerg. Okay, wir suchen weiter. Was ich bräuchte, sind weiterhin Samen, irgendeine Form von Samen. Hier ist wirklich nix? Was war mit dieser komischen Tüte aus komischem Kram? Warum hab ich die kurz gegessen und dann weggeworfen? Es ist nichts, du. Was ist das? Das ist ein B... Wir sollten... Ah, das ist zu... Ich wähle für... Du gehst... Wenn du ein einziges Mal nur ne Schere gehabt hättest in diesem Dreckspiel, könntest du so viele Rätsel lösen. Ja, ich muss hier irgendwie aufkriegen. Hier ist aber nirgendwo ein Messer in der Küche. Der ist verschlossen. Der Fridge ist... Ich weiß das Gefühl. Ich mich nicht schuldig. Ah. Ah. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Moment, was war hier? Nein, versteckte Metalle. Okay, nee, kennen wir. Ähm, Leistung der, ähm... Rubin, Kaff, Edelstein... Ah, das ist vielleicht für später. Ja, und hier denke ich, dass der verstärkte Zink eben hilft, um ne Batterie aufzuladen. Diese dämliche Hand da oben, ey. Ich würde gerne diesen verstärkten Luftschacht einmal aufmachen. Dieses Chart repräsentiert all the parts of the creatures' Anatomy. They are named Helmites. And apparently, this is the Earth B22 Mutation-Type. Ich glaube auch nicht, dass man dem jetzt irgendwas Spezielles hiervon füttern kann. Ja, stimmt ja auch. Äh, und ich kann's jetzt aber auch nicht eben groß beeinflussen. Ich bräuchte dazu irgendwas. Ja, weil ich ihn noch nicht habe. Scheiße. Was war noch mal mit dem Computer? Okay, hier geht's nur um alle möglichen Höhlenmilben-Dokumente, die wir aber gar nicht jetzt gebrauchen können. Ah, forget it. Wir suchen irgendwas mit Wärmeleitung. Vielleicht hier bei der Baustelle, wo diese Lava ist, aber was hilft mir dann ein warmer Kupfer-Löffel. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Hier habe ich jetzt nicht so lang gesucht, aber es sieht auch nicht so aus. Diese Kräte müssen die Suppe, die diese Lava brauchen, um diesen Ort zu fahren. Und wahrscheinlich... Okay, der Raum ist durch. Hier finden wir nichts mehr. Äh, Biolabor waren wir eben erst. Geologie-Labor. Ja, ich habe immer noch das Gefühl, hier mit dem Magneten kann man auf jeden Fall irgendwas machen. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich muss hier eine von diesen drei Sachen benutzen, weil dieser Lufterfrischer hat ähm, Kalium-Sulfid. Ich weiß aber nicht, ob das hilft. Was will ich damit? Kupfer ist ein wirklich schlechtes Metall, um einen Spoon zu machen, da ist es ein exzellentes Konduktor von Heut. Achso, ne, ich habe leider keine Batterie bisher. Ähm, glaube ich. Ich habe zumindest keine gefunden. Das hier könnte unsere Batterie sein. Ähm, diese Zinkpyramide, wir müssen sie doch irgendwie halt aufladen oder das Ganze halt benutzen, um irgendeine andere Batterie zu bekommen. Ich meine, hier ist ja offensichtlich nichts. Dieser riesige Magnet ist ja nicht ohne Grund da. Aber ich habe so keine Ahnung, auch hier dieses Ding, die Plasmakugel, das kann man schon damit machen. ja, und dann dieses komische Kabel mit so einem ganz speziellen Anschluss. Neckten. die blaue Flüssigkeit nicht angucken. Hitting that with a spoon. Ich bin so nah dran an der, an der Lösungsrätsel, an der Rätselslösung, an des Rätselslösung, aber irgendwas fehlt noch, irgendwas ganz dummes. Ich habe noch die Mikrowelle, ich habe noch so viel Kram, den ich irgendwie benutzen will, vor allen Dingen. Es gibt übrigens, das ist auch noch wichtig, habe ich gestern noch mal gelesen, als ich mich zum Spiel informiert habe. Es gibt für alles multiple Lösungswege. Also es gibt tatsächlich auch verschiedene Lösungswege, die man für jedes Rätsel benutzen kann. Das ist ja superschön eigentlich, aber das macht es auch nicht einfacher. Die Whiteboard hat ein paar unintelligte Formulaten. Vielleicht ist es ein alienes Sprach. Vielleicht wurde es von einem Doktor geschrieben. Jemand hatte noch eine ziemliche random Idee. Die werde ich auch nochmal ausprobieren, weil jetzt bin ich auch am Punkt, wo ich es wirklich nicht mehr weiß. Aber warum nicht? Man könnte ja versuchen, ihn abzuschrauben. Er ist ja am Boden festgeschraubt. Nichts hat die Nummer 6. Und warum ist hier nirgendwo ein Messer? Warum kann ich mit dem Kohlen nichts machen? Und wir können es gerne versuchen, aber da habe ich ihn ja her aus dem Topf. Nee, leider auch nicht. Und die Tüten kriege ich halt auch nicht auf. Das nervt mich am meisten, weil da sind sich ja auch Samen. dieser dämliche Mob-Stil. Ihr macht mich so fettig. Waren wir? Waren wir? hier, wobei hier immer noch einige Sachen sind. Ich glaube, einige Sachen sind noch offen. Jetzt mal die hier, die Schublade ist noch offen. Der Globus, glaube nicht, dass da irgendwas versteckt ist. Ich komme hier nicht weiter. Lies das Klemmbrett. Ich habe das Klemmbrett eine Milliarde Mal schon gelesen. Da ist leider nicht wirklich viel Wichtiges mehr drin. Hier, klar, dieser ganze Scheiß, aber es hilft nichts. Ich kann die Sachen ja nicht zusammenbauen. Ich habe sie ja nicht. So, nichts davon kann ich zusammenbauen. Nein. Musik Und ich kann vor allen Dingen auch nicht zurück, also ich kann nicht an die Orte zurück, wo es solche Mischgelegenheiten gab in einer Maschine, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Das heißt, ich kann mir nicht einfach nur mit Sachen zusammen mixen, so wie ich das früher hätte machen können. Oben stand doch was von elektromagnetischen Feldern auf dem Klemmbrett. Ja, aber sicherlich, aber was genau soll ich damit anfangen hier? Das sind halt, deshalb geht es darum, dass diese drei Steine, wie die jeweils quasi deaktiviert werden können. Bei dem Gold brauchen wir flüssigen Wasserstoff, deaktiviert werden, welches verstärkte Metall erzeugen das. Also bei dem Gold das, hier war es Aluminiumbasis, war es Natrium, Bicarbonat und bei Zink war es Natriumchlorid, also Salz. Das hilft also leider nicht. Es ist eine gute Idee, aber es hilft einfach nicht. Kann ich die nicht einfach aufmachen? Nee, ach, ich brauche das Ding hier. Es kann wirklich nur noch ein dumme, eine dummere kleine Rätsellösung. Hi, Leute. Nix Neues. Ich dachte, er hat vielleicht was Neues. Ja, den Geigerzähler habe ich schon benutzt. Der wurde ganz am Anfang relevant. Und dann habe ich hier diesen dämlichen Presslufthammer, wo ich auch nicht verstehe, was damit jetzt eigentlich gemacht sein werden soll. Ich rede jetzt mal mit den Leuten. Na, ich glaube, das war es schon. Die Gespräche. Haben wir alle schon. Nee, nee. Ich gehe nochmal durch dieses Loch hoch. Weißt du, das können sie aber, um die Hand runterzuholen, nicht. Das macht mich ein bisschen wütend. Hier habe ich immer noch diesen Luftholzkiste. Vielleicht ist da ja was. Das Loch ist gut gesammelt. Ich brauche eine Krobar, um es zu öffnen. Nee, ne? Hattet das mit einer Spuze, wird nicht... Wir haben doch Substanz F und X, es fehlt etwas Öliges für Dünger. Nee, nee, Öl haben wir auch schon drin. Wir haben das Öl schon geholt, haben es auch reingetan in diesen Kolben. Ähm, aber es passiert halt nichts. Was man in diesen Kolben, glaube ich, braucht, ist irgendwas Organisches. Ich würde mal behaupten, dass in der Küche, in den Säcken irgendwas ist, aber zum hundertsten Mal in diesem Spiel will irgendwas nicht aufgeschnitten werden. Ähm, es nervt mich tierisch, aber es ist halt so. Das würde helfen, wenn es nach Pinien-Lavendel ist. Ja, aber... Du wirst niemals wissen. Ich würde so gerne verstehen, was hier das Rohr nochmal soll. Ein Stream von kohlen Luft kommt von diesem Tübe. So, ich laufe mal hier nochmal weiter, ob hier noch irgendwo was ist. Gummistraße. Kann man damit vielleicht irgendwas machen? Auer nicht. Nichts davon würde jetzt Sinn ergeben. Kannst du ihn anmachen, vielleicht? Es ist nicht eine gute Idee, dass... Ich kann es nicht anmachen, es ist knallt. Das kann nicht... Dieser seltsame fucking Presslufthammer. Danke, Starlord 177. Eieiei, das ist gerade echt knifflig. Ich komme einfach nicht drauf. Ich sehe so viele Rätsel um mich rum und irgendwie bin ich überall nur so halb drin. Warum kann man die beiden nicht kombinieren? Das würde voll gut gehen. Für etwas, was vor einem Moment vor dem Flügel fliehend war, ist dieses Ding etwas schwerer, als ich erwartet. Das ist eine gute Idee. Lavendel da rein, um das Vieh da drin zu betäuben. Das ist doch unfassbar. Okay, also das ist krass, lieber Murph. Das war jetzt einfach nur aus purer Verzweiflung. So eine Scheiße. Das muss man sich mal reinziehen. Das ging jetzt. Okay, das Ding ist schlafen. Lass uns die Tür öffnen. Ich mag die Idee nicht. Wir sollten es mit Feuer töten. Ein viel Feuer. Ich nehme auf jeden Fall die Eier mit. Sie sind sehr stark auf die Wände. Sie sind sehr stark auf die Wände. Wenn ich hier jetzt nichts mitnehmen kann, werde ich aber fuchsig. Das mit einem... Mann, das ist doch nicht... Mann, das ist doch nicht... Ich kann das doch irgendwie nehmen. Schraubenschlüssel? Ja, 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 sie ver... Okay, das ist ja irre. Ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist benutzt, um sicherlich die Kreature zu feeden. Wenn du sie öffnest. Wenn du sie öffnest, ist sie von der anderen Seite. Ich dachte... Ich dachte... Vielleicht kann man da irgendwas machen. Muss ich jetzt echt die Alien-Scheiße mitnehmen? Einen Haufen Alien-Scheiße, ernsthaft? okay baby aber wer hätte denn das jetzt gedacht dass in der alien scheiße irgendwelche körner sind ja ich würde schon wollen wir nicht lieber okay wir lassen einfach das monster offen bei offener tür okay gut ist ja euer spiel leute jetzt haben wir aber gerade den berg überwunden und jetzt kann ich tatsächlich ein ende dieses areals sehen denn wir haben ja jetzt echt einiges zitronen damit die batterie gleich das ist eine gute das ist eine ordentliche batterie so also wir haben eine riesige zitrone womit muss man die noch mal kombinieren okay und dann diese zitrone mit zink was musste man noch mal mit der mann kupfer okay ja ok also wir haben jetzt die batterie und wir haben auch die genehmigung hier fahren zu dürfen aber es fehlt weiterhin noch diese eine gefangene und für den brauche ich die hand es bleibt bei der hand danke max headroom habe ich sie gegeben kannst mal gucken dein vater ist vielleicht mechaniker aber meiner ist botaniker ja was ist das das ist eine batterie eine eine wir sind benutzen vielleicht wird es genug eine eine lemon wirklich ich lass es dir es es funktioniert awesome eine etwas zu überden du solltest du dich beurte alles über das ist ziemlich irregulär Ich werde dann meine Fingern geschlossen halten. Ich hoffe, dass es nicht aus Wasser in der Mitte der Straße geht. Weil es ist ein Lemon. Es war ein Schalz. Komm schon. Die Energie kommt nicht aus dem Lemon. Es sind die Metallen, die... Es war ein Schalz! Ja, vielen Dank für gar nichts. Ich hätte lieber nicht. Der ist doch auch nicht ohne Grund hier. Die haben den doch nicht ohne Grund da hingebaut. Es ist auf dem Boden. Das hat nicht... Nee, nee, da kann ich nichts machen. Der Schalz ist nicht da fit. Und es ist nichts da, das das Schalz in diesem Schalz. Shit, 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 shit. Aber wirklich einfach nichts mit dem Roboter machen. Also jetzt müssen wir nur noch... ...ein Rätsel lösen. Das schaffen wir heute noch. Ein Rätsel müssen wir wirklich noch schaffen. Alles andere wäre ja Wahnsinn. Wir sind hier reingekommen. Haben uns gut durchgekämpft. Und jetzt hängen wir am letzten... ...Pippi-Kacka-Rätsel. Mit der scheiß Hand an der Decke. Okay, kurz nochmal gucken. Hier das hier. CA-Blut. Ich habe auch kein F mehr. Aber theoretisch könnte ich vielleicht noch eins nehmen. Aber... Wir haben die anderen Sachen halt einfach nicht. Ich frage mich echt am Ende, was genau jetzt eigentlich dann das Ding ist. Also... Womit? Was muss ich mit dem dummen Mobs-Stil machen? Also... Ralphs Laserbeam ist sehr stark. Just look at that mark on the wall. und ... ... ... ... Auf dem Boden? Sind wir wirklich das Killer-Thinge Ralf? Warum nicht? Hast du einen besseren Namen? Nein, aber ich kann etwas besser kommen. Wie Car, Killer-Alien-Robot. Das klingt schrecklich. Ich wähle für Ralf. Entschuldigung, Nick. Zwei Verteile für Ralf. Ralf, du bleibst. Der Gager-Kounter hat keine Radiation. Und der reagiert halt auch auf nichts. Ich kann den in keinster Weise irgendwie triggern oder irgendwas auslösen, was dann dazu führt, dass er sich anders verhält, als er es jetzt die ganze Zeit tut. Dieser Roboter macht mich fertig. Kann man mit dem reden? Nein, oder? Der hat nicht mit uns geredet. Wir versuchen es mal, aber... Hallo? Die Tiftronik 2000 salutes Sie. Bitte antworten Sie Ihren Autorisation-Code, um zu gehen. Stimmt, das hatten wir schon mal, ne? Aber wir hatten keinen Code. Die Autorisation-Code. Hallo? Die Tift, bitte. Tiftronik 2000! Die Tift-Rief. Das war ganz mindestens! Ja, okay jetzt. Ich probiere den dritten auch nochmal, aber den haben wir schon ausprobiert. Diesmal kennengelernt. Also wir haben hier kein Code leider. Man, dieses Spiel, ey! Es ist doch recht knifflig. Also es sind tolle Rätsel und wenn man sie gelöst hat, wie immer bei solchen Spielen, denkt man, oh man, das war eigentlich so klar. Aber jetzt bin ich echt hier. Ich meine, ich sehe nicht mal mehr Item. Ich weiß, was ich brauche und wofür. Ich weiß noch nicht, wie ich es bekomme. Was könnte das für ein Code sein? Vielleicht kann der nochmal helfen. Hallo. Hi, Kai. Okay, das Gespräch hatten wir auch schon. Das ist eine lange Geschichte. Lass mich. Der Hauptelevator hat ein secretes Kompartment drin. Jetzt ist es wirklich verletzt. Hm. Kannst du in Lava schwimmen? Nein. Kannst du? Natürlich. Was ist das Stück von Informationen? Das ist aber großartig. Nein. Irgendwas leihen. Ich könnte dir das Knochen geben, das ich für die Gäste schaffte. Aber ich... Wir werden das nicht. Ich weiß. Aber der... Da geht es darum, dass er uns das Messer nicht geben will, weil er Angst hat vor dem Roboter, was ja durchaus verständlich ist. Gipsi. Ich bin wirklich... Ich habe keine Ahnung. Ihr habt auch keine Ahnung mehr. Das gibt mir immer ein bisschen Hoffnung, dass ich nicht ganz alleine bin. Es ist eine plastische Karte, die redet Konjaner. Bluttype R+. 05, 06, 1952. Kläranzlevel B. Vielleicht klappt die ja bei dem Kochroboter, aber dafür habe ich ja das Passwort nicht. Dieser komische Magnet. Und diese dumme Plasma-Kugel. Ich weiß nicht, was man damit machen soll. Okay. Wenn man... Halt irgendwas mit dieser... Nur das blaue Blut. Okay. Ich habe da schon ein paar Mal was dazu gelesen, ob man das nicht irgendwie auflösen könnte. Mit... Indem man irgendwas zusammen mixt. Aber das, wie gesagt, haben wir... Wir haben nix zu mixen. Ich kann es einfach nicht machen. Halt das aber auch für eine valide Idee. Okay, komm. Was war hier nochmal? Ich wollte ihm das nochmal zeigen. Mit was die Karte ging, nicht am Kühlschrank. Können wir eigentlich mal probieren, ja. Das wäre interessant, wenn das gehen würde. Können wir den Kühlschrank mit irgendwas anderem aufmachen? Ne, da ist so mehr. Mehr haben wir nicht. Scheiße, Leute. Scheiße. Also es heißt, es gibt irgendeinen Code für den Kochroboter. Ja, das ist wahr. Die einzige Exit hier... Oder... Der Train, der ist... Oh Gott, es gibt kein Feuer. Nein. Wir sind so schuldig. Okay, hier steht jetzt auch nichts. Also... Ich wüsste halt nicht, wo dieser Kochbot... Wo der sein Passwort hat. Woher wir das wissen. Computer. Äh, da haben wir aber schon... Ich meine... Wir gehen nochmal hin. Wir haben ja diesen Computer. Okay, unter Umständen... Vielleicht muss ich auch nochmal mit den Leuten im Fernseher reden. Ähm... Ne, warte mal. Hier vielleicht? Forschungsarbeiten? Ein Tonne Pferden über was, wie es elektromagnetische Forschung ist. Ich bin nicht sicher, was ich schaue. Ich glaube, das ist ein... Es ist nur ein altes... Oh. Ich tockte die Button, aber es macht nichts. Ne. Vielleicht hat der die entsprechenden... Natürlich nicht. Aber der hat jetzt auch keine Infos, weil er keine Serververbindungen hat. Hallo, Zentralcomputer. Trivia. Information miss. Weil vielleicht... Der hat ja so Yuri Gagarin-Facts. Und deswegen dachte ich, vielleicht ist das Passwort irgendwie auch Yuri Gagarin oder in irgendeiner Form damit verbunden. Ja, ich mache jetzt auch das, was ich schon vorher mal machen wollte, nämlich den Server wieder anmachen. Dann weiß man immerhin, dass es nicht so funktioniert, die Lösung. Was kann hier noch sein? Wo ist noch was? Alter. Ich werde mich so ärgern, wenn ich die Lösung für dieses dämliche Handrätsel endlich habe, weil ich mir absolut sicher bin, dass es super dumm ist. Und in keinster Weise irgendwas krasses, was man jetzt... Es wird irgendein dummer Scheiß sein, den man einfach nur nicht gecheckt hat. Wahrscheinlich vielleicht ist die Lösung auch ein bisschen dämlich. Mal gucken. Wir werden es heute noch rausfinden. Den kann er auch nicht mitnehmen, den kann ich mit schneiden oder so. Ich habe auch schon mal gefehlt, den kann er auch nicht mitnehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 gar nicht benutzen kann, die einfach nur rumstehen, einen verwirren, so ein Dreck. Tony, hast du nicht irgendeine fucking Ahnung, du bist so ein geiler Klugscheißer, warum hast du keine Ahnung? Ja, und er liebt videogames. Selbst wenn du das nicht magst, hast du nie... nichts. Okay, ähm, beim letzten Mal hat uns ja ein Whiteboard geholfen. Hier, ne, hier ist doch ein Computer, ist da nicht vielleicht irgendwas Sinnvolles drin für diesen Code? Für den Koch-Computer? Ah, da war es die sedierende, da hätte man das rauskriegen können, hier mit diesem Kram. Mit diesem Kram? Das ist schon gut gemacht, aber man muss echt alles hundertmal sich hier angucken. 20 Charakter langes Passwort, vergiss es. 20 Charakter langes Passwort, ich mein... aber vielleicht... vielleicht ist es genau das, was wir brauchen. Hast du mal Höhlenmilbe ausprobiert? Diese Schilder sind... und wahrscheinlich ist das der Mutation-B22-Mutations-Type. Alles schon... alles schon gehört, also daran kann es auch nicht liegen, sonst wären die Optionen schon angeboten worden. Ich habe... Ich kenne ein Acid-Reservoir. Warum haben sie ein Acid-Reservoir? Ich habe keine Ahnung. Die meisten der Muskeln und Organs haben weirre Namen. Ich kenne... Okay, das ist interessant, ähm... Das ist interessant. Dass man... auch darüber reden kann, wenn ich das richtig verstehe. Ah, okay. Ja, okay, ich dachte es wäre so. Sie sind heftig... ...und... ...und... Ich werde nicht von dort essen. Ich bin nicht sicher, ob es wunderschön ist, es zu bemerken. Schau... ...und... Warum? Warum muss ich mir diese scheiß Mühe geben, nur weil ich dieses eine verfickte Rätsel nicht so löse, wie es die Entwickler wollen. Obwohl es hier mehrere Lösungswege gibt. Das... Wirklich... Nee... Mann, ey... Das Spiel hat so cool angefangen und geht mir jetzt so auf den Sack gerade. Die dämliche Schublade geht nicht auf. Es ist nicht so... Ich kenne die Headquarters. Hallo! Bist du bereit, zu zurückzahlen? Danke, kritische Masse. Bei mir ist sie langsam erreicht. Vielleicht... 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 Vielleicht gibt es neue Forderungen. Nee. Wir... Ich würde eine Peperoni-Pizza wünschen. Ha! Ich kann eigentlich diese Anforderungen treffen. Es gibt eine Kuchen auf dem gleichen Level, mit einem Chefrobot auf dem. Sein Akzesskode ist IDKFA. Seht's frei, um den Chefrobot zu fragen, was du möchtest. Jetzt, dass meine gute Wille getrennt wurde, öffn die Elevator-Tür, damit meine Männer die in die Nähe und eskorte dich zurück zur Verfügung. Wir sollten die Pizza erst probieren. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss wirklich ganz kurz mir was zu trinken holen. Oder ich hole mir einen schönen guten Eiran. Und da werde ich mir hier schön so einen scharfen Tabasco-Eiran machen. Mann, nervt mich das. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Mann, ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Mann, ist der Stuhl glatt? Jawoll! Oh, so ein Stuhl im Sitzen. Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Mann, ist der Stuhl glatt? Jawoll! Ich nach Stuhl, ich zum Sitzen darf! Yeah! Da sind wir wieder. Und jetzt habe ich zum einen meinen Eiran. Ich werde das jetzt feiern und zelebrieren. Wie wir dieses fucking Rätsel endlich lösen. Dann kriegen wir wahrscheinlich auf die eine oder andere Art die Hand. Mit der Hand können wir den Typen befreien. Mit dem Typen kommen wir endlich aus der U-Bahn raus. Und dann sind wir glaube ich im letzten Drittel des Spiels. Und dann würde ich zumindest... Ach, ich weiß nicht. Eigentlich habe ich auch Bock weiter zu spielen. Aber mich frustrieren diese Momente doch sehr. Und vielleicht macht es einfach mehr Spaß, wenn ich dann morgen weiterspiele. Das Spiel. Aber auf jeden Fall sind wir dann ein gutes Stück weiter. Aber ich muss mir jetzt erstmal... Ach, Leute. Normalerweise hat man hier Spiele, die natürlich die Zuschauer kennen. Und dann hast du hier und da immer wieder mal Momente, wo du hängst. Aber die Leute können dir ja hier und da auch mal helfen. Mit Tipps oder auch nur Hinweisen. Oder einem leichten Nudge-Nudge in die richtige Richtung. Aber hier konnte dir jetzt überhaupt keiner helfen. Und das ist so frustrierend, wenn du dann hier sitzt und irgendwie eine halbe Stunde lang einfach nur rumeierst. Weil ich ja weiß auch, man will euch ja auch unterhalten. Und dann geht das nicht. Was ist denn jetzt los? Hast du ein Problem damit, dass ich Tabasco drauf gemacht habe oder was? Okay. Werde ich auch nicht hinterfragen. So. Keine Sorge. Stuhl kommt wieder. Kann sich nur noch um eine Stunde handeln. Oioioi. Lecker. Große Tüten. Ja, die könnte ich jetzt auch gebrauchen. Wir benutzen jetzt besagtes Passwort. Hallo? Die Tiftronik 2000 salutes you. Please enter your Authorization code to proceed. IDKFA. Valid Authorization code. No personal updates to the Tiftronik 2000 database. How may I help you? Mach bitte irgendwas, wofür du keinen Funwender brauchst. Oh, komm, jetzt kann ich auch mit ihm reden. Was bist du? I am a kitchen Android Cheftronik 2000. Serial number 020030605. 003004XWF. How long is your serial number? 52. DJs. We don't need to know it. What are you doing here? I cook. I am a robot chef. The kitchen is my natural habitat. I mean, what are you doing in this facility? I cook. I am a robot chef. I cook for the staff of this facility. Before I eat it, I will first go to the other. What is this place? This is a kitchen. A kitchen is a room or part of a room used for cooking and food preparation in a dwelling or commercial establishment. A modern residential kitchen is typically equipped with a stove, with hot and cold running water, a refrigerator, counters and kitchen cabinets arranged according to a modular design. No, I mean, what is this facility? You can't answer that question. Where are you from? I'm made in the United Canada. That doesn't sound like it's near home. Where is that located? Sorry, I don't know about geography. Can you prepare something to eat for us? It would be a pleasure. What do you want to eat? Pepperoni pizza. Loving recipe. Interface error. 1,000 food supply available. W-what? Sorry. The pizza dough filings corrupted. Cannot prepare pepperoni pizza. Meatloaf. Loving recipe. Insufficient onions. Sorry. I can prepare my loaf at this moment. Scrambled eggs. At your command. Yeah. The first time I talk with a chef robot, and it's stupid. I'd prefer to order something to eat. Where are you from? Where is that located? Keep going. Oh. Who knows. Maybe we'll need to cook something later. Halleluja. This spatula fits perfectly and got stuck. Now I have a really long spatula. Oh. 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 Ihr wisst ja gar nicht, wie toll sich das anfühlt. Endlich. Endlich. Oh. God, wie geil. Hmm. It doesn't work. Most of these scanners send the temperature differences on the contact surface in between each finger prints ridges and valleys. This guy has been dead for a long time. And his hand is cold. We should warm it up. Na, da sind wir wohl auf einer Wellenlänge. Oder soll ich sagen, einer Mikrowellenlänge? Oh man. This is sick. This can't be right. I- Beware. You should let it chill for a bit. No. It's okay. It's just warm. Eww. I can't hear you. I can't hear you. Yes! The door is open. Haha. Congratulations on cutting that hand off. You remind me of myself when I was your age. Of course I didn't have so much hair. You guys look so weird. Anyway, here is the key. Hey, don't be a jerk. The less contact with you, the better. I don't want that strider of yours looking for me. Sounds fair. Goodbye. 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 I hope we never meet again. And remember. Don't get that key close to that damn thing's nose. We don't even know where his nose is. Just don't get that key too close to him. Right? Okay. Bye. Farewell. Okay. Okay. So, we are good to go, right? Yes. Just give me one second and the train is ready to leave. Awesome. Cool. 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 Yes. Cool. Yes. Yes. Yeah. Is our station too far away from here? No. We should stop the train after passing the last lava pool. And when is that? I'll tell you. I was wondering. What if they send... Don't you say it? Why? Because of that! You don't remember the movies? Every time one guy from the group is worried about something, it happens. Don't be paranoid. It was just bad timing. Stop arguing and get behind cover. Yeah, but that's super alien, what I can say. Der kann doch ballern. Hey, Tony! What? What are our odds of leaving this place in one piece? You don't want to know. Do you have any brilliant plans? No. I can't work under pressure. And... I feel pressured when I'm being shot at. The best advice I could give you is... Don't let them shoot you. I will keep that in mind. Why do you think Ralph's laser can't pierce through their shield? Stop calling it Ralph! It's a stupid name! Okay, whatever. The big robot! Robot alien life form. Ralph! Ralph, yeah. Any idea why his laser isn't piercing the train shield? It's one thing to leave marks on concrete. It's a completely different thing to pierce metal. Ralph's laser is insanely strong, but not to that extent. Why do you think Ralph's laser can't pierce through their shield? Why do you think Ralph's laser can't pierce through their shield? Stop calling it Ralph! It's a stupid name! Okay, whatever. The big robot! Robot alien life form. Ralph! Ralph, yeah. Any idea why his laser isn't piercing the train shield? It's one thing to leave marks on concrete. It's a completely different thing to pierce metal. Ralph's laser is insanely strong, but not to that extent. Huh. Okay. Give me a minute! Sure! Kann ich mit Nick vielleicht auch reden? Nick! What? Do you have any idea on how to beat them? Do you have a firearm? No! Then Ralph is our only defense. And I hope he starts improving his aim, because it's not like we can lose them. What would the bull do? Shoot him with Monica! What if he were unarmed? Come on, it's the bull! He's never unarmed. But I guess he would jump onto the other train and smash those guys. That's the kind of thing that works for him, but would get us killed, right? Probably. Do you think it's a good time to surrender? Forget it! I'm a Guerrero. We never surrender. Now that I think about it, I guess that's why the life expectancy in my family is so low. But anyway, we should not surrender. If we do, they'll probably kill us. So I'd rather we think of a counteroffensive. The best defense is a good offense. Give me a minute! Hey! Alright! He has no time! He has no planes. Hey! What's up? Do you have any idea on how to lose them? This is a train, where I can only go forward. Warte mal, soll ich langsamer fahren? Ja, machen wir langsamer. Kannst du langsamer fahren? Langsamer? Ja! Nein, sie werden uns von hinterher. Kannst du... Ich denke... Kannst du langsamer fahren? Okay, jetzt gehen wir mit vollem Speed. Kannst du aufbremsen? Kannst du aufbremsen? Ja! Nur ein bisschen. Ich will nicht, sie werden uns von hinterher. Machen wir noch einmal schneller. Ich glaube, schneller ist schon mal eine gute Idee. Okay. Hast du was, was wir als Waffe nutzen können? Danke, Hoke Moke Pauke, für dein nettes Loch. Da wird mir ganz warm ums Herz. Ach nee, es liegt an der Lava. Aber... Wir haben ein gigantes Roboter auf unserer Seite. Geh, ihn für Waffe. Sind wir zu weit entfernt von unserer Station? Kindlich. Ja oder nein? Ich weiß nicht. Es war nur nach dem Lava. Ich werde etwas probieren. Tja, leider weiß ich nicht, was ich probieren soll. Kann ich vielleicht Zugsteuerung bedienen? Okay, wir haben die Zugsteuerung. Wir haben die Schienen. Wir haben hier oben Lichter. Okay, Schienen. Das sind alles so gute Fragen. Okay, vielleicht kann man da hinten was aufmachen. Und ich hab nur diese dämlichen Waffen. Nix davon ist nutzbar. Richtig langer Spatel. Schade. Ja, ich weiß. Das hat nicht Nummer 6 Blätter. Das hat nicht Nummer 6 Blätter. Aber er will ja scheinbar nichts, ähm... Nichts dran ändern. Er will das nicht aufmachen oder so. Und meine Optionen sind relativ beschränkt. Wir müssen wirklich tief sein. Es gibt keine Volkanen. Vielleicht kann ich ihm was geben. Ja, aber eine Spatula wird nicht helfen. Das auch nicht. Ich weiß, dass wahrscheinlich nichts davon hilft. Das... Aber er kann es ja einmal probieren. Reden will er auch nicht. Kann ich was benutzen? Ich versuchte ihn außerhalb des Trenns. Wer wird uns schützen? Er schützt die schlechten Leute, aber sie sind aufhören. Was? Hey Tony! Was? Was ist denn? Kannst du dich schützen? Kannst du schnell gehen? Kannst du schnell gehen? Ja. Ja. Ein bisschen. Ich will nicht... Das muss doch möglich sein. Das kann man bei denen machen. Hier vorne. Einfach nur den Zug. Ja, okay. Das bringt aber nichts da. Hilfen meine Items nicht. Das ist klar. Das ist klar. Das ist jetzt auch wieder ein kniffliges Rätsel. Weil ganz im Ernst. Ich kann doch hier gar nicht viel machen. So viele Gegenstände habe ich nicht. Ich habe eigentlich nichts. Und weiß nicht genau, was man machen könnte. Was ist denn? Ich probiere mal, ob man auch schneller... noch schneller fahren kann. Okay. Voller Geschwindigkeit hat sie schon gerade gesagt. Leider. Kannst du... Ich glaube... Kannst du... Das ist das schnellstige ich kann gehen. Ich werde versuchen etwas. Ich werde versuchen etwas. Ich werde es versuchen. Sehr gut. Und jetzt machst du bitte einmal kurz nochmal langsamer. Hey! Was ist denn? Kannst du... Kannst du... Kannst du... Lass mal den Chef machen. Haha. Das ist es. Okay. Aber es sind drei, ne? Das heißt, ich kann eh nur zwei... Kann ich wegkriegen. Oh nein! Der Spatula! Es ist weg! Es ist weg! Das hat nicht... Ach... Hey! Stopp schützern uns! Dreh mal, Junge! Du bist ein Tod. Und wenn du... Schuss! Ja! Ich wusste es! Was ist jetzt los? Oh, er hat die Waffe. Nick! Was? Wann hast du gelernt, das Ding zu benutzen? Es ist ziemlich einfach. Es ist wie ein Riefer, aber leichter. Und es schützt Lasere. Es sieht auch aus, als sollte ich das vielleicht mal haben. Lass mich dir helfen mit dem Schuss. Nein! Ein bisschen höher. Gib mir ein bisschen Raum, bitte? Willst du dich? Kannst du mir die Waffe geben? Ja! Lass mich versuchen, ein paar mehr Schüsse. Mann, Digga! Du kannst es nicht! Lass mich wissen! Mehr auf die Seite! Hör auf! Würde ich ja, wenn du mal treffen würdest. Das ist nur noch einer. Ja, sicher. Gib mir eine Minute. Ich habe sie fast getroffen. Okay, der rückt wie heute nicht mehr raus. Der hat sich festgecheckt an der Waffe. Hey! Was ist los? Kannst du mich ändern? Kannst du schneller gehen? Okay. Ich dachte, er baller. Kannst du mehr Wasser? Ich dachte, er baller nicht mehr. Man, Nick! Nick! Was?! Ah, dann nicht, du gehst mir so auf die Seier, gib mir doch einmal die scheiß Waffe. Ja. Okay, der gibts hier nicht her. Nick ist aber jetzt einfach ein dummes Arschloch. Kann ich dich einfach nehmen? Ja. Was? Ja, aber das will ich doch. Okay, vielleicht hilft das, wenn ich dir einfach die ganze Zeit reinlabere. Du treffst du Rienisch! Ne, es hilft alles nichts. Ja, ja, einfach... Oh, was ein Unsympath, ey. Was für ein niederer Charakter. Ich hasse ja nichts mehr als Leute, die so einen Scheiß machen. Ja, noch einmal. Ne, lass mich noch einmal kurz machen. Ja, ne, ne, das hat nicht richtig geklärt. Ich möchte normal machen. Alter, ey. Hassenswert. Was sind wir? Was sind wir? Mach. Was sind wir? Mach. Ich... Kann du... ...schlauer? Ja! Ich gucke dich. Alors, ein bisschen, ich will nicht sie uns unterhalten. Ich will die uns zu hinterher. Hoffentlich wird er gleich getroffen. Ich will, dass du fucking verreckst, Nick. Verstehst du mich? Verstehst du mich mit dem Begriff? Nein! Mehr zur Seite! Schau dich, du machst mich meine Koffer! Gib mir die verdammte Waffe! Ja, nur eine! Alter, der kotzt mich richtig an, der Boykott kotzt mich gerade ganz enorm an, ey. Äh, naja, dann muss es wohl das sein. Du sollst es ja auch auf die Schaschinen werfen. Das hat nicht Nummer 6 Bolle. Hey, Tony! Was? Why do you think... Stop calling it Ralph! Okay, Roboter... Ralph! Ralph! Any idea, why his laser... It's one thing to leave Mark's on... Ralph's laser is... ...ins... Hm. Gib mir auch nicht. Also, ich probier jetzt einfach mal alles auf Nick, weil er mir auch so sehr auf den Geist geht. Ja, eigentlich hat er es verdient, dass er mit dem Schraubenzieher einen über seinen dämlichen, gelackten Scheißschädel kriegt. Kann ich den hauen? Gib die Scheiße jetzt rüber! Okay, take it! Das ist ein Arschloch, wirklich. Das gibt's ja nicht. Wir reden doch mal miteinander, mein Freund. Das war noch nicht das Ende. Jawoll! Oh! Halt's Maul, Nick. Well, technically, I did it. Sure. Hey, ich kriegte die Waffe. Es war so, dass sie aus dem Tränen fallen. I'm not so sure about it. Ich bin nicht so sicher, dass das eine gute Idee ist. Wir müssen denken, woher zu schützen. Wir müssen uns überlegen, woher zu schützen. Wir müssen uns überlegen, was das ein bisschen zu tun. Wir müssen uns überlegen, Leute. Ich glaube, Ralph ist etwas. Wir müssen uns überlegen. Tut mir null leid. Hast du gut verdient. Hau Nick nochmal. Gut? Stier! 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 Ha 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 ha! Ha ha! Kids! What the hell are you doing here? Me? I had to do some business in these woods, but I have some better questions. What the hell are you doing here? Is she your friend? Who the hell were those two uniformed guys? Why'd they have blue blood? What the hell is that big ugly robot thing? Is that the alien you were talking about? It's a long story. I believe you. We better move. I bet my ass these guys have friends and they'll be here soon. My truck is nearby. Let's go! We gotta disappear. Okay. So... This washing machine came from outer space. Right? Yes. We are not really sure where this thing came from. It fell from the sky, that's for sure. But there are other aliens that look like people. Yeah. That are trying to kill him. And you. Yes! And her. Yes. Who are you again? My name is Linda. I'm a reporter. Okay, so there is this conspiracy of aliens that are plotting something. I don't like how that sounds. I've already planned my vacations. Where are you going on vacation? To Hawaii, of course. I want to practice some surfing. Can we keep the focus on the killer aliens? We have to call the police. It's not a good idea. They're everywhere. We can't trust anyone. I don't like cops. So that's okay with me. We have to learn more about those aliens before taking any action. How are we going to learn more about them? They'll try to kill us on sight. We have to stop them. How the hell are we going to know what to do? Maybe we could ask Ralph. Do you have a Ouija board? Because that thing looks pretty dead to me. No. He is still working. Right Ralph? He is kind of in a critical condition. But I guess I could fix him. With the right tools. And those tools are? A wielding machine. And some tin to repair the circuit damage. These circuits are pretty basic for an advanced race. Also, we want to be able to communicate with this thing. So I guess a computer with a dictionary would give us the right interface to teach them how to talk to us. Are you sure you can do this? The damage looks superficial. I could give it a try. I'm sure you can do it. Besides, we don't have any other options. Okay. I'll take notes. A computer with a dictionary installed. Some tin. And a welding machine. We'll go into town for those things. You better stay here at Guarding Realm. In the past. In the next couple of years. I've got to have a new job. In the past few years. I'm going to get a chance. I'm almost so happy. I'm going to take a chance. I've done this game. I've got to go back again. I've made it a lot of fun. And I've got to sleep. So I've got to sleep. I've got to sleep. You've got to sleep. You've got to sleep. But it was very nice. I would like to go ahead and go out. I'd love to go ahead. That's a good one game. I'd love to be a game. With a game that's going to be a game. Spielen, zu Ende spielen, fertig spielen. Und dann hatte ich mir noch was aufgeschrieben. Das hat der, vergessen wie es heißt, aber das hat gerade auch vor kurzem der Hanno gespielt. Ich werde hier mal kurz beenden und gucken, was das nochmal war. Ach ja, Moonscars, genau. Morgen würde ich dann auf jeden Fall gerne noch ein bisschen Moonscars machen. Außerdem mache ich ein bisschen eine kleine Laber-Session, dann quatschen wir ein bisschen. Morgen habe ich auf jeden Fall den ganzen Tag Zeit, denn meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Nein, meine Freundin ist weg und der Hund ist auch weg. Das heißt, ich muss noch nicht mal alle paar Stunden weg wegen dem Hund. Ich kann also morgen den ganzen Tag lang nur mit euch zusammen abhängen. Das ist zumindest der Plan. Und er startet dann irgendwann so ab 12, wird das Ganze starten. Ich freue mich jetzt schon drauf. Morgen also gibt es das Ende von Unusual Findings und danach vielleicht ein bisschen Moonscars und ein bisschen quatschen. Werde ich auch langsam endlich mal wieder mit euch. Wir quatschen dann unter anderem auch ein bisschen über meinen Podcast und so. Also, wenn ihr Bock habt, kommt doch morgen einfach nochmal vorbei. Und wenn ihr jetzt noch weiter twitchen wollt, dann sagt mir doch schnell, wo ihr hin wollt. Und dann schicke ich euch da einfach mal hin. Pete Smeet spielt Forz zum Beispiel. Da kann ich euch hinschicken. Annie the Duck spielt Dungeons & Dragons. Ist das wirklich das AD&D? Oder gibt es ein Spiel, was so heißt? Hm, weiß ich nicht. Doom ist da. Also, Doom. Steck mal die Faith Games auf. Moment, meinst du, Moment. Welche meinst du mit Faith Games? Katabadana. Sag mal gerade, ob du das meinst. Hier, meinst du das hier? Das habe ich nämlich gestern mir oder vor ein paar Tagen schon gekauft. Das ist genau mein Shit. Sieht aus irgendwie wie ein Spiel für ein Atari 2600. Passt halt auch gut zum Schocktober. Ich habe ja, wie gesagt, versucht eine gewisse Balance in den Spielen, die ich hier so zeige, zu finden. Wir hatten sehr viel Resident Evil. Oh, das ist es. Ja, okay. Und Ede und Nils sind da. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder da seid. Ich werde auf jeden Fall dieses Face spielen. Vielleicht sollte ich das morgen. Oh Mann, ich kann doch nicht alles spielen. Also, ich habe es auf jeden Fall eingeplant. Es steht hier auf meiner Liste. Seht ihr nicht, wie ordentlich meine Liste ist? Seht ihr das denn nicht? Vorbereitet. Hier. Das ist Midnight Fight Express. Das merke ich mir aber für nach dem Oktober. Oh Mann, ich schreibe mir das alles mal auf. Okay, Moment, ganz kurz. Also, morgen Unusual Findings. Und dann spielen wir Moonscars. Moonscars Guard. So. Und dann merke ich mir nochmal Faith. Ob ich das alles schaffe, weiß ich nicht. Wann es endlich Resident Evil 5 gibt, weiß ich auch noch nicht. Hängt noch ein bisschen ab vom Kies. Und Donnerstag, Freitag bin ich auch erst nochmal bei den Rocket Beans. Und da werden wir uns dann auch sehen. Da werde ich auch mal streamen. Bin außerdem auch bei anderen Sachen. Wir haben eine Seance am Freitagabend. Da freue ich mich sehr drauf. Eine Seance. Ich habe einmal in meinem Leben eine gehabt. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst bekommen. Da ist dann nämlich beim Gläserrücken tatsächlich das Glas gerückt. Und zwar nicht gerade ohne. Und ich bin heute noch ein bisschen überrascht, wenn ich darüber nachdenke. Ich weiß natürlich, wie der Shit funktioniert. Aber wenn da einfach echte Wörter dabei rauskommen, fragt man sich schon. Fuck. Das ist faszinierend. In dem Fall bin ich gespannt auf die große Seance am Samstag. Und jetzt könnt ihr alle bei Edel vorbeigucken. Der wird sich sehr freuen. Grüßt ihn von mir. Küsschen aufs Nüschen. Bis dann. Tschüss. So, da sind sie weg. Und ihr, meine lieben Menschen. Euch würde ich jetzt gerne einfach bitten, weiterzugucken. Denn jetzt kommt das große finale Ende von Unusual Findings. Es ist ein schöner Titel, der mir manchmal ein bisschen auf den Sack geht. Aber diesmal ging es eigentlich. Ich hoffe einfach, ihr habt Spaß damit. Wenn ihr bis so weit geguckt habt, dann kriegen wir das Ende auch noch rum. Und dann habt ihr auch Spaß damit. Ich lege jetzt auf hier und sage Tschüss. Und ihr guckt einfach weiter. Bis dann. Hier sind wir bei Unusual Findings. Ich mache kurz den Green hoch. Und dann gehen wir ins letzte Drittel dieses wundervollen Retro-Adventures mit popkulturellem Anschlag. Verbindet die 80er mit Stranger Things. Also die sind ja schon 80er, aber ihr wisst, was ich meine. Mit neuen Memes sozusagen, die erst durch Stranger Things bekannt geworden sind. Eine Sekunde. Ich mache kurz den Green hoch. So, das ist nämlich für die Stimmung doch ein bisschen besser. Und es ist ja wirklich ein stimmungsvolles Spiel. Sechseinhalb Stunden haben wir bereits im Spiel hinter uns. Wenn ihr das als Video seht, wisst ihr, was passiert ist. Ich werde es trotzdem für unsere lieben Menschen nochmal zusammenfassen, die jetzt vielleicht gerade reingekommen sind. Wir sind Kinder, die hier in solch einem geheimen Bunker von New Frontier entdeckt haben, dass dort Aliens gegen andere Aliens kämpfen. Mit einem der Aliens haben wir uns verbündet. Das wurde aber verwundet. Und jetzt sind wir in einer zweiten Kleinstadt. Wir haben angefangen mit einer Kleinstadt. Dann waren wir in einem großen Labor. Jetzt sind wir in der zweiten Kleinstadt und haben natürlich wieder Aufgaben zu lösen. Hinter uns sind Aliens her. Unser anderes Alien ist, wie gesagt, zerstört worden. Wir müssen irgendwie, hier gehen wir gleich nochmal hin, glaube ich, wenn hier der Truck-Anhänger ist. Ja, genau. Wir müssen helfen. Das ist ganz wichtig. Denn wir haben uns mittlerweile in dieses Alien auch verliebt. Es ist ein Kumpel-Alien geworden. Und das müsste der Truck unseres Partners sein. Stier. Das lässt natürlich hier vorne das Ornament schon erwarten. Und wie ihr schon an der Mucke und alle merkt, es ist eine Hommage an die 80er. Ja, eine Hommage an Stranger Things. Ähm, na, wie kommen wir hier rein? Na gut, immerhin checkt er mal nach. Vielleicht ist ja... Ey! Hast du irgendwas gefunden? Ja. Einige Weiswerden? Nein, ein Flaschleiter. Eh, das ist besser als nichts. Das Spiel ist an. Ja, jedenfalls in dem Truck befindet sich das Alien und besagter Stier. Auch zusammen mit einer Wissenschaftlerin, die wir aus dem Labor gerettet haben. Da hat es natürlich gebrannt. Da ist dieses zweite Alien, Amok, gelaufen. Hat alles umgebracht. Wir hatten natürlich, weil wir befreundet sind mit ihm, Glück. Ja, und jetzt müssen wir viele Sachen auf einmal machen. Viele Aufgaben warten darauf. Und wir haben uns hier noch gar nicht umgeguckt und werden das jetzt gleich als allererstes mal machen. Geheim Ausgang? Ist es hier vielleicht? Ich gucke mir erstmal alle Locations an. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Oh shit, die Wölfe schon wieder. Genau. Am besten zurück. Wir haben auch nichts, was wir groß machen können mit dem Wolf. Vielleicht lässt er sich blenden. Nö. Okay. Das kann man, glaube ich, erstmal abhaken. Aber das ist auch nicht schlimm, weil hier war ja der Ausgang. Hier sind wir rausgekommen aus diesem Loch. Hier meine ich. Hier. Da. Da sind wir aus dem Zentrum rausgekommen. Okay. Bisher war das ja wenig vielversprechend. Gehen wir erstmal zu der verlassenen Anlage. Was auch immer das für eine Anlage ist. Hey, was are you trying to do? This place is property of the lost guys. And you don't look like members of the lost guys. So... Schuhe, geh weg. But... We are totally lost here. That doesn't count. What if get lost? Does that mean we are in? No. Genau diese Art von Dialogen ist der Grund, warum ich das Spiel so feiere. Die haben eine richtig gute Synchro, richtig schöne, zynische, sarkastische, aber auch lustige Dialoge mit Hommagen an Wortspiele, aber auch alte, ja, alte Medien, alte Brands, die man kennt. Und Furio. Ja, würde ich sagen, mit dem reden wir mal. Furio. Furio. Wir sind die lost guys. Wir sind die lost guys. Dann sag mir die lost guys secret Password. Ich nicht erinnere es. Das ist nicht die Password. Manchmal muss man mit den Karten gebeten. Das ist auch nicht die Password. Ja, das ist tatsächlich Rufio. Ihr habt recht, von Hook mit Robin Williams. Der sieht wirklich genau so aus. Also es ist ein Mischmasch aus sämtlichen 80er Jahre Tropes, die man kennt. Was machst du hier? Niemand von deinem Geschäft. Is this a vampire gathering? What? No. Is there anything here that would be helpful to fix a broken alien? What? What? What kind of question was that? What question? Forget it. Ha. Get lost. War das eine Verpflichtung, um die Verlust Leute zu sein? Geh weg! Er ist nur ein Mann. Wir sind drei. Aber er könnte für Backup kenne. Außerdem ist er größer als wir. Und er ist armiert. Ich weiß nicht, dass das Professional-Channel-Logo gerade komisch angezeigt wird. Bei mir sieht es okay aus, aber ich hatte ein ähnliches Problem auch bei Insta, wo es plötzlich schwarz auf schwarz war. Da muss ich noch mal genauer gucken. Ich habe das natürlich alles erst gestern spätabends panisch für heute noch gemacht. Heute noch ein bisschen rumgefriemelt, aber insgesamt sind da sicherlich noch ein paar Bugs. Hey! Hey, guten Morgen! Es ist die Mitte der Nacht. Oh, ja, das ist wahr. Einfach mal auf den Mond. Auf jeden Fall, was geht's? Was sind hier draußen so lange? Was ist so lange? Ist es lange? Ich bin nicht schwach. Ich bin nur auf, woher. Sie gesehen etwas unverschämter? Also gesehen habe ich schon vieles. Um, habe ich gesehen, schon mal so lange. Sie hörten etwas über die New Frontier Corporation? Ja, plötzlich sind die neue Frontier-Labs voll von Gästen. Ich höre, dass jemand auf der Säuptfläche auf Feuer setzt. Kannst du noch mal gucken? Da. Hast du einen typischen Alien-Kreatur gesehen? Nein, aber ich habe gehört, dass es eine wunderschöne Kreatur neben dem Ruhm ist. Sie sprechen über den Ruhm. Wollt ihr wissen, dass die Säure und Welle verbunden sind? Sie sprechen über den Welle. Es ist gesagt, dass wenn du ein Game-Token in den Welle verbunden hast, die Welle-Fahrer dir ein Wunsch geben wird. Aber ich denke, es ist wahrscheinlich ein Scham. Es gibt viele Game-Token in da. Sie haben viele Wunsch gemacht. Und nicht nur einer wurde erlaubt. Das erinnert mich jetzt total an Goonies, wo es auch diesen einen Moment gibt, wo sie am Boden dieses Wishing-Wells ankommen, während sie durch die Grotten laufen. Haben Sie gesehen? Was? 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 Wenn du aufhörst und in 7 Sekunden beginnst, dann aufhörst du aufhörst und aufhörst, dann kriegst du eine Bonus-Lives. Das ist ein bisschen ein Punktlöser. Wer spielt das Spiel? Ich spreche über Punktlöser. Sie wissen, dass in Darksville Castle, da ist ein Secret Cat Mode? Es ist ziemlich Punktlöser, aber einige Leute spielen es auch immer. Super Lemon Cola ist die beste Soda-Ever! Okay. Du bist auf etwas? Ja, ich bin auf Super Lemon Cola. Mann, das ist die beste Sache ever! Es riecht wirklich die Angst. Wie viele Pferde hast du schon getrunken? Wie... 20? Bye! Bye, bye, bye! Bei mir sieht es jetzt gut aus, aber ich werde mir das natürlich noch angucken. Da werde ich noch drauf achten. Das muss ich vielleicht noch mal neu rausrechnen. Da ist vielleicht irgendwas schief gelaufen. Dieses Jahr ist Nordfords Christmastree sogar größer. Das sind viele Geldrechte, die auf einem Tree investiert werden, die niemand auszulösen wird. Komm schon, wo ist dein Christmast Spirit? Ich mag Christmast. Und ich versuche einfach nicht die Regierungspendung auf magischen Konifern. Hm. Es gibt keine Gäste unter diesem Tree. Hm. Hier ist dieser Wishing Well, nehme ich an. Hey! Der Bottom des Welles ist für Koins! Fred! Los geht's für diese Koins! Nevermind. Der Fall ist groß. Vielleicht gibt es noch andere Weg, um zu den Bottom zu kommen? Na ja. In Fakt. Ich habe gehört, dass das Nordfords-Urban-Design so schlecht geplant ist, dass sie das Wasserwell verhören, indem sie es mit den Städten verhören. Also... Es ist unsere Chance. Nils. So, er ist zugeschaltet. Aber sind das Nils, Ede, Budi und Simon? Also, du hast vielleicht ein kleines Zählproblem. Es sei denn, das hier sieht für dich aus wie Ede. Wobei, das kann auch wieder sein, ne? Sieht Ede aus wie ein Wasserbrunnen? Vielleicht. An manchen Tagen. Ähm. Ja, ähm. Das ist tatsächlich total lustig, weil ich fühle mich ja auch echt in meine Jugend erinnert. Das hier bin ich. Das hier ist Budi. Das ist ein Mangels eines anderen Menschen, der dazu passen würde. Ähm. Nils. Weil er ist ein Klugscheißer. Weiß alles. Hat ne Brille. Blonde Haare. Viel mehr kann man da nicht machen. Er müsste ein Holzfällerhemd tragen. Okay. So. Kann man irgendwas in diesen Brunnen werfen? Äh. Vielleicht kann ich damit runter gucken. Oha. Was ist denn hier los? Super Lemon Cola. Ach. Super Lemon Cola. Das sind die Mädels, die für den Zockerschock von dem anderen Kollegen verantwortlich sind. Ja. Und es ist viel los. Sie sehen schön. Hallo. Hallo. Hey Leute. Bereit für den frischsten und irresistibleen Tast von Super Lemon Cola. Ja. Vielen Dank auch. You know my PS4. Guckst du über die PS4? Oder ist das nur dein Account? Auf jeden Fall hast du ein Abo verschenkt. Und dafür wirst du auf ewig. Auf ewig. Auf diesem Kanal. Äh. Erwünscht sein. Was machst du so früh in der Nacht in der Stadt? Er hat den unglaublichen Tast von Super Lemon Cola. Mit wem? Dieses Ort ist tot in dieser Zeit der Nacht. Das macht nur unseren Job einfacher. Außerdem. Dank des leckeres Kaffeein von Super Lemon Cola. Wer kann am Abend schlafen? Legaldisklammer. Kaffeein kann oder kann nicht lecker sein. Super Lemon Cola könnte Insomnia, Paranoia und andere schlafen. Ansonsten. Sind es irgendwelche Super Lemon Cola freie Sample? Du bist heute mit Glück. Wir haben eine große Promotion. Legaldisklammer. Die Promotion könnte nicht groß sein. Wenn du uns einen anderen Kaffeein von Soda trinkst, dann schraubst du sie für einen neuen Kaffeein von Super Lemon Cola. Es ist die Lemon Cola Trade oder Garbage Challenge. Es ist Super Lemon Cola oder Garbage. Legaldisklammer. Du könntest mehr Optionen im Leben haben, als Super Lemon Cola oder Garbage. Du kannst. Du kannst. Du kannst. Du musst aber nicht. Kann auch sein, dass es wirklich alles ist, was du hast. Kann auch sein, dass du im Müll die Super Lemon Cola findest. Oh. Oh. Ja. 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 Warum ist denn da einer drin? Cool, hast du uns ein paar Superlemon Cola gegeben? Nein, wir haben ein paar. Wir haben ein paar Superlemon Cola für ein paar andere Softdrink. Mal sehen, was wir hier haben. Cool, eine sehr kurze Hose. Kein Wunder, dass sie das weggezogen haben. Ja, aber du nimmst es trotzdem mit. Die Hose ist nicht gepunktured, aber es ist wirklich kurz. Was sagst du eigentlich dazu? Ich kann nicht glauben, dass wir in den Wald ohne eine dieser. Nun, es ist eine klare Nacht. Aber was, wenn wir in einem nonverbalen Weg kommunizieren müssen, indem wir Flachsignen benutzen? Auch ich glaube, dass du es überraschst. Das ist auch irgendwie so typisch amerikanisch. Hier diese Gitter. Die habe ich zum ersten Mal gesehen in Maniac Mansion. Da waren sie dann noch so überwuchert mit dem Gras. Und man kann das Gras ja wegmachen. Und wenn man stark genug ist, weil man trainiert hat im Spiel, kann man auch diese Gitter wegziehen und in den, ja nicht in den Keller, aber unter dieses Haus gehen. Und das ist so eine typische amerikanische Bauweise. Das ist so hundertprozentig amerikanisch. Finde ich irgendwie immer wieder interessant. Wie unterschiedlich und erkennbar sowas ist. Hallo? Ist jemand da drin? Ich glaube, sie schlafen. Es ist ziemlich late. Ich kann es nicht mit der Schulkönigin auf den Balkon steigen. Jetzt kommt von ihm hier wieder eine Meinung. Das war alles. Normalerweise kommt aber mehr von dir. Ah, ist schon ein geiles Auto. Komm, wir klauen es. Ich sag's euch. Wir klauen irgendwann noch dieses Auto. Ich weiß nicht warum, aber es wird passieren. Boah, ist das ein DeLorean? Das ist ja geil, Alter. Das war klar. Die ganze Zeit warte ich eigentlich bei all den Autobeschreibungen noch auf ein DeLorean. Die klassischste Zeitravelling-Machine, die je kreiert wurde. Die Leute in diesem Gebäude müssen aufgeladen werden. Es ist einfach wirklich eines der schönsten Autos. Ich weiß auch nicht warum, ich mag Autos nicht, aber das Ding hat voll was. Ja. 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 Das ist ein Inziges. Die Tür ist lockt. Was wenn wir die Tür dann anordnen? Großes Plan. Wenn du die Polizei der attentionieren möchtest. Und wir wollen jetzt nicht niemanden attentionieren. Der Platz ist vielleicht nicht der beste Ort für prollige Megawohnungen. Oh, geilen Imbus. Peter Imbus. Jetzt siehst du es? Jetzt siehst du nicht. Wer in der Hölle legt ein Klaue-Signal auf dem Klaue? Das sind ein bisschen schwerer Klaue. Es gibt keinen Weg, dass du in die Hölle legst. Es ist ziemlich selbstverständlich. Diese Sache ist gut an die Wand. Besonders, aber wir haben heute so viel Scheiße, dass ich an diesem Punkt nicht mehr weise. Danke, Gazzy93. Ah, okay, ein Hund. Es ist eine Warnungssite über das Hund. Aber es sieht wirklich älter. Das Hund ist wahrscheinlich bereits tot. Aber was, wenn... Kujo ist da drin? Pff, Kujo. Willst du etwas reales Schrauben sehen? Du musst die 1941s The Wolfman sehen. Das Monster sieht wie Scheiße. Du siehst wie Scheiße. Der Wolfman ist viel mehr als nur das Monster. Ja, er ist so ein bisschen der Vintage-Horror-Fan. Was absurd ist, denn er befindet sich in den 80ern, wo eigentlich alles Vintage ist. Und aus meiner Sicht natürlich. Und ja, aber er steht auf diese alten Schwarz-Weiß-Schinken und kennt sich damit übertrieben gut aus für jemanden von seinem Alter. Edward mit den Imbus-Fingern. Genau. Ja, der baut hier bei Ikea alles auf, ja. Noch nur so... Fertig. Schon steht, äh, der, äh, doppelt verglaste, äh, kleiner Schrank. Natürlich wäre es kein, keine 80er Jahre Hommage, wenn es hier nicht auch eine Spielhalle geben würde. Und ein Greifeautomaten! Da sind wir wieder bei meinem Wartebildschirm von MonOfficial. Hier ist aber nichts Tolles, ne? Hier ist nur Quatsch. Natürlich nicht. Das könnte ich jetzt auch stundenlang machen, das würde wahrscheinlich sich nichts mehr ändern. Aber ich habe ja nur drei Positionen, wenn ich das richtig sehe. Irgendwas davon muss ja was bringen. Natürlich nicht. Vielleicht habe ich noch eine weitere Position. Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Okay, mehr geht nicht. Ah, leck mich doch. Na gut. Dann war klar, dass das nicht klappt. Okay, sind noch mehr Lost Boys. Hey! Ich versuche hier zu spielen. Es scheint, dass du verlierst. Es ist meine Schuld. Dieses Spiel ist super schwer. Ja, es sieht schwer. Was bist du? Wie spielst du? Monkey Kong. Ist das gut? Ja, aber es ist ein bisschen unfair. Dann warum spielst du es? Ich mag es. Was ist dein höchster Score? 2500. Hast du das erste Level gewonnen? Nein, niemals. Ha! Schön finde ich auch, dass das hier so Lama Fighter 2 ist. Das sieht man schon, weil die Entwickler heißen ja Lama. Insofern können das nur Lamas sein. Und ich würde es gerne spielen, verdammt. Das sieht gut aus. Wie lange spielst du? Seit zwei Wochen schon. Er tut das. Ja, guter Punkt, Yannix. Hat der Junge auf Lemon Cola nicht eben irgendeine Kombination genannt mit links, rechts und so weiter. Das stimmt. Da ging es allerdings um was anderes. Und da ging es auch oben und unten. Es gab ja bei dieser Kralle kein oben und unten. Aber das ist eine gute Idee. Ich werde mit dem später noch mal reden. So. Du magst Rock'n'Roll? Ja. Wie kennst du das? Die Klappen? Oh, ja. Das ist mein letzte Manns-Uniform. Hermuno. Gibt es, wenn ich es mal probiere? Bist du verrückt? Warte auf deine Zeit. Wie viele Coins habt ihr noch? A lot. Wollt ihr wissen? Was? Du musst die Barrele hochdrehen. Danke für die Worte, Scheiße. Ja, es ist Monkey Kong, was er da spielt. Wollt ihr wissen? Was? Was? Wenn du die Barrele hochdrehenst, dann gibt es noch mehr Punkte. Ich habe es gesehen. Wollt ihr wissen? Was? Das ist genau die Info von eben. Das funktioniert! Danke! Ihr seid großartig! Ja, Mann! Du solltest Teil des Losses. Ja, sag ich doch auch! Wir brauchen mehr smarten Menschen wie dich. Geh mit Furio. Er ist aus der abandenen Faktorie. Sag ihm, Snake Skull sendet dir. Das Passwort, um zu entdecken, ist John Bobby Sucks. Cool! Okay, das ist cool, außer wenn man John Bobby ist. Aber... Es ist eine Kapsul-Toy-Bending-Machine. Als ich ein kleinerer Kind hatte, habe ich so viel Geld in diesem Mann verloren. Dieser ist bereits aus den Karten. Nein, gucken wir trotzdem mal. Hallo? Mein Name ist John Bobby. Ich habe einen großen Karten für dich. Nein, du nicht! Du bist leer. Verrückt, Mann! Aber mach gar nichts damit. Es ist leer. Okay, Skiball! Ich brauche ein paar Steine, um das zu spielen. Für ein paar Gründe... Mixing Minivans und Kinder klingt schrecklich. Ich werde es nicht schreiben. Es ist ein Arena-Kloss. Das Spiel klingt schrecklich. Ich denke, das Spiel ist weit vor der Zeit. Hi! Hi, willkommen die Laser-Llamas, wo die Spaß beginnt. Ich möchte ein paar Steine kaufen. Okay, dann. Es kostet eine Karte. Wie viele willst du? Wie sollst du uns ein paar Steine kaufen? Nein. Aber wir können dich mit einem 15% Interesse. Nein. Bist du mit dem Franzischen Systeme der Amortizierung? Nur Geld. Ich möchte ein paar Steine kaufen. Okay, dann. Es kostet eine Karte. Wie viele willst du? Ach so, das hatten wir schon. Ach so, das hatten wir schon. Nein, aber wir... Nein. Also, ich brauche das Ding, um die Kette zu lösen am Schrottplatz. Aber die Münzen finde ich in dem Wunschbrunnen nehme ich an. Bye. Goodbye. Da müssen wir nochmal hin. Ah, die haben aber coole Jacken. Jackenkind. Hallo. Hallo. Ihr seid nicht von hier, oder? Nein. Wir sind von Southplains. Ich wusste es. Was machst du so weit entfernt von deinem Stadt? Na, wir sind nicht wirklich weit entfernt. Ich meine, Southplains ist nur neben dem Nordforsitz. Und unsere Stadt ist nicht so großartig. Warum sind wir alle das gleiche? Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Der Team der Nordforsitz-Street-Puncher. Der größte Radical-Street-Puncher-Team ever. Mit Kyle als unser Opener. Das stimmt. Otto, der Master von Rund 2. Niemand kann mich verletzen. Und ich. Benji. Der finalen Challenger und Kaptein der Nordforsitz-Street-Puncher. Sie spielen Street-Puncher in Southplains? Vielleicht. Ich glaube, meine Team kann verletzen deine Team jeden Tag der Woche. Wir sind nicht ein Team Street-Puncher-Team. Und sie verletzten gegen die Spiele. Ich bin nicht so schlecht. Hey Mann, das war offensiv. Ja, das wird auch noch interessant. Gegen die werden wir antreten müssen. Jemand meint gerade, du brauchst Wertmarken und nicht Münzen. Nein, nein. Ich brauche Münzen, um sie in Wertmarken umzutauschen. Aber ich habe gar keine Münzen. Also brauche ich die von dem Münzbrunnen. Hast du Tipps für Street-Puncher? Was ist so lustig? Wirklich? Komm schon! Wir geben uns nicht unsere Geheimnisse an den Südenplanern. 1-1 kommen da die Moves her. Da bin ich mir ganz sicher. Habt ihr heute Abend etwas ungewöhnlich gesehen? Ein Mann hat alle Wut und Ballen aus dem Schiff. Ich bin fast sicher, dass er aus der Südenplanung war. Das war gestern. Wirklich? Jetzt. Und wie meine Mutter gesagt hat. Alle Leute aus den Südenplanern sind Freeloader. Das sieht ganz schade aus. Bis bald. Tschüss. Moment. Genau, du hast das gut zusammengefasst, Schmollex. Flasche zu Geld, zu Münzen, zu Wertmarken, zu Preisen. Da, ich nehme den Imbusschlüssel, der wird auch funktionieren. Geil, okay, ist hier ein richtiger Automat hier. Also, auf die linke Seite klatschen. Ja, aber jetzt kriege ich natürlich nicht. Hey, kannst du das, wo es ist? Die Giftschopie ist außerhalb. Ich kann nicht... Hi! Hey! Hey, Tony, ich habe noch nie gesehen. Und wer sind die Kinder? Oh, sie sind Vidi und Nick. Hallo. Leute, das ist Alberto. Was bist du da? Warst du zu deskrabbeln den Pay-Per-View-Kabel-Signal? Well, über das... Wir kamen auf eine Angelegenheit von einer Aliein-Kreatur. Hahaha! Man! Sie müssen wirklich mal ein paar Videos machen da. Nein! Wie wirklich! Wir haben einen Aliein-Kabel. Er ist in einem Truck außerhalb der Stadt. Du kannst ihn selbst kommen. Hahaha! Hahaha! Ich weiß nicht, was du warst. Aber ich bin nicht zusammen. Ich habe viel Arbeit zu machen. Ich habe viel Arbeit zu machen. Der Ort ist zu spüren. Kannst du uns einen Tein-Welder lenden? Ich denke mir das. Nein! Ich habe viel Arbeit zu machen. Obwohl... Wir machen etwas. Du kannst mir helfen. Ich helfe dir. Was musst du dir? Kannst du die Cirküte machen? Sie sind zu hellen. Ich habe viel Arbeit zu machen. Ich habe viel Arbeit zu machen. Ich habe viel Arbeit zu machen. Oh... Haha! Das ist die Sache. Uh... Ich habe keine. Dann... Wie erwartest du mich zu... Du wirst einen Weg finden. Du bist ziemlich resourceful. Wie der Typ von TV. Uh... MacGyver. Wir werden sehen, was wir tun können. Wir glauben. Wir haben einen Aliein-Kabel. Ja, sicher. Wir haben schon Alieins-Kabel wie Leute, macht mir weird experiments in der Stadt. Ach, natürlich... ... Ach, w-w-w-w-w-w! W-w-w-w-w. W-w-w-w-w-w-w-w-w! Hast du am Poliebius gespielt? Was ist das? Hab es nicht. Was würdest du... Wenn ich mich nicht mehr so aufhören wollte, das ein Roboter-Alien, das schlafen wurde. Nun, das erste, was ich tun würde, wäre, zu stoppen, was ich trinken würde. Tschüss! Nachdem! Nuh-uh. Lass das sein. Nein. Es ist leer. Aber es riecht noch wie Gas. Ah, ich liebe diesen Riech. Das hat Nummer 6. Könntest du meine Sachen verlassen? Diese Maschine scheint gut zu arbeiten. Warte einen Moment. Die Frau in diesem Spiel ist nicht gekämpft? Ein Adult-Game? Rade! Ist das gebrochen? Nicht wirklich. Ha! Ich kenn das übrigens. Ich weiß, ohne dass ich was sehen kann, genau was das für ein Spiel ist. Und zwar musste man mit so einem irgendeinem Symbol, so kleine Vierecke oder so kleine Eckchen immer wieder ausschneiden aus einem leeren Bild. Und das, was man ausgeschnitten hatte, wurde dann entblößt. Und dahinter war frivole Ladies in knapp bekleideten Klamotten. Ja, die 80er. So, hier haben wir nichts bekommen, aber doch ein paar Infos. Wir können also das Street Puncher-Ding gewinnen. Wir müssen die Platine reparieren. Wir müssen... Ah ne, das haben wir gelöst. Was ist das? Lama Fighter. Gucken wir doch mal rein. Gut, jetzt gucken wir erst nochmal, ob dieser Trick mit dem Greifautomaten funktioniert. So, einmal Grabschowski. Geil! Äh, was haben wir das jetzt? Ja. Es ist ein Bär, die ein floppy Disk hat, das sagt, ich habe 360 Kilobyte von Liebe für dich. Das ist total schade. Dieses Ding ist nicht... ...den Benzintank voll machen. Das Auto ist lockt. Ich muss das mit echtem Gas füllen. Okay. Ich brauche das hier. Ich brauche das hier. Schöne Synchro. Sympathische Story und Charaktere. Okay. Jetzt musst du die Hose füllen und die Hose füllen in die Gasplatte. Versuch nicht, Gas zu füllen. Wir haben keine Zeit, um ins Krankenhaus zu gehen. Der Hose ist okay, wo es jetzt ist. Denen ist alles so egal, ne? Denen ist alles egal. Es hat ein Klo-Sign auf dem. Es macht Sinn. Es ist ziemlich late. Welche Zeit ist es, übrigens? Ich habe keine Ahnung. Aber gut über die Mittwoche ist sicher. Ich habe das gleiche Poster in meinem Raum. Ich habe gehört, sie werden zwei mehr Filme über diesen Mann machen. Sequels haben die Tendenz, um weniger populär zu sein. Ich liebe normalerweise nicht Filme über Kinder. Keiner will, Kinder in verrückteren Sprechen zu sehen. Sie sind meistens wunderschön. Ein ganzes Film, der sich auf dem broken circuit betrifft. Ich mag das Film, aber ich glaube nicht, dass es so populär ist. Ein ganzes Film. Ich mag das Film. Sie wissen jetzt. Die Leute auf diesen Film-Kovernen? Sie sehen alle wie der Bull. Jetzt, dass du es erwähnt hast. Die Erinnerung ist großartig. Bei anderen weiß ich es nicht. Das weiße Haus brennt. Das weiße Haus brennt. Also es macht voll Bock, sich hier diese Pixel-Bilder anzugucken und zu interpretieren, was dahinter sein könnte. Das sind offensichtlich Kinderfilme. Oh, hier Gremlins. Ich mag meistens alte Filme. Aber die Kreaturen in diesem Film sind so viel Spaß. Ist das nicht das einzige Film mit Gremlins? Na ja, es gibt eine TV-Episode von Twilight-Storien, wo ein Mann sieht einen Gremlin außerhalb des Flughafen. Das ist die erste sogar. Glaube ich. Das ist gut. Aber das Kreaturen-Kostüm ist ein bisschen schade. Ist das eine der Storien, die in Twilight-Storien in dem Film bezeichnet? Das ist wahr. Ich habe es vergessen, über den Remake. Da, das Kreaturen ist großartig. Aber ich mag die über-the-top-Performance des Mannes aus dem alten TV-Episode. Ich sollte sie beide sehen. Short-Circuit. Heißt das Original Nummer 5 lebt. Hier heißt es Broken-Circuit. Danke an Pow! Pow! Right in the kisser! Danke für dein Sub. Was haben wir hier noch? Oh, ist das Donnie Darko? Damals schon? Aber da sehen wir auch alles. Hier Jason, Hellraiser. Es ist faszinierend, dass man das alles trotzdem erkennt. Also zumindest die Idee dahinter. Das hier weiß ich nicht. Was könnte das sein? Chucky? Die besten Filme sind aus diesem Genre. Keine Wahrheit. Wer würde ein Film über die menschliche Menschenprobleme kaufen? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, es ist etwas, was du magst, wenn du aufgewachsen bist. Die alte Menschen schlafen. Ah, Legende. Es geht um einen Mann, der einen Dämonen und einige Goblins. Der Dämon sieht großartig aus. Er hat eine große Kinn, aber es sieht großartig aus. Ich mag die Unikornen. Das ist tatsächlich ein ganz schön geiler Film mit einem ganz jungen, äh, ist es ein junger Tom Cruise? Ich glaube schon. Aber, alter, Legende mit dem ersten, der ersten richtigen Darstellung des Teufels, so wie man sie heute kennt. Da darf ich bestimmt nicht rein. Die Tür ist kaputt. Hier ist wo die Film von Adol-Movien sind. Wir sollten definitiv gehen da. Es scheint, dass es kaputt ist. Man, das ist kaputt. Hallo! Hallo, Palanchinski. Willkommen zu Tapestore. Palachinski? Palanchinski, Palanchinski. Willkommen zu Tapestore. Oh, danke. Vielen Dank. Wir wollen ein Film. Good. Welchen Film willst du? Du immer willst sehen alten Film. Lass mich wählen etwas besser. Nein, nein, nein. Das ist meine turn. Es war Vinnie, Nick, Tony. Die Woche war es Nick's turn. Jetzt ist meine turn. Okay, Nick, mich überraschst. Ich würde mich überraschst. Ich würde mich überraschst. Der Sexfest Club. Oh, ein Film von Chalanchka. Es ist ein Film von Chalanchka. Es ist ein Film von Chalanchka. Aber deine Wahl ist. Ich habe fast vergessen. Show mir deine Radovinko. Was? Deine Radovinko. Identifikation. Show mir Identifikation. Die Film von Chalanchka. Die Film von Chalanchka. Keine Zeit. Keine Zeit. Keine Identifikation. Keine Film von Chalanchka. Oh, ja. Mein ID. Gib mir einen Moment. Ja, ohne ID bekomme ich die Filme natürlich nicht. Tschüss. Tschüss. Hallo. Tschüss. Tschüss. Welchen Film würdest du empfehlen? Gibt es den Film von Chalanchka? Ich habe nie einen Film von Chalanchka gesehen. Ich werde deceurevoir. Sieg von Chalanchka Nein. Wie... Ihnenzwere Fotos medicine Chast opened. Sieg von Chalanchka? Sieg von Chalanchka über wie stark und rechtlich ein General questo ist? Nein. Dann bedeiste du SCINA. You talk weird. I learn English. I come from East Cordelavia. Little country, good food, beautiful women, many communism. I'm Morberto. Morberto learn fast. In East Cordelavia, I computer Carnacht. What? Da, my computer doctor. I made program dictionary on computer to learn English. Many effective. Interesting. Where is East Cordelavia? East Cordelavia, lovely country in between Carmanistajan and Cordelavia, Democratic Republic. I don't know any of those countries. We know. You are not that bright in geography. Excuse me? Can you lend us your computer? No, I need to patent invention in computer. America great. America private property. How much for copying your dictionary program to a disk kit? First patent, then sale. But we are in need. Morberto traveled many kilometers and crossed many fences to be convinced by communist bullshit. Ja, wir brauchen, glaube ich, sein Computer oder sein Programm, sein Lernprogramm, weil wir natürlich dem Roboter, dem Alien Roboter beibringen müssen, mit uns zu reden. Der kann nämlich nur mit irgendwelchen Blinken und Lichtern kommunizieren und das ist nicht gut genug. Äh, wir versuchen nochmal gerade das Ausleihen von einem Film. No, 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 no. It is Tony's turn. Let him decide. It's about time. I would like to rent Happy Pony and Friends, the movie. A kids movie? Shut up. But really? It's Tony's turn. So happy Pony and Friends it is. It's five dollars. Now that I think about it, I won't be renting this one. Okay. Ich mach nochmal einen. Äh, so. Ich hab natürlich keine Kohle. Aber Chris Pinkerton hat Kohle und hat mir gerade genug gegeben, um diesen Film auszuleihen. Ja, heben wir uns auf. Wir haben... Wizards? Was ist das Film hier? Ist das ein postapokalyptisches Film, voll von Faerien, Mutanten, Demons und weirrscher? Ja. Ja, das kenn ich. Der wurde, äh, dann hier eingeordnet, obwohl er da gar nicht reinpasst. Ist aber auch ein interessanter Film. Äh, kurz noch hierzu. Das hat auch jemand nochmal gemeint, diese großen Hörner und so. Kennt man die auch von Dungeon Keeper Horny. Ähm, und da kommt der tatsächlich auch her. Also von Legende. Da kommt so dieses klassische Bild des riesigen gehörnten Teufels mit Hufen, das wir in der Popkultur kennen. Und ja, ich hab natürlich Robocop hier gesehen. Lieber, weiß ich nicht, wer das ist. Doch, genau, lieber Bonsai. Ja, jetzt haben wir hier viel in Erfahrung gebracht, aber nichts wirklich bekommen. Wir haben ein bisschen Benzin abgesaugt. Hm, ja, aber, und wir wissen auch, dass wir hier beim Schrottplatz eine Aufgabe haben. Rektor Smith ist hier noch. Geheimausgang, Flussufer. Was war denn nochmal hier? Ah. Hier wohnen die zurückgelassenen Landstreicher. Es sieht aus, wie er den Riefer schreibt. Ich bin. Hallo. Ich kann's believe it. River Goblins. Wir sind nicht. Was ist mit Häusern, die uns verraten für Goblins? Wir sind nicht so klein, richtig? Wir gehen mit dem. Hallo, kleine Goblins. Hast du gesehen, etwas Ungewöhnlich heute Nacht? Ja, der Riefer-Krokodok. Halt einen Augenblick auf ihn, oder er wird dich live verraten. Oder schlimmer, er wird deine Brüse verraten. Das sieht nicht so aus. Ich kann einen schweißen Krokodok, wenn ich einen sehe. Und ich sehe einen jetzt. Aber es sieht, wie es nur... ... ein Krokodok. Aber... ... wenn du ihn schläfst, ich gebe dir einen Preis. Okay. Er meint wahrscheinlich das Ding hier, ne? Es sieht ein bisschen aus wie ein Krokodil, tatsächlich. Wie ist es? Kannst du uns helfen? Widerst du was? Es gibt eine Blüte-Blohde Räste von Menschen-Replikanten-Aliens, die uns verraten unseren Planeten. Kannst du uns helfen, sie zu verraten? Ha 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 ha! Ich weiß nicht, was du trinkst, aber Mann, ich will ein bisschen. Aber wir sagen die Wahrheit. Entschuldigung. Du sprachst, was du verrattest. Ich glaube, du versuchst mich mit einem von deinen... ...Goblin-Riddels. Warum bist du hier? Das Wetter ist schön. Vielleicht kannst du ein Terrierführende Monster von Zeit zu Zeit, wie das Krokodok-Krokodok. Aber du kannst auch nicht finden, dass du in der Räume verraten haste in der Räume. Gestern, ich habe eine halbe Tuna-Sandwich. Faszinierend. Du möchtest Tuna-Sandwichen? Ja. Dann bleib dran von meinem Räume-Bank, ich kenne dich. Ha ha ha. Wir müssen gehen. Goodbye, kleine Goblins. This shopping cart is full of creepy things. It has dolls, red summer lipstick, a jar of some green jam, some rotten onions and a lot of bags and old newspapers. Stop looking at my stuff! Ist das ein Krokodil? Was würde ein Krokodil hier machen? Krokodil sind sehr adaptiv. Das ist nicht ein Krokodil. Ich bin fast positiv, dass es nur eine Brie ist. Anyone will das touchieren? Nein. Nein. Ich bin sicher, dass es nicht ein Krokodil ist. Aber was, wenn da ein Krokodil ist und es mich beitzt hat? Hallo? Krokodile sprechen nicht. Das ist nicht ein Krokodil. Ich kann nicht glauben, dass er das ist. Das ist ein Krokodil auch. Ha, cool! Aber du hast doch nur Schrott. Hier geht's. Das magische Wand der Glückwunsch für dich. Das ist nur alte Lippen. Danke dir, oh noble Hobo. Du bist willkommen, mein Freund. Jetzt stopp' auf meine Stoffe, oder ich werde dich töten! Da ist sonst auch nichts mehr, ne? Trümmer. Wir gucken trotzdem nochmal. A pile of debris. I always knew. Shut up! The Serpentane River is the border between North Forest and South Plains. But we live on the good side of the river. Oh, interessant. Okay. The drains of the city end in this river. And that's why my grandma tells me not to swim here. Do you think it's referring to the aliens? I can't read it. I can't read it. No, probably some teenager with too much free time. The pain is fresh. This graffiti is old. Where the hell are we going? I have no idea. This is a maze. Who touched me? It wasn't me. It wasn't me either. It wasn't me either. It's so easy to get lost here. Let's turn here. Follow me, I have an idea. Are you sure we're not going to end up going backwards? Yes. And we are back at the beginning. It's so easy to lose orientation here. Maybe if we were following a trail. Okay, ich verstehe. Das ist dann was für später. The tent is dirty and smells like a mix of wine, pizza and vomit. That's probably what you smell. Mmmh, vomit. Danke, Arthur Schütz. Auch du bist acht Monate dabei. Ich hoffe, dir gefällt hier das Spiel und du hast ein bisschen paar Tipps parat für mich. Ich kann sie gebrauchen. Wir haben bald alle Locations durch. Wir haben noch den... Also nicht durch, ne? Wir können auch gleich noch zum verlassenen Anlage und dann werden wir auch mit den Lost Boys reden. Hier waren wir ja Eingang von New Frontier. Oh ja, da dürfen wir natürlich nicht hin. Die suchen ja nach uns. Das sind übrigens Aliens. Die haben so ne... Die haben nur ein menschliches Gesicht und der Rest ist schuppig. Deswegen tragen die immer diese Masken. Aber... Sie sind auf jeden Fall ganz schön blind. Trash, Trash, Trash. Und mehr Trash. Sie sind sicher, dass da nichts semi-üsevolles ist? Sie sind sicher, dass unsere Standard für Usefulness sehr niedlich sind. Nein? Es ist einfach Trash. Wie rotte Dinge und was Schmerz. Oh, warte! Schau! Schau! Es ist ein... Schau! 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 Es ist ein... Wir sagen... Schau! 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 Ich fühle mich schon wie ein Hobo. Schau! 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 Ja, ne sehr gute Idee. Diesen Lippenstift... Ach leuchtet der? Ne, ist nur ein Lippenstift. Red Summer Probable Line Lipstick Nummer 9. Es schreibt... ...weil du wahrscheinlich es wert hast. Und auf der Backen schreibt... ...Ingredienste. Sulfactant, antistatische Entmollung, Peanutbutter und Red Dye Nummer 2. Ich dachte, das wäre ein... ...Leuchtstab oder so. Dann hätte ich ihn vielleicht mit dem Fritteusen... ...Korb kombinieren können... ...und das alles den Brunnen runterwerfen können. Jetzt wird es hier aber auch ganz schön laut. Deswegen haue ich ab. Hier kann ich jetzt eh nichts mehr machen. Aber wenn ich eines gelernt habe, dann... ...jeden Mülleimer hier in diesem Spiel zu durchsuchen. Wir haben noch das Rektor Smith. Aha. Das ist der Prinzip unserer Schule. Er ist nicht so schlecht. Nein, aber er hat die Persönlichkeit eines Worms. Das wird uns in Tension für den Rest unserer Leben bringen. Hallo! Hallo, Kinder. Es ist nicht so schlecht für dich, so weit weg von Hause zu sein? Das ist nichts von dir. Eh, fair genug. Was machst du? Ich sehe die Vastigkeit der Universität. Ist das Teleskop nicht auf Frau Pérez? Nein! Nein! Nein, überhaupt nicht! Nehmen Sie sich. Wir sind nicht hier für dich. Ich bin ein Kiep. Vinny mag die Samantha Silbermann, aber er wird niemals sagen. Hey! Und Tony... ...supposiertes, wenn er mag eine Frau. Das war ein Geheimnis. Es ist nicht ein Geheimnis. Es ist etwas dummeres. Nehmen Sie sich. Es ist nichts zu verraten. Ich habe das gleiche Problem. Wie hast du das gemacht? Mit trinken. Das war einfach so. Das war einfach ein Schreckliches Geheimnis. Mann! Ich liebe Frau Pérez. Warum nicht Sie gehen und sprechen mit Frau Pérez? Ich weiß nicht was zu erzählen. War es nicht der Alkohol? Ja, aber... Ich meine... Warum hast du mir eine andere Chance gegeben? Nur... Gib mir einen Grund. Und ich werde dieses Bier enden und gehe direkt zu ihre Tür. Mitgefunden. Und der hat... Welche Inhaltsstoffe? Erdnuss. Wahrscheinlich ist da ein Zusammenhang. Das heißt, wir haben ja keine Erdnussallergie. Für uns ist das egal. Aber für die Aliens scheint Erdnuss irgendwie gefährlich zu sein. Sonst hätten sie es ja nicht an uns ausprobiert. In der Hoffnung, dass wir dadurch sterben. Und das bedeutet wiederum, dass wir die Erdnuss... Erdnuss... Hier diesen Erdnuss... Aber... Ist es wirklich Erdnuss... Ist es wirklich Erdnuss... Ist es wirklich Erdnuss in dem Lippenstift? Ich glaube schon. Aber der Chat sagt das auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Idee. Ähm... Das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Sollte Ihnen eine weitere Chance geben, weil sie hässlich ist. Sie sollte dir eine weitere Chance geben, weil du ein cooler Mann bist. Du denkst, ich bin cool? Ähm... Ich bin kein Experte an diesem Thema. Aber ich glaube nicht, dass dieses Argument so viel Wasser halten wird. Können wir Ihres Teleskop nutzen? Nein! Es ist meine. Aber... Nein! Ich benutze es! Können wir Ihr Haus entkommen? Was? Warum? Nein! Nur frag ihn. Aber wenn du nicht in den Kopf... Ich weiß nicht, was ihr zu erzählen. War das Alkohol nicht mit dir helfen? Ja, aber... Ich meine... Ich meine... Warum würde sie mir eine weitere Chance geben? Nur... Gib mir einen Grund... Und ich werde dieses Bier enden und gehen direkt an ihre Tür. Sie sollte dir eine weitere Chance geben, weil du der Prinzip bist. Ja... Und sie ist ein Lehrer. Also... Nein, nein, nein. Das Art von Logik ist das, was uns in der ersten Zeit verbringt. Noch einmal. Ich... Ich... War das Alkohol nicht mit dir helfen? Ja... Aber... Ich meine... Warum würde sie mir eine weitere Chance geben? Nur... Gib mir einen Grund... Ja... Aber ich habe doch nur diese drei und der dritte ist voll gemein. Und sie sollte dir eine andere Chance geben, weil sie üblich ist! Wow... Das ist etwa... ... die peinste Musik, zu einem Mann zu begriffen. Außerdem... Sie ist sofort schön. Aber vielleicht, wenn sie genug genug ist... Oh Mann, ihr seid das Schlimmste! Ich glaube es ist meine Schuld, diesen Art von Teenagern zu fragen. Ey, er hier wird mal so ein Alpha-Youtuber, der irgendwie die ganze Zeit Dating-Strategies erklärt. So, der hat genau das richtige Mindset dafür. Danke Yannix für dein Abo, der erste Monat. Genieße ihn, ich hoffe es macht dir Spaß. Ja, wir finden also keinen Weg. Haben wir wirklich nur diese drei, weil der Rektor, weil sie ein cooler Typ ist, weil sie hässlich ist. Ja, nix davon. Hm, interessant. Okay, heben wir uns auf. This thing is really creepy. The door is closed. The window door is closed. And locked. Can we force our way in by breaking the glass door? Nein, das könnte so problemlos sein. Auf so vielen Leveln. Okay, schade. Ich hätte es gemacht. Das ist, äh... Es ist ein Hyundai Pony Model 76. Ein orange Auto. Ich hätte jetzt nicht mehr siamo, außer sie sind... Hier drinnen. Durch die Dating-Schön, die über die Dating-Throwahnen. Waren du kannst dir selbstbauen? Ich bin jetzt noch ein Ende. Wir haben nicht noch geholfen. Hier sind die Dating-Charge. Dann gehen wir erstmal hier hin. Hier bin natürlich die Dating-Schön. Hi! What now? Can we know this pl- Okay. What is the Lost Guys Gang password, bozo? John Bobby sucks! It does. Who sent you? Snake Skull! Oh, that guy. He's pretty cool. Heeey! What are you doing, man? Not cool. I don't know. We're planning to sell it, to buy cool stuff. Rad! A floppy disk drive! What are these simpletons doing with this fine piece of modern technology? This cheesy floppy bear wouldn't do much there. I will change the radio station. Hey! Don't pull that shit again! I will change the radio station. Hey! Don't pull that shit again! Ne, das bringt nichts, aber hier die beiden jeweils mit ihrem Spike und Rainbow Ray und Slashy und Star. Es ist wundervoll. Mit euch werde ich jetzt mal reden. Who are you? We just joined the Lost Guys. Furiel told us to join in. Do you have names? Oh, yes. I'm Vinny. I'm Tony. And I'm El Toro. Nice name. Welcome to the Lost Guys. We fight the system! Yeah! Down with capitalism! Long live Anarchy! My name is Spike. I'm Slashy. I'm Star. And I'm Rainbow Ray. Okay. Also... Was machen wir hier genau? Wir schrauben das System. Lass die Musik. Halt! Halt! Wow! Warum hast du die Lost Guys mitgebracht? Wir... Wir lieben, dass wir rote Sachen machen. Und ausführen. Ich meine... Vergiss es. Wie sollen wir das System kämpfen? Wow. Wir hören alternativen Musik. Ja, Musik, die dich zu denken. Und also... Ich habe ein neues Jacket... Das heißt... Down the System! Ich drew... Anarchy A in front of the bank. Ja! Down with capitalism! Ja! Aber... Aber... Anarchy is the ultimate expression of liberal capitalism. Where the state is so small that it has disappeared. Where the state is so small that it has disappeared and everyone is free to trade in any manner that individuals deem fit. What? I mean... Capitalism sucks! Long live anarchy! Uh... Radical! He talks kind of funny. He talks kind of funny. But I like this guy. What's all that stuff over there? It's stuff we steal from our parents to sell. So we can buy cassettes, jackets, paint... Posters, bracelets, hairspray... Makeup, hair extensions, lipstick... Bandanas... Boots... Fingerless gloves... And radical stuff! Like... More lipstick! Why don't we just go burn some big corporation? Yeah... Like... The New Frontier Corporation. I like how you think. And... I would love to do that, man. But I twisted my ankle so... I can't run. I can't because... Um... I'm such a pyromaniac that if I start, I'll probably burn the whole town. I would join. But... I'm like... Totally allergic to peanuts. And if we encounter peanuts... Things could get past you. Don't look at me. My dad doesn't let me burn stuff. Erdnuss-Lippenstift. Sie küssen sich. Kabums! Kadababams! Und dann ist er weg. Ich hab keine Ahnung. Ich muss die wahrscheinlich alle wegkriegen. Und dann klau ich dieses Kassettendeck. Aha... See you later! See you later! I have something for you. Frisch im Müll gefunden. Thanks. I love the color. But I'm not gonna kiss you. Not in front of spikes. So! Dann reden wir doch nochmal mit den beiden! Hallo! So! Heya! Hallo! Hey! Willkommen zu der Lost Boys' Heidout! Okay, so. Wie sollen wir... Wie sollen wir... Was machen wir hier genau? Ja, Mann! Fight the system! Wow! Sie sehen, wie sie aus einem angry Max-Film kamen. Sie sehen cool. Ich sollte das für den Generator saveen. Hey, was ist denn? Keine Idee. Ist das ein neuer Tanz? Hey, was ist denn? Nein, Mann! Wir rufen nicht den Krankenwagen! Wir unterstützen nicht das System, Lizzy! Hast du denn nicht zugehört? Der muss alleine klarkommen. Der muss anarchisch... Muss der sich mit diesem Problem befassen. Vielleicht muss er... Muss er die Allergie wegbrennen. Oder er muss der Allergie in die Fresse hauen. Oder er... Vielleicht hat er einfach nur nicht die passenden Schuhe an. Er findet schon raus. Aber das finde ich sehr gut. Das ist sehr interessant. Jetzt haben wir halt natürlich nicht viel erreicht, oder? Können wir denn irgendwas machen? Willst du den Diskettenbär? Aber es scheint auch keinen sonst zu interessieren. Aber es scheint auch keinen sonst zu interessieren. Ja. Es sieht aus, wie sie ein Feuerpitz mit einem Begriff gemacht haben. Ich schaue es. Es sieht ziemlich postapokalyptisch. Jetzt kann ich vielleicht endlich verstellen. Ich werde die Radiostation verändern. Ich verzählte mich an, weil ich jetzt nach Hause ging. Ich schaue es heute. Hey! Mach das Scheiße wieder! Eine weniger Dinge, um zu worrychen. Bei dem anderen ist es nämlich scheißegal. Dem ist nämlich alles scheißegal. Dem ist nämlich alles scheißegal. Eine neue Sache, um zu worrychen. Hallo! Ja. Hallo! Ja. Es ist etwas, was ich interessiere. Ich bin sicher, dass es in ein paar Jahren aufhören wird. Ja, genau. Da ist das Benzin für den Generator. Immerhin eine Sache haben wir. Wie heißt das hier wohl? Ist ja eigentlich Heavy Metal, aber nicht Fuck2, sondern Heavy Metal nur. Ist das weird, wenn ich eine Roboter-Frau drehe? Ich mag es. Wer macht es nicht? Ich... 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 Was war das? Der Hebel? Please don't. Warum? What does this do? That turns on the trucks battle mode. Hey, that sounds awesome! Let's do that! No, we have to keep our profile low. For now. Okay, na gut. Er hat schon recht. Ich würde ihm so gerne helfen. Es ist mehr so, dass er gebrochen ist. Lass mich versuchen, die Ketten mit einer Verwärtsmaschine und ein paar Tänze zu fixieren. Und er sollte gut arbeiten. Auch wenn wir ihm lernen, wie zu sprechen mit dem Computer, das ein Dictionary installiert hat. Aber wir brauchen immer noch recht viel. Wir brauchen vor allem das Schweißgerät aus dem Arcade-Lagerraum und wir brauchen Blech. Obwohl hier eine Menge Blech reden, kann ich damit leider nicht so viel anfangen. Ich verstehe die meisten der Dinge, aber etwas, was ich sicher bin, ist, was sie nicht gut ist. At least, nicht für uns. Was noch wissen Sie über die Aliens? Sie sind auf unserem Planeten nicht mehr als sieben Jahre alt. Sie haben nicht mehr als Spaceships zu fahren. At least, nicht mehr. Und diese sind ihre Hauptsitzteile. Warum ist es nicht eine gute Idee, um die Polizei zu holen? Ich weiß sicher, dass sie ein paar ihrer Leute haben in der Polizei. Und dass sie mit unglaublichem Präzision beherrschen können. Verwärts die Polizei nur arbeiten gegen uns. Ich verstehe. Du denkst, dass wir sie aufhören können? Na, es scheint, dass deine Freundin eine Einwanderung ist. Wenn wir uns aufhören, dann haben wir eine gute Chance da. By the way, ist die Bulls single? Was für eine Frage ist das? Ich bin eine Reporterin. Ich frage Fragen. Warum sollst du ihn nicht fragen? Vergiss es. Äh, ja, okay. Wir sprechen später. Klar. So, was, äh, was war hier noch? Ähm. Vor dem Schrottplatz lag ein Wellblech. Oh. Da gehen wir nochmal hin. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber das passt natürlich gut hier hin. Die Reifen sind schon mal nicht. Ah, ihr habt recht. Ah, aber man kann es gar nicht nehmen. Sondern man kann es nur, das ist ja lustig. Ja, hier brauchen wir natürlich auch nochmal den Cutter. Nehme ich mal an. Das kriegen wir natürlich nicht auf. Weil das Ding hier ist relevant. Weil das Ding hier ist relevant. Mann, wenn wir nur dieses dämliche Rätsel schon gelöst hätten in der Spielhalle. Also wir haben so ein bisschen was angelöst. Aber noch nicht. Wir sind noch nicht weitergekommen. Können wir nicht hin. Brauchen wir nicht hin. Haben wir alles schon gelöst. Außerdem ist da die Kanalisation. Da brauchen wir noch nicht hin. Stadtplatz könnte man nochmal gucken. Aber eigentlich haben wir da auch schon die wichtigen Sachen. Also zumindest haben wir schon wichtige Informationen von ihm bekommen. Informationen, die wir weitergegeben haben an den Lost Boy in der Spielhalle. Da hat er auch keine neuen Themen. Bei denen können wir erst eintauschen. Moment, hier kommen wir gleich hin. Den können wir eben erst eintauschen, wenn wir eine Dose oder irgendein Getränk gefunden haben. Haben wir aber leider nicht. Und hier würden wir halt gerne uns die Dinger holen. Die Münzen. Das ist so lustig. Weil es genau die Storyline auch ist von Goonies. Wo sie wie gesagt unter Tage herumlaufen und dann bei dem Brunnen rauskommen. Oder beziehungsweise unter dem Brunnen rauskommen. Und ja. Deswegen müssen wir wahrscheinlich da hinlaufen. Was könnte ein Feuerbasket da machen? Na halt das ganze Geld abgrabschen. Aber wir haben eh kein Seil oder so. Okay. Ich glaube die Idee ist richtig. Nur jetzt bräuchten wir dafür wahrscheinlich die Lagepläne. Also ich meine wir brauchen ja irgendeine Form von... Jetzt muss ich nochmal gucken. Wir haben das schon mal gecheckt. Aber sicher, dass da nicht im Mülleimer irgendwo eine Dose ist. Das kann doch nicht sein. Ja, aber nimm doch trotzdem. Lass dir doch nichts erzählen. Guck doch trotzdem da mal rein. Es ist voll von Trinkcans von anderen Unternehmen. Der Slogan ist... Ist es Superlemon Cola oder Garbage? Hey, was machst du? Hey, was machst du? Moment. Aber warum macht er das nicht? Ja, es geht einfach nicht. Hast du mal versucht? Schreibt jemand im Chat. Die Taschenlampe in den Brunnen zu werfen. Das ist gar keine so dumme Idee. Dann sieht man, würde man unten was sehen. Aber ich glaube ich brauche sowas wie einen Lageplan der Stadtwerke oder so. Weil man kann in der Kanalisation rumlaufen. Aber ohne Ziel kommen die immer wieder... Ja, okay. Aber es ist eine gute Idee gewesen. Also irgendwas brauchen wir, um da hinzufinden. Dann haben wir noch den Rektor, den wir ja auch theoretisch mal irgendwann von dem Fernglas wegkriegen können. Ich gehe hier einfach nochmal durch. Dann haben wir noch eine Platine, da müssen wir den Rost entfernen. Mann, ich habe so viel Kram, wo ich nicht genau weiß, wofür der am Ende benutzt werden muss. Hier, er müsste doch langsam mal durch sein. Aber es ist wahrscheinlich... Es war nur, damit ich das Passwort bekomme. Das will ich haben, die Kneifzange. Nur wie bekommen. Ne, alles dumm. Gegen die gewinnen... Ja, wir haben ja nicht mal Tokens, wir können ja nicht mal anfangen. Und wir brauchen diese Lötmaschine. Ja, wir brauchen sie zu tun. Hey! Hey! Can you... Let me think about... Na, alas... Let's do something. What do you need to fix? Could you clean those circuits? They are rusted to hell. Piece of cake! Where is the rust remover? Then, how do you... You will find a way. You are pretty... We will see what we can do. Also wir brauchen einen Rostentferner oder etwas Gleichwertigeres, haben aber wirklich hier lange schon nichts mehr gefunden, was wir nutzen können, meine ich. Diese Cirküte sehen wirklich rostig. Ja, wenn du mir mit dem helfen kannst, wäre das sehr wertvoll. Ja, ja, ich dachte, man kann vielleicht was damit machen. Mann, nie darf man hier irgendwas. Das Sci-Fi-Show ist großartig. Mein Lieblingsspiel ist, wenn Captain Cork ist teletransportiert zu einem mirror-Universum, wo er evil ist. Und es ist ein evil Spork mit einem Goatee. Falsch. Es ist nicht ein Goatee, es ist ein Van Dyke-Beard. Klugscheißer. Was meinte dir gerade, kannst du ihm nicht den Schraubenschlüssel geben? Ja, kannst du mal versuchen, aber das bringt, glaube ich, nicht viel. Das hat Nummer 6 Schrauben. Schwierig hier immer den nächsten Moment zu finden, an dem man irgendwas machen kann, irgendeine Lösung hat. Aber ich gebe nicht auf. Ich habe soweit geschafft. Alles hier ist geschlossen. Ja, ist ja auch zu spät. Die Tür ist... Da haben wir schön aus der Familienkutsche das Benzin geklaut. Auch schön, ne? So mit dieser Holz... Fake-Holz-Vertäfelung. Das wirkt genau wie im... Ach, Mann, ey. Chevy Chase, wo er mit seiner Familie in meinen Urlaub fährt. Ich habe vergessen, wie es heißt, aber ihr solltet es eigentlich kennen. Okay, sobald wir eine ID haben, können wir hier uns Filme ausleihen. Und dann vielleicht auch hier in die Adult-Abteilung. Aber so viel mehr ist dann wirklich nicht bisher. Okay, das war auch schon wieder alles, was es hier gibt. Okay, das war auch schon wieder alles, was es hier gibt. Ja, da ist nämlich nichts. Das ist gar nicht relevant, das Gebäude. Wie gesagt, ich glaube, man muss irgendwo hier zu Silverman. Das ist die... Unser persönliches Love Interest und natürlich die... Cheerleader-Anführerin. Ja, ja, wissen wir. Vielleicht den Disketten-Bär einfach da hinlegen? Nee, auch nicht. Ai, 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 ai. Was bringt dieser Fritteusen-Korb? Es scheint, dass dieser Fritteus-Bär zu viele Mal benutzt wurde. Ja, diese Woche fangen wir an, es bei Rocket Beans zu spielen. Ich glaube, wir fangen leider nur mit einer Stunde an. Und werden dann später weiterspielen. Ja, ich werde hier allerdings warten, bis wir bei Rocket Beans durch sind. Und dann werde ich es hier nochmal spielen. Vielleicht. Ich werde allerdings auch vorher den Mercenary-Modus hier spielen. Und genau. Kann man auf die Diskette das Sprachprogramm kopieren? Ja, sicher. Denke ich auch. Allerdings brauche... Also, wir haben die Diskette, ein Kassetten-Laufwerk und bald den Computer. Das heißt, wir können es dann über das Kassetten-Laufwerk und die Diskette... Können wir das in den Roboter laden, glaube ich. Aber dafür brauchen wir eben weiterhin... Äh, was brauchen wir eigentlich für den Videoladen nochmal? Wir brauchen eine ID. Und irgendwas will er... Ach shit, da gucken wir uns nochmal an. Gucken wir uns das nochmal an. Was will er denn nochmal, damit er uns das gibt? Er will ein Patent für dieses Ding. Ich weiß nur gerade nicht, wir können ihm ja kein Patent ausstellen. Ach nee. Der ist ja hier beim Videoladen. Nee, das ist der Arcade-Automant. Hä? Das ist aber hier. Okay. Dann ist er ganz am Rand. Jaja, ich gucke mir gleich nochmal das Haus vom Lehrer an. Generell, ihr könnt mir wirklich gerne auch helfen. Also, es ist nicht... Kleine Tipps sind immer erwünscht, weil ich das auch blöd finde, hier stundenlang rumzuirren. Aber ich komme ja meistens schon auch drauf. Es ist nur, oft brauche ich einen kleinen Tipp, äh, um, um zu wissen, wo ich suchen muss überhaupt. Es sind ja oft viele Areale hier immer. Hallo? Can you lend us your computer? No, I need to patent invention in computer. America Great. America Private Property. How much for copying your dictionary program to a diskette? First patent, then sale. But we are in need. Morberto traveled many kilometers and crossed many fences to be convinced by communist bullshit. Jetzt weiß ich aber, wie wir es machen. Wir brauchen eine ID, dann schicken wir ihn in die verbotene Abteilung und dann können wir ihm den, äh, Computer klauen oder können mit dem, äh, das Kettenlaufwerk einfach eine Kopie machen. Ich glaube, dass wir es so machen können, ja. Balerinka. Balerinka. Aber deswegen müssen wir vorher erst nochmal eine ID finden. Wo könnte man die herbekommen? Wer hätte eine? I can't see inside much. The window. Ah! Ey, ich schwör euch, Leute. Wenn da jetzt unter der Fußmatte, wenn unter der Fußmatte ein Schlüssel ist, dann werde ich nicht mehr. Hey, da ist eine Kette unter dem. Das ist so geil, Alter. Irgendwann war so geil. Ja, ich habe gehört von einem neuen Videogame, wo, um eine mansion zu entdecken, du solltest das gleiche machen. Leute sollten nicht ihre Kette unter dem Doormat setzen. Das ist halt 1 zu 1, ähm, Maniac Mansion. Und ich weiß noch, das war wahrscheinlich auch das erste Rätsel, was ich jemals in einem Adventure gelöst habe. Ist wirklich so. Wenn ich drüber nachdenke, vor Maniac Mansion, gut, da gab's Leisure Suit Larry und so. Das war ja auch schon ein Adventure, aber da hatte man ja den Parser, in den man Dinge eingeschrieben hat. Aber vor allen Dingen mit dem Scum-System war das erste Rätsel, was jeder gelöst hat, tatsächlich dieser Fußmatten-Trick bei Maniac Mansion. Weil das war das erste, was man machen konnte. Also, hast du nicht einen Ausweis im Inventar? Oh. Oh. Also, wir haben zwei Sachen, die wir gleich machen können. Wir können wahrscheinlich die Tür aufschließen mit dem Schlüssel. Und wir können, wenn wir unbedingt wollen, auch nochmal versuchen, mit der ID, oh Mann, das könnte es echt sein, Leute. Das ist ein sehr guter Gedanke. Mit der ID uns jetzt die Diskette holen und dann den ganzen Kram machen. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit von der Lösung entfernt. Ich bin sehr gespannt, wo wir gleich noch landen. Wir machen aber ganz kurz ein kleines Päuschen. Ich will mir einen neuen Tee machen. Und wir sehen uns nach dieser Werbung. Ich freue mich schon auf euch. Bis gleich. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Borsen und sitzen. Nee, das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Ich hab Stuhl, ich zum Sitzchen darf! Aber ist es ein Stuhl? Das frage ich euch. Was bedeutet Stuhl überhaupt? Ist jeder ein Stuhl? Kann überhaupt jeder ein Stuhl sein? Und warum ist Stuhl so cool? Das sind viele Fragen, die immer auftauchen, sobald ich mein Werbevideo laufen lasse. Oder eher den Werbebreak laufen lasse. Den Werbesong. Wo findet man das Lied? Sehr bald auf Spotify. Ich mach grad die letzten Geschichten, ums hochzuladen und fertig zu machen. Da muss man sich irgendwie als Künstler anmelden. Und das ist nochmal was anderes als ein Podcast. Und außerdem kommt nach dem Oktober kommen 10 Stunden Versionen auf mein Kanal. Außerdem kommt demnächst noch ein vierter Song, den ich quasi in Auftrag gegeben habe. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Und jetzt machen wir die Tür auf mit seinem sehr dumm versteckten Schlüssel. Das ist die Tür zu dem Prinzip Smith. Was machen wir hier? Versuchen wir eine alienen Invasion zu stoppen? Dann warum sind wir hier? Ich weiß nicht, vielleicht können wir ein paar Sachen aus dem Prinzip's Haus holen. Ich habe gehört, er hat einen Computer. Jetzt sprachst du. Naja, ich will halt nur rein, ne? Die Tür ist kaputt. Was ist denn das für ein Bug? Ich hab sie doch aufgemacht! Ich hab diese Schlüssel unter dem Prinzip's Haus holen. Welcher Art von Maniak lebt eine Schlüssel unter einem Haus holen? Das ist ziemlich unoriginal. Also es wirkt auf mich, als wäre es, würde es nicht aufgehen. Aber das ist doch offensichtlich seine Tür. Vielleicht ist es hier. Voila! Hallo? Oh, schöner Fisch! Das ist Testpassing an privaten Property. Ich denke, wir haben schlechte Dinge, die zu überraschen, als die Law zu verbrechen. Außerdem, wir haben die Law bereits bereits mehrere Mal verbrechen und in unterschiedlichen Degrees. Ihr habt jemanden umgebracht. Okay, wir schauen uns, was wir hier bekommen haben. Können wir ihn umbringen? Bitte nicht. Oh nein, warum? Warum klaut ihr den Fisch? Ist es nicht ein bisschen zu viel, um den Prinzip zu töten und zu töten? Der Prinzip des Pettfisch? Die Humanität ist in Peril. Prioritäten. Wie wird dieses Fisch helfen? Komm schon, ein tot Fisch? Die Möglichkeiten sind absolut. Du hast keine Ahnung, oder? Vielleicht. Aber wir halten den Fisch. Das ist alles so falsch. Und der ist auch wirklich schon tot? Der wollte es. Okay, lass uns nicht über den Fisch reden. Fisch ist Geschichte. Diese Buchstelle ist voll von education- und management-Büchern. Das braucht keinen Geist. Dieses Diploma hat certifiziert, dass der Prinzip ein Kurs auf ... ... Lohngrößen zu töten. Der Prünter hat ein paar Papier gesponnen. Warum haben sie das immer immer gemacht? Ich glaube, es ist eine Konspiratie. Es gibt keine Ahnung, wie sie sich versperrt hat. Genau wie hier beschrieben. Das könnt ihr heute gar nicht mehr euch vorstellen. Es gibt keine Ahnung, wie sie das verabschiedet haben. Okay, wir können mit dem Drucker an sich nichts machen. Können wir hier vielleicht was anschließen? Auch nicht, ne? Ist ja kaputt scheinbar. Ich würde lieber nicht. Dieses Monitor ist visivlich gebrochen. Lass mich meine deduktiv-Skille benutzen. Ich habe ein Papier auf den Prünter gesponnen. Der Prinsipel hat auf dem Computer geklappt. Dann, in Rage, hat er den Monitor gesponnen. Für einen Grund, wenn Leute mit dem Prünter getrennt werden, hat er den Monitor gesponnen. Das macht keinen Sinn. Es passiert. Du hast doch keine Ahnung. Du warst doch noch nie wütend. Es ist... Besonders, es ist gebrochen. Oh Gott, oh Gott! Endlich! Er hat aber einen guten Filmgeschmack, der Rektor. Kann man da was klauen? Das ist alles so dumm. Oh Gott, ich mag die Figuren total. Ich will, dass der Rektor mit der Lehrerin klarkommt, dass der noch mal was geht. Ich wünsche es mir. Nee, das geht alles nicht auf, ne? Danke, Mr. Bubbles und The One McGyver. Kriegt von mir auch noch mal ein Lob. Okay, da geht nichts. Das ist ein vieles Papier. Mann, das macht mich, ich will püren. Komm schon, es ist nicht so viel. Ich frage mich, ob... Kujo! Yikes! Kau die Tür kaputt. Ich will! Ich weiß nicht... Können wir vielleicht mit dir noch reden? Das ist nicht ein Mikrofon. Es ist ein Teleskop. Wir wissen. Hallo! Vielleicht haben wir jetzt was Neues. Ne, ich dachte, weil wir die Memoiren gelesen haben, haben wir vielleicht eine neue Info. Das ist nämlich so eins der Dinge im Spiel, die häufiger passieren, dass man erst Gespräche geführt haben muss, bevor man zu Informationen kommt, bevor man was ausprobieren kann. Hat RDPV nicht einen Custom-Made C64 geschenkt bekommen, der sogar einen SD-Slot hatte? Ja, der ist allerdings plötzlich verschwunden. Ich glaube, er ist beim Denzel hängen geblieben. Der war plötzlich weg. Der war nur ganz kurz da und dann war er weg. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Die kriminellen Energien bei Rocket Beans sind auf jeden Fall vorhanden. Jemand meinte, ich soll das Diplom mal mitnehmen. Die Krimine ist okay, wo es ist. Nee, geht nicht, okay. Man kann es ja mal probieren. Okay, wir haben die ID. Also wir haben eine ID, die ich schon so lange habe, dass ich die gar nicht als solche wahrgenommen habe, nämlich den Sicherheitsausweis. Allerdings ist da ja auch nicht mein Gesicht drauf. Gucken wir doch mal, ob... Das Geile ist, dieser C64 hatte sogar so ein richtig eigenes BIOS, wo noch so Rocket Beans textmäßig was geladen wurde. Es war einfach richtig geil. Richtig schönes Ding. Äh, so, warte mal. Äh, jetzt versuchen wir das erst mal. Das müsste doch eigentlich gehen. Das ist du? Ja. Sieht anders. Ich schaue meine Moustache. Moustache? Ah, Carcania, Moustache. Okay, dann. Du bist eine adulte Person. Du kannst einen Aronja-Movie. Dann wollen wir den Sexfest-Club. Tja, gib mir einen Moment. Ich glaube nicht, ich kann es nicht mit... Wie sollst du das mit Routen machen, mit Atees-Magic? Und das ist all die Explanation, die ich höre. Aber, äh, gemacht hast du es nicht. Soll ich den Computer jetzt klauen? Äh... Danke, Truller. Das mit dem Logo habe ich schon gemerkt. Ich kümmere mich nach der... Nach dem Spielen kümmere ich mich drum. Ach, nee! Ja, wenn jetzt einer eine Floppy-Disk hätte, ne? Moment, ey, sag mal. Ey, ich raff's nicht. Ich bin so nah dran! Ich bin so nah dran! Ich hab's doch schon! Ein feines Stück von Technologie. Es schreibt Floppy-Disk, oder? Ja, aber du musst das zu einem Computer erst konnetzen. Ich wusste schon, dass... Pff, wirklich? Ja. Aber warum geht's nicht? Ich... Nein. 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 Das ist ein Film. Fünf Dollar. Jetzt, dass ich es überdenke, werde ich diesen nicht mehr rentieren. Das war's. Ich denke, ich habe eine schreste Idee, was Kurwaka ist. Ich denke, es ist ein bestimmter Gericht. Aber es hat eine Diktatur und eine Movie-Database. Ich kann es mit einem Floppy-Disk extraieren. Das ist ein Kloppy-Disk. Das ist ein Kloppy-Disk holding. Das ist ein Kloppy-Disk, das sage, I have 360 kilobytes of love for you that's like totally cheesy this cheesy floppy bear wouldn't do much there okay also ich bin irgendwie nah dran aber ich habe es nicht geschafft ich probiere nochmal bei dem in dem workshop hinten in der spielhalle was zu machen ich kann den bär halt nicht auseinander nehmen das wäre jetzt auch mein erster gedanke natürlich ich kann auch nicht nach einer neuen floppy disk oder so krabschen dafür wäre auch wieder die kneifzange geil ne um den der bär von der diskette zu lösen aber ich brauche geld und geld kriege ich nur im brunnen und dazu muss ich eine kanalisation und dazu muss ich wiederum einen weg finden unter dem brunnen zu kommen das cheesy floppy bear wouldn't do much there man so nah dran und dann geht es trotzdem nicht ich kann ihm hier keine diskette geben in dem sinne dass das klappt so nicht der ist keine benutzbare person zumindest nicht jetzt und ich muss irgendwie diesen bär von der diskette lösen es ist ein bär holger nein 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 ich weiße es will nicht vielleicht muss ich den einfach jemandem geben der ihn schlecht behandelt und dann quasi ihn zerreißt vor meinen augen das sieht aus wie jemand der kein disketten bär geschenkt bekommen will das sieht aus wie jemand der kein disketten bär geschenkt bekommen will das cheesy floppy bear wouldn't do das cheesy floppy bear ist ja nicht so als ob wir das nicht wollen okay jetzt wissen wir immerhin schon mal Jetzt wissen wir, dass wir das Ding nicht mit uns rumtragen müssen. Das ist schon mal gut. Ich weiß es, du Honk. Dann mach es doch einfach ab. Es ist ein fucking, fucking Teddybär. Willst du mich denn verarschen? Ich habe 360 Kilobyte für dich. Das ist total schade. Und zwar gehen wir noch mal zum Penner. Ich kenne seinen Namen nicht, also nenne ich ihn Penner. Landstreicher. Und dem gebe ich den Fisch, denn er mag Thunfisch. Nee, ich meine, ihm geben. Der Typ ist doch nicht Wasser. Okay, es war klar. So klappt das also nicht. So, wir gehen noch mal in die Kanalisation und gucken noch mal, wie das jetzt ist. Wo wir rauskommen, wo wir hingehen. Wo wir gehen? Ich habe keine Idee. Das ist ein Schade. Wer mich hat? Es war nicht ich! Es war nicht ich, auch. Es ist so easy, dass wir hier verletzen sind. Wir gehen hier. Füße mich, ich habe eine Idee. Bist du sicher, dass wir nicht zurückgehen, dass wir nicht zurückgehen werden? Ja! Das ist übrigens, erinnert auch sehr an Cymbalweed Park. Einfach dieses, ähm, Setting gerade. Erinnert mich sehr an, an dieses wunderschöne Spiel, was ich irgendwann in einem Jahr oder so auch sicher mal wieder spielen werde. Es ist wirklich sehr empfehlenswert. Cymbalweed Park, wenn ihr es noch nicht habt, bitte holt es euch, wenn ihr es, äh, wenn ihr vorher Manic Mansion und all die anderen Spiele spielt, ähm, dann seid ihr da auch up to date sozusagen. Macht das mal! So, eine Idee noch. Zum Wald, glaube ich, war das. Wo war das? Moment. Äh, Stadtplatz, Geheimausgang. Ja, ich glaube, es war das hier tatsächlich. Da, wo der Wolf war. Den Fisch vielleicht dem Wolf geben. Aber ich glaube, der Wolf ist nur dazu da, um uns davon abzuhalten, wieder zurückzugehen. Glaube ich. Nein, das ist nicht korrekt. Stattdessen habe ich das Rätsel gelöst. Wir haben das Rätsel gelöst. Nice! Das ist unser Geigerzähler. Ich kann nicht glauben, dass ich blöde blöde Menschen kennst. Ich glaube, es ist sicher, dass ich in einem R.P.G. Das klingt wie ein sehr lames RPG, was niemand spielen sollen würde. Ähm, okay. Ja, also, der Geigerzähler nicht zu verwechseln mit dem Geiger-Counter, der besonders bei Scorn ausschlägt, Folge 2 vom GameMon-Podcast oder als Video bei mir im Schoktober. Könnt ihr euch das gerne angucken? Wir kommen von da. Ich wundere, wie sie eine große Basis gebaut haben, ohne jemanden zu bemerken. Schau mal, dass sie sehr intelligente Aliens sind mit Technologien, die wir nicht vollständig verstehen. Es wäre wirklich, also diese Leute, diese Boys sind ganz schön zerstörerisch drauf. Wenn man jetzt nämlich hier vielleicht, wo ist der Brunnen? Nee, der ist nicht hier, der ist am Park. Also, vielleicht kann ich da das Ding reinwerfen und dann kann man es mit dem Geigerzähler finden. Und dann kommen wir zu dem Geld im Brunnen. Aber es ist halt echt asozial, ey. Das kannst du nicht machen. Kannst du nicht machen! Okay, hat's gemacht. Gut, damit ist das Rätsel schon halb gelöst, denn jetzt gehen wir nämlich wirklich einfach dem Geigerzähler hinterher. Oder? Das wird klappen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, da sagt es auch jemand, Tears of Madness schreibt es jetzt gerade, aber ich war schneller! Dieses Gehirn! Brauch sie nicht! Naja, vielleicht. Ne? Der Geiger-Counter hat angefangen, zu ruhen. Also, die Welle und diese Geiger-Counter wurden am Ende verbunden. Lass uns die Radioaktive Trail folgen. Lass uns hier. Es ist hier. Nein, das hier. Ow! Wer hat mich? Es war das hier in der Ende. Hey, es sieht aus, dass wir uns am Boden der Welle sind. Und es ist voll von Arcade Tokens. Lass uns so viele wie wir können. Ich glaube, wir haben mehr als genug. Geil, das sind auch die klassischen Tokens mit diesen, äh, Riffel, mit dieser Riffelstreifen, äh, Markierung. Nichts, nur vergiss es. Graue Banker! Okay, geil. Jetzt können wir zur Spielhalle. Da sollten wir von Anfang an hin. Und jetzt müssen wir, nehme ich mal an, hier gegen die Kollegen gewinnen. Ach, soll ich die gar nicht einwerfen? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, die Leute sind jetzt über die Spiel. Moment, muss ich die hier abgeben? Nein. Wir werden das nicht benutzen. Können wir unser Geld zurück? Nein. Oh. Ich will halt den Kram hier kriegen, die Kneifzange. Ich bin wirklich schlecht an dieser Frau. Ich liebe es. Ich könnte das Spiel mit einem Röger und einem Vampire. Aber es ist ein langes Spiel. Ja, wir haben nicht Zeit, um das zu spielen. Okay, ich verstehe. Ihr wolltet es nicht programmieren. Okay, lasst es spielen! Lass mich einen Schuss geben. Ich bin wirklich gut an das. Ich habe einen Sommer, meinen Kanzin in einem Karnivall zu helfen. Natürlich. Wo sind die Ballen? Keine Idee. Mann, das Ding ist verbrannt. Wir sollten mit dem Klerk sprechen. Willkommen, die Laser-Llamas. Wo die Spaß beginnt. Der Ball funktioniert nicht richtig. Oh Mann. Das ist Lachs. Willst du nicht etwas über das tun? Nein. Okay. Tschüss. Tschüss. Gut, das Thema hat sich jetzt auch gelöst. Es hat keine Spiele zu geben. Es ist leer. Ich habe keine Idee, wie ich das Spiel spielen kann. Oh, nee. Ich habe eine Idee. Vielleicht auch nicht. Aber kann ich die nicht alle hinten... Ja, ja. Ich glaube, ich habe... Da ist noch dieses Porno-Spiel. Und wenn ich da jetzt einfach ganz viel Sex-Kram für ihn freischalte... Ich darf ihm leider nicht in die Fresse hauen. Also nichts davon hilft mir jetzt. Hatten wir alle schon. Jetzt, auf der Seite... Lasst uns etwas tun. Was ist eine Unie? Könntest du das Circuit-Piefe... Dann... Wie fühlst du dich? Was würdest du... Ähm... Ups. Also, wir müssen das reinigen. Geht aber nicht. Denn wir sind nicht in Reinickendorf. Okay, also, da können wir mit denen auch nicht spielen. Dann probieren wir halt die kleinen Automaten aus. Man, das ist kein Spaß. Das macht keinen Spaß hier, diese Dinger. Hätte ja sein können. Ich weiß ja nicht wie, aber... Du wirst nie wissen. Vielleicht fällt ja irgendwas ab von einem der kleinen Geräte. Auch nicht. Hier ist ja wirklich nichts davon kann man benutzen. Ah, ein Flugzeug. Leider sind keine Türme da. Ich bin zu alt dafür, dass ich das schreibe. Ah, Mann. Nichts davon... Alles ist Quatsch. Okay, also, jetzt weiß ich wirklich nicht... Jetzt habe ich wirklich keine Ahnung, was man hier noch machen kann. Es ist sehr... Okay, ich muss einmal noch mal alles durchklicken. Das ist doch irre. Es hat keine Bälle, die zu geben. Und Ski-Ball hat keine Bälle. Was für ein hinterhältiger Arcade-Laden hier, wo nix geht. Hatten wir, hatten wir, hatten wir. Hier, es geht kein einziges Gerät. Wir werden das nicht nutzen. Können wir unser Geld zurück? Nein. Oh. Es hat fast gearbeitet. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, die Leute sind jetzt zu spielen. Das funktioniert nicht mit diesen... Ja, ja, wissen wir. Okay, ich nehme an, den Bären da drauf zu setzen, hilft mir überhaupt nicht. Also, das ist ja richtig hinterhältig, ne? Jetzt habe ich die ganzen Münzen mir geholt und jetzt kann ich hier nichts benutzen. Was soll ich denn überhaupt hier machen? Ich könnte ihm sagen, dass sein Freund gerade einen, äh... Allergieschock hat und wahrscheinlich... In diesem Moment stirbt. Nee, man kann gar nicht mit ihm weiterreden. Ah. Das hier auch nicht hilft. Hi. Hi. The Skipper? Oh man. Aren't you going? No. What? You can deal. Maybe. The only thing we have right now is this pair of N-Cutters for 200 Tickets. What happened to all the cool... Can you keep a secret? Me too. Es ist die Dialoge, ey. Okay. Man, so nah dran. The logo of Laser Llamas. The name makes no sense. Well, maybe if... No, it makes no sense. Okay, die letzten zwei Automaten sind die beiden, aber die sind kaputt. Boah, ist das nutzlos. Okay. Das ist jetzt bescheuert. Ich kann also hier nix in dem... Ich mein, wofür hab ich da jetzt diese Münzen geholt, verdammt noch mal. Kann man den da irgendwie benutzen? Hmm. This cheesy floppy bear wouldn't do much there. Hmm. Das haben wir ja alle schon gehabt. Da hat er uns ja erklärt, wie man diesen Automaten austrickst. Mini-Counsel vielleicht noch? Wenn ich irgendwann die Lösung gefunden habe, werde ich mit Sicherheit so lachen, weil das kann nur völlig dämlich sein, die Lösung mit diesem dämlichen Bären. Also, das Ding muss ich irgendwie entrosten, dann kriege ich diese Lötmaschine. Mann, ich finde meine Ideen waren bisher ganz gut. Haben mir überhaupt nichts gebracht. So, den hier haben wir doch auch schon probiert. Ja, Mock. Der hat keine Preise mehr. Da den Bären? Das cheesy floppy bear wouldn't do much. Nee, leider. Leider sind wir wieder mal jetzt an einer, nicht in einer Sackgasse, aber an einer schweren Stelle angekommen. Ich weiß, was ich mache mit dem Schneidwerkzeug, aber ich habe sonst keine, ich habe keine Möglichkeit, da hinzukommen. Hier haben wir eigentlich alles schon gemacht. Hier ist der PC und so. Hier haben wir jetzt immerhin die Münzen geholt. Hier brauchen wir immer noch eine Getränkedose. Hier war dieser Stab. Hier kommen wir ohnehin nicht weiter. Hier war der Mülleimer nur mit dem... Was war in dem Mülleimer? Da war auf jeden Fall auch was. Den Fisch haben wir auch schon benutzt. Bei Rector Smith waren wir auch schon. Und hier hätten wir noch die Videothek. Ich gehe nochmal dahin und versuche jetzt nochmal die Diskettennummer. Ja, ihr habt natürlich völlig recht, ne? Lemon Cola wäre ein geiler Rostentferner, glaube ich auch. Die einzige Flüssigkeit, die wir bekommen könnten. Wenn wir irgendein Getränk hätten. Aber es gab in dem Ding keinen Getränkeautomaten. Aber wir brauchen irgendeine Verdammte Dose, die wir eintauschen können, gegen eine Cola. Die Frage, den, den, das verstehe ich leider gar nicht. Den unnetten Mann fragen, statt einfach ihm geben. Oh, ihr habt recht, der Reaktor, äh, der Reaktor, der Rektor hat eine Dose. Das ist wahr. Der trinkt die ganze Zeit Bier. Aber wir müssen ja eigentlich quasi ihm irgendwas geben, irgendeinen guten Spruch. Könnten wir ihm nicht diesen Bär geben? Oh, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, ja, das ist es. Da brauchen wir hier gar nicht weiter ausprobieren. Das geht. Das geht, glaube ich, schon. Der sucht irgendwas für seine, äh, Angebetete. Der Bär ist perfekt, die Diskette braucht er nicht. Bitte mach es. Moment, hat er die gerade abgestellt? Vielleicht können wir das Teleskop irgendwie reinleuchten. Und das Ding geht nicht, auch nicht vor das Teleskop halten? Sicher? Das muss doch gehen. Hallo? Warum hast du nicht... Ich... War nicht der Alkohol supposed to help you with that? Ja, but... I mean... Warum würde sie mir eine andere Chance geben? Ja... Ich bin... Hey... Das Poster ist okay, wo es jetzt ist. Ja, dem hätte ich gerne den Teddy gegeben. Das Poster sollte kaputt sein. Ich bin mit dir an diesem. Dieses schizige Floppy Bear würde nicht viel machen. Ja, wenn wir irgendwas hier machen könnten vielleicht. Dieses schizige Floppy Bear würde dann wegwerfen. Das 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 schizige Floppy Bear würde dann wegwerfen. Okay, wir wissen natürlich jetzt ist der Rostlöser, aber es hilft uns leider gar nicht. Aber ich hätte eh jede Flüssigkeit, die ich besitze ausprobiert an diesem Rostding. Nur leider gibt es halt hier keine Möglichkeit die zu bekommen. Nur so lustig, weil die Leute im Chat kommen hier rein und denken dann, sie haben die Lösung. Und sagen, Simon mach doch endlich das. Und dann mache ich es. Und sie merken, oh okay, hat gar nichts gebracht. Sorry. So geht es schon die ganze Zeit. Weil ihr habt alle gute Ideen. Die habe ich nur alle schon hundertmal ausprobiert. Tausendmal. Mach doch einfach die scheiß Discette ab, Mann. Die Lampe ist doch auch fast, sieht aus wie ein Getränk. Die Lampe ist doch nicht. Die Lampe ist doch nicht. Kann ich? Nein! Ich habe einen Raccoon gesehen, der auf einem Kobo-Stick schlägt. Das ist der Diskettenbär. Diesen schweißen Floppybär würde es nicht tun. Ich habe einen Raccoon gesehen, der auf einem Kobo-Stick schlägt. Das ist der Diskettenbär. Das Licht ist auf. Sie muss auf. Sie müssen hier auf sein. Wir sollten sie finden, um ihre Worte zu bekommen. Ich sehe nicht den Punkt. Warum wollen wir ihre Worte zu bekommen? Sie ist cool. Ich bin sicher, dass sie auf die Worte zu bekommen. Was wird uns helfen? Es ist nur weil du sie magst, richtig? Shut up! Es ist sicherlich ausreichend. Wir müssen eine Chance finden, um ihre Augen zu bekommen. Ich kann schnauze. Nein, ich weiß dich. Du wirst schnauze ein Fenster. Was ist, wenn wir eine Boombox über ihre Hände und spielen? Die Musik. Das wird die Intention der gesamten Stadt. Wir sollten eine Chance finden, um ihre Signale zu senden, in einer mehr... ...discrete Weise. Samantha! Was sind die Kinder auf meinem Balsch? Sie wissen, was es ist? Geh aus hier, oder ich werde dich schnauze! Yikes! Es ist besser, wenn wir nicht viel Ruhe machen, glaube ich. Es ist Amerika. Es ist Amerika. Da darf man sowas nicht. Ähm... Haben wir einen Moment. Aber hier ist doch gar kein Fenster! Steve, ist das du? Wer ist Steve? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist eine lange Geschichte. Können wir uns in dein Haus? Es ist ein bisschen cold hier. Ähm... Okay. Es wird nicht die erste Mal, dass ich drei Leute in meine room schnauze. Was? Oh... Oh... Forget es. Gib mir einen Moment. Hahaha Jetzt climb! Warum hat sie eine Rope Ladder bereit? Was ist das? Die Antwort wird wahrscheinlich Vinnys Herz. Hahaha 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 Oh... Ja, jetzt bin ich hier! Alter! John Bowie! John Bowie! John Bowie! Und das hier, was ist das? Ich weiß es nicht! Ah ja! Aha! Okay! Schau an diese Leute! Ah, alte Sachen ist so viel besser! Was passiert mit Glenn Miller? Er sterb 40 Jahre vor. Schau an diese Leute, die versuchen, zu kümmern. John, John, Bobby. Wie lange kann eine dieser Band dauern? Ich glaube, niemand wird sie in zwei Jahren erinnern. Ich würde sagen, stimmt. Außer Gregor vielleicht. Die TV ist auf ein paar Musik-TV-Station. Die Videoclips machen keinen Sinn. Warum das Eye-Patch? Warum das Kimono? Warum das Spinnung? Na eigentlich, das ist das einzige, was Sinn macht. Er ist Spinnung wie ein Rekord. Alter, warum fällt mir das nicht ein? Egal, ich gebe es auf. Heute bin ich einfach zu weich in der Birne. Mick Jagger und... Na, Alter, das ist halt einer der besten Künstler, die es gibt. Und mir fällt es nicht mehr ein. Er ist gestorben. Er war auch Schauspieler. Aber vor allen Dingen hat er ganz fantastische Songs gemacht. Alter, mir fällt das original nicht ein. Das macht mich fällig. Bowie und Mick, genau. Bowie war es. Alter, wie kann man Bowie vergessen? Auf jeden Fall würde ich jetzt an das denken. Na ja, egal. Ist ja wurscht. Ähm... Ach, ist das nicht, äh... Nicht Billy Idol. Das ist wieder was anderes. Oh Gott, oh Gott. Ich kenne so gar nichts mehr. Ähm... Na ja, auf jeden Fall kenne ich den auch. Ich weiß noch nicht mehr, wie er heißt. So, wir reden jetzt mal. Genug mit peinlichem Nichtwissen geglänzt. So... What are you doing outside my home at this time of the night? Do... Uh... Do you believe in aliens? No. Then... You're not going to believe this. What do you mean? Well... We received this weird signal. And then... Can you please focus on why you're here? We found an alien robot creature, now it's wounded and we want to repair it. And teach him how to properly speak our language. Yeah... He... Only does weird noises. Like... Boops and beeps. You're right. I don't believe you. Why are you here this late? If we say common teenage vandalism, will you believe us? Well... Yeah. Then that's what we are doing this late at night. Who the hell is Steve? Steve Carson? Isn't that guy... Like... Five years older than you? And he's an asshole. That's none of your business. I totally agree. It's... It's... Now... I... Well... Uh... You... I mean... What? Nothing. Can you help us? Hey, with your little green mirror from Mars? He is really tall. Definitely not green. And I doubt he is from Mars. If you're trying to impress me... This is definitely not working. See... What's that? I should... Please, let that be. But what if we need something to cut? If you need something to cut, I'll cut it myself. But don't touch my heirloom scissors. Do you need something to cut? Let me do this for you. Let me do this for you. Oh, Dementia, du bist so... Selbstständig und klug. And... Done. I could leave the bear there. But maybe I could give it a better use. And... 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 Oh, Jalunca-Movie. Ich habe schon deine Idee gesehen. Lass mich für den Film gehen und depositieren. Warte einen Moment. Yeah! Und jetzt klauen wir dein Scheiß-Programm. Amerika, die Welt, in der dir dein Scheiß gestohlen wird, während du in der Porno-Videothek bist. Ja. Ich kopierte alle Dictionary-File in dieses Floppy-Disk. Es ist unglaublich wichtig, um dem Roboter Sprechen beizubringen, was wir unbedingt brauchen. Und ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat auch. Wir konnten ja wirklich noch nicht mit ihm kommunizieren. So, wir geben das hier kurz mal ab. Natürlich haben wir noch nicht alles, aber das ist ein guter Anfang. Lass mich das installieren. Okay, das funktioniert. According zu meinen Kalkulationen, wenn wir Ralfs-Circuits fixieren können, können wir ihn direkt mit dem Computer und mit ihm sprechen. Hey! Ja? Das hilft nicht, aber Stier vielleicht. Was zur Hölle? Hey! Was ist denn? Benzin haben wir ja schon. Any useful advice? Like what? I don't know. Enlighten uns with your experience. Okay. Here goes. Some words of wisdom. It's easier to shave with warm water. Never take hostage. Believe me. They'll only give you trouble. Do not trust people from Tukumon. They look naive, but they're all scoundrels. Few things are better than kicking your enemy while they're down. And lastly, if you like a girl, don't talk to her. Women prefer listeners to talkers. Besides, if you ignore them, you attract their attention. Schon wieder so ein Andrew Tate. The first piece of advice I have ever heard. I'm not talking to you. She may look angry, but it's working. You just have to wait. Ha 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 ha. Das ist auch vor allen Dingen lustig, weil sie wirklich auf ihn steht und wir das ja auch schon wissen. Okay. So, jetzt muss ich aber kurz überlegen, was wir noch brauchen. Äh, Blech. Genau, wir brauchen noch Wellblech und den Lötkolben. Das heißt, wir brauchen die Cola und müssen auf den Schrottplatz irgendwie. Immerhin haben wir jetzt eine Sache gelöst. Aber es kommt direkt die nächste. Immer sofort die nächste. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich diese Dose bekomme. Mit den Mädels. Ähm, er hier hat die Dose. Wie kann ich ihm helfen? Vielleicht jetzt? Ich könnte das Bär da lassen. Aber vielleicht könnte ich es einen besseren Use geben. Nein! Das ist schon die beste Verwendung. Vertrau mir doch mal! ... ... ... ... ... Was hast du gesehen? Nur eine kleine Sache erreicht Es kann doch nicht so schwer sein in dieser Stadt eine Dose irgendwie irgendwas zu trinken herzukriegen Vielleicht hier, vielleicht habe ich das noch nicht gesehen Wie geht's, wie geht's wohl dem Kollegen? Ah, ihm geht's schon wieder besser Gut Hatte echt schon Sorgen Also, ihr sagt, ich soll die Tipps von Wolf weitergeben an den Rektor Das ist eine sehr schöne Adventure-Logik Weil ich ja gerade die Tipps bekommen habe Vielleicht kann ich sie ihm jetzt wirklich geben Was ist das Alkohol? Ja, nur... Nee, kann ich aber nicht Sie sollte dir noch eine... Du denkst, ich bin... Ich bin nicht ein Experte an diesem Thema Aber ich glaube nicht, dass das Argument so viel Wasser behalten wird Können wir deine... Nein, es ist mir Aber... Nein, ich benutze es Ja, es ist wirklich Quatsch, ne? Ja, es ist wirklich Quatsch, ne? Ich könnte das Bärchen da Aber vielleicht könnte ich es besser nutzen Ja, ich versuch mal eine Sache, die ich schon mehrfach versucht habe. Und zwar, wenn er reinguckt, ins Teleskop leuchten. Es hilft leider nicht. Ich kann halt das Bier oder was er hat, nee, nicht nehmen. Es ist auch keine Limo. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Ob das überhaupt, ob das nicht vielleicht ein Red Herring ist, sozusagen. Weil ich das Ding, weil ich halt eine richtige Limo-Dose brauche und kein Bier. Und ich habe tatsächlich auch das ein Tipp aus der Community, aber ich habe schon alle Infos bekommen. Sie haben sich getrennt, weil er die ganze Zeit seine Memoiren geschrieben hat. Und das ist mir aufgefallen, während ich seine Memoiren gelesen habe. Ja, da können wir also leider nichts mitmachen. Ich glaube, hier haben wir alles erreicht. Könnte nochmal einen Entschuldigungsbrief auf der... Ich dachte, wir können vielleicht sowas wie einen Entschuldigungsbrief schreiben oder so. Unnötig schwer. Na, das hilft mir jetzt auch nicht. Es ist ein synthetischer Weihnachtsmusbrief. Was ist falsch mit diesen Leuten? Vielleicht kann man ja hier... Ich habe die nur nie probiert, irgendwas davon zu nehmen. Es ist ein bisschen schwer. Und wenn man... warum wollen wir ein Weihnachtsmusbrief? Du sagst nur das, weil du halbjewisch bist. Shut up! Es ist etwas so... Du sagst nur das, weil du halbjewisch bist. Shut up! Die Tür ist weg! Das Ding ist wirklich schrecklich. Es ist ziemlich impräktisch, um sich herumzuhren. Und schwer zu verbrechen. Jetzt haben wir wirklich alle Locations uns schon so viele Male angeguckt. Da wird jetzt nichts Neues mehr dabei sein. Das haben wir gelöst. Da haben wir alles, was wir brauchen. Hier ist noch was zu holen. Hier ist noch was zu holen. Hier ist auch noch was zu holen. Ja gut, man könnte auch noch mal zu Samantha gehen. Und noch mal gucken, ob man vielleicht noch ein bisschen mehr... Ah ja, okay. Ihr sagt die ganze Zeit eine Sache, die kann ich auch noch mal ausprobieren. Ihr wisst es ja genauso wenig wie ich, muss ich dazu sagen. Aber es ist ein guter Punkt. Wir haben nämlich die Dialogoptionen vorhin mit den Jungs, die uns aufgefordert haben zu kämpfen, nur nicht durchmachen können, weil wir keine Coins hatten. Jetzt haben wir ja Coins. Vielleicht kann man ja jetzt irgendwie den Dialog finden. Nee, nicht wirklich. Hä? Was ist so Spaß? Wirklich? Komm schon! Wir haben nicht unsere Geheimnisse zu den Südplanern gegeben. Habt ihr was gesehen? Ein Mann hat alle wunderschönen Ballen aus der Ski-Ball. Wir sind fast sicher, dass er aus dem Südplan war. Das war gestern. Wirklich? Wie lange haben wir hier gewesen? Über 72 Stunden. Ich bin nicht sicher. Okay. Ja, also die Bälle sind alle weg. Hast du noch einige extra Arcade-Tokene zu sparen? Nein. Wir planen auf sie zu benutzen. Aber was, wenn... Jetzt. Wie meine Mutter sagte immer, alle Leute aus Südplanern sind Freeloaders. Schade. Tschüss. Ja, schade. Das... Ich bin nicht sicher. Ich glaube... schade. Ja, wir brauchen irgendwie... ähm... Für diesen Ski-Ball-Automaten eine Holzkugel... Verdammt noch mal. Verdammt noch mal. Der Kugel ist auf dem Kugel. Der Kugel ist auf dem Kugel. Aber dieser Kugel hat keine Kugel. Es wird ganz schön schwer an dieser Stelle. Oh, danke, Mr. Bubbles. Der Bär als Ball. Ich glaube nicht, dass das klappt. Aber ich versuch's gerne. Wäre natürlich cool. Ski-Bear. Ich könnte den Bär da, aber vielleicht könnte ich es einen besseren Nutzen geben. Also ganz im Erz, wenn jemand von euch einen Tipp hat, wäre jetzt auf jeden Fall langsam der Punkt. Das Einzige, was ich noch machen könnte, wäre diesen Weihnachtsbaum, seine Bälle wegnehmen. Aber ich finde jetzt keinen Weg mehr. Ich weiß einfach überhaupt nicht, was das Spiel jetzt von mir will. Was sagst du denn? Es ist nur ein Plush-Bear. Also ich habe jetzt wirklich alles probiert. Kannst du zurück nach South Plains? Ja, wegen den Bällen, ne? Ne, ähm. Wüsste nicht wie, um ehrlich zu sein. Ne, ich glaube nicht. Danke, Bonsai. Ja, ich glaube, ich habe das ganze Inventar schon durchkombiniert. Nein, 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 nein. Mann, ich bin doch wirklich so nah dran. Das funktioniert nicht mit diesen Koffern. Das funktioniert nicht mit diesen Koffern. Ja, das weiß ich ja. Ja, das weiß ich ja. Tut mir leid, lieber Lordi Rathor, ich kann meinen Leuten nicht sagen, dass sie mit anderen reden sollen. Also ich kann die gar nicht als Item benutzen, als Gegenstand sozusagen. Wenn das passiert, dann ist das automatisiert oder geht nur an ganz speziellen Stellen. Okay, hier waren wir ja jetzt auch schon mehrfach. Ich will trotzdem einmal nochmal durchgehen. Ja, viel mehr als das ist hier nicht. Ich gehe nochmal zu Samantha und gucke nochmal, ob ich mit der irgendwie reden kann. Ich könnte den Beeren da verlassen. Können wir einen nehmen? Oh, cool. Nein, nicht essen. Das sind... Das sind... Das sind... Das sind sehr leid! Right? Ich habe fast verloren. Ich bin nicht sicher, ob es das ist. Really? wirklich? ehrlich gesagt, es ist ein bisschen dicker. aber es schmeckt nicht so schlecht. es schmeckt schlecht. es ist schwierig, weil ich generell nicht so liebe ich anchovies. es hat nicht anchovies, es hat eine Zwiebelnung. oh, also... es ist okay, du musst sie essen. dank Gott! ha 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 ha... oh, hallo, je cia Nina leute,ир seid in e'n dummen moment gekommen. aber ich hab gerade nach langem her,in nun herrätseln hab ich ein Rätsel gelöst. Moin liebe Janinas Alter ey Sind es auch genug Jetzt könnt ihr Ihr habt gerade Perfekten Zeitpunkt bekommen Um hier ein bisschen Progress zu sehen Bei mir Denn ich habe 200 Von diesen Dingern jetzt Und davon kaufe ich mir Jetzt endlich hier Diese Schneidewerkzeug Nimm den Scheiß Cutter Okay Alter Leute Ohne euch und eure Vielen Tipps und guten Ideen Hätte ich das nie so weit Geschafft ey Also ich war schon Manchmal wirklich an einem Punkt wo Wo ich gerne auch Verzweifelt wäre Aber ihr habt mich Einfach durchgezogen Es ist einfach wahr Ihr seid die besten Menschen der Welt So Jetzt können wir Nämlich mit dem Ding Oh Mann Jetzt können wir hier Endlich hin Es ist wirklich kaum Zu glauben Wie lange Ich spiel seit 3 Stunden Das heißt Ich kann seit 3 Stunden Nicht hier rein Diese Pinzern Können Kabel oder Weir Aber nicht Halt die Fresse Oh Oh Schutze Okay Jetzt brauchen wir auf der rechten seite und das kriegen wir nur wenn wir ein anderes getränk eintauschen und um ehrlich zu sein habe ich keine ahnung wie wir das machen das ist ein weiteres rätsel an dem wir schon lange hängen weg weg ich muss das alles weg ich kann mir das nicht zum 100 mal durchlesen ich will nur einmal alles absprechen mit denen okay nix absolut gar nichts okay ich mache noch mal eine sache ich gehe jetzt weil der rektor hat eine dose und die ganze zeit schon will ich irgendwas mit dem hinkriegen und da ich eben bei samantha auch noch mal ein ein quasi ein rätsel lösen konnte einfach nur weil ich hingegangen bin mache ich jetzt dasselbe noch mal wir waren hier schon mehrfach aber irgendwas muss jedoch auch sinnvolles sein weshalb vielleicht hier die drucker papier lesen weil er hat bock auf seine nachbarin ne geht nicht mehr wenn man versucht das und hier sind seine memoiren das wissen wir ja das war es okay hier ist noch mehr also es ist halt einfach nichts ne es ist hier papierkram da sind mehr papiere kann man die nehmen haben wir schon probiert jetzt gehen wir noch mal hier habe ich das nicht schon mal probiert weil das ist neu vielleicht hat er das auch schon mal gemacht also wir haben das jetzt halt ein bisschen vertauscht das hilft uns jetzt aber auch nicht wirklich der chat sagt mit dem papier reden das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen aber vielleicht ist es wirklich wichtig ok das ist neu klara perez und i were meant to be together maybe she wasn't interested in snails and she didn't like to talk about schedules or tax refunds as much as me but we had so much fun watching horror movies together it was so wonderful to see her laugh every time the screen was filled with blood and after every movie she used to dress as a oh my god mrs perez is sick is the principal planning on publishing this i guess we should stop reading aber ich bin mir sicher dass das jetzt eine neue information ist die wir vorher noch nicht hatten sie eben sie mögen also horrorfilme hier ist ja dieser horrorfilm verleihe und wir dürfen ja mittlerweile auch horrorfilme ausleihen vielleicht müssen wir den einfach ausleihen und dann geben geben warum nicht gehen und reden mit mrs perez ich weiß nicht was sie zu erzählen ich weiß nicht was sie zu erzählen war nicht der Alkohol nicht zu helfen mit dem zu helfen ja aber aber nur gib mir einen Grund und ich werde fisch ja sie sollte dir eine weitere Chance geben denn du magst horrorfilme so viel wie sie macht das ist ein tolles Punkt wir haben wirklich gefühlt die horrorfilme zusammen in der Nacht sie war immer ein bisschen stolz auf dem sie war immer ein bisschen stolz auf dem Vampire Show Host derjenige mit den großen Blumen ja das war du magst horrorfilme ich hoffe es funktioniert Clarita hier wir gehen ach ja 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 ach 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 Gott wir haben es Leute ich glaube es nicht ich glaube es nicht ich glaube es nicht ja also das Problem war um es mal kurz zu sagen ich war hundertmal schon da das Reden mit dem Papier war das Problem ich habe nie geguckt was da neu steht aber das Verb hat sich natürlich zu äh Lee's Papierstapel oder so verändert das hätte ich wissen müssen aber ich habe es einfach echt nicht kommen sehen das ist nicht nach dem Skye das ist sicher wir sehen was wir hier haben ja der Prinzip war ziemlich auf Mrs.Perez siehst du etwas? oh mein Gott Mrs.Perez ist eine Wasp-Winnein und sie befindet die Prinzipien What? Ich habe die Idee von dem Film der Wasp-Winnein es ist 50 Meter Gold das Verständnis ist immer ein Scherzen できut! Halt! Ich will diesen Kahn für ein Super Lemon Cola, bitte. Bereit für den Super Lemon Cola Trader Garbage Challenge? Oh, warte. Diese Kahn ist leer. According to the Super Lemon Cola Trader Garbage Challenge, rules point F in size F, only Kahn with liquid inside, can be used for the Super Lemon Cola Trader Garbage Challenge. Sorry, take your Kahn back. Ich kann's nicht glauben. Ich muss mir das doch mal anhören. Was? I want to trade this can for some Super Lemon Cola, please. Ready for the Super Lemon Cola Trader Garbage Challenge? Oh, wait. This Kahn is empty. According to the Super Lemon Cola Trader Garbage Challenge, rules point F in size F, only Kahn with liquid inside, can be used for the Super Lemon Cola Trader Garbage Challenge. Sorry, take your Kahn back. Bitch! Damn, it feels good to be again! Gangster! Ah! So, bitteschön! So, bitteschön! Take your brand new Super Lemon Cola Trader Garbage Challenge! Drei Stunden! Drei Stunden! Drei Stunden! Drei Stunden! Und, zue all die discarderingen Computers. gemacht durch denug languages. Drei Stunden ist recordings So, jetzt können wir nämlich mit dieser Dose, wir wussten nämlich, äh, vorher schon, dass die, der Ursprung dieser Dose war, dass sie eigentlich als so Rostlöser gedacht war, und damit können wir diese Platine lösen, ah, ob das so eine gute Idee ist, aber gut, eben ist egal. Ich wusste, das war abrasiv, aber ich erwartet nicht so schnell. Hey, danke, das ist ein bisschen Arbeit. Und mit einem schönen Limmensmüll. Du hast mir geholfen, jetzt helfe ich dir. Du kannst meinen Tinnwilder benutzen. Schade, ich habe keine Sonderringtinn left. Aber keine Worte, es ist ziemlich cheap. Am Morgen kannst du in die Hardware-Store gehen und ein bisschen kaufen. Super! Hast du noch Tinn, die uns zu lendigen? Nein, äh, nicht wirklich. Es ist ja kein Blech, oder? Also, es ist ja Löt-Zinn. Zinn, halt. Aber ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe nur am Anfang auch gedacht, wie viele andere, dass man mit Blech halt einfach so Metallplatten oder sowas meint. So, jetzt haben wir alles. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Jetzt reden wir endlich mal mit dem Alien-Roboter, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben, weil wir eben so lange auf dieser Quest waren. Äh. Das ist mehr L... Ich kann doch nicht ohne Lachen verh dalen. Sie denken, dass man ihn kann? Ich glaube schon. Die Kürzeln-Basie sehen, dass... ziemlich langfristig. Ich versuche das. Ich denke, er ist jetzt besser. Und jetzt benutzen wir den Sprachcomputer, den wir uns lange zusammengearbeitet haben. Nee, ich will den benutzen. Vielleicht so. Besser als alles andere bisher. Ja. 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 Okay. Immer noch keine Ahnung, wo wir sind. Hahaha, Schrottplatz, okay. Sehr gut. Ich glaube, R2 hier ist richtig. Wir müssen ihre Positionen in Quick. Nein, nicht R2, nein, Ralf. Ich weiß, ich weiß. So, Dinge sind jetzt verrückt. Kinder, Sie haben bereits ein guter Job gemacht. Ich meine, Sie repariert einen Robot-Alien, für Gott's sake. Aber jetzt ist die Aktion-Parte. Die Leute werden getötet. Ich will, Sie bleiben hier mit Linda. While I, in the talking microwave, go stop the bad guys. I, not microwave, I, Ralph. But we want to help! Yeah, the world depends on this. Every man counts. Desperate times call for desperate measures. We should go with you. But I need you to help. Look, follow me. Check this out. Cool! What is this? This is my radio. When the time comes, I need you to put the coordinates I'm going to give you here. And then, you pull that lever. Okay? Linda could do this! We want to go with you! No, guys. I need you to protect the truck while I'm out. Besides, you're smarter than Linda. You think that we are smarter than a woman who successfully infiltrated an alien organization? Nein! Das sagt er nur um sie, damit sie scharf auf ihn ist. Äh... I need you to protect her. Stay here. Okay. Du musst das einfach verstehen. Can you give us a rifle? No. Let's go, Metal Man. It's a war that we have to unleash. I'm not Metal Man. Whatever. We have work to do. The ball. Yes. Do you have enough ammo? I know. What? Nothing. I thought you were about to say something different. Of course, I have enough ammo. Don't worry about me. Me and Monica are an unbeatable team. Monica? His shotgun. Yeah. Well, we have to go. Remember, wait for my signal. I acknowledge your assistance. Now what? What? Well, the ball told me you should check the truck radio. What? Yes. He will call you. Eventually. When that happens, follow his instructions. Oh. Yes. We have to go. We have to go. Do our thing. Let's go, guys. Okay. So the plan is... We enter the base through the secret elevator. And we help the bull and Raoul from the inside. Are you sure we want to go directly underground? Last time we were there, we almost died. How are we going to deal with the guards? I'm sure they are going to be busy protecting their front door. I'm in. Okay. Let's do this. Oh, man. Jetzt startet hier das Finale. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt gleich weitergeht. Was noch passiert. Wie es läuft. Weil ich hab eigentlich erwartet, dass wir jetzt quasi Konfrontation mit diesem Van und allem, dass da jetzt richtig was abgeht action-technisch. Aber nee. Stattdessen sind wir wieder im Rätselmodus. Aber wir haben ja immerhin noch den alten Ausweis. Ja, aber sie sind genau hierfür. Es ist schwer. Aber das ist die Magik der Räume. Ich kann es nicht mit meinen bare Händen öffnen. Vielleicht mit dem Schraubenschlüssel. Oh, danke. Die. Ma. Mit. Oder I. Mami. Es ist eine Art Alien-Maschine. Nein, ich glaube nicht so. Das ist nur eine Printing-Maschine. Eine große, natürlich. Die Tür wird nicht aufgerissen. Die Sicherheit hier ist viel besser als in der Südenpläne-Fazilie. Es wird nicht aufgerissen. Ich kann es mit meinem... Ja, aber wir haben das doch jetzt gelehrt. Stell dich doch mal nicht so an. Die Kante sind der gleichen Größe. Witzig! An diesem Punkt ist es ziemlich offen, dass die Kante für die Kante benutzt. Die gleichen Größe wie der Räume. Finde ich gut, dass er erst mal sagt, weil ich denke mir das schon die ganze Zeit, du Lappen. Die Whiteboard ist empty. Die Tür wird nicht aufgerissen. 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 Das ist ein Schilder. Der Wind ist aufgerissen. Der Wind ist aufgerissen. Der Wind liegt... Wenn wir den Wind bellen, werden wir alle in der Basis verbeten. Nein, das ist, dass das nicht das einzige System des Ventilationsvatifs. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, um das Ding aufzuhalten? Wir machen es so schnell wie wir können, Herr. Es gibt einen Strider und einige Natives besiegelen die Gaten. Ich bin aware of die Situation, Herr. Haben wir genug Substanz X? Ja, Herr. Wie Sie sehen, wir haben mehr als genug in der Pool. Der Crystal ist auch in Position. Das Wolping war für heute Abend. Ich weiß. Und diese Operation ist wichtig, um die Krieg zu gewinnen. Ja. Wenn das funktioniert, würden wir die meisten der Strider-Population ausbauen. Herr, mit all dem Respekt, dass wir erfolgreich arbeiten auf der ganzen Planeten eine Menge Arbeit und Konzentration brauchen. Wir machen unser Bestes hier. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, geil. Hier sind wir natürlich jetzt in der perfekten Lage, um ein bisschen Background-Story zu bekommen. Trotzdem frage ich mich, was genau man hier jetzt eigentlich in diesem... ...in dieser Geschichte hier machen kann. Soll ich? Ah, okay. Und damit? Das hat keine Nummer 7. Ich könnte das Bär da lassen, aber... Also, wir haben zwei Wege. Kanal Ende, Kanal Knotenpunkt. Wir gucken uns mal alles an. Ich hoffe, dass wir uns nicht sehen, oder wir sind verabschiedet. Oh! Moment, was sagt er noch? Ich glaube... Ach so. Okay, was könnte ich ihm den Bären geben? Ich könnte den Bären da lassen, aber vielleicht könnte ich ihn einen besseren Gelegenheit geben. Soll ich? Hast du schon mal so etwas mit diesen? Nicht wirklich. Dann nicht. Hm, okay. Scheiße. Es scheint, wie er elektrisch... Es ist eine Art Maschine mit Kabel und was. Tony, hast du eine Idee, was das ist? Nein, aber es ist elektrisch, das ist sicher. Also, ich muss irgendwie die Ventilatoren ausschalten. Ich kann mal gucken, was man hier noch anklicken kann. Rohre noch. Einige Metallpipen. Es scheint, wie er elektrisch wurde, während er... Irgendwas will ich mit diesen Münzen machen. Das funktioniert nicht. Aber gut, wir brauchen sie auch nicht mehr. Wir haben sie ja schon benutzt. Ja. Na ja, gut. Wir wissen, was hier ist. Wir laufen erst noch mal weiter. Was sagt dir, Handschuhe? Ach! Natürlich. Ja, wir haben doch einen Handschuh. Ihr habt völlig recht. Der goldene Handschuh. Der Plastikhandschuh, meine ich natürlich. Ja, den haben wir ja aus genau... Für solche eine Situation damals uns zusammengebaut. Aber ist schon so lange her. Ja, aber ich dachte, dass du das jetzt vielleicht trotzdem machst. Oh! Man kann es ja mal probieren. Okay, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es, natürlich. Das ist pointy. Aber es ist nicht, wie ich ein Hohle überall machen kann. Okay. Aber schon komisch, dass er ihn trotzdem nicht davon löst, oder? Er hat jetzt nur geguckt, was der Gefangene hat. Okay. Und das kann ich auch nicht ändern? Okay. Gut. Jetzt haben wir immerhin eine Sache, mit der wir Löcher machen können. Okay. Okay. Und weiter? Überwachungsraum. Wo sind wir eigentlich hier, ne? Oh, hier sieht man ja auch, wie die schon kämpfen, oder? Hier würden wir gleich helfen können. Wir sind inside... Ja, ich weiß. Und wir dürfen ja auch nichts machen. Das ist pointy. Ja, okay, 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 okay. Ihr seid im Lüft und Schacht. Türschalter, Tür, Wache. Ja, und hier können wir auch gar nichts, leider nichts aufschrauben, oder so. Hier gibt es gar keinen... Ha, okay. Also müssen wir irgendwie wahrscheinlich von einer anderen Ecke hier reinkommen. Es ist kein großartiges. Das ist... Nee. Gucken wir erst nochmal, was ist hier... Überall sind diese Metallfässer. Das ist... Ich meine, vielleicht ist da ja irgendwas, ne? Irgendwas drin, was ich dann später... Was mir später helfen kann. Jetzt mal irgendeine brennbare Flüssigkeit. Das ist pointy. Na, okay. Das geht also alles nicht. Es ist broken. Nee, okay. Das ist... Ja, okay. So, wir gucken mal weiter. Irgendwo werden wir schon ein Loch reinmachen können. Moment, was ist das hier? Plastikfass. Da kann man ein Loch machen. Ja! Okay. Okay. Warum nicht in dem Ding? Okay. Oh, der rutscht aus, oder? Ja! Und eine von den Dingern ist weg. Da haben wir Substanz F. Die lässt, ähm, ganz viele Sachen, glaube ich, extrem wachsen. Zumindest habe ich das, glaube ich, beim letzten Mal so gelesen. Das könnte eine große Waste von Alien-Technologien sein. Okay. Ah, okay. Jetzt müssen wir nochmal gucken, was man hier noch machen kann. Irgendwo finden wir was. Hier kann man es wahrscheinlich nicht benutzen. Das könnte eine große Waste sein. Okay. 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 Das wäre es auch. Aber wer weiß, wo das hinführt, ne? Wenn man das da reinwirft. Das könnte eine große Waste sein. Man kann versuchen, die Rohre nochmal anzustupsen. Das ist pointy. Ich habe keine Idee, was Substanz F ist. Mich würde mehr interessieren, wie man das aufkriegt. Ja, wenn die jetzt mal angreifen würden, die anderen. Ja, ja, irgendwie müssen die abgelenkt werden. Was kann man denn hier machen? Das wird auch nicht sein, aber ich will es einmal probieren. Das Ding da drauf. Ich weiß, ich muss es wahrscheinlich zu dem großen Brunnen aus Substanz X werfen. Bis zum Ende des Spiels werden die immer noch nichts haben. Kein Bären, keine Verwendung. Das ist pointy. Und das hier geht oben auch nicht, ne? Hast du immer... ...wenn... ...eine Metalpipen... ...eine Metalpipen... ...ok, ich dachte es geht vielleicht, äh... ...um dann endlich den Arm davon zu lösen. Wollen wir einmal kurz gucken, ob man hier irgendwo ein Loch reinmachen kann in irgendeine meiner Gegenstände. Ich muss die Kabel irgendwie auch manipulieren, aber es scheint ja nicht zu funktionieren. Ich scheine es ja nicht verändern zu können. Aber ich glaube, das ist wichtig. Damit lenke ich die anderen ab. Ich habe es mir offen gesagt, gedacht. Was habt ihr noch? Schraubenschlüssel am Rohrstück. Ja, man kann es probieren, ja. Nichts hier hat Nummer 6. Das hat Nummer 6. Nichts hier. Nein. 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 Das ist etwas, das nur schlechte Leute machen. According zu dem, was dieser Mann gesagt hat, das ist ein Pool mit einer Substanz X. Das ist eine gute Idee, mal mit ihm reden. Gleich geht es darum, ihm Angst einjagen oder so. Nein, das wird auch nichts bringen. Man kann hier ja nicht mal rauskommen aus dem Verlies, hier aus dem kleinen Schacht. Er ist armiert. Der fang wird langsam spüren. Wenn wir den fang werden, werden wir alle in der Basis, richtig? Nein. Ich bin sicher, dass das nicht das einzige System des Ventilations haben. Aber sie haben ja. Ah ja. Da ist ein Guard da oben. Warte einen Moment. Ist er nicht der Mann, den wir geöffnet haben? Ich bin nicht sicher. Er hat einen Helmette. Unter der Armour? Er hat den Orang-Prisoner-Jumpsuit. Hallo? Wer geht da? Ich weiß das Wort. Prisoner Costello? Wer? Wo? Was? Geil, Leute! Was machst du hier? Ich versuche, zu weg. Die echte Frage ist... Was machst du hier? Ich versuche, diese Basis zu drücken. Ist der Strider noch mit dir? Ralph? Ja. Ein anderer Grund, um zu weg. Hey! Ja? Wie warst du hier? Ich denke, das Uniform spricht für sich selbst. Ich meine, in der Raum. Ich versuchte ein train und kam hier. Es war nicht einfach. Ich bin fast in einer Lava-Pool. Einige Scheiße zerbete die Tränen. Oh, wirklich? Ich kann es nicht glauben! Ich kann es nicht glauben! Wir hatten nichts zu tun. Ich bin fast in einer Lava-Pool. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Warum glaube ich hier, wie ein Roten? Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Und, außerhalb, du bist zu kurz, wie ein Guardier. Ich bin fast in einer Lava-Pool. Ich bin fast in einer Lava-Pool. Ich bin fast in einer Lava-Pool. Dann gehen wir nicht. Das ist die Weg. Denn ich bin fast in einer Lava. Ich habe nichts mehr. Und eine Schmerzelle Beziehung. Sehr gut. Das ganze Quangstelle. Und den 하�verein Herrmann. Ich liebe ihn total. Ja, der Guterres war da. Ah! Ja! Ah! Er hat es verdient. Er war immer ein Kastell. Auf Wiedersehen! Bis später. Nicht. Oder zumindest nicht. Es gibt keinen Grund, um ihn zu finden. Er ist guter. Er ist als die Soldaten, um in die Blende zu blenden. Klassisch. In den Rohren. Ja, einmal noch mal kurz gucken. Wie wüsste? Haben wir... Haben wir... Haben wir... Haben wir... Oder... Der Schüssel öffnet die Tür. Wir sind nicht aufgerufen, die Tür öffnen. Ja, aber kannst du die denn jetzt nicht aufmachen, Freund? Es ist nicht so. Hey! Ja? Ne. Nein. Hey! Ich kann den Ball und Ralph hier sehen. Weil ich gerade im Chat eine Diskussion mitbekomme bezüglich eines Bestattungssimulators und wie der heißt. Nein, nein, nein. Der heißt... The Mortuary Assistant. M-O-R-T-U-A-R-Y und dann Assistant. Also der Bestattungsunternehmer-Assistent. Mortuary ist der Bestatter. Ich mach ganz kurz mal... Da gibt es auch ein Video von mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich mach mal ganz kurz ein Päuschen und geh aufs Klo und mach mir einen Tee. Und dann lösen wir hier aber wirklich das Ende. Wir sind so nah dran. Wir machen den Sack heute zu. Ich sag's euch, Leute. Es kann nicht mehr allzu lange dauern. Ich kann das Ende... Ich kann es riechen. Und ich will auch sehen, wie es ausgeht. Und ich will am Ende nochmal hier die fette Action erleben und nochmal ein bisschen geile 80er Jahre Monster-Action. Ich freu mich drauf. Bis gleich, Leute. Yeah! Leider muss ich wieder aufhören. Ich weiß, alle werden immer traurig, wenn ich den Stuhl ausmache. Meine Güte! War das eine gute Idee von mir, diesen Song zu machen. Danke, ChickenwingJoe, für die komplette Arbeit. Aber die Idee war meine! Ähm, ja, es ist wirklich sehr geil. Also, ich höre mir das auch immer wieder gerne an, auch wenn ich es schon tausendmal gehört habe. Ähm, ja. Danke an ChickenwingJoe an dieser Stelle bald auf Spotify. So, jetzt gucken wir uns weiter im Spiel um. Ähm, wir gucken noch einmal kurz hier rein. Hey, ich kann den Ball und Ralph hier sehen. Ich dachte, da passiert jetzt noch mehr. Ich werde das... ...eine Mal nach rechts. Das hat nicht geholfen. Hey! Ich werde das in der Mitte lassen. Ja, aber vielleicht jetzt in die andere Seite, andere Richtung. Nach links. Was, auch? Von allen Seiten, oder was? Okay, und wenn wir den Knopf drücken? Aber das hilft euch doch! Oder nicht? Hey, ich kann den Ball sehen. Oh, kannst du nochmal kurz gucken. Einmal nochmal in die andere Richtung. Okay. Ich werde das... ...eine Mal nach links. Okay, ne, das hat nicht geholfen. Ähm, wir haben ja jetzt einen Raum... ...eine... ...eine Raumnummer. Da werden wir auf jeden Fall was mit gleich ausprobieren. Mal sehen, was wir hier haben. ... ...pannchen den Monitor nicht viel zu helfen. Aber es ist... ... 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 Welche Nummer war es nochmal? Welche Nummer war es? 4, 1, 5. Ah, wir werden es nie. Komm, ich mache es schnell. 3, 1, 4, oder? Ja. Ja. Okay. Let me try something. What are you doing? Leaving them a little distraction. Nothing fancy, but I guess it would do the trick. Why can't we restore communications? What the hell is this? It seems like what we are watching is a pay-per-view cable. Na endlich! What else could go wrong today? Aber wir haben ja immer noch keine... Ah, wir können das ja immer noch nicht rein. Scheiße. Wir haben ja gar keine Möglichkeit, das aufzumachen. Ne, ne? Shit! Okay. Wenn ich das langsam mache... Done! Ja! Wir sind wirklich hoch. Keine Frage. Keine Frage. Keine Frage. Keine Frage. Keine Frage. Mein Gott, ich bin selbst... Ich bin ein bisschen abgelenkt hier. Das sind aber auch... Gasunggasungas... Agha. 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 Brr. Brr. Entschuldigung. Absolut gar nichts Es passiert Wir brauchen noch Öl Für die Reaktion Aber ich hab jetzt nicht gedacht Dass das zwingend Hier auch nötig ist Danke Stormtrooper9513 Schwierig, schwier, schwierig Schwierig, schwierig Okay, wir haben das immerhin gemacht Naked Chicks Auf TV Hier können wir nicht viel helfen Aber hier müssen wir halt irgendwas machen Aber es klappt einfach nicht Kann man mit denen vielleicht reden Also über dieses Funkgerät oder so Irgendwas mit diesen Irgendwas muss ich hier vielleicht einstellen Danke Dinkelkissen92 Geil, dass du da bist Scheiße ey Aber jetzt sind sie bei der Brechstange immerhin Kann man da jetzt nochmal drücken Und dadurch vielleicht was verändern Nee, aber ich glaube ich Ich fange an zu verstehen Was man machen soll Ich werde mal schießen Ah, da wurde schon geschossen Wie ihr seht Da kam die Brechstange raus Und jetzt vielleicht so Wir probieren es nochmal in allen Positionen Ja, das kennen wir Okay Ich werde das ein Mal nach links Ich werde das ein Mal nach rechts Nee Diese komische Brechstange Sie nehmen sie ja auch nicht Okay Das haben wir jetzt alles einmal gemacht Daran wird es jetzt nicht liegen Ähm, okay Wir haben hier Das Ding haben wir benutzt Da ist nichts Knopfding Alles benutzt Hier ist glaube ich Erstmal nichts mehr Wir müssen halt irgendwie jetzt nur noch einen Weg finden Öl zu bekommen Hey Ja Aber haben sie auch Öl Haben wir hier nicht irgendwas mit Öl? Nee, ne? Einfach nur Ein simpler Kiosk Würde diesem Spiel Sehr, sehr helfen Das ist Seife Das hilft uns auch nicht Wobei ich nicht weiß Ob es uns hilft Es ist ein Kind Of liquid Soap Das war Inside The plastic Drum Es ist Slippery Liquid Spill On The floor Es ist Kind Of Hard To Put In My Pocket Ich Could Leave The bear Using A Rubber Coated Up They wrote Something down On the whiteboard Ja Wie wäre es Wenn du mir Das vorlesen Würdest Warning Slippery Floor I don't know What they are storing Here But must be Important Some metal Barrels With Oil On Them Ja Das hätte ich gerne Das ist Pointy Using Ich will Dass du es Damit Aufwischst Shut Have You That That Doesn't Happen The Door Won't Budge The door Won't Budge I Really Don't know How to Operate This And It's Not Connected To I Dachte Er Macht Das Jetzt Auf Ja Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Let me try Good idea Oh 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 Ah! ich muss gerade mal eine sache machen und zwar schicke ich jetzt meinem geschätzten freund und kollegen den edward laser to go schicke ich jetzt ein foto von dieser dame und sag ihm jetzt schon mal dass wir daraus ein teaserbild machen müssen weil ich glaube dass das ganz gut dazu passen würde ja und jetzt habe ich leider immer noch keine lösung so was kann man da noch reinwerfen ich weiß natürlich dass ich irgendwann diese crowbar brauche aber ich komme ja gar nicht raus aus dieser geschichte hier ich kann ja gar nichts machen aber warum reagiert das denn jetzt nicht muss ich dann da noch ach ich muss noch ein samen irgendwo reinmachen das war substanz f die substanz x öl und dann noch irgendeine organische materie nicht den halt zum beispiel einfach abgrabschen mach ihn doch ab da ist ein letztes mal probier ich das noch mal hier in irgendwie davon abzumachen aber ein tatschen oder wir haben ja die stelle kohlen die underground base i guess es ist halt einfach überall rohre mit denen ich auch nicht interagieren kann kann man hier noch weiter ich habe halt nix um mit diesen rohren irgendwas zu machen ich kann entweder reinpiksen was nicht geht oder schrauben was auch nicht geht dann habe ich noch die kneifzange wenn sie immer diesen dialog führen heißt das auch da geht nichts ich habe keine organischen sachen ihr sagt mir immer ich soll die rohre benutzen aber leute ähm glaubt mir man kann hier nix machen oh ich glaube sie haben liquid in zeit wie water oder alien stuff oder shit ich glaube aliens also hat alter was nie muss das muss eine der vier himmels richtung sein ja macht das dummer ab kratz das mal mit dem ding ab es ist so ein eine eine schwall hans wurst schmier den scheiß moos doch einfach ab wir brauchen das schmier den scheiß moos doch hier gerade das was wir brauchen schmier den scheiß moos doch nicht 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 also dieses moos macht mich wirklich wahnsinnig weil das kann ich doch irgendwie mit allen sachen die ich hier habe abkratzen Aber macht er, er kann's mit der Hand nehmen Aber er macht's nicht Sowas macht mich wütend Ich probier einfach mal alles damit Okay, nee Wirklich nicht Nee Ich werd wahnsinnig Lecker Ach komm ey Geh kacken Das glaubt dir doch keiner Das Moos ist fest an der Wand befestigt Ich kann's leider nicht abmachen Oh ja Es schreibt Extra virgin olive oil Ich erwartet nicht Gourmet Aliens Danke der Bato Danke auch Dinkelkissen Äh ja Ich ähm Ne, ich hab das ja schon von Anfang an gesehen Aber man kriegt's halt nicht auf Und die Scheiße geht einfach nicht Weil sie einfach umhauen Die Batole sind heavy Okay Immerhin weiß man, dass man hier bleiben muss Ja, wie gesagt, hier sind diese Metallfässer Das kennen wir alle schon Mit Öl drauf Kann man aber nix mit machen Die Batole sind heavy Ich war nicht erwartet Nicht vergessen Ey Ich weiß natürlich, dass es nicht geht Aber ich werd wahnsinnig, wenn ich's nicht ausprobiere Das sind halt die drei Dinge, die ich hab Mit denen man irgendwas machen könnte Ich weiß nicht, dass es nicht mehr so ist, dass es nicht ausprobiert ist, was ich bin Das ist nicht ein Intercom. Diese Tür muss zu den Inseln führen. Warte mal. Lass mal gerade was gucken. Hey! Ich werde... Hallo? Hallo? Ach Gott. Ich küsse eure Augen. Ich küsse eure Augen. Nein! Hallo? Hallo? Hast du etwas gehört? Ich höre viele Dinge spezifisch. Nichts. Vergiss es. Okay, es geht nicht. Also die hören mich nicht. Die frische Luft kommt durch die Tür. Gibt es hier noch irgendwo ein anderes Rohr? Ne, ne, die Rohre sind alle verschlossen. Das muss das sein. Vielleicht muss man da noch... Dann muss man die woanders... Muss man die woanders hinbringen. Ne, das war falsch. Ich bewege das... ...eine Mal nach rechts. Hallo? Hallo? Kids? Der Buhl! Was zur Hölle machst du da? Wir haben einen Weg gefunden. Das war nicht der Plan. Sind Sie okay? Warum geht er nicht durchs Rohr? Warum geht er nicht durchs Rohr? Wie können wir dir helfen? Gehen wir zurück zum Auto. Das ist keine Option. Dann versuche ich nicht, zu getötet. Wir versuchen so hart, wie wir können. Warum nicht auf den Boden und komm hier runter? Kannst du das tun? Nein. Hauptstruktur. Hörbar. Wir können nicht. Wir müssen uns ein paar Weapons geben. Wir haben bereits darüber gesprochen. Wir haben bereits darüber gesprochen. Die Antwort ist noch nicht. Aber wir sind bereits in der Mitte. Wir werden nur sich verletzt. Wir werden nur sich verletzt. Es sollte eine Crowbar da sein. Kannst du es auf die Piste legen? Klar. Warte mal. Wie haben Sie das? Wir haben es durch ein paar Kameras surveillance. Das macht Sinn. Aber wenn du beginnst, um psychische Werte zu entwickeln, dann solltest du mir sagen. Wenn wir tun, dann bist du der erste zu wissen. Ja. Geil. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, was wir mit dem Brecheisen anfangen sollen. Kann ich das mit dem? Nein. Nein? Nein. Nein! Okay. Ich dachte, ich kann vielleicht, na ihr wisst schon, den Strom unterbrechen. Unterbrechen. Moment, wir gucken noch mal, was hier mit der Leiche ist. Ob man da, vielleicht kann man die ja loseisen. Ich glaube aber nicht, dass das ist. Du sollst es auch nicht aufmachen. Okay, ja, ja, ist ja gut, wir haben es verstanden. Das auch nicht? Okay, dann ist es eine Kiste. Ja, 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 ja. Und dieses Moos. Hier ist doch Öl, also überall Öl. Okay. Okay, dann suchen wir jetzt mal alles ab, was wir damit aufmachen. Können. Irgendwo ist was. So eine linke Tür. Okay, hier. We can... We can... Let's see, what kind of alien technology they are hiding here. Let's see. Yes! Jaaa! Oh, geil! Oh, Mann! Zünd den Knaller! Ha 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 ha! Oh, ist das toll, Leute! Oh! Danke! 5000 Elo, Philipp! Jaaa! Jaaa! Sie müssen in der Truck! Wir schauen, ob sie gut ist! Ich bin nicht weg! Ich bin weg! Aber wir müssen dich aus den Autoritäten! Ja, wir haben eine Trehe, wo du in all... Ich bin Soldat, ich bin weg! Ich würde gerne wissen, mehr über dich und der Universität. Aber wenn du musst, dann verstehen wir. Ja! Ja! Good luck, Ralph! Was a pleasure to work with you! You got really good aim! I acknowledge your existence! We acknowledge your existence too! Man, Linda was so mad when we got back! Das ist ja geil! Später! Ja! Ich weiß, was! Ja! Wir sind nicht da, und es war ein Terrorist-Attach! Ich kann noch nicht glauben, dass alle in der Stadt die eine traurige Entschuldigung erinnern, die wir uns und unsere Familie gegründet haben! Oh! Du hast es nicht von mir gehört, aber... Ich habe schon mal ein paar alten Daten, und sie haben einen wirklich löser Job, von heute's Standards! Jetzt haben wir viel besseren Methoden für diese Art und Weise! Ha ha ha! Mr. Fancy's Special Agent könnte es besser haben! Shut up! Hast du gesehen, was mit dem, ... 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 Sie sind großartig. Angelo hat bereits gelernt, zu fahren zu fahren. Und das erinnert mich. Deine Freundin sagt, und ich sage, du könntest zumindest ihr Messungen antworten. Was Messungen? Sie spammt mir Memes. Ich weiß, ihre Memes sind bereits populär am Arbeit. Hast du mir gesagt, dass ein Nerd fünf Bier vor sich stehen? Vinny? Was ist denn das für eine Aussage? Äh, nichts. Jetzt ist er cool, jetzt wo er Bier trinkt. Sieht, wie die Mystery-Stalker werden sie nie verändern. Wer sind die Mystery-Stalker? Das war unser Grupp Name. Don't you remember? Wir haben uns das. Wir haben uns das niemals. Ja, wir haben uns das. Nein, wir haben nicht. Du hast es versucht, es zu machen für eine Woche oder so, aber es hat niemals aufgehört. Du kannst es nicht verraten, aber es war unser Name. Es ist dumm. Es war unser Grupp Name. Es war nicht. Es war es. Hey, schau an die Zeit. Wir werden zu früh sein. Let's go. Kate, ich bin so glücklich, dass du mich kamen, zu besitzen. Wir sind glücklich, dass du dich auch sehen kannst. Wir sind glücklich, dass du dich auch sehen kannst. Wir sind glücklich, dass du dich auch sehen kannst, Mann. Können Sie zumindest das Spiel aufhören? Ja, nachdem ich dieses Level gewinnt bin. Das ist das selbe Spiel, oder? Ich bin glücklich, was ich dir gesagt habe. Ja, drei Botteln Whisky. Ich bin glücklich, dass du dich sehr beeindruckt hast. I won't tell Rebecca. I'll pass. This game is so unfair. You should use a different elemental. Wanna give it a try? Let me do it. What the hell is that? Oh, that. He started it. He was stealing my oatmeal. Some things never change. Handflocken haben sie im Deutschen übersetzt. Okay, also es war erstmal geil. Ich hätte fast noch gerne noch mehr Ende gehabt, um ehrlich zu sein. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr Ende hätte ich gerne gehabt. Aber es war schon cool. Also ja, ich habe viel länger gebraucht, als ich gedacht habe für das Spiel. Es hatte hier und da halt echt unglaublich heftige Rätsel. Also behaupte ich jetzt mal, dass die heftig waren. Ich fand sie teilweise heftig. Also es sind halt so die Sachen, wie mit allem über alles gesprochen haben, damit man eine weitere Option kriegt. Das kennt man ja eigentlich auch von solchen Spielen. Hätte man darauf kommen können. Aber in dieses Rohr sprechen. Also das war schon hart. Und dann war doch noch irgendwas anderes, wo auch dieses Sprechen wichtig war. Oder die Geschichte mit der Lampe. Da muss man halt wirklich an jeder Ecke, in jedem Raum sich alles angucken. Jeden Dialog auch genau hören. Und da habe ich natürlich manchmal wahrscheinlich was überhört. Aber das war jetzt wirklich ein ganz tolles Erlebnis für mich. Ich hatte riesen Spaß. Und ich wusste die ganze Zeit, ich wusste doch, dass das von Russen ist. Oder von irgendwem aus Osteuropa. Aber ich nehme an Russen jetzt. Aber können ja auch genauso gut Ukrainer gewesen sein. Oder aus einem der anderen Gebiete. Das habe ich schon gemerkt bei diesem einen Videotheken-Heini. Der schon so von irgendeinem tschechischen, tschechischen, aus dieser Ecke da scheinbar kommen sollte. Und auch keinen Bock hatte auf sein Land. Oder auf Russland in dem Fall. Weil er ja vom Kommunismus gesprochen hat. Also es ist auf jeden Fall ein Spiel, das zu begeistern weiß. Ein Spiel, das auch sehr schöne Tropes ausführt. Und die Medien, die Musik, die Grafik und die Popkultur der 80er sehr, sehr gut rüberbringt. Es sind drei Endings übrigens. Genau, das könnte man noch sagen. Das habe ich gar nicht gewusst. Das kommt im Podcast 100% Dr. Snippet One. Das haben wir sogar schon. Das habe ich gestern schon aufgenommen, den Podcast hierzu. Auch wenn ich es natürlich noch nicht durch hatte. Da hatte ich es noch weit genug gespielt, um eine Meinung zu haben. Und ich habe es auch nur empfohlen. Das ist heute rausgekommen. Game on. Ja, was kann ich noch zum Spiel sagen, was ich noch nicht gesagt habe. Ich fühle mich hier wirklich gut unterhalten. Für 20 Euro waren das jetzt 4 Stunden, 7 Stunden, ungefähr 10 Stunden Spaß. Und kann sicher auch noch länger dauern, wenn man nicht diesen Druck hat, wie ich. Das jetzt auch durchzuspielen und der Chat hier und da auch mal geholfen hätte. Dann wären das auch 15 Stunden oder so geworden. Also wenn ihr es jetzt nur zum Teil gesehen habt, würde ich euch echt raten, euch das Spiel zu holen und anzugucken. Und selbst zu rätseln und den ganzen geilen synchronisierten Dialogen zu lauschen. Die muss ich echt nochmal hervorheben. Dieser Synchro ist wirklich gut. Also für ein Spiel, für einen Indie-Titel, der nicht englische Entwickler hat, ist das wirklich gut übersetzt worden. Also da hätte ich fast keine Verbesserungsmöglichkeiten. Ja genau, Eddie durfte zwar nicht mitspielen hier, aber der war Stier. Eddie ist eindeutig diese Stierfigur, der Bulle. Auf jeden Fall, hundertprozentig. Das konnte ich vorher ja nicht wissen, aber es ist so. Oh Falco, was habe ich dir gesagt? Seine Tochter. Oh, neue Poster. Was habe ich dir gesagt? Dass ich... Ich bin grundsätzlich? Genau! Und das bedeutet, dass keine TV, keine Radio-Games, keine Videobames. Und jetzt kommt gleich jemand ans Fenster. Das ist fair! Ich dachte immer, das gleiche. Aber es ist für dein eigenes Gut. jemand schaubt die Räume an meinem Fenster. Ich glaube, es ist Barbara oder Soul. Wahrscheinlich Barbara. Es gibt Dinge, die man anlocken kann, die man finden kann. Ich wüsste gar nicht, wo. Geil, sowas mag ich. Ich habe immer eine Sache für das Vergangenheit. Ich habe immer eine Sache gesehen, als ich ein Kind war. Besonders die in den 40ern gemacht. Ich meine, ich habe sie immer noch. Wahrscheinlich hat es etwas zu tun, mit einem Jahrzehnt zu erleben, mit dem ich nie ein Teil war, mit dem, was die Leute an der Zeit konsumt. Eine Zeit, die meine Eltern und Eltern lieben. und die ich erinnere. Mal schauen, ich würde sagen, die beste Dekade aller musste die 80er Jahre sein. Es geht nicht um die Musik. Auch wenn es die beste Musik immer gemacht war. Und es geht nicht um die Videogame. Auch wenn sie großartig waren und sie schafften die Spiele, die die Kinder heute spielen. Es ist nicht, dass die Welt frei war. Argentinische Entwickler, okay. In fact, wir lebten durch eine Alien-Invasion während dieser Dekade. Fakt ist, für mich und meine Freunde, Dinge waren sehr einfach. Es war eine Zeit der Erkrankung. Die Welt riecht ganz neu und alle waren zusammen. Ich verstehe, dass das komplett subjektiv ist. Aber ich bin sicher, dass ich nicht der einzige. Für alle 80er-Lieferen? Salud! Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Argentinien ist. Weil, ich habe nämlich nachgegoogelt, wo die herkommen. Und dann landest du immer bei irgendwelchen komischen, ähm, wie heißt das? Ähm, ja, wenn die Adresse einfach nur irgendwo auf einer Insel ist. Ähm, bei so Postfach-Adressen landest du halt immer. Auch für die, für die Publisher von diesem Spiel. Ich habe es nicht ganz gerafft. Äh, wenn man nachgoogelt, ist es echt schwer, das genau rauszufinden. Aber, darum soll es jetzt auch nicht gehen. Kann sein, dass Argentinien ist. Mich wundert halt, dass hier sehr viele russische Inhalte sind. Also deswegen habe ich gedacht, das kann eigentlich nur, wie so viele Spiele von der Machart, äh, aus Osteuropa sein. Äh, aber, so oder so, Argentinien ist, sollen mir auch Briefkastenfirmen, mir soll es recht sein. Das war am Ende nochmal ein superschönes Rausschmeißer-Monologien. Der Entwickler, oder eines der Entwickler, zum Thema die 80er, und warum die so toll waren. Und da hat er natürlich vieles gesagt, was stimmt, wo ich auch mich dahinter stellen würde. Ich muss allerdings auch sagen, dass jedes Jahrzehnt hat ein paar geile Sachen. Ähm, und, ich könnte jetzt nicht sagen, dass die 80er das beste Jahrzehnt waren. Aber, es war auf jeden Fall, habe ich ja auch schon in meinem Podcast erzählt, das war das Jahrzehnt, wo wir alle noch jung und unschuldig waren. Und wo, man sich deswegen auch gerne zurückerinnert, weil es einfach eine Zeit war, in der wir noch nicht überfrachtet, überladen waren mit Informationen, mit Möglichkeiten. Wir hatten nichts, wir wussten nichts und waren zufrieden damit. Die Welt war einfach klein. Es war eine Kleinstadt, in der man sich aufgehalten hat. Und es war nicht diese endlos verknüpfte, nie schlafende Metropole Welt, die wir heute sind durch das Internet. Okay, also es war eine geile Zeit, das Spiel, aber auch die 80er. Und ich würde jetzt gerne, sehr, sehr gerne, würde ich nochmal, ein, die anderen Enden sehen, wenn man die überhaupt schon finden kann. Wie heißt denn das ganze? Unusual. Findings. Gucken wir mal so nach. Mal einen Moment. Könnte sein, dass es die gar nicht gibt. Nee, ich glaube, die gibt es gar nicht. Also wenn ihr die irgendwo gesehen habt, ich glaube nicht. Ich sehe überall Unusual Findings, aber nicht die alternativen Enden. Tja, ist leider vorbei. Okay. Ja, ihr könnt ja euch das gerne selbst angucken und die Enden finden. Also ihr müsst sie dann wahrscheinlich selbst erspielen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die hier finde. Ich kann nochmal kurz gucken, weil es mich wirklich auch interessiert, im Community Hub, ob da nicht irgendwo was steht. Ja, im Moment. Vielleicht sollte ich doch lieber hier in den Diskussionen nochmal gucken. Das meine ich. Hier ist auch sehr viel Russisches. Also man fragt sich halt schon, warum und wo das so ist. Man würde es halt gerne verstehen. Really strange credits. Have you seen the credits at the end of the game? Link blockiert. Nee, nee, komm. Wobei, wenn da potenziell schädlich ist, ist das wahrscheinlich auch keine gute Idee. Ah, hier. Ja, okay. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Was daran jetzt... Also sie sind komisch, aber ich raffe es auch nicht. Ähm, okay. Ja. Hier finde ich leider jetzt nichts zum Ende. Ich würde so gerne nochmal unterschiedliche Endsequenzen jetzt sehen. Aber vielleicht spiele ich es auch nochmal durch, aber ich wüsste überhaupt nicht, was man hätte machen können, um andere alternative Enden zu bekommen. Hier, grabbing the spatula. Da ist jemand genau... Da ist jemand an genau der Stelle, an der ich auch war. Hier. Die verdammte spatula. Gehen sie doch nach Bratenwender City. Yay. Okay. So. Äh, du hast eins gefunden bei Walkthrough Videos. Komm, dann machen wir das nochmal schnell. Das wollen wir jetzt noch machen. Ähm, ja, ich nehme einfach YouTube, ne? Und nehme ich mal an und dann google ich nach... Unusual Findings Walkthrough. Full Game, no commentary. Äh, commentary. Oh, der hat es in vier Stunden gemacht. Das ist natürlich schon ungewöhnlich. Hä? Was ist das denn für ein Ende? Da ist ja alles anders. Wat? Das ist ja ganz viel anderer Kram. Wie haben die das denn gemacht? Was? Ja. Der wird heute film limpcem. Ich schmul mal kurz vor, nur ich will wissen, wie es da hinkommt. Ja, der Welt depends on this. Every man counts. Desperate times call for desperate measures. We should go with you. But I need you to help. Look, follow me. Check this out. Okay, das kennen wir ja. Okay, er lässt sie nicht mit. Ja? Ich habe den Geus in die Hände. Hört ihr das? Ja. Wir missen all das Spaß. Und das ist okay mit mir. Alles geht according zu dem Plan. Ich brauche... Du brauchst uns, um... Was? Hallo? Over. Das funktioniert nicht. Das ist ja unfassbar. Das ist ja alles komplett anders. Okay, das ist ja echt krass, ne? Ich will mal kurz... Ich zappe mich da so mal so durch. Wir nehmen nur Dinge, die wir nutzen können, um das zu lösen. Ich habe seine Wallet. Alles. Einfach alles. Einfach alles abgenommen. Ich werde das nach links bewegen. Das ist so krass. Das ist ein ganzes... Nochmal ein ganzer Abschnitt. Der ist ja komplett anders. Okay, geh an und klinge mich. Cola! Okay, wir gehen, wir nehmen das. Sie sind super leicht. Das ist so wahnsinnig. Ich bin total fasziniert davon, weil das irgendwie... Ich hätte nie gedacht, dass das so viel noch... So viel andere Möglichkeiten hat. Er hält es. Du bist nicht willkommen. Was ist denn? Das ist ja ungefähr so wie bei... Äh... Manit Menschen. Schau! Schau! Stopp, du mich pushen! Lass uns zurückkommen. Und nie wieder zurückkommen! Wow. Also da bin ich wirklich echt beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Natürlich nicht. Wo bist du von? West-Germann? Wir wissen, du bist ein Alien. Ich meine, nur schau dir auf deine Kopf. Du hast gesagt, du hast keine Hatschen. Jeder in West-Germann sieht so wie das. Wir wissen, dass du leidst. Wie viele Leute aus West-Germann wissen Sie? Wie geil. Jetzt will ich aber das Ende sehen. Ich will ihnen ein bisschen Distraktion. Nichts fancy, aber ich glaube, es würde den Trick machen. Und fertig. Lass uns hier raus. Wie löst, wie die Hölle bist du hier? We-材st von Kommunikation. Man kann den Radio benutzen? Ja. Du kannst repreolve Brocken. Das Medic bahs, nachdem das почему Linda keyfgenes emailed die Radio. Das ist der Truck, ne? Der Truck. Wundervoll. Wundervoll. Das war nah. Wir haben eine intergalaktische Gefahr. Ich... Ich fühle mich wie die Leute aus der Invasion des... Ja, ja, klar. Das ist jetzt alles dasselbe. Du bist aus der Autorität. Hasta la vista. Du bist ein dummer Mann. Ich lebe es. Ich erkenne eure Existenz. Ach, ist das geil, Leute. Ich erkenne auch eure Existenz. Und hier kommt jetzt das Ende und das kennen wir auch schon. Alter. Auch interessant. Guck mal, die stehen jetzt sogar in unterschiedlichen Positionen hier. Das ist ja auch irre. Selbst sowas. So kleine Details, ne? Faszinierend. Alter. Das würde ich auch noch sehen. Das ist ja geil. Das ist ja alles anders. Das ist jetzt der zweite von dritten möglichen Lösungsansätzen. Und ich habe nur die Hälfte aller Rätsel gelöst überhaupt. Kinder, ich bin so glücklich, dass du mich besitzt hast. Wir sind sehr glücklich, dass du dich auch, alter Mann. Kannst du zumindest das Spiel pausen? Ja, nachdem ich dieses Level gewonnen habe. Wir haben ein paar Whisky-Botteln. Gut. Hast du auch ein bisschen Pizza? Nein. Aber ich habe dir auch eine original Kopie von Maze Quest 2. Oh, ich war das beste an diesem Spiel. Wie hast du es? A clueless kid traded es in der Shoppe für ein Boy Scouts book. Are you still working at the Emerald Sword? Natürlich. Ich habe es 20 Jahre alt. Are you sure you're taking your pills? As if I could forget. Das ist das nur was Linda spricht. By the way, wo ist sie? Doing grandmother's stuff. I'm done with this game. You were using the wrong type of... No, I was doing it good. The game is unfair. Now, let's play that Maze Quest 2, you have. Okay, I'll start. Good, but don't create a Goblin Warrior. Their stats are bad. Because pony wizards are so much better. They have a lot of intelligence and health. You only like them because they're ponies. Shut up. Some things never change. Ach, ich bin so richtig aufgewärmt emotional. Das war ja super. Ich lasse euch jetzt die dritte mögliche Endsequenz und wahrscheinlich auch wieder mit ein paar neuen eigenen Missionen und so, lasse ich euch jetzt mal mit alleine. Und das könnt ihr ja, wenn ihr wollt, dann euch nochmal anspielen. Wow. Also das hat jetzt nochmal vieles verbessert fast schon. Also ich bin wirklich begeistert. Auch schön, dass... Also ich weiß zwar nicht, was ich falsch gemacht habe, dass die beiden bei mir nicht zusammengekommen sind und ja, im Altersheim immer noch Leute verprügelt. Aber es soll mir recht sein. Es soll mir recht sein. Aber ich muss sagen, dass das ein sehr schönes Spiel ist, auf das ich mich, ja, wenn ich es jetzt nochmal vor mir hätte, sehr freuen würde. Und wenn ich in ein paar Jahren dann alles vergessen habe, werde ich es auch nochmal spielen und mich an das dritte Ende wagen. Bitte holt euch dieses Spiel, wenn ihr es nicht schon habt. Es ist wirklich einfach was ganz Besonderes. Jetzt habe ich aber auch genug gelobt. Jetzt haben wir genug gesehen. Jetzt haben wir auch genug gespielt. Jetzt haben wir zwölf Stunden mit dem Spiel verbracht. Das muss reichen. Nein! Servis! Ich habe noch nicht Little Miss Fortune gespielt. Das wird mir immer wieder empfohlen. Ich könnte jetzt hier irgendwo zeigen... Wo ist es denn? Es ist hier halt wirklich irgendwo. Irgendwo steht es hier halt wirklich. Weil ich es nämlich aufgeschrieben habe. Warum ist es hier nicht? Warum ist es nie da, wo ich mir Sachen aufschreibe? Meine Zettelwirtschaft ist doch voll in Ordnung. Warum finde ich darauf nichts? Naja, ich habe es auf jeden Fall sogar hier, glaube ich, vor kurzem installiert und kurz gestartet. Komm, ich zeige es dir, dass es mir auch mal einer glaubt. Hier! Gar nicht mal! Ah, Moment! Da! Da! Und das ist mal eine kürzlich gespielte Liste. Also habe ich Little Miss Fortune gestern erst eine Minute kurz angemacht. Und ich habe auch ganz andere Sachen gekauft. Wenn es euch interessiert, ich zeige es mal. Zum einen ist das, glaube ich, richtig gut. Ich mache mal hier so. Ich mache mal voll. Ich habe noch ein paar Horrorspiele gekauft. Chicken Feet. Man wird verfolgt von einem gigantischen Huhn. Das werde ich vielleicht die Tage spielen. Endo Parasitic ist super interessant. Weil das ist ein Spiel, wo man einen Leichnam steuert, der nur noch einen Arm hat und keine Beine. Rewinder ist, glaube ich, eher ein bisschen spooky. Stay Out of the House ist so ein Playstation 1. Ihr wisst schon, was ich meine. Wannabe sozusagen. Könnte sehr interessant werden. Das habe ich noch. System Shock, die Enhanced Edition. Das ist nicht die neue Version, aber die habe ich trotzdem mal gekauft. OMG Zombies ist auch. Sieht sehr interessant aus. Amnesia hatte ich noch. Die Machine for Picks Version noch nicht. Das ist ja der zweite Teil, der auch nicht so schlecht ist. Der eigentlich sogar ganz gut ist. Penumbra weiß ich nicht. Da habe ich mal alle drei Teile, weil die günstig waren, gekauft. Habe ich schon mehrfach empfohlen bekommen. Stubs the Zombie ist ein alter Klassiker. Der ist ganz nett. Space Beast Terror Fright. Keine Ahnung, was es ist. Ich habe es. Und Unusual Findings, was ich jetzt fast mit einer Träne im Knopfloch deinstallieren werde. Weil ich brauche den Platz. Okay, Leute, wir hören jetzt auf. Wie viel Speicherplatz hast du? Allen! Und danke an MSI für diesen fetten Rechner. So, ich schicke euch jetzt gerne weiter. Ihr könnt mir schon mal sagen, wohin. Ich werde jetzt gleich mein Twitch-Logo ändern. All die 100 Menschen, die das heute gesagt haben. Extra nur für euch. Guten Abend, Simon. Wollte mal fragen, was dich mehr unterstützt? Deine YouTube-Videos nachschauen oder auf Twitch nachschauen? Also, das ist eine gute Frage. Ich finde, beides bringt mir was. Also, wenn du jetzt Geld meinst, bringt mir glaube ich YouTube mehr. Weil man mit YouTube einfach mehr verdient. Und weil die Videos gut laufen. Und weil die Art, wie ich meine Videos release, ganz gut auf YouTube funktioniert. Da hilft es enorm, wenn ihr kommentiert mit mehr als sieben Wörtern. Daumen nach oben. Abos. All diesem. Alles. Stellt euch vor, ihr seid ein Algorithmus. Was müsst ihr tun, damit der Algorithmus merkt, dass ihr mich gut findet, meine Inhalte gut findet. Und da kann man dann selbst auch drauf kommen. Aber im Grunde ist es alles. Schreiben, kommentieren, Pfeile, Daumen, alles mögliche. Abos und die Bimmel anbommeln. Ihr wollt zu Tony Maroney. Das solltet ihr bekommen. Der spielt wahrscheinlich immer noch... Tony Maroney spielt immer noch Control. Das ist geil. Da könnt ihr euch drauf freuen. Denn das ist ein wirklich toller Titel. Und der passt. Der geht jetzt gerade erst los. Kommt ihr genau richtig. Ich drücke jetzt den Rate. Klick. Und ich habe leider immer noch keinen Termin für den Resident Evil 5 Event mit Keys. Der kommt aber diese Woche. Ich habe nur leider... Ich habe noch... Wir haben noch keinen festen Termin. Aber ich bin ja morgen und übermorgen ohnehin erstmal in Hamburg. Danach wird es dann passieren. Ich nehme an am Wochenende. Wir wollen uns dann wirklich auch mal 8 Stunden Zeit nehmen. Und das Ding dann am Stück... Und das ist ein langes Stück. Durchspielen. Ich hoffe es klappt. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Nein, ich war nicht bei Giga. Wie was? Giga? Gemäß? Habe ich nie gehört. Nie von gehört. Magna Kalba. Puh. Ich spucke auf sie. Wie was ist. Okay. So. Ich schicke euch jetzt rüber zu Tony. Der freut sich. Habt noch einen schönen Abend. Und gerne gebt mir mal 5 Sterne auf meinen Podcast. Der ist noch neu. Der ist noch knackig und jung. Da brauche ich jeden Stern. Da haben schon ein paar Leute. Haben nur einen gegeben. Weil die mich doof finden. Das muss man gegen kontern. Mit noch mehr 5 Sternen. Macht's gut. Tschüsseldorf. Tschüsseldorf. Okay Akira. Das war jetzt das letzte. Bis dann Leute. Macht's gut. Tschüss. Okay. Und damit haben wir sie weggeschickt. Zu dem Tony. Dem Maroney. Und einem Spiel, das ich euch auch sehr empfehlen kann. Control. Ein Remedy-Shooter-Mystery-Übersinnliche-Fähigkeiten-Spiel. Aus der Third Person. Sehr, sehr geil. Gefällt euch sicherlich, wenn ihr sie spielt. Hat auch eine tolle Story. Tolle Protagonisten. Und ist einfach durch und durch weg ein sehr schönes, eingängiges Spiel. Was ein bisschen crazy auch ist. Genauso wie das, was wir hier jetzt gerade hinter uns haben. Und das, was ihr bei mir auf dem Kanal ohnehin immer seht. Ja, ihr habt's ja eben schon gehört. Was ihr machen müsst, um mir zu helfen. Danke dafür. Müsst ihr auch nicht. Aber wenn, danke ich euch sehr. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wahrscheinlich ist jetzt schon wieder irgendwann rausgekommen. Bis dann, Leute. Macht's gut und tschüss.